Musik Bunte Solidarität. Aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena an den Regenfarben zu beleuchten, werden heute Abend mindestens acht deutsche Stadienfarben vorleuchten, um ein deutliches Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen. 21 Uhr. Deutschland fiebert diesem Fußballabend entgegen. Gegen Ungarn ist für Jujis Jungs sogar noch der Gruppensieg in der Gruppe F drin. Aber wenn es schlecht für uns läuft, könnte die Europameisterschaft auch vorzeitig beendet sein. Und in Lehrer und Erzieher machen Druck auf die Politik, nach den Sommerferien einen normalen Schulbetrieb und Präsenzunterricht zu gewährleisten. Die Zeit muss genutzt werden, um die Schulen krisenfest zu machen, auch im Hinblick auf die Delta-Mutation. Es ist 8 Uhr an diesem Mittwoch, den 23. Juni. Guten Morgen hier bei Welt. Hallo, guten Morgen. Ja, Fanny, 21 Uhr. Dann ist es soweit. Deutschland fiebert tatsächlich diesem Fußballabend entgegen. Dann beginnt nämlich in München das letzte Vorrundenspiel für Jujis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Und die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Bist du schon aufgeregt? Na klar, bin ich aufgeregt. Und wie geht's aus? 3 zu 0. 3 zu 0? Also der Kollege Schommertz sagt 3 zu 1, du 3 zu 0. Ich würde mal sagen 2 zu 1. Okay, ja, wir müssen mal schauen. Auf jeden Fall gibt es auch Personalsorgen, die Jogi Löw quälen. Und überschattet wird das Spiel natürlich auch von der Debatte um die Regenbogenfarben. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena. So das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Auf Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Die UEFA vermittelt in teuren Werbefilmen gerne das Bild eines diversen Verbands. Mit der Anti-Regenbogen-Entscheidung hält sie sich jetzt penibel an die eigenen Regeln. Die Diskussionen darüber müssen die Funktionäre jetzt aushalten. Ja, reden wir rund um das Spiel mit Dirk Schommertz. Er ist für uns weiterhin im DFB-Camp in Herzogenaurach. Dirk, wie reagiert denn die Mannschaft auf diese Diskussion um die Regenbogenfarben? Ja, mit Bedauern hat die Mannschaft reagiert. Zwei Vertreter waren ja gestern bei der Pressekonferenz, nämlich der Bundestrainer und auch Mats Hummels. Und die haben deutlich gemacht, dass sie sich sehr gefreut hätten, wäre nämlich dann heute Abend die Arena erleuchtet gewesen in den Regenbogenfarben. Und Mats Hummels hat auch ganz klar gesagt, dass er ein großer Freund ist, eben so eine Botschaft dann auch in die Welt zu setzen. Der Bundestrainer hat hinzugefügt, dass die Mannschaft ja in der Vergangenheit immer wieder Aktionen auch durchgeführt hat gegen Ausgrenzung für Toleranz. Und dass man das auch in Zukunft weiterhin machen möchte. Die Mannschaft wird ja, beziehungsweise der Kapitän der Mannschaft, nämlich Manuel Neuer, wird ja auch heute Abend wieder mit der Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auflaufen. Also man ist weiterhin an diesem Thema dran. Und Mats Hummels selber hatte gestern auch noch demonstrativ ein T-Shirt an bei der Pressekonferenz mit der Aufschrift Love Unites, also Liebe vereint. Man ist also, was das angeht, so ein wenig, ja man kann es nicht richtig verstehen, warum die UFA sich dagegen entschieden hat. Jetzt muss man es eben so hinnehmen. Aber klar ist natürlich auch, es wird im Stadion präsent sein, diese Regenbogenfarben. Nämlich 10.000 Fähnchen werden vor dem Stadion verteilt werden. Und Viktor Orban, den wir ja auch im Stadion erwarten, der wird schon Schwierigkeiten haben, das Ganze zu ignorieren. Dirk, so, schauen wir mal ein bisschen aufs Spiel. Fanny ist sehr optimistisch, tippt ein 3-0, du tippst ein 3-1, ich tippe ein 2-1. Aber warum tippe ich nur 2-1? Was ist mit Thomas Müller, der Mann, der Deutschlands Knie hat? Kann er denn heute Abend spielen oder aber dann doch nicht? Ja, der Bundestrainer hat auf jeden Fall klargemacht, dass er noch bis zum Mittag warten möchte. Kann man jetzt auch durchaus als positives Zeichen bewerten, nämlich, dass durchaus noch Hoffnung besteht, dass Thomas Müller spielen könnte. Klar ist auf jeden Fall, am Vormittag wird es eine leichte Trainingseinheit geben, das berühmte Anschwitzen vor dem Spiel. Und da wird es eben nochmal einen Belastungstest geben für das Knie, für das rechte Knie von Thomas Müller. Und erst dann fällt die Entscheidung, ob er also heute Abend auflaufen kann gegen die Ungarn oder ob der Bundestrainer eventuell eben auf Goretzka oder möglicherweise sogar Leroy Sané dann vorne setzen wird. All das wird also noch ein wenig Zeit benötigen. Klar ist natürlich auch, dieses Spiel wird ein möglicherweise Schicksalsspiel für die deutsche Mannschaft. Alles ist hier noch drin, von Platz 1 bis aber auch Platz 4, wie auch mein Kollege Christoph Hippweiß. Den Sieg gegen Portugal im Gepäck trifft die DFB-Elf am Teamhotel in München ein. Ein Punkt reicht Jogis Jungs heute Abend, um ins EM-Achtelfinale einzuziehen. Für die Fans ist das Weiterkommen jedenfalls reine Formsache. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Mich haben im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Knapp wird es auch für den verletzten Thomas Müller. Während Gündogan und Hummels wieder fit sind, wird sich sein Einsatz erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Was den Spielausgang angeht, ist er jedenfalls optimistisch. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark, aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen und in lauter Unterstützung packen wir das. Spätestens seit Ungarns 1-1 gegen Weltmeister Frankreich ist klar, dass ein Sieg der DFB-Elf heute Abend alles andere als selbstverständlich ist. Auf einen defensiv starken Gegner ist auch der Bundestrainer eingestellt. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Getrübt ist die Stimmung der Spiele ein wenig durch die sogenannte Regenbogendiskussion im Vorfeld des Spiels. Mats Hummels bedauert das Verbot seitens der UEFA. Also ich hätte es auf jeden Fall einfach jetzt rein persönlich schön gefunden, das kann ich glaube ich so sagen. Ich bin absolut, absoluter Freund davon, wenn man Botschaften dieser Art in die Welt sendet. Das will auch Kapitän Manuel Neuer weiter mit seiner Binde in Regenbogenfarben tun. Zum letzten Mal sind Deutschland und Ungarn übrigens vor 67 Jahren in einem Pflichtspiel gegeneinander angetreten. Beim legendären Wunder von Bern 1954 schlug die DFB-Auswahl die Ungarn im WM-Finale 3 zu 10. Also alle erwarten eine zähe, eine schwierige Partie und eins darf man auch nicht vergessen. Die Ungarn haben eben auch noch eine Chance aufs Achtelfinale, wenn sie eben die Partie heute Abend gewinnen. Also für die geht es auch um eine ganze, ganze Menge. Insofern hoffen wir mal, dass die deutsche Mannschaft am Ende eben auch den Durchblick behält. Ob mit Thomas Müller oder ohne, ein Sieg wäre heute Abend auf jeden Fall eine feine Sache. Dirk, du wirst das Ganze natürlich den ganzen Tag über für uns einordnen, aber nachher auch noch unser ehemaliger Nationalspieler als Experte Jimmy Hartwig in wenigen Augenblicken hier bei uns im Studio. Dirk, danke erstmal. Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Ergebnisse gemeldet. Das sind 439 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang verabreicht worden. Und angesichts dieser niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu 10 Personen in geschlossenen Räumen und vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Berlin plant die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. Das Impf gegen Corona, es muss einfach noch schneller werden. Das zumindest ist die Meinung des Chef-Virologen der Berliner Charite. Und Professor Drosten sieht darin auch einen wichtigen Schritt, um gegen die Delta-Variante des Virus besser geschützt zu sein. Denn die Mutation breitet nämlich auch in Deutschland immer weiter aus. Auch die Lehrer schlagen jetzt Alarm. In mehreren Bundesländern gibt es ja heute Zeugnisse. Die Sommerferien beginnen und die Politik müsse jetzt die kommenden Wochen nutzen, damit nach den Sommerferien der Präsenzunterricht wieder geregelt stattfinden kann. Keine leeren Klassenzimmer nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern müssten nun im Sommer geschaffen werden, so die GEW-Vorsitzende Maike Finnern. Nach den Ferien würden dann Hygienekonzepte sowie eine effektive Teststrategie und Masken in geschlossenen Räumen wie Klassenzimmern eine wichtige Rolle spielen, um eine Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern. Der Virologe Christian Drosten betont, dass Deutschland in einer guten Ausgangslage sei. Es gebe nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatisch-stämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern, bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Wir müssen einfach schnell impfen. Das ist wirklich das, was wir jetzt machen müssen, so Drosten. Zahlen aus Großbritannien zeigen, dort Infizierte hatten entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiös, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Zugeschaltet vom Kanzleramt in Berlin ist uns jetzt Michael Willenweber. Michael, das ist also ein ganz heißes Eisenpräsenzunterricht. Nach den Sommerferien ist denn die Politik wirklich darauf eingestellt, im Vergleich zum vergangenen Jahr die sechs Wochen auch zu nutzen, um zu handeln und das auch zu gewährleisten? Also darf man zumindest ein Fragezeichen hinter machen. Die Lehrerverbände, die laufen ja jetzt schon. Man muss sich darauf vorbereiten, auf den Schulbeginn, dann nach den Sommerferien. Da geht es natürlich dann um ein Testkonzept, Masken, da geht es auch um Lüfter. Und ich frage mal eine Prognose, auch nach diesen Sommerferien wird nicht in allen Schulklassen am Ende ein Lüfter stehen. Wie also dann tatsächlich Präsenzunterricht garantieren? Der soll ja auf jeden Fall so sein, sagen die Lehrer. Denn andernfalls würden die Defizite bei den Schülern ja noch deutlich größer. Man könnte natürlich auch sagen, wir impfen die Lehrer komplett durch, die Eltern. Es soll ja auch jeder ein Impfangebot, jeder Erwachsene haben bis zum Ende des Sommers. Dann wäre das Risiko für die Kinder ja eigentlich sehr gering, weil sie ja von Corona relativ wenig betroffen werden, von Symptomen zumindest. Und wenn dann noch die vulnerablen Kinder und Schüler geimpft worden sind, was ja auch tatsächlich derzeit geht, dann sollte das Risiko eigentlich ja geringer sein, deutlich geringer als dann im Vergangenen. Ja, also da muss eine politische Entscheidung, glaube ich, getroffen werden, welches Risiko man wirklich dann eingehen möchte. Und diese Güterabwägung, die muss in den Ländern geschehen, denn letztendlich wird ja in den Ländern entschieden, nach welchen Kriterien man tatsächlich dann vorgeht, um wirklich regulären Unterricht dann wieder machen zu können. Also Wechselunterricht ist alles andere als unwahrscheinlich, zumindest in manchen Regionen, in manchen Schulen. Luftfilter sind das eine, das andere sind digitale Endgeräte. Wir haben erlebt, dass das nicht gut funktioniert hat mit der Digitalisierung in den letzten Monaten. Was will die Politik denn da tun? Also da wird natürlich jetzt in den sechs Wochen oder acht Wochen, je nachdem, wann die Ferien beginnen, dann auch meines Erachtens in zehn Wochen so viel mehr natürlich auch nicht passieren bei der Digitalisierung. Und wir haben ja erlebt, es gibt ja die Studien, dass dieser digitale Unterricht relativ wenig gebracht hat. Den meisten Schülern zumindest und vor allen Dingen in den problematischen Schülern doch sehr wenig, dass der Lernerfolg also sehr, sehr gering gewesen ist. Und das ist ja auch der Hintergrund, weswegen man jetzt sagt, wir müssen zurück in die Schulen, wir müssen zurück zu einem regulären Unterricht, weg vom Digitalen, weg vom Hybriden. Die Frage ist tatsächlich, kann man sich das dann leisten angesichts dann auch der Delta-Variante, angesichts der Prognosen, dass wir 85 Prozent brauchen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Also 85 Prozent müssen geimpft sein. Das kann man natürlich nicht erreichen, wenn die Schüler nicht ebenfalls geimpft sind. Also es wird tatsächlich eine schwierige Güterabwägung werden, wie das dann tatsächlich in den Schulen nach den Sommerferien vonstatten gehen soll. Michael, danke für den Moment vor das Kanzleramt. Keine Chemie auf dem Acker und selbst angebautes Futter für die Tiere auf dem Hof. Der Ökolandbau in Deutschland, der liegt weiter zu, macht mittlerweile rund 10 Prozent der gesamten Agrarfläche aus. Ja, aber 10 Prozent, das bedeutet auf der anderen Seite, dass die traditionelle Landwirtschaft weiterhin die Oberhand hat. Und deshalb gibt es für die Ökolandwirtschaft noch eine Menge Luft nach oben. Denn obwohl bei den Verbrauchern ja die Nachfrage nach Öko-Eiern, Gemüse oder anderen Bioprodukten steigt, sind sie im Vergleich immer noch sehr teuer. Große Weide, gutes Futter und glückliche Rinder. Bauer Dirk Bartel ist einer von 35.400 Biolandwirten in Deutschland. Und das aus gutem Grund. Also, ich bin Biobauer aus Leidenschaft, aus Liebe zur Natur, dem Tieren und für die Gesundheit unserer Menschen. Zusammen bewirtschaften die Biolandwirte 10 Prozent des deutschen Ackerlandes. Bis 2030 sollen es 20 Prozent werden. Das Ziel, mehr nachhaltige Öko-Lebensmittel und möglichst weniger importieren. Denn in Supermärkten finden sich etwa etliche Bioäpfel aus Afrika oder Bioingwer aus Asien. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die bestmöglich mit den Ressourcen umgeht, die wirtschaftlich tragfähig ist, Einkommen der Landwirte sichert. Nur so werden wir auch regionale, heimische Produkte haben können. Kurze Wege, geschlossene Kreisläufe. Das ist das, was Nachhaltigkeit auch ausmacht. Der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt in Deutschland liegt bei nur 6,4 Prozent. Doch alle Deutschen mit ausschließlich Bioprodukten zu ernähren, würde nicht funktionieren. Öko-Bauern fahren geringere Ernten ein. Außerdem müssten Verbraucher das auch bezahlen. Nee, ich kaufe meistens kein Bio. Warum? Weil es mir einfach zu teuer ist und ich nicht mehr so viel Geld ausgeben würde, als dass es mir wert wäre. Ja, ich kaufe das häufigeren Bio-Produkte, vor allem weil mir das wohl der Tiere sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, dass es in vielen Fällen den Tieren bei Bio-Produkten vielleicht ein wenig besser gegangen ist. Ausgerechnet beim Fleisch ist der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt aber besonders gering. Nur zwischen zwei und vier Prozent. Da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Schau mal, das ist die Zukunft. Und das ist ein sogenanntes Flugtaxi. Entwickelt in Deutschland, in Karlsruhe, von der Firma Volocopter. Und die haben tatsächlich nun mit den ersten Testflügen damit begonnen. In Paris auf dem Flugplatz Le Bourget und dieser Prototyp, der ist jetzt vorgestellt worden. Und schon bald könnte er zum Einsatz kommen und zwar schon 2024. Da finden nämlich die Olympischen Spiele in Paris statt. Und dann soll es die Premiere dieses Flugtaxis geben. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Und diese Meldung hat uns soeben erreicht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Der hat nach Informationen der Deutschen Presseagentur seine Reise zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn heute Abend abgesagt. Offizielle Informationen, eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Ja, vor dem abschließenden Gruppenspiel hat es ja bereits heftige Debatten darüber gegeben, ob also nun das Münchner Stadion in Regenbogenfarben leuchten soll und darf. Die UEFA hat das Heimrecht bei dieser Fußball-Europameisterschaft und hat das verboten, obwohl man sich ja für die Diversität einsetzt. Und ein Hintergrund soll sein, dass Ungarn vor allen Dingen Druck auf die UEFA-Spitze ausgeübt haben soll, dass es dazu nicht kommt. Dort wurden ja die Gesetze gegen Homophobie weiter verschärft. Und Viktor Orban wollte sich eigentlich das Spiel heute Abend anschauen, denn schließlich hat ja Ungarn auch noch Chancen, ins Achtelfinale einzuziehen. Aber jetzt hat er seinen Besuch offenbar abgesagt. Wir werden Sie natürlich im Laufe unserer Sendungen weiter darüber informieren. Und damit sind wir jetzt beim Thema Geld und Wirtschaft angelangt, schauen an die Frankfurter Börse. Und dort ist für uns weiterhin Patrick Devane, um das Geschehen für uns einzuordnen. Wir werden in gut einer halben Stunde mit dem Handel beginnen, Punkt 9 Uhr. Und eigentlich könnte man davon ausgehen, dass also die Vorgaben den DAX heute ein bisschen weiter nach oben treiben könnten. Denn in Asien haben die Märkte gut geschlossen. Und Patrick, das bedeutet ja auch auf der anderen Seite, also es kommt jetzt wieder ein bisschen Normalität zurück, oder? Und vor allen Dingen auch, und das ist das Wichtigste, Ruhe, oder? Ich habe leider noch keinen Regenbogen in der Frankfurter Börse gesichtet, aber du weißt ja normalerweise, lieber Carsten, würde am Ende eines solchen ein Goldkessel auf einen warten. Also ein Kessel voll Gold. Wie gesagt, wir müssen im Moment noch darauf hoffen, dass die Aktienkurse steigen. Und tatsächlich ganz so gut wie vorhin sah es tatsächlich dann jetzt nicht mehr ganz so aus. Denn die vorbörsliche Indikation, du hast es angesprochen, 40 Minuten, bevor es hier wirklich dann losgeht und scharf gehandelt wird, sozusagen, ist der XDAX im Grunde nahezu unverändert. Ein leichtes Mini-Plus ist noch übrig geblieben. Aber so richtig Euphorie, die wird sich zumindest für den Moment noch nicht so richtig einstellen. Vielleicht kommt das ja noch, wenn in dem Laufe des Vormittags dann die Einkaufsmanager-Indizes vermeldet werden aus unterschiedlichsten europäischen Ländern. Und du hast es angesprochen, in Asien die Kurse eigentlich relativ freundlich unterwegs, vor allen Dingen der Hang Seng kann deutlich zulegen. Vor allen Dingen die Technologieaktien dort konnten profitieren, aber auch gleichzeitig von Einkaufsmanager-Indizes aus Japan, die insgesamt positiv sich entwickelt hatten. Zwar ein wenig schlechter als im abgelaufenen Monat, nur noch 51,5 statt 53 Punkten sind es da gewesen. Aber tatsächlich muss man sagen, weiterhin expansiv das ganze Wirtschaftswachstum und auch die Notenbänker der Bank of Japan haben sich insgesamt eher mal positiv geäußert. Und in Amerika gab es gestern für den Dauern-Plus von 0,2 Prozent Nike Home Depot und die Tech-Aktien mit Apple und Microsoft waren da die Sahne sozusagen auf den Aktienkursen. Und wir gucken mal, auch da kommen ja zum Nachmittag eine Menge Konjunkturdaten, wie sich das dann hoffentlich positiv entwickeln wird. Und ab 9 Uhr werden wir die ersten Indizes bekommen. Patrick, danke nach Frankfurt. Mücken freuen sich im Moment, denn das Klima ist perfekt für sie. Es gibt eine Mischung aus Hitze und Regen und die letzten Jahre, die waren ja viel zu trocken. Dieser Sommer, der liefert allerdings beste Voraussetzungen für Mücken, um sich zu vermehren. Das kann ich dir sagen. In meinem Garten habe ich so Wassertanks und wie die Mücken da drin sind und sich verbreiten, das ist unfassbar. Du bist schuld. Ich bin schuld. Meine ganze Gartenanlage wäre ja dann schuld. Nee, nee, aber das ist ja überall so. Aber das große Problem ist, eine asiatische Variante, die sorgt im Moment für richtig große Schmerzen nach dem Piekser. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnackenspezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist ein Stück. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Sieger-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pater. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnackenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate paradiesisch für die Familienplanung der kleinen stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Na, wie viele Mückenstecher hast du? Ich hatte dieses Jahr zwei und das war auf Ibiza und nicht in Berlin. Also ich bin anscheinend gesegnet. Die Berliner Mücken mögen mein Blut nicht. Meine Haut. Deine Haut, genau. Was auch immer. Das Wetter. Annika, wie sieht es aus in den kommenden Tagen, wenn die Mücken sich weiter ausbreiten, weil es weiter so ein Chaoswetter bleibt mit mal Regen, Sturm, Hagel. Alles, was wir gesehen haben, ist ja unfassbar. Ja, in der Südhälfte auf jeden Fall. Da gibt es weiterhin so viel Regen. Im Norden ist es da am freundlichsten und auch sonnig. Ja, Carsten, Fanny Fee, da warten wir einfach mal, ob die Mücken euch gut riechen können. Ja, der Tag heute startet ganz ähnlich wie der gestrige. In der Nordhälfte ist es eher ruhig und entspannt. Hier gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und nur im Nordseeumfeld ein paar Schauer. Aber in der Südhälfte, da starten wir dann schon wieder mit den ersten Schauern und ein paar Gewitter mischen sich auch mit oder mischen auch mit. Am Nachmittag intensivieren sich diese Schauer und dann zum Abend hin, auch zum Fußballabend, kann es wirklich Gewitter geben und zwar südlich einer Linie von Nürnberg und Stuttgart. Das kann dann auch mal heftiger werden mit Starkregen und Blitz und Donner und Hagel, der größer ist als zwei Zentimeter. Im Norden bekommt man davon gar nichts mit. Hier bleibt es sehr ruhig. Ja, Sonnenschein ist heute ein Thema und zwar in der Ostsee. Bis zu elf Stunden Sonnenschein werden dort erreicht, aber auch für alle, wo es etwas wolkiger ist, wie zum Beispiel im Nordwesten, gibt es immerhin drei bis vier Stunden. Ansonsten wird es sogar noch freundlicher. Bei den Temperaturen gibt es heute kaum Bewegung. 20 bis 25 Grad. 27 Grad werden im Südosten erreicht und etwas frischer ist es im Nordseeumfeld mit 16 bis 17 Grad. Damit sind wir bei den Aussichten. Die nächsten zwei Tage geht es quasi genauso weiter. Im Norden ist es am freundlichsten und auch am sonnigsten, aber im Süden gibt es immer wieder Gewitter. Die Unwettergefahr nimmt zwar etwas ab, aber trotzdem können Starkregen und Hagel dabei sein. Zum Wochenende hin wird es dann für alle ruhiger. Das war es von mir mit dem Wetter aus Hamburg. Beste Sicht aufs Wetter mit John City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Viktor Orban hat seinen Besuch des heutigen EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn abgesagt. Der Druck wurde offenbar zu groß. Ja, es geht natürlich um die Diskussion, ob das Münchner Fußballstadion nicht in Regenbogenfarben erscheinen darf. Schafft Kritik an der UEFA und vor allen Dingen soll Ungarn dort eine entscheidende Rolle mitgespielt haben. Unser Thema gleich, bleiben Sie dran. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch dem Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. Musik Offenbar wegen der Diskussion um die Regenbogenfarben und das UEFA-Verbot für das Münchner Stadtteil. Stadion Ungarns Ministerpräsident Orban sagte seine Reise zum Spiel heute Abend Deutschland gegen Ungarn ab. Ab 21 Uhr geht es los in der Münchner Arena. Gegen Ungarn ist für Jogis Jungs sogar noch der Gruppensieg drin. Aber wenn es schlecht läuft, könnte die Europameisterschaft auch zu Ende sein. Musik Die Forderung nach dem Präsenzunterricht wird immer lauter. Lehrer und Erzieher machen Druck auf die Politik, nach den Sommerferien einen normalen Schulbetrieb wieder zu gewährleisten. Die Zeit der Ferien muss genutzt werden, um die Schulen krisenfest zu machen, auch im Hinblick auf die Delta-Mutation. Mittwochmorgen, hallo, ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Guten Morgen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat nach Informationen der deutschen Presseagentur eine Reise zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn abgesagt. Diese Meldung hat uns vor wenigen Minuten erreicht. Eine offizielle Bestätigung und offizielle Information dazu gibt es aber noch nicht. Ja, vor dem abschließenden Gruppenspiel hat es ja heftige Debatten über das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben gegeben. Das zieht natürlich auch das Spiel so ein bisschen mit in seinen Bann. Aber aus Solidarität werden in mindestens acht Stadien heute Abend zumindest die Regenbogenfarben dann erleuchten. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündogan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Das Spiel heute Abend vor an die 21 Uhr. Die Spannung steigt. Wir können, müssen gewinnen. Wir werden das Ganze jetzt gleich einordnen lassen von unserem Experten Sebastian Honenkamp und dem ehemaligen Nationalspieler, unserem Experten Jimmy Hartwig. Ich bin gespannt, wie Jimmy das Ganze bewertet. Der aktuelle Sport wird Ihnen präsentiert von interwetten.de Carsten ist schon ganz aufgeregt. Wie geht's euch? Das Spiel bestimmt auch, oder? Das sieht man ja, wie aufgeregt ich bin. Ich hab 3 zu 0 getippt, ich als Fußballexpertin. Was sagt ihr? Ich sag dir was. Ich hab das letzte Mal gegen Frankreich so auf Deutschland die Fresse gekriegt, dass ich mich jetzt mal schön zurückhalte und sag, der Bessere soll gewinnen. Wenn die bessere Mannschaft die Deutschen sind, dann werden wir gewinnen. Was ist mit dir los auf einmal, Jimmy? Also du bist unser Experte, du bist ehemaliger Nationalspieler. Du kennst doch das Gefühl, wenn man da steht und die ganze Nation schaut auf die Mannschaft und wir erwarten viel. Und du redest das auf einmal klein? Nein, ich sag euch, das Spiel heute Abend wird so geil spielen. Wir werden genauso gut spielen. Wie die Portugiesen. Wir werden dastehen wie die Deutsche Eiche. Wir werden marschieren. Und wenn 3-1 gewinnen, ist das jetzt in Ordnung für euch da drüben? Ja. Dankeschön. Das ist doch genau der Spirit, den die Mannschaft auch gegen Portugal gezeigt hat. Den du dann so weit gelobt. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, lass uns zumindest einmal ganz kurz eben nochmal über diese Debatte mit der Regenbogenflagge bzw. dem Stadion sprechen. Wie bewertest du die Sache, dass die UEFA das jetzt so entschieden hat, dass es ein politisches Statement ist, was die Stadt München geplant hat und deshalb nicht stattfinden soll? Das politische Statement glaube ich nicht. Das hat Herr Urban so gesagt. Wenn du überlegst, wie die Ungarn sich benommen haben gegen Ronaldo gegenüber mit Beleidigungen, mit Homorophie-Beleidigungen. Ich finde dieses Statement, was München machen wollte, hervorragend. Jetzt macht es Frankfurt und die anderen großen Städte machen es. Die UEFA, da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, was ich da sage, aber da sollen einige Herren sich mal Gedanken machen, ob in ihrem Umfeld nicht auch homosexuelle Männer arbeiten, um mit denen sich mal auseinanderzusetzen. Diese Nummer, dass das Stadion nicht beleuchtet wird, finde ich absolut schwach. Lass uns zumindest auf die Mannschaft schauen. Mats Hummels hat gestern nochmal gesagt, das ist auch Thema in der Nationalmannschaft, das wird diskutiert. Besteht da eine Sorge, dass das so ein bisschen vielleicht vom sportlichen Fokus auf Ungarn, auf das Spiel ablenkt innerhalb des Teams, dass das so ein Störfaktor werden kann? Nein, du bist fokussiert auf Ungarn. Das interessiert dich, was der Ministerpräsident da für einen Schwachsinn redet. Die Spiele untereinander, da geht es zur Sache. Wir wollen weiterkommen, wir werden weiterkommen. Wir werden genauso ansetzen müssen wie gegen Portugal. Das habe ich ja schon gefordert gegen Frankreich. Sowohl das sollte es ja auch spielen gegen Frankreich wie gegen Portugal. Ich glaube, heute Abend können wir uns nach der ersten Halbzeit ganz genüglich zurücklegen, können das nächste Bierchen aufmachen und können sagen, ja, es geht weiter. Dann lass uns zumindest genau auf dieses Spiel schauen. Einer, der zumindest mal, wo ein großes Fragezeichen hinter steht, das ist Thomas Müller. Thomas Müller, den haben wir tatsächlich... Den Thomas Müller hätte man tatsächlich gehabt. Den waren wir noch im Trainingslager. Wir müssen ganz kurz leider, wir haben technische Probleme, da müssen wir einmal kurz abbrechen. Ja, wir sollen leider uns abbrechen, Jimmy und Sebastian, denn wir haben gerade unsere Kamera, unsere Kamera hat sich ein bisschen verabschiedet. Und ja, die Ausführungen von euch beiden, die werden wir gleich nochmal hören. Ja, Jimmy, kann passieren, der hochmoderne Studio und dann... Ich bin entschuldigt. Das Studio war so überrascht von deiner Motivationsrede. Das muss ich erstmal holen. Schön, dass du das alles gerade noch so wunderschön gerettet hast. US-Außenminister Blinken ist am Morgen zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland eingetroffen. In Berlin trifft er sich heute mit Kanzlerin Merkel und mit Außenminister Maas. Wichtigstes Thema dürfte der Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach der Ära Trump sein. Ja, und Blinken nimmt außerdem an einer Konferenz über den Libyen-Konflikt teil. Zum zweiten Mal hat Außenminister Heiko Maas zu dieser Konferenz eingeladen, um das Chaos in dem nordafrikanischen Land zumindest in geregelte Bahnen zu lenken. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Deutschland inzwischen auf 7,2 gesunken. Das RKI meldete außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind mittlerweile hierzulande verabreicht worden. Ja, und wir blicken gleich auf ein Flugtaxi, das schon bald zum Einsatz kommen soll. Außerdem versuchen wir nochmal unser EM-Studio. Bleiben Sie dran. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündogan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfalls. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstaat Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Radmeter Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Willkommen zurück. Ja, das, lieber Carsten, das könnte die Zukunft sein. So könnten nämlich künftig die Taxis aussehen. Sieht ein bisschen cooler aus als die Taxis im Moment. Absolut, absolut. Also ich würde mich dann so fühlen wie Bruce Willis, weißt du, im Film das fünfte Element. Würde ich ja ganz toll finden. Aber tatsächlich, eine deutsche Firma hat jetzt diesen Volocopter, wie der heißt, in Frankreich vorgestellt. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten, so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist ganz besonders. Und das ist ja die Mücke. Waren die letzten Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangene Wochen haben schon gezeigt, es herrscht der Eindruck einer wahren Mückenplage. Und Sorgen macht Forschern bereits eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitet. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnaken-Spezial-Kommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestickt. Sie verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnakenlarven nehmen dieses Protein auf. Die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigernacken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Enttäuscht und fassungslos, so reagiert die australische Regierung auf die UNESCO-Entscheidung in Sachen Great Barrier Reef. Wegen des dramatischen Korallensterbens will die UN-Kulturorganisation dem Riff den Weltnaturerbestatus aberkennen. Dagegen kündigte die australische Umweltministerin jetzt Widerstand an. Das Welterbe-Komitee hat nicht die Milliardeninvestitionen berücksichtigt, die Australien bereits zum Schutz des weltgrößten Korallenriffs ausgegeben habe. Es sei zudem erschreckend, dass die Entscheidung im Vorfeld nicht angekündigt worden sei. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. Ebersberg ist ja nicht weit weg von München. Das sind tolle Aussichten für Spiele heute Abend. Ich wollte gerade sagen, wenn der Stadion, der Arena, das Feld, der Rasen dann so aussieht und man erstmal die Hagelkörner wegräumen muss, dann wäre es ein bisschen blöd fürs Spiel heute. Also Annika, wie sind die Aussichten für München? Also müssen wir uns auf Regen, Hagel, Sturm einstellen? Ja, also Carsten, da hast du es ganz gut zusammengefasst. Also südlich einer Linie Stuttgart-Nürnberg gibt es heute Abend auf jeden Fall Gewitter. Das ist jetzt immer die Frage, wo kommen sie runter? Aber gestern und vorgestern war es in München wirklich sehr heftig. Also da gab es Gewitter wirklich auch stundenlang und Hagel und Starkregen und alles. Das heißt, heute, ich möchte mal generell sagen, für das Stadion, da würde das Spiel dann unterbrochen werden, wenn es denn so ist. Aber es kann wirklich gut sein, dass es genauso ab neun losgeht. Aber generell gilt auch für das Public Viewing, würde ich jetzt wirklich sagen, eher drinnen bleiben vielleicht heute Abend, wenn man im Süden ist, weil es gefährlich werden könnte, wenn dann auch Sturmböen kommen, wenn Sachen durch die Gegend fliegen. Im Norden sieht es ganz anders aus. Jetzt mehr zum Wetter für ganz Deutschland. Ja, die große Hitze von Hochsoe, die hat sich jetzt verlagert. Und zwar liegt das hoch über Russland. In Moskau gab es durchschnittlich einen Wert von 22 Grad im Juni. Heute werden es schweißtreibende 35 Grad. In Helsinki 26 Grad, damit 1 Grad mehr als in Berlin, aber 3 Grad mehr als in Madrid. Also dort ist es wirklich richtig heiß. Im Norden wird es bei uns heute wieder sehr angenehm. Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Nur im Nordseeumfeld ist es etwas frischer mit 16, 17 Grad. An den Küsten, also an der Nordseeküste, kann es auch ein paar Schauer geben. Im Nordwesten ist es sonst eher Wolkenverhangen. Am sonnigsten ist es im Nordosten. Da ist es richtig schön. In der Südhälfte ein anderes Bild. Denn hier gibt es schon morgens am Vormittag die ersten Schauer und auch ein paar Gewitter mischen mit. Nachmittags können sich diese intensivieren und dann auch wirklich entladen wieder mit Starkregen und Hagel. Die Unwettergefahr nimmt zwar ab, aber wie gesagt, Starkregen und Hagel können heute dabei sein. Also auf jeden Fall aufpassen und vielleicht beim Public Viewing, ja, vielleicht einfach eher drin bleiben und kein Public Viewing machen. Und somit sind wir bei den Aussichten. Nach den nächsten beiden Tagen geht es noch so weiter mit dieser Verteilung im Norden. Freundliches und schönes sonniges Wetter. Im Süden immer wieder Gewitter, die Starkregen, Hagel und Sturmböen dabei haben können. Ja, und am Wochenende beruhigt sich dann alles wieder. Darauf freuen wir uns doch jetzt mal. Das war es von mir mit dem Wetter aus Hamburg. Beste Sicht aufs Wetter mit Johnny City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Und machst du Public Viewing? Nee, auf keinen Fall. Aber wir beide haben ja morgen Frühschicht. Das heißt, wir müssen früh im Sender sein. Ich wollte mir auch gerade sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Spiele überhaupt anschauen habe. Ich muss mal schauen. Dann müssen wir. Wir müssen es ja morgen schließlich analysieren. Dann auch mit Jimmy Hartwig. Ja, stimmt. Ganz wichtig. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück. Und dann schauen wir nochmal auf das Spiel. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seinen Besuch in Deutschland abgesagt. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündogan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckende Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse. Und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes Meininger sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist, ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es, schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitet. Aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in den Regenbogenfarben zu beleuchten, werden viele Vereinsstadien heute Abend bunt erstrahlen. Darunter Köln, Frankfurt und Berlin. Ungarns Ministerpräsident Orban hat seine Reise nach München zum Spiel abgesagt. Hopp oder Top Deutschland fiebert diesen Fußballabend entgegen. Gegen Ungarn ist für die Deutschen sogar noch der Gruppensieg drin. Aber wenn es tatsächlich schlecht läuft, könnte das Turnier auch zu Ende sein. Deutliche Forderungen nach dem Präsenzunterricht. Lehrer und Erzieher fordern die Politik auf, nach dem Sommer einen normalen Schulbetrieb zu gewährleisten. Die Ferien sollten genutzt werden, um die Schulen krisenfest zu machen. Winterlandschaft im Sommer. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter mit Hagel gegeben. Sogar Schneeschieber mussten zum Einsatz kommen. Es ist 9 Uhr an diesem Mittwochmorgen. Guten Morgen hier bei Welt. Um 21 Uhr wird es soweit sein. Und Deutschland fiebert diesem Termin entgegen. Und das bedeutet, das Spiel Deutschland gegen Ungarn wird dann in München angefiffen werden. Es ist das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F. Die Mannschaft hat es also selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch die politische Diskussion rund um dieses Spiel geht natürlich auch weiter. Denn das Münchner Stadion darf ja nach Ansicht der UEFA nicht in Regenbogenfarben erstrahlen. Und auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der eigentlich das Spiel sich live angucken wollte, hat seine Reise nach München kurzfristig abgesagt. Max Hermes. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena. So das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Tja, ordnen wir das Spiel Deutschland gegen Ungarn bei dieser Euro 2020 ein. Politisch, aber natürlich auch aus sportlicher Sicht. Steffen Schwarzkopf ist für uns weiterhin in Budapest. Und Dirk Schommerz ist in Herzogenaurach im Camp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Steffen, fangen wir mal bei dir an. Völlig überraschend hat er nun Viktor Orban seinen Besuch zum Spiel heute Abend in München abgesagt. Gibt es dafür schon eine Begründung? Also offiziell gibt es noch kein Statement. Die Hungarian Daily News, die Online-Zeitung, mutmaßt zweierlei. Zum einen Viktor Orban ist beleidigt, schreibt die Zeitung, weil er natürlich weiß, dass zwar in München die Allianz Arena nicht in Regenbogenfarben strahlen wird, aber diverse andere Stadien in Deutschland, ob Berlin, ob Dresden, Augsburg, Köln oder in Frankfurt, überall wird man die sieben Farben des Regenbogens sehen. Dazu dann eben auch noch die Regenbogenfähnchen in der Allianz Arena. Und zum anderen heißt es, habe er wahrscheinlich einfach keine Lust, sich auspfeifen zu lassen, wenn er denn in München sitzt. Also er wird sich einfach nicht willkommen fühlen und dementsprechend wird er dann hier in Budapest bleiben, am Fernseher das Ganze verfolgen und von hier aus seiner Nationalmannschaft die Daumen drücken. Man muss es ja sagen, in Deutschland gibt es eine klare Meinung zu der Diskussion rund um die Regenbogenfarben. Aber wie sehen das eigentlich die ungarischen Fans? Ist das ein großes Thema in Budapest, in Ungarn? Also durchaus. Ich glaube, dass die Fans hier geteilter Meinung sind. Es gibt natürlich die, die das auch als eine Anmaßung Deutschlands halten. Andere, die politisch eben eher in Reihen der Opposition stehen, die finden das unterm Strich gut. Interessant wird natürlich sein, ungarische Fans auch auf dem Weg nach München. Unter anderem auch die Carpathian Brigade. Das sind Rechtsextreme, die hier schon hinter mir in der Puskas Arena für Ausfälle und Beleidigungen gesorgt haben, als hier Frankreich und Portugal gespielt haben. Also da werden sich die deutschen Sicherheitsbehörden auf einiges gefasst machen. Und ansonsten heute Abend, 21 Uhr, natürlich die Augen auf München. Die Augen aber hier auch auf Budapest, wenn Portugal gegen Frankreich spielt. Auch da geht es zumindest für Portugal um alles oder nichts. Also insofern kann man sich vorstellen, auch hier in Budapest der Aufregungslevel, der steigt so langsam. Es gibt hier im Übrigen, was es in Deutschland so nicht gibt, verschiedene Fan-Zones, wo Hunderte, teilweise Tausende Fans zusammenkommen werden und dann mit Sicherheit schauen werden, was hier passiert und was in München passiert. Ja, Steffen, jetzt kommen wir mal zur sportlichen Dimension. Dein Tipp für heute Abend, Deutschland gegen Ungarn? So, also das habe ich gerade nicht ganz genau hören können, aber du hast mich wahrscheinlich nach meinem Fußball-Sachverstand gefragt. Also die klare Antwort, wie geht das Spiel heute Abend aus? Ich habe getippt, vier Tore für Deutschland, eins kriegen die Ungarn fairerweise und damit können wir alle leben. Tja, wir verstehen uns blind, wir beide. Und deshalb natürlich die Überleitung jetzt hervorragend zu Dirk Schommatz, der das Ganze natürlich sportlich einordnet wird. Also Dirk, du hast ein 3-1 vorhin getippt. Der Steffen, manchmal ist ja ein bisschen größer, waren sie 4-1. Also wird die Mannschaft denn tatsächlich bereit sein, heute Abend nochmal so eine Gala-Vorstellung wie gegen Portugal zu zeigen? Ja, sie ist auf jeden Fall bereit dazu, ob sie in der Lage sein wird gegen defensiv sehr, sehr starke Mannschaft aus Ungarn. Das ist natürlich dann die Frage, die sich dann zeigen wird. Also die Mannschaft ist präpariert, sie ist bereit für ein großes Spiel und sie möchte ja auch dieses Spiel gewinnen. Das ist die ganz klare Ansage, die wir aus der Mannschaft gehört haben. Toni Kroos hat das auch nochmal ganz klar betont, dass man eben hier auch möglicherweise mit einem Gruppensieg aus dieser Gruppenphase rausgehen will. Ob das jetzt ein 3-1 ist oder ein 4-1, wie es gerade Steffen getippt hat, das sei mal dahingestellt. Ein torreiches Spiel, das wollen wir alle sehen und ich glaube, wenn es dann 5-1 ausgehen wird, wären wir auch alle zufrieden. 5-1, also ich bin ja der Bescheidenste von uns dreien. Ich sage, ich hoffe, dass wir 2-1 gewinnen, dann haben wir es nämlich aus eigener Kraft geschafft, dass wir ins Achtelfinale kommen. Aber die entscheidende Frage ist ja, Dirk, wie geht es eigentlich? Thomas Müller kann er auflaufen, Deutschlands Knie macht ja gerade dem Bundestrainer und der Nation Sorgen. Absolut. Und der Bundestrainer hat auch schon sich ein wenig mehr Zeit erbeten, hat gesagt, bis heute Mittag will er entscheiden. Warum bis zum Mittag? Weil die Mannschaft eben jetzt gerade beim Frühstück sitzen wird und danach nochmal dieses legendäre Anschwitzen, also dieses leichte Training vor dem Spiel absolvieren wird. Und da wird nochmal das Knie der Nation, das Knie von Thomas Müller einer Generaluntersuchung nochmal unterzogen. Das heißt, das wird nochmal komplett durchgecheckt, ob er eben spielbereit sein kann oder eben nicht. Und dann wird sich das entscheiden. Der Bundestrainer muss ja später dann noch eine finale Mannschaftsbesprechung durchführen. Und da muss er seiner Mannschaft eben auch mitteilen, wer denn heute Abend auflaufen wird, in welcher Formation man das machen möchte und mit welcher Taktik. Also heute Mittag ist die Deadline und dann wissen wir auch mehr. Aber klar ist natürlich auch, wenn Thomas Müller nicht mit dabei wäre, das wäre natürlich eine Schwächung. Aber es gibt ja noch andere in der Hintergrund, die der Bundestrainer hat, zum Beispiel an Leon Goretzka, der auch brennt auf einen Einsatz. Also mit oder ohne Thomas Müller. Es wird ein Schicksalsspiel, wie mein Kollege Christoph Hippweiß. Mit dem Sieg gegen Portugal im Gepäck trifft die DFB-Elf am Teamhotel in München ein. Nur ein Punkt reicht Jogis Jungs heute Abend, um ins EM-Achtelfinale einzuziehen. Für die Fans ist das Weiterkommen jedenfalls reine Formsache. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Mich haben im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Knapp wird es auch für den verletzten Thomas Müller. Während Gündogan und Hummels wieder fit sind, wird Joachim Löw über seinen Einsatz erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Trotzdem, was den Spielausgang angeht, ist Müller optimistisch. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Und mit lauter Unterstützung packen wir das. Spätestens seit Ungarns 1-1 gegen Weltmeister Frankreich ist klar, dass ein Sieg der DFB Elf heute Abend alles andere als selbstverständlich ist. Auf einen defensiv starken Gegner ist auch der Bundestrainer eingestellt. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Und auch wenn die UEFA die Solidarisierung mit Ungarns LGBT-Community per Stadionbeleuchtung verbietet. Kapitän Manuel Neuer will weiter mit seiner Binde in Regenbogenfarben antreten. Mats Hummels bedauert die Entscheidung des Europäischen Fußballverbandes ebenfalls. Also ich hätte es auf jeden Fall einfach jetzt rein persönlich schön gefunden. Das kann ich glaube ich so sagen. Ich bin absoluter Freund davon, wenn man Botschaften dieser Art in die Welt sendet. Zum letzten Mal traten Deutschland und Ungarn übrigens vor 67 Jahren in einem Pflichtspiel gegeneinander an. Beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3 zu 2 Entstand. Ja, den legendären Ausruf von Zimmermann, den haben wir wahrscheinlich alle im Ohr. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Vielleicht wird es heute heißen, aus dem Hintergrund müsste Gosens schießen. Wie dem auch sei klar, ist auf jeden Fall eins dürfen wir nicht vergessen. Auch die Ungarn können noch weiterkommen. Also mit einem Sieg heute wäre das Achtelfinale für die drin. Also sie werden hier alles geben, was sie im Petto haben. Es wird keine einfache Partie. Wir drücken trotzdem natürlich ganz kräftig die Daumen. Dirk, danke für den Moment nach Herzogenaurach. Ja, und damit blicken wir noch auf die anderen Ergebnisse der Europameisterschaft. England hat nämlich den Gruppensieg geschafft und trifft jetzt im Achtelfinale auf den zweiten der Gruppe 11. Und das könnte möglicherweise dann auch Deutschland werden. Die Briten schlugen Tschechien mit 1 zu 0. Und Kroatien gewann mit 3 zu 1 gegen Schottland und qualifizierte sich damit ebenfalls für das Achtelfinale. Und damit blicken wir auf die aktuelle Corona-Situation in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldete außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang in Deutschland verabreicht worden. Das Impfen gegen Corona muss noch schneller vorangehen. Das zumindest empfiehlt der Chef-Virologe der Berliner Charité, Professor Christian Drosten, sieht daran einen wichtigen Schritt, um gegen die Delta-Variante des Virus besser geschützt zu sein. Die Mutation breitet sich ja auch in Deutschland immer weiter aus. Und das wird im Herbst zu einem Anstieg der Infektionen führen, so der Mediziner. Und daher schlagen auch die Lehrer Alarm. In mehreren Bundesländern gibt es ja heute Zeugnisse. Und daher müsste die Politik die kommenden Wochen nutzen, damit nach den Sommerferien der Präsenzunterricht wieder geregelt stattfinden kann. Mehr von Matthias Heinrich. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Sollten die Fallzahlen jetzt ansteigen, bieten die Sommerferien auch eine Chance, meint der Virologe Drosten. Wenn das so sein sollte, dass im Juli diese Fallzahlen wieder ansteigen, werden wahrscheinlich die Schulferien, die kommen, eine Entspannung dann wieder bringen. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern in den Klassenzimmern hätten jetzt höchste Priorität, so die GEW. Hygienekonzepte müssten weiter ausgefeilt werden. Nachlassen wäre das falsche Signal, so der Lehrerverband. Das, was wir tun können, ist Gesundheitsschutz hochhalten an Schulen, nach wie vor. Wir haben auch gesagt, nicht zu früh auf Maskenpflicht verzichten. Der Virologe Drosten betont die gute Ausgangslage. So gäbe es nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatischstämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern, bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Zahlen aus Großbritannien zeigen, Infizierte haben entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiöser, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Es wird mal wieder über die Schulen und den Präsenz- und Wechselunterricht diskutiert. Michael Willenweber ist für uns vor dem Kanzleramt. Ja, Michael, der Bund kann da eigentlich relativ wenig machen, weil Bildung ist Ländersache. Aber hat man denn irgendwas aus dem vergangenen Jahr gelernt? Na ja, also wenn man richtig gelernt hätte, würde ja tatsächlich jetzt schon in jedem Klassenzimmer ein Lüfter stehen, um präpariert zu sein für alle Fälle. Und ich wage mal eine Prognose. Das wird auch am Ende der Sommerferien dann nicht der Fall sein. Aber man braucht natürlich Konzepte. Tests sind natürlich jetzt im Prinzip ausreichend vorhanden. Darauf kann man setzen. Masken darauf ebenfalls. Und natürlich die Impfkampagne, die ist vorangeschritten. Und wenn man jetzt sich vorstellt, jeder Erwachsene sollte ja ein Impfversprechen, ein Angebot bekommen bis zum Ende des Sommers. Hieße das ja, alle Eltern würden geimpft sein können, alle Lehrer ebenfalls. Und wir wissen ja, bei Schülern ist ja eigentlich der Verlauf einer Infektion im Regelfall völlig unproblematisch, wenn überhaupt es bemerkt wird. Also das Risiko eigentlich für Schüler besteht ja so groß nicht. Und wenn dann noch die vulnerablen Schüler geimpft worden sind, dann könnte man ja vielleicht auch sagen, ja, wir machen ganz normalen, regulären Unterricht, weil die Infektion bei Schülern im Prinzip nicht so relevant ist, wie dann bei älteren Altersgruppen. Und die Frage ist, werden tatsächlich die Entscheider in den einzelnen Ländern zu diesem Schluss kommen und sagen, ja, wir probieren es, ja oder nein. Am Ende ist es eine politische Entscheidung. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in den einzelnen Bundesländern da auch unterschiedlich dann gehandelt wird. Und vermutlich dann auch natürlich wieder in einem gewissen Maße abhängig von der jeweiligen Inzidenz. Michael, danke für den Moment vor das Kanzleramt. Außenminister Antony Blinken ist zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland eingetroffen. In Berlin trifft er sich mit Kanzlerin Merkel und dann mit Außenminister Heiko Maas. Wichtigstes Thema dürfte der Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach der Ära Trump sein. Blinken nimmt außerdem an der Konferenz über den Libyen-Konflikt teil. Angela Merkel, sie stellt sich heute zum voraussichtlich letzten Mal als Kanzlerin der Regierungsbefragung durch die Abgeordneten im Bundestag. Die CDU-Politikerin wird ja bei der Wahl am 26. September nicht wieder antreten. Befragt wird Merkel voraussichtlich unter anderem über ihre Corona-Politik. Am kommenden Freitag geht der Bundestag dann in die Sommerpause. Seit 1990 ist Merkel als Abgeordnete mit dabei und morgen wird sie vermutlich dann noch ihre letzte Regierungserklärung abgeben. Keine Chemie auf dem Acker und selbst eingebautes Futter für die Tiere auf dem Hof. Der Ökolandbau in Deutschland legt weiter zu und macht mittlerweile rund 10 Prozent der gesamten Agrarfläche aus. Das bedeutet aber auch, dass noch viel Luft nach oben ist. Die traditionelle Landwirtschaft beherrscht weiter das Bild. Denn obwohl bei den Verbrauchern die Nachfrage nach Öko-Eiern, Gemüse oder anderen Bioprodukten steigt, sind sie immer noch im Vergleich wesentlich teurer. Große Weide, gutes Futter und glückliche Rinder. Bauer Dirk Bartel ist einer von 35.400 Biolandwirten in Deutschland. Und das aus gutem Grund. Also ich bin Biobauer aus Leidenschaft, aus Liebe zur Natur, dem Tieren und für die Gesundheit unserer Menschen. Zusammen bewirtschaften die Biolandwirte 10 Prozent des deutschen Ackerlandes. Bis 2030 sollen es 20 Prozent werden. Das Ziel mehr nachhaltige Öko-Lebensmittel und möglichst weniger importieren. Denn in Supermärkten finden sich etwa etliche Bioäpfel aus Afrika oder Bioingwer aus Asien. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die bestmöglich mit den Ressourcen umgeht, die wirtschaftlich tragfähig ist, Einkommen der Landwirte sichert. Nur so werden wir auch regionale, heimische Produkte haben können. Kurze Wege, geschlossene Kreisläufe. Das ist das, was Nachhaltigkeit auch ausmacht. Der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt in Deutschland liegt bei nur 6,4 Prozent. Doch alle Deutschen mit ausschließlich Bioprodukten zu ernähren, würde nicht funktionieren. Öko-Bauern fahren geringere Ernten ein. Außerdem müssten Verbraucher das auch bezahlen. Nee, ich kaufe meistens kein Bio. Weil es mir einfach zu teuer ist und ich nicht mehr so viel Geld ausgeben würde, als es mir wert wäre. Ja, ich kaufe das häufigeren Bioprodukte, vor allem weil mir das wohl der Tiere sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, dass es in vielen Fällen den Tieren bei Bioprodukten vielleicht ein wenig besser gegangen ist. Ausgerechnet beim Fleisch ist der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt aber besonders gering. Nur zwischen 2 und 4 Prozent. Da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Erfolg für die Ermittler im Missbrauchsfall Münster. In Berlin hat sich ein Tatverdächtiger gestellt, nachdem die Polizei ihn mit einem Foto gesucht hatte. Der 37-Jährige sei in der Hauptstadt widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Aufgrund des großen Verhandlungsdrucks habe sich der Mann vorher telefonisch gemeldet. Entdeckt wurde der Verdächtige auf zahlreichen Aufnahmen. Die Ermittlungskommission Rose im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Münster auswertet. In mehreren Fällen soll sich der Mann an kleinen Jungen vergangen haben. Der Prozess gegen den Haupttäter, einen IT-Techniker aus Münster, sowie gegen seine Mutter und drei seiner Komplizen wird im Laufe des Tages am Landgericht Münster fortgesetzt. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu 4 Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es Niederschlagsmengen von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das nur einmal so alle 100 Jahre vorkommt. Und damit schauen wir gleich weiter an die Frankfurter Börse zu Patrick Devane von deraktioniert.tv. Patrick, der DAX ist in den Handel gestartet und naja, im Moment leicht rote Vorzeichen. Da war doch eigentlich mehr drin, oder? Ja, tatsächlich, Carsten. Wir hatten gehofft, dass wir so ein bisschen fester unterwegs sein werden. Da waren auch erst mal 40 Punkte gegenüber dem gestrigen Schlusskurs fester gestartet. Aber jetzt verlässt die Anleger schon relativ schnell, zumindest für den Moment, so ein bisschen der Mut. Und man traut sich gar nicht so richtig weiter nach vorne, obwohl die Vorgaben ja eigentlich ganz gut waren, sowohl in Asien, aber auch am Vorabend aus den USA, vor allem an den Technologiebörsen. Da konnte sich das alles einigermaßen sehen lassen. Aber wir haben hier Daten gesehen zu den Einkaufsmanager-Indizes aus Frankreich beispielsweise. Und die sind sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor unter den Erwartungen geblieben. Und wir werden jetzt noch weitere Einkaufsmanager-Daten aus der Eurozone bekommen. Mal gucken, ob die dann besser ausfallen oder auch schlechter. Ansonsten geht das Zünglein in die eine oder andere Richtung. Gucken wir auf die größten Gewinner. Stellen wir fest, dass da unter anderem Infineon zu finden sind. Ich habe es gesagt, gestern bereits bessere Kurse bei den Tech-Aktien in den USA an den Nasdaq. Davon kann zumindest Infineon für den Moment profitieren unter einem Aufschlag von 0,8 Prozent. Nur noch getoppt von Delivery Hero. Die sind mit 1,4 Prozent Top of the Pops sozusagen hier bei den Aktien. Die Deutsche Post, Conti und die Deutsche Bank rücken unter die Top 5 für den Moment. Auf der Verliererseite sind unter anderem die Aktien von Bayer zu finden. Die sind unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Das ist immer so ein bisschen charttechnisch eine wichtige Unterstützung. Die haben sie jetzt nach unten durchbrochen. Mal gucken, ob sich das Minus von 2,2 Prozent im Laufe des Tages noch wird ausgeweiten können. Ansonsten Vonovia, die haben jetzt die Übernahmefrist für Deutsche Wohnen verlängert bis zum 21. Juli noch unter den Verlierern zu finden. Mal gucken, was sonst noch so kommt. Aber es ist aktuell einigermaßen unentschieden Gewinner und Verlierer. Patrick, danke für den Moment nach Frankfurt. Sehr gerne, Carsten. So, und jetzt sind wir bei unserer allseits beliebten Welttier-Rubrik. Schwimmen gewesen und wieder Wasser in den Ohren. Das ist für Mensch und Tier ja ziemlich unangenehm, außer für die Flusspferde. Denn die lassen einfach die Lauscher kreisen. Und auch Mücken und Fliegen, die werden dann dadurch verscheucht. Das ist kein Trick, den wir Menschen nachmachen können. Ja, auch ein bisschen schade, aber so ein Flusspferd muss ja auch seine Vorteile haben. Das Wetter, weiterhin Kapriolen in Deutschland, der Norden. Im Moment, da ist das Wetter ganz okay. Im Süden und Südwesten immer wieder Unwetter. Und Annike, das wird sich auch in den kommenden Tagen nicht weiter ändern, oder? Ja, Carsten, du hast recht. Genau bis Freitag wird es noch so bleiben und zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter dann. Wir bekommen ja nicht so viel ab, du und ich. Das ist wohl wahr, ja. Also in der, fangen wir an. Heute vorm, Entschuldigung. Am Vormittag ist es so, dass hier im Norden eigentlich die Sonne scheint. Oder es gibt halt auch ein paar Wolken. Also im Nordosten ist es sehr sonnig, im Nordwesten ist es wolkig. Und im Nordseeumfeld gibt es ein paar Schauer. In der Südhälfte starten wir aber schon mit den ersten Schauern und ein paar Gewitter mischen auch mit. Also da geht es schon los. Die Temperaturen generell, dazu komme ich noch später, die sind etwas angenehmer als in den letzten Tagen. Da war es ja so heiß. Nachmittags intensivieren sich die Gewitter im Süden. Da gibt es dann Starkregen und Hagel. Vor allem auch gegen Abend. Also da könnte es dann wieder etwas schlimmer werden. Unwetter, wie in den letzten Tagen, sind es nicht mehr ganz so. Aber wie gesagt, Starkregen und Hagel kann da trotzdem einiges verwüsten. Ja, Sonnenschein gibt es heute für alle. Selbst im Nordwesten, wo es dann sehr wolkig ist, sind drei bis vier Stunden drin. An der Ostsee sogar elf Stunden. Ansonsten ist es aber auch sehr freundlich. Und jetzt sind wir bei den Temperaturen. Die große Hitze ist erstmal vorbei. Meistens werden so zwischen 23 und 27 Grad erreicht. Nur im Nordseeumfeld, das ist wirklich frischer mit 16 bis 17 Grad. Damit sind wir bei den Aussichten. Carsten hat es gerade angesprochen, ein paar Tage bleibt es noch so bei dieser Zweiteilung. Im Norden ist es eher schön freundlich und sonnig. Im Süden immer wieder Schauer und auch Gewitter. Aber zum Wochenende hin, da wird es dann ruhiger. Das war es von mir mit dem Wetter aus Hamburg. Beste Sicht aufs Wetter mit John City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Deutschland-Ungarn heute Abend 21 Uhr. Und das Land fiebert diesem Spiel bei der Euro 2020 natürlich auch entgegen. Aber auch politisch wird weiter darüber diskutiert. Der Ministerpräsident von Ungarn wollte sich das Spiel eigentlich in München anschauen. Jetzt hat Viktor Orban völlig überraschend wegen der Regenbogenfarben-Diskussion abgesagt und sich zum ersten Mal auch geäußert. Mehr dazu will ich Ihnen auch blicken. Bleiben Sie dran. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstaat Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. Aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in den Regenbogenfarben zu beleuchten, werden viele Vereinsstadien heute Abend ab 21 Uhr bunt strahlen. Der ungarische Ministerpräsident Orban hat Deutschland dafür jedoch scharf kritisiert. Hopp oder Top 21 Uhr. Deutschland gegen Ungarn. Die Mannschaft ist vorbereitet und sie hat es selbst in der Hand, sogar noch den Gruppensieg erlangen zu können. Forderung nach Präsenzunterricht. Lehrer und Erzieher wollen von der Politik mehr, denn nach dem Sommer soll es wieder einen normalen Schulbetrieb begeben. Und deshalb müssen die Ferien dazu genutzt werden, um die Schulen tatsächlich krisefest zu machen. Es ist kurz nach halb zehn an diesem Mittwochmorgen. Guten Tag hier bei Welt. Deutschland fiebert der Uhrzeit 21 Uhr entgegen. Dann beginnt nämlich in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen die Ungarn. Die Mannschaft hat es damit auch selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personal sorgen. Der Leitwurf Thomas Müller ist eingeschlagen und wird nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Spiel weiter natürlich auch von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat nun völlig überraschend vor gut einer Stunde seinen Besuch beim Spiel heute Abend abgesagt und Deutschland auch scharf kritisiert. Max Hermes. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Auf Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Deutschland gegen Ungarn, das wollen wir nochmal politisch und auch sportlich natürlich einordnen. Steffen Schwarzkopf ist für uns in Budapest in der ungarischen Hauptstadt und Dirk Schommatz ist für uns im DFB-Camp in Herzogenaurach. Steffen, es kann mir völlig überraschen, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nun seine Teilnahme heute Abend am Spiel in München abgesagt hat. Und jetzt wissen wir auch die ersten Gründe dafür, oder? Ja, er hat es der deutschen Presseagentur gesagt und das, was er da zu sagen hatte, das klang dann doch ein wenig indigniert. Um das mal vorsichtig zu formulieren, er hat gesagt, Deutschland möge doch bitte akzeptieren die Entscheidung der UEFA. Und das sei eben keine Staatsentscheidung, ob denn Stadien leuchten oder nicht leuchten. Und im Übrigen sei es ja bitteschön auch so, dass in Budapest in den Straßen die Regenbogenfarben zu sehen seien. Ganz ehrlich, wir sind hier seit jetzt drei Tagen in Budapest. Wir haben keine Regenbogenfahnen gesehen, weder an den Hauptstraßen noch in der Innenstadt, noch hier rund um das Stadion, das mitten im Herzen von Budapest liegt. Also ich bin mir nicht so sicher, ob Viktor Orban da viel in der eigenen Stadt unterwegs ist. Die Hungarian Daily News, eine Online-Zeitung, eine englischsprachige, die mutmaßt, auch was seine Entscheidung angeht, nicht nach München zu gehen, dass er schlichtweg beleidigt ist. Zum einen, weil er sich nicht auspfeifen lassen will im Stadion in München. Zum anderen, weil er natürlich davon ausgeht, dass eben dann tatsächlich, wie angekündigt, das Olympiastadion in Berlin oder in Frankfurt, die Arena in Köln, in Dresden, in Augsburg und in anderen Städten, dass diese Stadien eben leuchten. Und wir wissen, deutsche Fernsehsender, deutsche Zeitungen haben heute die Regenbogenfarben auf den Bildschirmen, in den Schlagzeilen, auf den Titelblättern etc. Also insofern weiß, glaube ich, Viktor Orban, er ist nicht willkommen und vielleicht, das mutmaße ich jetzt aber auch nur, spielt noch ein Faktor eine Rolle. Vielleicht will er auch keine Niederlage der Ungarn in Deutschland miterleben. Ja, Steffen, danke nach Budapest für den Moment und Dirk Schommatz schaut natürlich genau auf die Mannschaft. Dirk, besteht da jetzt nicht bei dieser politischen Diskussion um die Regenbogenfarben auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Mannschaft vielleicht dann doch nicht so konzentriert ist auf das Spiel heute Abend? Denn wir haben ja von der deutschen Mannschaft viele Statements, was genau zu diesem Thema in den vergangenen Stunden immer wieder hören können. Ja, da hast du absolut recht. Es ist ein großes Thema in der Mannschaft. Hat man gestern auch nochmal gesehen, als man zur Pressekonferenz kam, eben mit diesem T-Shirt, worauf stand Love Unites, also Liebe vereint. Das ist ein Thema, worüber natürlich auch die Nationalspieler untereinander reden. Und deswegen hat auch der Bundestrainer gestern nochmal ganz klar gesagt, dass man natürlich diesen sportlichen Fokus auch auf gar keinen Fall verlieren darf. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die deutsche Mannschaft. Nicht irgendwie nur ein eben drittes Gruppenspiel, sondern es ist das entscheidende Gruppenspiel heute Abend in München. Und die deutsche Mannschaft muss dieses Spiel auch erfolgreich gestalten, so sie denn weiterkommen möchte. Also insofern auch der Bundestrainer bemüht, den Fokus wieder gerade zu rücken, auch auf das Sportliche, was ja heute Abend eben wichtig ist. Und ganz klar natürlich in diesem Zusammenhang auch die Frage, was ist eigentlich mit Thomas Müller? Da hat er gesagt, heute Mittag wird die Entscheidung fallen, nach einem finalen Check am Vormittag, ob er eben auflaufen kann. Oder ob möglicherweise Goretzka oder Leroy Sané als Alternativen mit ins Spiel rücken werden. Klar ist auf jeden Fall allen, es wird ein zähes Spiel. Es wird ein schwieriges Spiel gegen die defensivstarke Ungarn, die ja auch noch weiterkommen können und auch gerne wollen. Und Mats Hummels hat den Matchplan ganz klar ausgesprochen, hat gesagt, ein frühes Tor, das wäre das Beste. Und dann würde der Wagen auch so richtig ins Rollen geraten wie gegen Portugal. Hoffen wir mal, dass er recht wählt. Dirk, danke für den Moment nach Herzogenaurach. Und wir lassen das Ganze einordnen von unserem Fußball-Experten, der ehemalige Nationalspieler Jimmy Hartwig. Er ist jetzt bei mir im Studio und wird natürlich sich zu den Regenbogendiskussionen äußern, aber natürlich auch den Blick auf die Mannschaft werfen. Der aktuelle Sport wird Ihnen präsentiert von intervetten.de Jimmy Hartwig, ehemaliger Nationalspieler, natürlich einer der bekanntesten, deutschen Fußballer und du ordnest das Ganze ein. Und lass uns nochmal über diese Diskussion um die Regenbogenfarben reden. Also die UEFA hat es tatsächlich jetzt verboten, aber Manuel Neuer setzt trotzdem ein Zeichen. Er wird wieder die Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben tragen. Wie würdest du diese ganze Diskussion einordnen? Dass man noch darüber diskutieren muss, über dieses Thema. Es ist in dieser Zeit sehr schade, dass sich Leute Angst haben, sich zu outen, weil sie homosexuell sind. Und ich glaube, Daniel Neuer macht es richtig. Er lässt die Binde an und schade finde ich, dass UEFA es nicht zugelassen hat, dass es das Stadion in diesen Regenbogenfarben in München sein darf. Aber kannst du dir erklären, warum sie es nicht zugelassen haben? Sie machen doch immer auf Fairplay, auf Diversität, vielleicht tatsächlich der Druck aus Ungarn. Weil Ungarn, wenn wir uns das angucken, da Corona-Regeln zum Beispiel, wären niedrig gehalten, 60.000 Personen im Stadion. Also vielleicht kriegen sie sogar das Finale. Das wäre der Höhepunkt. Also das wäre der absolute Höhepunkt, wenn die das Finale bekommen würden. Das wäre eine Frechheit. Aber die UEFA wird es entscheiden. Und ich glaube, man sagt ja, Sport und Politik soll getrennt werden. Ist natürlich nicht der Fall. Wird nicht passieren, hat man jetzt wieder gesehen. Ich glaube, der Druck von Orbán war so stark gewesen, weil er Angst gehabt hat, dass er mit seiner Mannschaft, weil er wusste, was in Ungarn stattgefunden hat mit seinen Äußerungen, dass das dann auf der Mannschaft übertragen wird, wenn man mit Regenbogenfarben das Stadion beleuchtet. Damit muss man leben. Er hat jetzt, wie so schön gesagt, den Schwanz eingezogen. Er ist nicht nach, er reist nicht nach München. Das sagt ja schon mal alles. Er hat keine Courage, da hinzugehen. Und das widerspiegelt auch die ganze Nummer von der UEFA. Ich ärgere mich darüber, wirklich, dass es Leute immer noch gibt, die nicht akzeptieren, dass es homosexuelle Lesben, dass wir in einer globalen Welt leben, dass jeder sein Leben so leben darf, wie er ist. Und das müssen wir doch im Sport mal äußern dürfen. Wenn ich höre, wie weit darf ein Fußballer gehen, ein Sportler gehen, sich politisch zu engagieren. Aber Sport und Politik müssen doch eigentlich getrennt werden, heißt es immer wieder. Ein intellekterer Fußballer, der kümmert sich doch um Sport, um Politik. Der weiß doch, was draußen in der Welt vor sich geht. Der ist ja nicht fokussiert nur auf den Fußball. Der wäre ja nicht ganz die hellste Kerze auf der Torte. Wir sind doch alle wach. Wir wissen doch, was los ist. Man muss sich doch politisch äußern können, wenn Menschen mit Menschenrechten getreten werden. So geht es nicht. Und jeder Mensch hat das Recht zu äußern. Und das ist jetzt beim Fußball. Dass wir da so einen Einschränkungen bekommen, ist für mich persönlich ein Affront an alle Homosexuelle, alle Menschen, die anders leben. Anders leben ist ja Quatsch. Die so leben wollen, wie sie leben. Sehr interessant ist ja, als du früher aktiver Spieler gewesen bist, sowohl bei 1860 München, beim HSV, in der Nationalmannschaft, du warst immer sehr meinungsstark. Du hast nie deine Meinung zurückgehalten. Du hast auch Debatten angestoßen. Jetzt diese Debatte um die Regenbogenfarm. Und wir haben es ja gesehen in den vergangenen Stunden, viele Fußballer haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, haben sich dazu geäußert. Besteht aber nicht so ein bisschen die Gefahr, und das kannst du, glaube ich, als Spieler ganz gut einordnen, dass jetzt vielleicht der Fokus ein bisschen vom Spiel weggeht, dass man sich dann doch mehr um die Politik kümmert. Oder kann man da wirklich eine Grenze setzen? Da musst du die Grenze setzen. Da musst du reingehen und musst sagen, heute spielen wir gegen Ungarn, heute hauen wir die 3-1 weg, weil wir wollen ja weiterkommen. Wir kommen auch weiter. Wenn wir so eine Leistung bringen wie gegen Portugal, bin ich fest überzeugt, dass wir weiterkommen und diese Lapsus erleben, wie die Konter, wo gefahren wird in der Abwehr. Wenn wir das alles zusammenhalten, dann habe ich gar keine Angst gegen Ungarn. Und die Spieler sind wirklich fokussiert. Sicherlich können sie rauskommen und wissen, genau in anderen Stadien ist das Stadion beleuchtet mit dem Regenbogen und in München nicht. Ich finde es sehr lächerlich, wenn gewisse Leute beim DFB Fähnchen verteilen. Das ist eigentlich die Stadt München, ne? Entschuldigung, ja, aber das ist doch, hallo, jetzt sind wir hier. Nein, Statement wäre gewesen, das Stadion zu beleuchten. Das aber mit den Fahnen ist genau das selbe, wenn man sieht, es sind so tristengroße Fahnen. Ich bin gegen Rassismus. Das wird gelesen, nichts. Man muss wirklich Aktionen starten, um in den Köpfen der Menschen reinzukommen. Ja, wir werden mal sehen, ob es heute vielleicht doch die eine oder andere Aktion gibt. Aber wir müssen noch mal auf die Mannschaft schauen, Jimmy. Gerne. Was ist mit Deutschlands Knie? Thomas Müller, kann er spielen? Kann er nicht spielen? Oder aber wer kann ihn tatsächlich ersetzen? Also, so wie ich Thomas kenne, ist der so heiß. Der ist so heiß, der will unbedingt spielen. Aber er kann natürlich kein Risiko eingehen, wir brauchen ihn ja. Aber siehst du, vorher, bevor er nicht in der Nationalmannschaft, was willst du mit den alten Spielern, den brauchen wir doch nicht mehr, in der Nationalmannschaft, den Hummels brauchen wir doch auch nicht mehr. Und auf einmal sagt er, guck mal, wie wir die brauchen, wie der Müller gebraucht wird, mit den jungen Leuten zu führen. Ich wünsche mir, dass er spielt. Falls er nicht spielt, ist Koretzka da. Koretzka kann ja auch zwei Sachen machen. Da wird Karten-Klapri zurückgezogen, er geht vorne in die Spitze und kann die Position von Kimmich spielen. Also, ich habe gar keine Angst. Wenn der Müller spielt, wow, wunderbar. Aber wenn er in der Spiel nicht spielen sollte, habe ich auch keine Angst, dass wir gegen Herrn Urban gewinnen würden. Ist das eigentlich ein deutliches Zeichen, dass du heute mal ein Fußballtrikot angezogen hast? Weil beim ersten Spiel gegen Frankreich, da warst du ja noch schick im Hemd und so, und da haben wir verloren. Ja, ich glaube, aber... Nein, wer weiß, wer mich kennt, weiß, dass ich so tausendprozentig deutscher Spieler bin, dass ich deutsch denke, und das ist ein Adel, ist ja nicht bloß hier auf diesem Trikot, sondern der Adel ist bei mir ja tief eingebrannt. Und wenn ich natürlich immer so euphorisch, ich bin euphorisch, sage, wir Deutschen kommen weiter, dann ist das auch gemeint und nicht so halbherzig gemeint, und wir müssen weiterkommen. Das ist richtig, meine ich auch, allerdings nicht 3-1, sondern 2-1. Jimmy, wir haben nachher noch Zeit, miteinander zu reden. Danke dir für deine Einschätzungen und diese klare Position. Ich habe zu danken. Und wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause, und dann haben wir natürlich noch einmal die Möglichkeit, über das Spiel Deutschland-Ungarn zu sprechen. Nein, ich höre gerade, dass ich mal wieder nicht aufgepasst habe, denn wir haben noch die Ergebnisse der anderen Spiele von gestern. Tja, das müssen wir natürlich auch der Vollheit melden. England ist nämlich auch weiter im Achtelfinale Gruppensieg und ist nun im Achtelfinale und wird auf den Zweiten der Gruppe F treffen. Und das könnte möglicherweise Deutschland werden. England-Tschechien gestern 1-0. Kroatien hat es auch noch geschafft. Eigentlich wieder erwarten, aber klares 3-1 gegen Schottland. So, und jetzt machen wir eine ganz... Der aktuelle Sport wird Ihnen präsentiert von intervetten.de Was ist nur los mit dem Carsten Hedler? So, jetzt aber ganz kurze Pause und da sind wir gleich wieder zurück. Bleiben Sie drauf. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet, 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personal sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen. Und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen, wenn wir nicht arbeiten. Gleich 10 vor 10. Guten Tag bei Welt. Hitzewellen, Hunger, Überschwemmungen, ein verfehlendes 1,5-Grad-Ziehs des Pariser Klimaabkommens. Das hat nach Einschätzung des Weltklimarates IPCC irreversible Auswirkungen auf Menschen und ökologische Systeme. Das geht aus einem Berichtsentwurf hervor, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Bis zu 80 Millionen Menschen zusätzlich drohe Hunger. Weitere 150 Millionen müssten wegen Wassermangels ihre Heimat verlassen. Politische Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, könnten diese Folgen abmildern. Viele sind laut dem UN-Bericht jedoch bereits unvermeidbar. Und damit weiter an die Frankfurter Börse zu Patrick DeVayne von der AktionärTV. Patrick, für den DAX geht es aber jetzt dann doch deutlicher bergab. Ja, tatsächlich, Carsten, das ist so. Wir sind unter der 15.600-Punkte-Marke. Und trotz der Tatsache, dass wir jetzt gute Daten aus Deutschland von den Einkaufsmanager-Indizes gesehen haben, sowohl an der Industrie, wo wir mit über 64 Punkten unterwegs sind, auch als bei den Dienstleistungen, ist es tatsächlich hier nicht irgendwie ein Impuls, dass man jetzt mal dazu neigen könnte, hier Aktien zu kaufen. Ganz im Gegenteil, man hat eher mal weiter auf die Abwärtsspirale, aufs Gaspedal Richtung Abwärtsspirale gedrückt. 0,3 Prozent der DAX jetzt im Minus. Und wenn wir uns die Einzelwerte angucken, stellen wir fest, da waren so die Aktien jetzt dabei, die in den vergangenen Tagen eigentlich eher mal recht positiv überzeugen konnten. So beispielsweise eine Volkswagen-Aktie, aber auch Bayer, die verlieren heute deutlich, sind an seiner sehr wichtigen charttechnischen Marke, konnten das Minus allerdings jetzt ein bisschen eingrenzen von 2,4 Prozent, jetzt nur noch 1,4 Prozent. Linde, die Munich Re und Fresenius ebenfalls auf der Verliererseite zu finden. Aber es gibt auch ein paar grüne Vorzeichen, also das grüne Pflänzchen. Es gibt es noch beim DAX, und aktuell wird Continental und Covestro die beiden Aktien im Moment als die angesehen, die tatsächlich sehr kaufenswert sind, der Heidelberger Zement und Deutsche Bank ebenso. Aber du siehst bei den Aufschlägen prozentual, das ist nicht so richtig mit Wörf und Enthusiasmus, sondern eher mal Verhalten im Moment. Patrick, danke für den Moment an die Frankfurter Börse. Bitte. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München, sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu 4 Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es Niederschnacksmengen von 50 Litern pro Quadratmeter. Bullis wurden verstopft. Unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. Da müssen wir gleich mal bei Annike nachfragen. Also Bayern betroffen. Und Annike, was heißt denn das für das Spiel heute Abend? Deutschland gegen Ungarn in München. Müssen wir da auch mit Unwettern rechnen tatsächlich? Ja, Carsten, es könnte wieder passieren. Also wahrscheinlich geht das Spiel noch ganz gut los. Und dann könnte aber der Regen oder auch die Gewitter kommen. Und wenn es jetzt so wäre wie in den letzten Tagen, ich rede ja wirklich da im Konjunktiv, weil die Gewitter kann man nicht so genau vorhersagen, ja, dann könnte es sogar sein, dass das Spiel unterbrochen werden müsste. Aber warten wir jetzt mal ab. Generell würde ich jetzt mal empfehlen, heute Abend vielleicht im Süden dann eher zu Hause zu bleiben und zu Hause Fußball zu gucken und nicht rauszugehen. In der Nordhälfte und natürlich auch bei dir in Berlin. Wir kriegen davon erst mal gar nichts mit. Beste Sicht aufs Wetter mit Jolly City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Ja, ganz so heiß ist es nicht mehr in Deutschland. Die große Hitze von Hochsoe, die hat sich verlagert. Und zwar in den Osten. Soe liegt jetzt genau über Russland. In Moskau waren es durchschnittlich im Juni 22 Grad. Also das war der Höchstwert. Und heute werden dort schweißtreibende 35 Grad erreicht. In Helsinki 26 Grad und somit 1 Grad mehr als in Berlin. Aber 3 Grad mehr als in Madrid. Also da ist es gerade echt etwas frischer. Ja, bei uns in der Nordhälfte ist es sehr angenehm. Zwischen 20 und 25 Grad werden erreicht. Nur im Nordseeumfeld, ja, da ist es etwas kühler. 16, 17 Grad. Das ist nicht ganz so sommerlich. Genau dort kann es auch den einen oder anderen Schauer geben. Im Nordwesten ist es generell etwas wolkenverhandener. Und im Nordosten zeigt sich die Sonne sehr häufig. Im Süden starten wir schon mit den ersten Schauern. Am Vormittag, da mischt sich dann auch das eine oder andere Gewitter unter. Ja, und am Nachmittag können sich dann diese Gewitter intensivieren. So richtige Unwetter soll es nicht mehr geben. Aber Gewitter mit Starkregen und Hagel können ja dann doch einiges anrichten. Die Temperaturen 23 bis 27 Grad. Die 27 Grad werden im Südosten von Bayern erreicht. Und damit sind wir auch schon bei den Aussichten. In den nächsten Tagen bleibt es bei dieser Zweiteilung. In der Nordhälfte eher ruhiges Wetter mit viel Sonnenschein und also wirklich freundliches Sommerwetter. Und in der Südhälfte immer wieder Niederschläge begleitet von Gewittern. Am Wochenende soll es dann aber generell ruhiger werden. Das war es von mir mit dem Wetter. Beste Sicht aufs Wetter mit Johnny City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. So, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen früh ab 6 Uhr wieder über GBJS & Fanny für Wetter. Und natürlich das Hauptthema heute, Deutschland-Ungarn, das Spielen aus politischer und sportlicher Sicht weiterhin natürlich mehr als interessant. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis morgen früh, auf Wiedersehen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Im Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden. Und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstaat Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist, ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es, schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnackenspezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestückt. Sie verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Sieger-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnakenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich. Und immer ein sehr nasses Frühjahr und das ist echt. Bunte Solidarität aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in den Regenbogenfarben zu beleuchten, werden viele Vereinsstadien bunt strahlen, darunter Köln, Frankfurt und Berlin. Ungarns Ministerpräsident Orban soll seine Reise nach München abgesagt haben. Pop oder Top? Deutschland fiebert diesem Fußballabend entgegen. Gegen die Ungarn ist für die Deutschen sogar noch der Gruppensieg drin. Aber wenn es schlecht läuft, ist das Turnier zu Ende. Lehrer und Erzieher fordern die Politik auf, nach dem Sommer einen normalen Präsenzunterricht zu gewährleisten. Die Ferien sollten genutzt werden, um die Schulen krisenfest zu machen. Winterlandschaft im Sommer. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter mit Hagel gegeben. Sogar Schneeschieber kamen zum Einsatz. Und Mückenklage erwartet. Der milde Winter und der nasse Frühling waren ideal für die Familienplanung der Mücken. Insektenforscher rechnen für diese Saison mit einer Invasion der stechenden Wiesner. Hallo, herzlich willkommen hier bei Welt an diesem Mittwochvormittag. Viktor Orban wird beim Spiel Deutschland gegen Ungarn heute Abend in München nicht anwesend sein. An der internationalen Politik des ungarischen Ministerpräsidenten hatte es ja scharfe Kritik gegeben. Und aus Protest sollte die Münchner Arena in Regenbogenfarben beleuchtet werden. Die UEFA hatte dies verboten, was heftige Debatten ausgelöst hatte. Und Viktor Orban hat seinen Besuch nun abgesagt. Trotzdem soll es heute Abend im Stadion bunt werden. Und dann gibt es ja da auch noch den sportlichen Aspekt. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena. So das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und darüber wollen wir sprechen mit unseren Reportern. Steffen Schwarzkopf ist in Budapest und Dirk Schommerts im Mannschaftsquartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Steffen, Viktor Orban will also nicht nach München reisen. Gibt es schon eine offizielle Begründung aus Ungarn? Also er hat der deutschen Presseagentur vor kurzem hier ein Interview gegeben und darin sagt er, und ich zitiere, ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung, hat er da gesagt. Und Deutschland möge doch bitte die Entscheidung der UEFA akzeptieren. Hier in Budapest, zumindest sagt das eine englischsprachige ungarische Zeitung, wird das eher so gedeutet, dass Viktor Orban ein bisschen beleidigt ist. Wohl wissend, dass andere Stadien in Deutschland eben in Regenbogenfarben getaucht werden heute Abend. Und er fürchte auch mutmaßen die Journalisten, dass er ausgepfiffen werden könnte in München. Das will er nicht. Und ich komme jetzt nur mit einer weiteren Mutmaßung sozusagen dazu. Vielleicht geht er als Fußballfan einfach auch davon aus, dass sein ungarisches Nationalteam wenig Chancen in München haben wird. Und vielleicht will er eine Niederlage vor Ort auch so nicht miterleben. Steffen, du bist vor dem Stadion in Budapest. Hast du dich denn schon dort unterhalten können? Vielleicht mit Fans? Was sagen die denn dazu? Also da gibt es durchaus gemischte Meinungen. Natürlich wie immer ist der Fall. Es steht und fällt ja mit der Frage, wie halte ich es mit Viktor Orban und diejenigen Ungarn, die Fußballfans, die unterstützen entweder den Regierungschef oder unterstützen das deutsche Ansehen, das Münchner Ansinnen mit den Regenbogenfarben. Also da gibt es alles. Interessanterweise, es werden natürlich ungarische Fans auch in München sein, genauso wie auch deutsche Fans hier in Budapest sein werden. Wir haben eine ganze Reihe von ihnen hier schon getroffen in deutschen Nationaltrikots. Warum? Weil die ursprünglich mal für 2020 Tickets für die Münchner Allianz Arena hatten, aber da sind ja nur 14.500 zugelassen. Dann wurde ihnen angeboten, okay, ihr könnt ins Stadion, aber dann eben hier in Budapest. Hier wird ja heute auch fußballisch gespielt, parallel 21 Uhr Frankreich gegen Portugal. Und dann werden eben auch viele deutsche Fans hier in der Arena sitzen, wahrscheinlich mit dem Handy in der Hand und den Live-Ticker wiederum verfolgen, wie es in München aussieht. Also fast ein bisschen merkwürdig diese Konstellation. Dankeschön, Steffen, nach Budapest und gleich weiter nach Herzogenaurach zu Dirk Schommerz. So Dirk, jetzt wollen wir mal über das Sportliche reden. Wird Thomas Müller heute Abend spielen? Eine Frage, die wahrscheinlich ganz Deutschland interessiert. Ja, da können wir natürlich alle nur gemeinsam die Daumen drücken, dass das Knie von Thomas Müller, so heißt er ja, eine Blitzheilung erfährt. Klar ist auf jeden Fall, der Bundestrainer hat gesagt, bis Mittag will er sich entscheiden. Warum bis Mittag? Weil eben jetzt nach dem Frühstück gleich nochmal das Anschwitzen geschehen wird im deutschen Teamhotel. Das heißt, die Mannschaft, die Spieler werden dort nochmal eine leichte Trainingseinheit durchführen. Und auch Thomas Müller ist dabei. Und dann wird sein Knie nochmal ganz genauestens durchgecheckt von den Physios, von den Ärzten. Und erst wenn dann grünes Licht gegeben wird, dann könnte auch Thomas Müller heute Abend spielen. Wenn nicht, dann muss sich der Bundestrainer eben dann bei der Teambesprechung auf andere Elfspieler konzentrieren. Sprich als Alternative Goretzka oder vielleicht sogar Leroy Sané mit ins Team reinnehmen. Klar ist auf jeden Fall allen, es wird eine sehr, sehr zähe Partie. Denn wenn die Ungarn 1 gezeigt haben in den ersten beiden Spielen, dass sie sie wirklich sehr, sehr gut verteidigen können und das auch sehr, sehr leidenschaftlich machen. Und eins darf man auch nicht vergessen, die haben ja noch die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen mit einem Sieg beispielsweise gegen die deutsche Mannschaft. Also für die geht es auch um eine ganze Menge. Und insofern wird das eine sehr, sehr interessante Partie werden für die deutsche Mannschaft. Mats Hummels hat gesagt, wenn wir ein frühes Tor erzielen, dann läuft der Laden gewissermaßen. Also wünschen wir es einfach mal der deutschen Mannschaft, nämlich dann könnte der Zug so richtig ins Rollen geraten. Und wir werden vielleicht ein ähnliches Gala erleben, wie gegen die Portugiesen. Ich glaube, die 14.000 dann in München im Stadion hätten da gar nichts gegen. Gerne. Dankeschön, Dirk nach Herzogenaurach. Und wir wollen natürlich weiter über dieses Thema reden, über dieses Spiel. Bei mir im Studio unser WM-Experte und ehemaliger Nationalspieler Jimmy Hartwig. Hallo Jimmy. Und es passt besonders gut, dass du da bist, weil du bist zuständig beim DFB für Vielfalt und Integration. Das heißt, dieses Thema, das muss dir auch besonders am Herzen liegen. Und deshalb gleich mal die Frage, diese Beleuchtung wurde jetzt abgelehnt von der UEFA. Aber trotzdem muss man doch sagen, das Thema ist in aller Munde, das ist präsent in den Medien. Jeder hat es mitbekommen, sogar in den USA schreiben die Zeitungen darüber. Das heißt, eigentlich wurde schon ein Stück weit das erreicht, was man wollte, nämlich Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit ist hervorragend. Dass jeder darüber spricht, ist toll. Und dass man darüber sprechen muss, ist nicht so toll. Normalerweise müsste das Selbstverständlichkeit sein. Man dürfte gar nicht mehr fragen, ob du homosexuell bist oder lesbisch bist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Jeder sollte so leben, sein Leben leben und seine Liebe ausleben, wie er das möchte. Dass der Fußball jetzt durch diese ganzen Debatten über Ungarn wieder in den Fokus gekommen ist. Und für den Fußball ist es nicht so gut, weil jetzt wird, glaube ich, nur über diese Regenbogenkampagne gesprochen. Und wir fixieren uns nicht mehr auf das Spiel. Aber ich glaube, die Spieler als solches, die werden heute Abend wissen, was es geht. Wir werden heute Abend Ungarn schlagen. Und dann werden wir ins Viertelfinale kommen. Erst mal Achtelfinale. Achtelfinale. Ich bin schon weiter. Ich denke schon viel weiter. Dankeschön. Erst mal ins Viertelfinale kommt. Und dann schauen wir. Ich hoffe, dass uns diese Kampagne weiterverfolgt. Dass es noch tiefer in den Köpfen der Menschen reingeht. Dass man da keine Ressentiments mehr haben muss gegenüber anderen Menschen, die anders denken. Die an der sexuellen Vielfalt leben wollen. Das darf da nicht mehr passieren. Wird dieses Thema noch präsent sein in den Köpfen der Mannschaft heute Abend, wo sie sich eigentlich, du hast gesagt, aufs Spiel konzentrieren müssen und nur auf das, was auf dem Platz passiert? Nein, die betreten den Platz. Sie gehen in den Umkleiderraum rein, sind nur fokussiert auf dieses Spiel. Sie werden sich 90 Minuten auf dieses Spiel fokussieren. Und ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Gedanken ist, dass da jetzt Regenbogenbeleuchtung ist oder nicht. Wir wollen gegen Ungarn gewinnen. Wir werden gegen Ungarn gewinnen. Wir werden das beste Spiel genauso bringen wie gegen Portugal. Und dann wird die deutsche Mannschaft sich jetzt wieder steigern, von Spiel zu spielen. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Thomas Müller ist noch so ein Wackelkandidat. Was würde das bedeuten, wenn er nicht spielen kann heute? Es wäre ein herber Verlust, weil es am Kopf ist der Mannschaft. Ist er so wichtig für die ganze Mannschaft? Man hat es ja gesehen bei den Spielen jetzt. Jetzt auch gegen Portugal gerade. Wahnsinn. Den Großen auch nicht zu vergessen. Der wird ja auch sehr gehypt gerade. Für ihn habe ich sehr viel Angst, weil da so viel Belastung auf ihn, viel Druck. Ich wollte noch mehr sehen, noch mehr sehen. Aber er macht eine gute Leistung. Und jetzt auf dein Thema zurückzukommen, Müller, wird von Koretzka ersetzt werden. Er kann ja zwei Positionen spielen. Er kann von in den Sturm gehen oder er kann in das Mittelfeld gehen und kann von da sein Spiel machen. Also wie gesagt, habe ich jetzt keine Angst. Und die Debatte, Regenbogen finde ich gut. Ist angestochen worden, ganze Welt spricht drüber. Ich hoffe, dass einige Homosexuelle sich jetzt mal langsam outen im Fußball, in alle Sportarten. Und keine Angst mehr zu haben brauchen, dass irgend so ein Dummschwätzer irgendwas über sie erzählt oder macht. Absolut. Aber man sieht, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Du hast Robin Gosens kurz angesprochen. Über den haben wir die letzten beiden Tage viel gesprochen. Gestern zum Beispiel, da warst du nicht hier. Deswegen will ich dazu noch deine Einschätzung hören. Er wird, du hast gesagt, gehypt. Die Erwartungen sind riesig. Er ist jetzt auf einmal ganz Deutschland bekannt. Ich kannte ihn davor zum Beispiel nicht. Kann er diesen Druck standhalten? Wird das vielleicht sogar eine Belastung sein beim Spiel? Das sind Straßenfußballer, wie ich gewesen bin. Wir haben uns von unten nach oben gekämpft. Der hat Dreck gefressen, auf Deutsch gesagt. Der wollte da rein in der Zahnmannschaft. Den hat niemand zugetraut. Auf einmal in Italien. Die haben ja schon vom DFB das schon öfter beobachtet. Aber die wussten schon, dass da was ranwächst. Aber der Typ ist ja, wow, das macht ja richtig Spaß. Hast du das Ding gesehen? Das Tor gegen Portugal, wo er da so reinfliegt? Das ist, wo er von da aus muss. Das Tor war leider nur die erste Halbzeit gesehen. Das macht nichts, macht nichts. Das Tor, wo er nicht gegeben hat. Wenn er da reingeht und haut mit dem linken Fuß das Ding ins Tor rein. Da hat man gesehen, da ist Biss dran. Der will, die ganze Mannschaft will. Das ist das Schöne am Fußball. Schöne am Fußball. Solche Fußballer, die keine Akademies durchlebt haben, auf einmal diese Spitzenspieler beim DFB sind oder in der Nationalmannschaft. Ich liebe diesen Sport und weiter so. Und wir sind gespannt auf heute Abend. Dankeschön, Jimmy. Ich hab zu danken. Danke dir. Und wir blicken jetzt wieder auf die Politik. US-Außenminister Blinken ist heute Morgen zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland eingetroffen. In Berlin trifft er sich heute mit Kanzlerin Merkel und mit dem Außenminister Heiko Maas. Das wichtigste Thema dürfte der Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach der Ära Trump sein. Blinken nimmt außerdem an einer Konferenz über den Libyen-Konflikt teil. Und er wird bald empfangen werden, und zwar von Heiko Maas. Und sobald das soweit ist, werden wir das Ganze übertragen. Hier sehen wir schon, die Kamera ist noch etwas wackelig. Hier sehen wir die Live-Bilder vom Empfang von Heiko Maas und Anthony Blinken. Noch sehe ich niemanden der beiden. Aber sobald es soweit ist, werden wir das Ganze natürlich live übertragen. Blicken jetzt auf die Corona-Zahlen. Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. Das sind 439 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet 51 weitere Todesfälle. 67 Mio. Impfdosen sind bislang verabreicht worden. Die Kinder sind die großen Verlierer der Pandemie. Dieses Schuljahr können viele von ihnen wohl vergessen. Der Wechselunterricht war in den allermeisten Fällen bei weitem nicht ausreichend und effektiv. So eine Studie. Daher schlagen jetzt die Lehrer Alarm. In mehreren Bundesländern gibt es heute schon Zeugnisse. Die Politik müsse die kommenden Wochen nutzen, damit nach den Sommerferien der Präsenzunterricht wieder geregelt stattfinden kann. Dabei gerät auch das Thema Impfungen wieder in den Fokus. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verheben. Und an dieser Stelle müssen wir schon wieder unterbrechen. Liebe Zuschauer, ich habe es angekündigt. Der Außenminister der USA, Antony Blinken, ist eingetroffen in Berlin und wird nun empfangen von Heiko Maas. Hier sehen wir schon die Live-Bilder. Die beiden Amtskollegen werden sich heute treffen, werden sprechen. Wir sprechen natürlich über die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, die ja nun wieder an Fahrt aufgenommen haben. Hier sehen wir schon die Autokolonne. Und ein weiteres Thema, da bin ich mir ganz sicher, wird auch die Gaspipeline Nord Stream 2 sein. ist ja ein Streitthema zwischen den USA und Deutschland. Und besser einschätzen kann das unser Korrespondent Michael Willenweber, er ist mir zugeschaltet. Michael, wie präsent wird dieses Thema Nord Stream 2 heute sein bei dem Treffen? Also wir können davon ausgehen, dass das auf jeden Fall auf den Tisch gelegt wird, dieses Thema, nicht nur bei Heiko Maas, sondern auch bei der Bundeskanzlerin. Antony Blinken trifft sich ja auch dann noch mit Angela Merkel. Und dieses Thema belastet ja oder liegt auf diesen deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Amerikaner hatten ja im März noch quasi einen Stopp gefordert. Davon sind sie inzwischen ja herunter. Also es hat sich da Entspannung abgezeichnet. Offensichtlich ist man in der amerikanischen Administration zu der Überzeugung gelangt. So hat das ja auch Antony Blinken formuliert in den USA, dass es jetzt um Schadensbegrenzung gehen würde. Also dass man nicht die deutsch-amerikanischen Beziehungen weiter dadurch belastet und vor allen Dingen nun Lösungen sucht für die Ukraine. Es geht ja um zweierlei eigentlich in dem Konflikt. Zum einen um die Durchleitungsgebühren. Das sind rund zwei Milliarden Euro pro Jahr. Davon profitiert die Ukraine. Wenn man jetzt das Gas umleitet über Nord Stream 2, dann wären die Ukrainer da raus. Und damit würde ein Haushaltsloch da entstehen. Und das gilt es tunlich zu vermeiden. Man ist da ja in Verhandlungen, dass auch künftig weiter Gas durch die ukrainische Pipeline geleitet wird. Also dass es nicht so hart kommt. Zudem fordern die Amerikaner jetzt von den Deutschen so eine Art Kompensation, finanzielle Kompensation für die Ukraine, die also sozusagen diese Lücke dann wohl schließen soll. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der strategische Nachteil, den jetzt die Ukraine hat. Denn wenn kein Gas mehr durch die Ukraine fließen muss, weil man eine Alternative hat, besteht natürlich die Möglichkeit für Russland. Antony Blinken ist soeben ausgestiegen. Hier ist der Handschlag mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas. Die beiden werden eben jetzt ihre Gespräche beginnen, stellen sich jetzt erst mal auf für ein paar Pressefotos. Ich sehe keine Mikrofone. Wir sind gespannt, ob sie trotzdem ein Wörtchen sagen werden. Nein, es sieht nicht so aus. Die beiden gehen direkt rein, gehen direkt an die Sache. Und heute Nachmittag, du hast es erwähnt, mit Michael wird Antony Blinken dann auch noch die Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen, die ja gesagt hat, nach dem G7-Gipfel, nach Gesprächen mit Joe Biden, dass sie die Gespräche um dieses umstrittene Projekt Nord Stream 2 auf einem guten Weg sehe. Die Frage an dich, was genau kann denn das bedeuten? Die Gespräche sind auf einem guten Weg. Übersetz uns das mal. Naja, das ist ja das, was ich eben versucht hatte schon anzudeuten, dass es darum geht, aus Sicht der Amerikaner da eine Art Kompensation für die Ukraine zu finden, was die Durchleitungsgebühren betrifft, also das finanzielle Minus sozusagen, was in die Staatskasse gerissen wird. Und der zweite Aspekt ist ja, dass die Ukraine den strategischen Nachteil hat, erpressbar wird von Russland, weil Russland nicht die Ukraine mehr braucht, um Gas durchzuleiten. Also man könnte sozusagen den Gashahn für die Ukraine schließen. Das ist natürlich ebenfalls ein Riesenproblem, was vor allen Dingen in der Ukraine, in den osteuropäischen Staaten sehr problematisch gesehen wird. Und dafür wird man versuchen, Lösungen zu finden. Ich denke auch in den Gesprächen jetzt mit Heiko Maas und mit der Bundeskanzlerin später. Dankeschön, Michael. Du wirst uns natürlich auf dem Laufenden halten, den ganzen Tag über diesen Besuch des US-Außenministers. Ja, das Wetter hier in Deutschland, das spielt weiterhin verrückt. Auch gestern Abend wüteten in einigen Teilen Deutschlands heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und Niederbayern waren von der Extremwetterlage betroffen. Unter Starkregen und Sturm mischten sich zum Beispiel in der Kreisstadt Ebersberg bei München riesige Hagelkörner. Die Landschaft sah aus wie im Winter. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlade und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die wo dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Und damit blicken wir auf ein anderes Thema. Es gab ein Erfolg für die Ermittler im Missbrauchsfall Münster. Am Abend hat sich ein Tatverdächtiger, nachdem die Polizei mit einem Foto gesucht hatte, der Polizei gestellt. Der 37-Jährige sei in Berlin widerstandslos festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Aufgrund des großen Fahndungsdrucks habe sich der Mann vorher telefonisch gemeldet. Entdeckt wurde der Verdächtige auf zahlreichen Aufnahmen. Die Ermittlungskommission Rose im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Münster auswertet. In mehreren Fällen soll er sich an kleinen Jungen vergangen haben. Der Prozess gegen den Haupttäter, einen IT-Techniker aus Münster, sowie gegen seine Mutter und drei Komplizen wird heute am Landgericht Münster fortgesetzt. Und wir blicken nach Frankfurt an die Börse. Zugeschaltet ist mir Patrick DeVeyn von der Aktionär TV. Wie sind wir denn gestartet in diesem Mittwoch? Liebe Fanny, gestartet gleich um 9 Uhr waren wir noch ziemlich gut. 40 Punkte im Plus, aber seitdem fällt der DAX tatsächlich ziemlich deutlich. Mittlerweile auch unter die 15.600-Punkte-Marke. Die Zuversicht hat so ein bisschen, ist der Vorsicht gewichen. Das muss man ganz klar sagen. Und wir konnten den positiven Schwung, den die asiatischen Börsen, beziehungsweise die amerikanische Börse gestern Abend hier tatsächlich ausgesandt hat, nicht über den Zenit des Tages sozusagen hinaus retten. Dementsprechend das Minus aktuell 0,3 Prozent. Besonders schwach die Aktien des Bayer-Konzerns. Die waren heute zwischenzeitlich sogar mal unter der 50-Euro-Marke und sind unter der 500-Tage-Linie angelangt. Das ist ein charttechnisch nicht so gutes Zeichen. Und wer hätte sich tatsächlich aufgrund der etwas besser ausgefallenen Einkaufsmanager-Indizes auch aus Deutschland etwas Besserung erhofft. Neben Bayer sind es noch die Munich Re, Linde Siemens Energy und Delivery Hero, die jetzt verlieren. Delivery Hero vorhin sogar mal im Plus gewesen. Das hat sich jetzt gedreht. Gucken wir aber auf die grünen Vorzeichen, stellen wir fest. Kontinental ist da zu finden, aber auch die Deutsche Bank, die jetzt so ein bisschen profitieren kann und in die grüne Zone vorgerückt ist. Ansonsten im Moment keine größeren weiteren Einzelnachrichten, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Dankeschön, Patrick. Sehr gerne. Ja, das Wetter spielt verrückt und es gab in den vergangenen Tagen eine Mischung aus Regen und Hitze und einer, der freut sich ganz besonders über dieses Klima und das ist die Mücke. Die letzten Jahre waren viel zu trocken und dieser Sommer, der liefert jetzt beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Wird uns also bald eine Mückenplage diese schönen Sommerabende vermiesen? Sorge macht Forschern vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitet. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnaken-Spezial-Kommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist bestückt. Und verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen es einem nach und so. Ja. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Sieger-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Parton. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnakenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Heute Abend das Spiel Deutschland gegen Ungarn und ganz Deutschland fiebert wahrscheinlich schon diesem Spiel entgegen. Natürlich interessiert uns da auch, wie das Wetter wird. Viele wollen wahrscheinlich das Fußballspiel draußen anschauen, beim Public Viewing oder im Biergarten oder im Garten. Annike, wie stehen die Chancen, dass das auch gut möglich sein wird ohne Hagelkörner, ohne Stürme und ohne Gewitter? Ja, Fanny Fee, also ich würde sagen, im Norden und auch im Osten kann man das auf jeden Fall, ja, muss man es gar nicht riskieren, weil hier passiert nichts. Jetzt aber im Süden und wirklich dann in so einer Linie südlich Nürnberg, Stuttgart, da kommen dann schon einige Gewitter und auch Regen. Wen es dann genau trifft, kann man natürlich immer nicht so vorhersagen, aber es kann wieder Starkregen und auch Hagel dabei sein. Also ich würde davon abraten, muss ich ganz ehrlich sagen, denn in den letzten Tagen hat es ja wirklich gekracht. Jetzt mehr zu ganz Deutschland. Heute Vormittag starten wir schon ganz ruhig mit dem Wetter im Norden, weil hier passiert nicht wirklich was, hier gibt es keine Unwetter, keine großen Regenfälle, ein paar Schauer vielleicht an der Nordseeküste, sonst ist es im Nordwesten Wolkenverhangen und im Nordosten sehr sonnig. In der Südhälfte gibt es aber schon die ersten Schauer und ja, das eine oder andere Gewitter ist dann auch schon mit dabei. Am Nachmittag intensivieren sich diese Schauer und Gewitter und zum Abend hin kann es dann auch wieder richtig krachen. Da kann dann Starkregen und auch Hagel mit dabei sein. Im Norden passiert recht wenig, kann man sagen. Dazu gibt es Sonnenschein für alle, also selbst im Nordwesten, wo die Wolken so dicht sind, kommt die Sonne dann doch mal hervor. Drei bis vier Stunden sind möglich an der Ostsee und im Nordosten. 11 Stunden Sonnenschein, aber auch sonst sieht es sehr gut und freundlich aus. Bei den Temperaturen gibt es nicht ganz so viel Bewegung. Sie liegen meist zwischen 20 und 25 Grad, im Südosten von Bayern werden 27 Grad erreicht und im Nordseeumfeld, da ist es frischer mit 16, 17 Grad. Und damit sind wir bei den Aussichten. In den nächsten Tagen bleibt die Zweiteilung erstmal erhalten. Das heißt im Süden immer wieder kräftige Gewitter. Die Unwettergefahr nimmt etwas ab, aber wie gesagt, Starkregen kann dann doch dabei sein. Und im Norden sieht es generell etwas besser, entspannter und freundlicher aus mit mehr Sonnenschein. Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter dann für alle. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten von meiner Kollegin Fanny Fee. Und wir sprechen heute natürlich vor allem über das Spiel heute Abend Deutschland gegen Ungarn. Deutschland fiebert dem Fußballabend schon entgegen. Wir wollen das Ganze weiter einordnen. Natürlich auch die Debatte um die Regenbogenfarben im Stadion. Und damit blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Im Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfalls. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstaat Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Bunte Solidarität. Aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in den Regenbogenfarben zu beleuchten, werden viele Vereinsstadien bunt strahlen. Darunter Köln, Frankfurt und Speddy. Ungarns Ministerpräsident Orban soll seine Reise nach München abgesagt haben. Hopp oder Topp, Deutschland fiebert dem Fußballabend entgegen und gegen Ungarn ist für die Deutschen sogar noch der Gruppensieg drin. Aber wenn es schlecht läuft, ist das Turnier für sie zu Ende. Lehrer und Erzieher fordern die Politik auf, nach dem Sommer einen normalen Schulbetrieb und Präsenzunterricht zu gewährleisten. Die Ferien sollten genutzt werden, um die Schulen krisenfest zu machen. Damit hallo, herzlich willkommen hier bei Welt. Viktor Orban wird nicht zum EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn heute Abend in München reisen. Das hat er heute Morgen bekannt gegeben. Aus Protest an der Politik des ungarischen Ministerpräsidenten sollte die Münchner Arena in Regenbogenfarben leuchten. Die UEFA hatte dies allerdings verboten. Die Begründung, sie stehe für politische und religiöse Neutralität. Es hatte heftige Debatten ausgelöst und trotzdem soll es heute Abend bunt im Stadion werden. Und natürlich gibt es ja dann auch noch den sportlichen Aspekt. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute Abend beim Match gegen Ungarn viel auf dem Spiel. Je nachdem, wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten noch alles drin. Und ob Bundestrainer Jogi Löw dabei auf den verletzten Thomas Müller zählen kann, das ist ungewiss. Mit dem Sieg gegen Portugal im Gepäck trifft die DFB-Elf am Teamhotel in München ein. Nur ein Punkt reicht Jogis Jungs heute Abend, um ins EM-Achtelfinale einzuziehen. Für die Fans ist das Weiterkommen jedenfalls reine Formsache. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Ich habe im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Knapp wird es auch für den verletzten Thomas Müller. Während Gündogan und Hummels wieder fit sind, wird Joachim Löw über seinen Einsatz erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Trotzdem, was den Spielausgang angeht, ist Müller optimistisch. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Und lauter Unterstützung. Packen wir das. Spätestens seit Ungarns 1-1 gegen Weltmeister Frankreich ist klar, dass ein Sieg der DFB-11 heute Abend alles andere als selbstverständlich ist. Auf einen defensiv starken Gegner ist auch der Bundestrainer eingestellt. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Und auch wenn die UEFA die Solidarisierung mit Ungarns LGBT-Community per Stadionbeleuchtung verbietet. Kapitän Manuel Neuer will weiter mit seiner Binde in Regenbogenfarben antreten. Mats Hummels bedauert die Entscheidung des Europäischen Fußballverbandes ebenfalls. Also ich hätte es auf jeden Fall einfach jetzt rein persönlich schön gefunden. Das kann ich glaube ich so sagen. Ich bin absoluter Freund davon, wenn man Botschaften dieser Art in die Welt sendet. Zum letzten Mal traten Deutschland und Ungarn übrigens vor 67 Jahren in einem Pflichtspiel gegeneinander an. Beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3 zu 2 Entstand. Na und wie gut die deutsche Mannschaft heute Abend aufgestellt ist, das wollen wir uns jetzt genauer anschauen in unserem EM-Studio. Der aktuelle Sport wird Ihnen präsentiert von interwetten.de Mit unserem EM-Experten Sebastian Honekamp. Wir reden viel über Thomas Müller heute, weil immer noch nicht ganz klar ist, ob er jetzt spielen kann oder ob er nicht spielen kann. Und vorhin hatte ich Jimmy Hartwig im Studio und er hat wirklich gesagt, er hat eine extrem große Bedeutung für die Mannschaft. Die hat er allemal und der Bundestrainer wird da eine Lücke füllen müssen, im Zweifel sollte er ausfallen, die durchaus groß ist. Aber da können wir mal direkt ein bisschen genauer drauf schauen. Denn wieder ist es so, dass ganz Deutschland irgendwie auf das Körperteil eines Nationalspielers schaut. Nach dem Knöchel und der Wade ist es nun also das rechte Knie von Thomas Müller, das Fußballdeutschland Sorge bereitet. Kann er spielen, kann er nicht spielen. Am Morgen soll es zumindest nochmal einen letzten Belastungstest geben, heißt es. Die Informationen darüber, wie der gelaufen ist, falls er denn schon war, haben wir bisher noch nicht. Ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich sogar ein bisschen gedulden. Spätestens eine Stunde vorm Spiel werden wir wissen, ob Thomas Müller den spielen kann. Aber Fanny hat gerade schon gesagt, die Bedeutung, die dieser Spieler natürlich für das deutsche Team hat, die sehen wir, seit er wieder zurück ist in der deutschen Nationalelf. Denn Thomas Müller bringt dem Spiel eben vor allem natürlich seine Laufqualitäten. Nur Joshua Kimmich ist in den ersten beiden Spielen mehr gelaufen für die deutsche Nationalmannschaft bei diesem Turnier als Thomas Müller. Und er fehlt natürlich dann, sollte er ausfallen, als Kommunikator, als Kommandogeber. Und wie gesagt, das ist eine Lücke, die der Bundestrainer dann im Zweifel füllen muss. Und wir wollen mal gucken, zweimal hat er dieselbe Startelf, wir sehen sie hier an der Wand, ins Rennen geschickt. Nun also könnte es passieren, dass Thomas Müller ausfällt. Und die naheliegende Lösung wäre dann Leon Goretzka. Wieder zurück im Team nach der Verletzung. Hat jetzt auch schon 30 Minuten gegen Portugal gut gespielt. Leon Goretzka einzusetzen. Der hat auch in der Pressekonferenz vorher schon gesagt, ja, das traue ich mir durchaus zu, diese Rolle eben zu übernehmen, Müller zu ersetzen. Ich glaube, eins zu eins ganz zu ersetzen ist Thomas Müller in diesem Kader in jedem Fall nicht. Aber wir wollen uns zumindest nochmal anschauen, wie die deutsche Mannschaft überhaupt gegen Ungarn spielen muss. Damit wir überhaupt vom Achtelfinale am Ende träumen können. Denn mit einem Sieg heute Abend ist die deutsche Mannschaft in jedem Fall in der nächsten Runde als Gruppenerster möglicherweise. In jedem Fall aber als Gruppenzweiter, wo dann im Übrigen England warten würde, wenn wir Gruppenzweiter werden. Abhängig so ein bisschen wie Frankreich gegen Portugal im Parallelspiel spielt. Die andere Möglichkeit, ein Unentschieden. Auch da, aufgrund der guten Ausgangslage, die man sich gegen Portugal erarbeitet hat, wäre die deutsche Mannschaft mit einem Punkt in der Runde der letzten 16. Kritisch wird es allerdings dann, wenn wir gegen Ungarn verlieren sollten. Denn dann ist ein Vorrundenaus, nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018, auch dieses Mal eher wahrscheinlich. Es gibt noch eine Restchance auf Platz 3. Allerdings würde ich jetzt einfach mal sagen, da wollen wir uns überhaupt nicht mit beschäftigen, mit diesen ganzen Wenns. Aber die Deutschen gewinnen einfach heute Abend, Fanny. Und dann, glaube ich, ist das alles geritzt und dann freuen wir uns auf das Achtelfinale. An das Szenario, an der Niederlage wollen wir überhaupt nicht denken. Gute Vibes nach München. Das kannst du wegstreichen lassen aus der Grafik. Absolut. Gute Vibes nach München schicken. Dankeschön, Sebastian. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu 4 Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Liter pro Quadratmeter. Die Gullis wurden verstopft unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Und die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. Die Firma Volocopter aus Karlsruhe hat mit ersten Testflügen für ein Flugtaxi begonnen. Auf einem Flugplatz bei Paris hob der erste Prototyp ab. Und das wollen wir uns genauer anschauen nach einer kurzen Pause hier bei Welt. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch dem Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckende Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zielen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Willkommen zurück hier bei Welt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will wegen des umstrittenen Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität gegen Ungarn vorgehen. Das ungarische Gesetz sei eine Schande, das sagte von der Leyen heute in Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, dann werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen. Wer sich nicht impfen lässt, der wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Und um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Mit einem elektrischen Flugtaxi, wie Sie es hier hinter mir sehen, von A nach B kommen, so könnte tatsächlich die Zukunft aussehen. Denn die Firma Volocopter aus Karlsruhe hat mit ersten Testflügen für ein elektrisches Flugtaxi begonnen. Und zwar auf dem Flugplatz Le Bourget im Nordosten von Paris. Da hob jetzt der erste Prototyp ab. Und Premiere könnte das Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris feiern. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagierer. Und für Gepäck mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Ja, das sind doch schöne Aussichten. Jetzt schauen wir mal, wie hoch der DAX heute fliegt, Patrick. Ja, liebe Fanny, im Moment bleibt er so ein bisschen am Boden haften, tatsächlich ähnlich wie ein Hubschrauber. Senkrecht Start, das ist es tatsächlich nicht, was wir hier sehen. Wenngleich wir heute Morgen um 9 Uhr tatsächlich relativ freundlich in den Handel gestartet sind am heutigen Mittwoch. Aber dann haben wir dann doch recht deutlich nachgelassen, jetzt erst mit den sich besser entwickelnden Einkaufsmanager-Indizes aus Großbritannien vor ein paar Minuten vermeldet und aus Deutschland vor einer guten Stunde, kann zumindest der DAX für den Moment einen kleinen Boden finden. Und auch die Futures aus Amerika, die ja jetzt auch schon wieder gehandelt werden, also die vorbörslichen Indikationen aus Übersee, sind zumindest mal nach dem gestrigen guten Vorzeichen in Amerika eher auch mal positiv mit einem leichten Touch. Wir gucken dann, was die einkaufsmanager-Indizes in Amerika weiter für Impulse liefern werden. Gucken wir auf die Einzelwerte, auf die größten Verlierer, dann sehen wir, Bayer ist darunter zu finden. Die Aktie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, teilweise war sie sogar unter 50 Euro und sie sieht angeschlagen aus. Das muss man ganz klar sagen, es gibt halt auch keine Entwicklung in Sachen Glyphosat, die irgendwie erbaulich wäre. Dementsprechend das Minus jetzt 1,5 Prozent. In München Rück, Siemens Energy, Linde und Delivery Hero ebenfalls auf der Verliererseite zu finden. Delivery Hero, vorher noch stärkste Aktie im Plus, aber jetzt haben sich die Anteilseigner das wohl zumindest für den Moment anders überlegt. Und gucken wir mal auf die Gewinneraktien heute. Dann sehen wir Continental und Covestro, die sind relativ kontinuierlich heute unter den Gewinneraktien zu finden. Die Covestro jetzt mit einem Plus von 9 Prozent auf die letzten drei Tage. Also diese Woche kann sich die Performance da auf jeden Fall sehen lassen. Dünn wird es dann doch schon wieder ab. Deutsche Wohnen, Heidelberger Zement und der Deutsche Bank. Da sind nur noch die Vorzeichen sehr marginal im Plus. Dankeschön Patrick, nach Frankfurt. Sehr gerne. Ja, Sie kennen das sicher auch, liebe Zuschauer. Schwimmen gewesen und dann hat man Wasser in den Ohren. Das ist nicht nur für die Menschen ziemlich unangenehm, sondern auch für Tiere, außer für Flusspferde. Denn die lassen ihre Ohren einfach kreisen, wie wir hier sehen. Und das Gute ist, auch Mücken und Fliegen werden dadurch verscheucht. Leider können wir Menschen diesem Trick nicht nachmachen. Ja, und damit sind wir beim Wetter. Annike, ganz Deutschland, wir wissen, kann ich heute Abend Fußball im Garten oder im Biergarten oder irgendwo draußen beim Public Viewing schauen? Du hast die Antwort. Ja, Fanny Fee, ich habe gerade noch so gelacht, weil ich darüber nachgedacht habe, wie das aussehen würde, wenn bei uns die Ohren so kreisen. Ja, kommen wir zum Wetter. Und zwar kann es heute Nachmittag und vor allem heute Abend, wenn das Spiel beginnt, ordentlich krachen. Und zwar in einer Linie von Stuttgart und Nürnberg südlich davon. Das bedeutet, vielleicht wird sogar das Spiel unterbrochen, aber das will ich jetzt wirklich nicht unken. Es könnte einfach sein, bei den letzten beiden Tagen ist in München, da sind wirklich Gewitter runtergegangen mit Starkregen, Hagel und allem drum und dran. Generell gilt vielleicht besser, nicht draußen gucken. Für den Norden und für den Osten gilt das nicht, denn hier wird das Wetter richtig schön. Jetzt mehr dazu. Beste Sicht aufs Wetter mit John City. Seit 30 Jahren Ihr Profi für Sicht und Sonnenschutz. Das Wetter im Süden will einfach nicht zur Ruhe kommen. Auch morgen breiten sich wieder Niederschläge und Gewitter vom Südwesten her über den ganzen Süden bis zur Mitte Deutschlands aus. Im Norden ist es dagegen verbreitet sonnig und trocken. Also in der Nordhälfte können wir uns auf freundliches Sommerwetter freuen. Und vor allem an den Küsten scheint die Sonne auch sehr lange. Je weiter wir den Mittelgebirgen kommen, desto wolkiger wird es. Und dann setzen auch Schauer und Gewitter ein. Die Temperaturen reichen von 18 Grad an der Nordsee bis zu 25 Grad in Berlin. In der Südhälfte ein ganz anderes Bild, denn hier dominieren Schauer und Gewitter. Und örtlich können die dann mit Starkregen auch unwetterartig ausfallen. Dennoch, die Sonne zeigt sich zwischendurch auch mal. Die Temperaturen 20 bis 27 Grad, wobei die 27 Grad im Südosten von Bayern erreicht werden. Zu den Aussichten am Freitag sorgen dann Gewitter und Regen im Südosten und Osten für eine Abkühlung. Am Samstag beruhigt sich das Wetter, aber am Sonntag entwickeln sich aus den Alpen heraus schon wieder neue Schauer und Gewitter. Und am Montag treffen diese dann den Südwesten. Im Norden sind wir auf der sonnigen Seite. Das war's von mir mit dem Wetter aus Hamburg. Das Spiel Deutschland gegen Ungarn wollen wir natürlich heute den ganzen Tag sprechen. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckende Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Mit Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. In Berlin. Bunte Solidarität aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in den Regenbogenfarben zu beleuchten, werden viele Vereinsstadien buntstrahlen, darunter Köln, Frankfurt und Berlin. Ungarns Ministerpräsident Orban soll seine Reise nach München abgesagt haben. Hopp oder Top, Deutschland fiebert diesem Fußballabend natürlich entgegen. Gegen Ungarn ist für die Deutschen sogar noch der Gruppensieg drin. Aber wenn es schlecht läuft, ist das Turnier für die Nationalmannschaft auch zu Ende. Forderung nach Präsenz. Lehrer und Erzieher fordern die Politik auf, nach dem Sommer einen normalen Schulbetrieb zu gewährleisten. Die Ferien sollten genutzt werden, um die Schulen krisenfest zu machen. Winterlandschaft im Sommer. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter mit Hagel gegeben. Sogar Schneeschieber kamen zum Einsatz. Und Mückenplage erwartet. Der milde Winter und der nasse Frühling waren ideal für die Familienplanung der Mücken. Insektenforscher rechnen für diese Saison mit einer Invasion der stechenden Biester. Damit hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt. Heute Abend steigt in München das letzte EM-Vorrundenspiel unter der Nationalmannschaft Deutschland-Ungarn. Doch ein Platz bleibt vermutlich leer. Viktor Orban kneift. Der ungarische Ministerpräsident hat offenbar keine Lust, in einem Fahnenmeer aus Regenbogenfarben im Stadion zu sitzen. Eine entsprechende Beleuchtung hatte die UEFA ja verboten. Das Ganze hat jetzt auch ein politisches Nachspiel. EU-Kommissionschefin von der Leyen will gegen Ungarn vorgehen. Hintergrund ist ein Gesetz, das Informationen über Homosexualität in Ungarn verbietet. Das Gesetz sei eine Schande, so von der Leyen. Mehr von Max Hermes. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Auf Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Ordnen wir das Ganze nochmal ein. Steffen Schwarzkopf aus Budapest zugeschaltet. Steffen, Viktor Orban kommt also nicht nach München. Das ist mittlerweile bestätigt. Gibt es denn da auch eine offizielle Begründung? Und die EU, die hat ja nun jetzt auch angekündigt, dass man dagegen vorgehen will, gegen die Gesetzgebung in Ungarn. Ja, das hat sich die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ziemlich klaren Worten gesagt. Und das Gesetz ja als Schande bezeichnet. Hier in Budapest hat Viktor Orban der deutschen Presseagentur ein Interview gegeben und gesagt, es sei keine staatliche Entscheidung, ob ein Stadion, ein europäisches oder das in München angestrahlt würde. Und die Politik solle sich doch da bitte schön aus dem Sport heraushalten. Im Übrigen, so Orban weiter in dem Interview, sei es ja auch so, dass hier in Budapest auf den Straßen die Regenbogenfahnen durchaus zu sehen seien. Ich habe die bisher, muss ich gestehen, innerhalb von drei Tagen hier nicht entdecken können. Weder rund um Stadion noch sonst wo im Zentrum. Aber sei es drum. Fakt ist, Orban reist nicht an. Journalisten, Kollegen, ungarische Journalisten, Kollegen mutmaßen, dass der Regierungschef eher, naja, beleidigt ist und möglicherweise eben auch nicht miterleben will, wie er dann in der Allianz-Arena möglicherweise ausgepfiffen wird. Davon abgesehen wissen wir, die anderen Stadien in Deutschland, die heute Abend dann illuminiert sein werden, auch diese Botschaft mit Sicherheit keine Willkommensbotschaft an den ungarischen Regierungschef. Und dementsprechend hat er das abgesagt, wird dann das Ganze von zu Hause aus verfolgen, verfolgen am Fernseher sozusagen und ich mutmaße, vielleicht auch noch, vielleicht fürchtet Orban ja selbst eingefleischter Fußballfan eine Niederlage seiner Nationalmannschaft und will das dementsprechend nicht in München in der Allianz-Arena live miterleben müssen. Steffen, vielen Dank für diese Einordnung aus Budapest. Dankeschön. Bei mir im Studio unser Kollege Sebastian Honekamp, fürs EM-Studio zuständig und EM-Experte Jimmy Hartwig und natürlich auch Integrationsbeauftragter des DFB, muss man hier auch nochmal sagen, was sagt man denn hier von deutscher Seite eben zu diesem Regenbogenstreit und dazu, dass die UEFA jetzt die Illumination untersagt hat, auf der anderen Seite jetzt Stadien einspringen wollen oder eben auch entsprechend Flaggen heute Abend gezeigt werden. Wie ist denn da die Haltung? Also die Haltung ist gemischt. Einige sagen, es ist sehr schade, dass das Staat hier nicht beleuchtet werden darf in München. Andererseits ist es ja, dass die anderen Staaten in Deutschland gemacht werden. Die Meinung der ganze Gesellschaft zurzeit ist gespalten. Muss Sport und Politik auseinandergehalten werden oder kann Sport und Politik zusammen sein? Und ich sage, ein gestandener Fußballer, ein gestandener Sportler hat sich mit Politik auseinanderzusetzen. Sag ich mal so. Er sollte auch seine Meinung sagen. Aber er hat die Meinung immer in Grenzen. Niemand zu beleidigen, sondern Fakten schaffen und sagen, genau so ist es. So darf es nicht sein und so muss es gemacht werden. Und ich glaube, solche Sachen mit dem Regenbogen sind wir auf dem richtigen Weg. Jimmy, einer, der ja in der Mannschaft durchaus eben auch für Meinungsstärke steht, ist ja Mats Hummels. Der hat gesagt, das ist natürlich ein Thema in der Mannschaft. Da würde mich interessieren, meinst du, das ist tatsächlich auch ein Problem? Oder kann das für Unruhe im Team sorgen, jetzt eben vor diesem entscheidenden Spiel gegen Ungarn? Das ist ein Thema der Mannschaft gewesen. Warum? Das hat das Stadion in München nicht beleuchtet. Das ist das Thema. Aber dass die Spieler sich jetzt so auf diese Sache fokussieren, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sie wissen, um was es geht. Sie sind alle weltoffen. Aber ich glaube, der Fokus richtet sich jetzt nur auf das Ungarspiel. Und das muss gewonnen werden. Dann lassen wir uns genau das tun. Dann lassen wir uns sportlich werden. Dann schauen wir genau auf dieses Spiel. Und da scheint es ja zumindest so zu sein, als würden wir auf einen Spieler möglicherweise verzichten müssen. Thomas Müller. Wieder schaut ganz Deutschland auf das Körperteil eines Nationalspielers. Nach dem Knöchel und der Wade ist es nun also das rechte Knie von Thomas Müller. Er droht auszufallen. Und sollte der Bundestrainer tatsächlich gezwungen sein, eben an der Startelf was zu verändern, dann dürfen wir gespannt sein, wer da seinen Platz einnimmt. Da gucken wir gleich drauf. Erstmal ist ja ganz interessant, welche Rolle Thomas Müller seit seiner Rückkehr in diesem Team einnimmt. Er ist auf jeden Fall der Dauerläufer. Er ist einer derjenigen, die die meisten Kilometer abreißen. Nur Joshua Kimmich. Bisher bei diesem Turnier mehr gelaufen als eben Thomas Müller. Und er ist natürlich der Kommunikator. Er ist derjenige, der Kommandos gibt. Der wahnsinnig wichtig für die Mitspieler ist. Gerade um Situationen, wo er natürlich die Erfahrung auch mitbringt, Situationen zu erkennen, wo er da bestimmte Kommandos eben gibt. Und wir wollen mal gucken. Die Startelf, ich habe sie schon angesprochen. Zwei Mal hat Jogi Löw die gleichen Elf ins Rennen geschickt. Jetzt wird er also an einer Position, nämlich Thomas Müller, was verändern müssen. Und naheliegend wäre zumindest Leon Goretzka reinzunehmen ins Spiel. Er ist nach seiner Verletzung ja wieder da und hat in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, das traue ich mir durchaus zu, diese Ersatzrolle von Thomas Müller zu machen. Allerdings hat er auch gesagt, wer weiß, vielleicht fällt er ja gar nicht aus, so wie der sich nämlich vorher noch am Pool bewegt hat, hat er sich ja durchaus optimistisch gezeigt. Wer weiß, ich glaube, Jimmy, da wäre natürlich die Frage, was würde ein Ausfall von Thomas Müller tatsächlich für dieses Team jetzt auch in der Situation bedeuten? Es wäre nicht schön für die Mannschaft, aber Goretzka hat es ja schon gesagt, das ist ein gestandener Fußballer, spielen zusammen bei Bayern München, könnte praktisch zwei Rollen machen, er könnte hinter die Spitze spielen oder er könnte vorne ins Zentrum reingehen. Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn Müller ausfallen. Ich sehe es nicht so, aber man bewegt sich am Swimmingpool anders als auf dem Fußballplatz. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also ich glaube, er ist heiß, er will unbedingt spielen, aber falls er nicht spielen sollte, glaube ich, Goretzka wird ihn unwahrscheinlich gut ersetzen und ich glaube, er brauche keine Angst. Aber die Mannschaft ist jetzt so geschlossen in sich, dass da jeder ersetzt werden kann und spielen kann in dieser Mannschaft. Aber da ist natürlich auch die Frage, auch für den Bundestrainer, wenn der Müller sagt, ja, ich kann spielen, Trainer, der ein oder andere geht da vielleicht über eine Schmerzgrenze mal hinaus, nimmt man das Risiko in Kauf, dass er spielt jetzt im entscheidenden Spiel und sich womöglich ein bisschen schlimmer verletzt und dann länger ausfällt oder sagt man lieber jetzt Pause und für ein mögliches Achtelfinale brauchen wir dich? Ich glaube, so wie ich Müller kenne, dass er so im Kopf ist und sagt zum Trainer, Trainer, es könnte, wenn ich will, aber ich will nicht jetzt, weil ich will hundertprozentig fit sein, um der Mannschaft zu helfen. Und ein Spieler wie Kreuzer ist hundertprozentig fit, soll er spielen. Wenn er nicht das okay gibt, dem Müller, dass er spielen kann, und dann gibt es auch kein Aua hin und her nach zehn Minuten, dann muss er das Ding durchspielen. Dann muss er zeigen, dass es doch nicht so schlimm gewesen ist. Aber das wird schwer. Also im Kopf, ich würde gerne spielen. Also ich als Spieler, ich wollte jetzt spielen. Ich werde zum Trainer sagen, Trainer, ist alles gut, mach mal los, gib mir noch mal ein bisschen was da rein. Ich will nicht spielen wollen, aber ich war ja unvernünftig. Aber der ist vernünftig und ich glaube, wenn er spielen kann, wird er spielen. Und wenn jetzt haben wir einen guten Ergänzungsspieler, Ersatzspieler sind wir blöd, Ergänzungsspieler mit Kreuzer und das wird alles gut. Sagt Jimmy Hartwig. Vielen Dank, Sebastian Honekamp ebenfalls. Dankeschön. Und wir schauen jetzt noch mal geschwind auf die Ergebnisse der Europameisterschaft vom Abend. Und England hat bei der Fußball-EM den Gruppensieg geschafft und trifft jetzt im Achtelfinale auf den Zweiten der Gruppe F. Und das ist möglicherweise dann Deutschland. England schlug Tschechien am Abend mit 1 zu 0, Kroatien gewann 3 zu 1 gegen Schottland und ist damit ebenfalls eine Runde weiter. Und so geht es bei uns gleich weiter. Außenminister Heiko Maas empfängt gleich seinen US-Kollegen Anthony Blinken. Und da sind wir natürlich live dabei. Es wird da noch mal um Nord Stream 2 gehen. Aber auch um den Libyen-Gipfel, zu dem die Bundesregierung eingeladen hat, die Einzelheiten dazu gleich. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündogan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckende Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Quadratmeter, Gullis wurden verstopft unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem eigenen... Weiter geht es mit den Nachrichten bei Welt. US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem Amtsbesuch, seinem Antrittsbesuch übrigens, in Deutschland eingetroffen. Er wird jetzt in diesen Minuten von Bundesaußenminister Heiko Maas zu einem Gespräch über bilaterale, regionale und internationale Fragen empfangen. Am Nachmittag trifft sich Blinken dann auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und dort vor dem Kanzleramt steht der Kollege Michael Wöhlenweber. Michael, um was geht es genau bei diesem Besuch? Nord Stream 2, vermute ich, dürfte da auch auf der Agenda stehen. Also Antony Blinken ist... ...vom Außenminister und es war ein einstündiges Gespräch geplant, was also in diesen Minuten ja zu Ende gehen sollte eigentlich. Und dann gibt es eine kurze Pressekonferenz, so zumindest der Plan. Und sicher, du hast da nicht ganz Unrecht, wird Nord Stream 2 da wohl auch zur Sprache gekommen sein. Wir vermuten das zumindest. Wir werden es nachher dann von den beiden ja selber hören. Da gibt es einen Dissens zwischen den USA und Deutschland. Die USA, wir wissen das ja, sind eigentlich gegen das Projekt, aber haben sich offensichtlich inzwischen damit abgefunden. Nord Stream 2, dass das zu Ende gebaut wird. Aber wollen da Sicherheiten auf der anderen Seite für haben, nämlich Sicherheiten für die Ukraine, dass die auch weiterhin profitieren. Zum Beispiel von Durchleitungsgebühren, dass Deutschland das dann auch garantiert. Zum Beispiel aus den Amerikanern geht es da klar um Schadensbegrenzungen. Und dieses Thema spielt natürlich generell dann auch in die Beziehungen zu Russland ein. Und das wird sicherlich dann auch zur Sprache gekommen sein, wie China zum Beispiel. Auch ein großes Thema. Das wird erwartet, dass man darüber diskutiert hat. Blinken wird sich ja später dann auch noch mit der Bundeskanzlerin treffen. Also die Gespräche, der Antrittsbesuch ist damit natürlich noch längst nicht abgeschlossen. Der eigentliche Anlass im Übrigen ist ja auch die Libyen-Konferenz, die heute hier in Berlin stattfindet. Und wird man bei dieser Libyen-Konferenz denn da eine einheitliche Linie finden bei den ganzen Protagonisten, die in diesem Bürgerkriegsland das Sagen haben? Also das ist natürlich schwer zu beurteilen. Aber es gibt ja Fortschritte vielleicht entgegen der allgemeinen Annahme oder dem Empfinden. Denn seit Oktober hält ja eigentlich dieser Waffenstillstand, den man beschlossen hat auf der ersten Libyen-Konferenz. Und das ist ja zuerst einmal ein positives Zeichen. Es gibt ja auch eine Einheitsregierung. Es gibt ein Datum vor Weihnachten für Parlamentswahlen. Aber das ist natürlich noch ein schwieriger Prozess. Und es ist natürlich längst nicht alles eingehalten worden, was man sich da vorgestellt hat bei der ersten Libyen-Konferenz. Da muss noch viel Arbeit getan werden. Denn es hieß ja ursprünglich, dass die ganzen ausländischen Söldner aus Libyen abgezogen werden müssen. Aber was wir wissen, es sind noch rund 20.000 da. Und zwar vor allen Dingen türkische Söldner, dann auch russische Söldner auf den entgegengesetzten Seiten aktiv. Also da ist man soweit nicht vorangekommen. Auch was zum Beispiel das Unterbinden von Waffenexporten, Importen betrifft nach Libyen. Also das ist auch offensichtlich nicht in dem Maße geschehen, wie man sich das gewünscht hat. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da gilt es weiter zu arbeiten an diesem Projekt. Aber ein Fortschritt zumindest gegenüber der Zeit vor der ersten Libyen-Konferenz, der ist offensichtlich so die Libyen-Experten zumindest zu verzeichnen. Also wenigstens da noch die Hoffnung da, dass man da zu einer Lösung irgendwann mal kommt. Michael, in welcher Atmosphäre finden diese Gespräche in Berlin denn statt? Da wird sich ja seit dem Regierungswechsel in Washington jetzt auch einiges nochmal verbessert haben. Ja, die Atmosphäre, glaube ich, in den Gesprächen, in den deutsch-amerikanischen Gesprächen, stelle ich mir eigentlich dann doch recht gut eigentlich vor. Natürlich gibt es dieses Konfliktthema Nord Stream 2. Es gibt natürlich auch den amerikanischen Druck, da härtere Kante zu zeigen gegenüber Russland, gegenüber China. Da wird man versuchen, natürlich weiter da zusammenzuarbeiten und auszuloten, was nun künftig geschehen soll. Wir hatten ja gestern auch diese konstantierte Aktion, so möchte ich es mal bezeichnen, der Europäischen Union und der USA, was jetzt die Verschärfung der Sanktionen für Belarus betrifft. Da geht es ja um personenbezogene Sanktionen, Vermögenssperren zum Beispiel, aber auch Wirtschaftssanktionen. Da hat man also schon einmal an einem Strang gezogen. Also ich stelle mir durchaus vor, dass diese Gespräche natürlich deutlich besser laufen, als wir das. Und wir haben das in den letzten Wochen, Monaten, muss man ja jetzt schon fast sagen, nach dem Antritt der Administration beiden immer wieder gesagt, dass es noch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre ist zwischen den Partnern Deutschland, USA, USA, Europa. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt natürlich, was der eigentliche Anlass betrifft, die Libyen-Konferenz. Da gibt es natürlich auch da einen gemeinsamen Ansatzpunkt zu finden. Das war auch nicht immer so einmütig und so einfach. Das wird man dann heute sehen müssen und an den Ergebnissen messen müssen, denen ich also hier nicht vorgreifen kann und möchte, wie dann tatsächlich da der Sachstand ist, was man da gemeinsam erreichen kann, ob man gemeinsam Druck aufbauen kann. Tatsächlich zum Beispiel bezüglich dieser Söldner, von dem ich schon gesprochen habe, dass die vielleicht doch perspektivisch das Land verlassen werden. Das wird auch wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich zu machen sein. Aber da zielt natürlich sicherlich der Druck drauf, dass man den Versprechungen, die man einmal gemacht hat, dass man denen dann auch Taten folgen lässt. Und da sind natürlich vor allen Dingen zwei mit gemeint, die Taten folgen lassen müssen. Das ist der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin. Michael, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Und sobald das Pressegespräch blinken, maßlos geht, sind wir natürlich live dabei. Offenbar hat sich dieses Gespräch noch etwas verzögert. Aber sobald die beiden Außenminister vors Mikrofon treten, sind wir natürlich dann live dabei. Wir schauen jetzt aber zunächst erst nochmal auf die Corona-Infektionen. Und da muss man sagen, die Delta-Mutante bleibt weiter das beherrschende Thema. Das hat der Virologe Drosten auch nochmal betont und hat gesagt, bis zum Herbst, da könne man also noch mit einer deutlichen Erhöhung der Zahlen rechnen. Momentan ist es ja so, dass wir ungefähr sechs Prozent der Neuinfektionen schon mit dieser Mutante haben. Drosten vermutet, dass sich das Ganze dann im wöchentlichen Rhythmus verdoppeln könnte. Da kann man sich ausrechnen, wie schnell wir dann bei einer ganz dominierenden Situation sind, wie in Großbritannien. Und zu allem Überfluss spricht man in Indien jetzt von einer weiteren Veränderung dieser Mutante Delta. Da heißt es jetzt schon Delta Plus. Und das Ganze geht natürlich auch an den Schulen nicht vorbei, denn die Kinder können ja bisher nur wenig geimpft werden, beziehungsweise stehen in der Kette ganz weit hinten an. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Sollten die Fallzahlen jetzt ansteigen, bieten die Sommerferien auch eine Chance, meint der Virologe Drosten. Wenn das so sein sollte, dass im Juli diese Fallzahlen wieder ansteigen, werden wahrscheinlich die Schulferien, die kommen, eine Entspannung dann wieder bringen. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern in den Klassenzimmern hätten jetzt höchste Priorität, so die GEW. Hygienekonzepte müssten weiter ausgefeilt werden. Nachlassen wäre das falsche Signal, so der Lehrerverband. Das, was wir tun können, ist Gesundheitsschutz hochhalten an Schulen, nach wie vor. Wir haben auch gesagt, nicht zu früh auf Maskenpflicht verzichten. Der Virologe Drosten betont die gute Ausgangslage. So gäbe es nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatischstämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern, bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Zahlen aus Großbritannien zeigen, Infizierte haben entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiöser, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist unterdessen weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. Das sind 439 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Gut 67 Millionen Impfdosen sind bislang bundesweit verabreicht worden. Bei ungebremst fortschreitender globaler Erwärmung könnte die eigentlich erwartete Erholung der Ozonschicht über der Arktis ausbleiben. Laut einer Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven könnte der Verlust des vor schädlicher UV-Strahlung schützenden Gases bis zum Ende des Jahrhunderts sogar noch zunehmen. Die Studie beruht auf Daten der Mosaik-Polar-Expedition. Diese habe im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von Ozon in der arktischen Stratosphäre registriert, erklärte das Institut. Bundeskanzlerin Merkel stellt sich heute zum voraussichtlich letzten Mal ihrer Regierungsbefragung durch die Abgeordneten. Die CDU-Politikerin wird bei der Wahl im September nicht wieder antreten. Befragt wird Merkel voraussichtlich unter anderem über ihre Corona-Politik. Am Freitag geht der Bundestag dann in die Sommerpause. Seit 1990 ist Angela Merkel als Abgeordnete dabei gewesen. Morgen wird sie ihre vermutlich letzte Regierungserklärung abgeben. Die Bundestagsfraktionen der Großen Koalition haben sich auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes geeinigt. Deutschland soll demnach schon bis 2045 klimaneutral werden. Die Wirtschaft will man dadurch etwas entlasten. Mieterinnen und Mieter hingegen müssen den CO2-Zuschlag beim Heizen weiterhin allein tragen. Helfen soll beim Erreichen der Ziele auch die Europäische Union. Die hat jetzt einen Milliarden-Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona bewilligt. Auch dieses Geld soll in Klimaschutz zu großen Teilen in den Klimaschutz gehen. Sebastian Platholt. Windkraft und Solaranlagen sollen noch mal deutlich ausgebaut werden. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Durch das neue Ziel, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, an der einen oder anderen Stelle hätte es auch mehr sein können. Aber uns ist es wichtig, dass wir natürlich auch das Land dabei zusammenhalten, dass wir alle Leute mitnehmen. Und die deutschen Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben. Deshalb werden sie finanziell entlastet. Gleichzeitig gibt es Geld zurück, wenn sie ihren CO2-Ausstoß senken oder etwa die Energieversorgung auf klimaneutral erzeugten Wasserstoff umstellen. Keine Einigung gab es beim CO2-Aufschlag für Wohnraum. Die Union weigert sich, Vermieterinnen und Vermieter an den Kosten zu beteiligen. Jetzt müssen diese hohen zusätzlichen Kosten allein die Mieterinnen und Mieter stemmen. Und so stellen wir uns sozialen Klimaschutz nicht vor. Harmonischer lief es in Sachen Klimaschutz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die kam persönlich nach Berlin, um 25,6 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zu bewilligen. Die Kommission hat uns gefordert und gesagt, das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Digitalisierung. Insgesamt stellt die EU 750 Milliarden Euro bereit, um die europäische Wirtschaft nach der Pandemie zu beleben. Die 25,6 Milliarden, die nach Deutschland gehen, investiert die Regierung zu 90 Prozent in Projekte, die den Klimaschutz fördern oder die Digitalisierung voranbringen. Deutschland soll aus der Pandemie also nicht nur moderner, sondern auch grüner herauskommen. Und da geht es um jede Menge Geld. Michael Wüllenwüber, der steht vor dem Kanzleramt. Wir warten weiter auf die Pressekonferenz von Heiko Maas und seinem US-Kollegen Anthony Blinken. Und offenbar haben sich diese Gespräche etwas verzögert. Die Stunde, die man sich da reserviert hatte, die ist schon vorbei. Ja, das gehört allerdings zum normalen Geschehen, dass man sich da vielleicht ein bisschen Zeit nimmt. Da sollte man jetzt nicht hineininterpretieren, dass es da vielleicht übermäßig hoch hergehen würde. Es gibt ja einen doch sehr reichhaltigen Themenkanon, den man da beackern kann. Und wahrscheinlich dann auch wird im Vorfeld, waren ja die Themen angesprochen worden, China, Russland, Nord Stream 2, die ist da zu diskutieren. Das gilt später dann ja auch hinter mir noch mit der Bundeskanzlerin. Da werden die Gespräche ja dann noch einmal vertieft. Und gut, es ist jetzt schon eine Viertelstunde mehr. Aber natürlich, es ist nicht ausgeschlossen, dass man sich da unter Umständen auch verhakt, dass der Amerikaner doch da sehr drängender auftritt, als man sich das vielleicht auf deutscher Seite wünscht. Zum Beispiel auch beim Klare Kante zeigen gegenüber China, gegenüber Russland. Dann auch beim Thema Nord Stream 2, wo wir ja noch auf eine Lösung warten, wo man allerdings ja inzwischen davon ausgeht eigentlich, dass das Projekt auch zu Ende gebaut wird. Aber die Amerikaner, wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, drängen ja darauf, dass es da zum Beispiel Kompensationen für die Ukraine gibt, weil sie nicht mehr von den Durchleitungsgebühren dann in Zukunft in dem Maße wie bisher profitieren. Da geht es um diese zwei Milliarden Euro. Aber auf ukrainischer Seite ist das eigentlich nur der kleinere Aspekt. Das Geld, das Schwerere, was wiegt, das ist dann doch die strategische Frage, dass man dann leichter erpressbar ist, wenn Russland die Durchleitung von Gas nach Westeuropa dafür nicht mehr diese Leitung braucht, das über Nord Stream 2 dann künftig leiten kann. Und die Ukraine dadurch erpressbarer wird durch Wladimir Putin, destabilisierbarer wird. Und Wladimir Putin hat diesen Ball ja auch hochgeworfen vor einigen Wochen, indem er ja offen darüber spekuliert hat. Michael, ich muss dich hier unterbrechen, denn Heiko Maas und Anthony Blinken, die betreten jetzt gerade in den Presseraum. Wir sehen es hier und werden sich jetzt gleich den Fragen der Journalisten stellen, beziehungsweise erst einen kurzen Abriss geben über diese Gespräche. Und da hören wir jetzt rein. Ja, wir sind bereit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Auswärtigen Amt und vor allen Dingen herzlich willkommen in Berlin, lieber Tony oder vielmehr Welcome Back, denn schließlich warst du bereits die vergangene Woche in Europa gewesen, Präsident Biden und eure ganze Delegation. Ihr habt dabei ein eindrucksvoll unterstrichen, dass Amerika wieder zurück ist, auf der internationalen und auf der multilateralen Bühne und darüber sind wir außerordentlich froh. Die Welt ist auch in den letzten Jahren nicht stehen geblieben. Heute braucht es vor allen Dingen einen transatlantischen Schulterschluss und eine transatlantische Arbeitsteilung mehr denn je. Und ich freue mich deshalb ganz besonders darüber, dass dich dein erster bilateraler Arbeitsbesuch in Europa heute und morgen nach Berlin geführt hat. Heute Nachmittag steht die zweite Libyen-Konferenz auf unserem Programm. Wir wollen, dass Libyen zu nachhaltigem Frieden und Stabilisierung findet. Dafür wollen wir die Weichen richtigstellen und die internationale Unterstützung sichern. Und deshalb konzentrieren wir uns auch ganz konkret auf drei Punkte. Die Durchführung der Wahlen, den Abzug aller ausländischen Kämpfer und Söldner, sowie die Vereinigten Sicherheitskräfte im Land. Und darüber hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir die Gelegenheit natürlich nutzen, auch die wirtschaftliche Entwicklung in Libyen mit den Möglichkeiten, die wir haben, zu unterstützen. Natürlich haben wir auch viele andere Themen heute auf unserem Tisch gehabt. Am vergangenen Sonntag endete die sechste Verhandlungsrunde zur Wiederherstellung des Nuklearabkommens mit dem Iran. Die Gespräche in Wien waren und sind nach wie vor sehr intensiv. Wir machen Fortschritte. Es gibt aber auch noch einige Nüsse zu knacken, wie wir wissen. Und auch das Umfeld der Gespräche bleibt nach den Präsidentschaftswahlen im Iran sicherlich sehr komplex. Wir haben auch über die Ukraine gesprochen und die Gespräche im N4-Format zur Beendigung des Konfliktes im Osten der Ukraine. Klar ist, keiner kann mit dem Status quo zufrieden sein. Die Minsker Vereinbarungen müssen umgesetzt werden. Und wir brauchen auch im Normandie-Format eine neue Dynamik. Und dafür arbeiten wir aktuell an den inhaltlichen Voraussetzungen für ein Außenministertreffen der N4. Und es ist dabei außerordentlich gut und hilfreich, auch die Unterstützung der USA zu haben. Nicht zuletzt haben wir uns natürlich auch über die Ergebnisse der Gespräche von Präsident Biden und Präsident Putin ausgetauscht. Wir stehen bereit, den vereinbarten strategischen Dialog zur Abrüstung und Rüstungskontrolle mit all unseren Kräften zu unterstützen. Und wir glauben, dass das ein außerordentlicher Erfolg gewesen ist, dieser Gespräche und sind Präsident Biden sehr dankbar, dass er dafür die Initiative ergriffen hat. Alleine die Bekräftigung der sogenannten Reagan-Gorbatschow-Formel, dass ein Atomkrieg niemals gewonnen werden kann und deshalb niemals geführt werden darf, war ein extrem wichtiges Signal, gerade von diesen beiden Präsidenten. Und bei all den Themen sind wir uns natürlich bewusst, auch ein enges transatlantisches Unterhaken, so will ich das einmal nennen, im Verbund mit gleichgesinnten Staaten, lässt Konflikte oder Raketen nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann können wir deutlich mehr Wirkung erzeugen. Vorgestern konnten wir einen solchen Impact ganz konkret unter Beweis stellen, mit dem am gleichen Tag von der EU, den USA und Kanada und Großbritannien beschlossenen und entschlossenen Sanktionen gegen das Regime in Belarus. Und das unterstreicht, wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, dann haben wir auch viel größere Chancen, dass unsere Werte global auch Beachtung finden und durchgesetzt werden können. Und über gemeinsame Zukunft wird es letztlich auch bei unseren Treffen morgen gehen, auf die ich mich sehr freue. Zunächst werden wir am Holocaust-Mahnmal über unsere Zusammenarbeit sprechen und sie verstärken wollen, um ein gemeinsames Anliegen weiterzubringen, nämlich den Antisemitismus zu bekämpfen, überall wo es ihn gibt. Und es gibt immer noch viel zu viel davon. Und am Nachmittag diskutieren wir dann mit jungen Menschen zur Zukunft der transatlantischen Beziehung. Ich freue mich sehr auf dieses Programm und bin sehr dankbar, dass Toni Blinken heute zu seinem Besuch in Berlin ist. Heiko, danke für ein sehr produktives Treffen, aber auch und umso mehr für Ihre Freundschaft und auch diese enge Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Es ist sehr wichtig, nicht nur für mich, sondern für die Vereinigten Staaten. Wir sind dankbar für Ihre Partnerschaft und auch die Partnerschaft durch die Bank weg mit Deutschland. Es ist eine Freude für mich, wieder in Berlin zu sein, das erste Mal als Secretary of State, als US-Außenminister. Ich bin natürlich oft davor hier gewesen, aber ich freue mich auch, dann Bundeskanzlerin Merkel heute Nachmittag auch treffen zu dürfen und hier so bald auch sein zu dürfen nach den Gipfeln der G7, NATO und US-EU. Wie President Biden letzte Woche gesagt hat, beim Europäischen Rat in einer Zeit enormen Veränderungen auf der ganzen Welt, viele gut, andere nicht so gut. Die beste Art für Länder, diese zu bewältigen, ist durch Zusammenarbeit. Ich glaube, Heiko und ich sind uns da sehr einig. Es gibt keine Herausforderung, die eine Auswirkung hat auf das Leben unserer Bürger, sei es Klimawandel, sei es die Transformation durch neue Technologien. Wir müssen nach wie vor vielleicht mehr als je zuvor zusammenzuarbeiten. Und das ist genau das, was die USA und Deutschland tun. Das ist dann auch natürlich, so halten wir dann unsere gemeinsame Werte und Menschenrechte und Demokratie zu Hause und die Welt verteidigt. Wir werden dann, so werden wir mit der Klima-Krise fertig, wir werden unsere Erde schützen, Sicherheit und die Gesundheit, während wir unsere grünere, umweltverträgliche, globale Wirtschaft bauen. Und so halten wir die Verkeilung auf Recht angesichts Alter und neuen Bedrohungen. Und so werden wir unsere gemeinsamen Werte und Menschenrechte und Demokratie zu Hause und rund um die Welt verteidigen, indem wir beweisen, dass Demokratien liefern können, wie Deutschland und die Vereinigten Staaten gezeigt haben. Immer wieder, wir glauben an die Kooperation. Wir haben uns dem Multilateralismus verpflichtet. Einer der Gründe, weshalb ich nach meinem Aufenthalt in Berlin auch Frankreich und Italien aufsuche. Deutschland, Frankreich, Italien sind nicht nur drei unserer engsten, fähigsten Verbündeten. Sie sind auch die einzigen drei Länder, die Mitglied der EU, der NATO und der G7 sind. Wir haben in den letzten Monaten, unsere Länder haben eng zusammengearbeitet, im Vorfeld der Gipfel und auch während der Gipfel, um die dringendsten, einige der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit in Angriff zu nehmen. Und beizutragen, dass die Institutionen so effektiv, anpassungsfähig und innovativ wie möglich sind. Diese Arbeit ist aber nicht mit den Gipfeln abgeschlossen. Es geht weiter, diese Woche und darüber hinaus, in den Schritten, die unsere Länder unternehmen, um das nachzugehen. Bei der NATO ist das die Reformagenda 2030 und bei der G7 ist es zum Beispiel, dann geht es um die Bereitstellung von Covid-19-Impfdosen, Unterstützung für Kohlekraftwerke zu beenden und auch dann durch die Build Back Better Initiative und auch bei der US-EU-Gipfel sehen wir auch dann, wo wir uns verpflichtet haben, größere Kooperationen bei der Handel und Technologie unter anderem. Und das geht ja auch weiter, heute Nachmittag, zum Beispiel mit der Libyen-Konferenz. Wir haben auch eine gemeinsame Zielsetzung eines souveränen, stabilen, vereinten und sicheren Libyen, frei von Einmischung aus dem Ausland. Das verdient das libysche Volk. Dafür müssen nationale Wahlen im Dezember stattfinden. Also ist eine Übereinstimmung in Verfassungsfragen und Rechtsfragen dringend nötig. Das schließt mit auch ein, dass alle Streitkräfte aus Libyen zurückgezogen werden. Wir danken Deutschland für die Leadership, die gezeigt wurde in dieser Frage und danke dafür Heiko, auch als Gastgeber. Zusätzlich zur Arbeit, die wir zusammen unternehmen, auch in den verschiedenen regionalen und internationalen Gremien. Wir sind auch dankbar für die langjährig bestehende Zusammenarbeit und Freundschaft mit Deutschland. in unserer bilateralen Beziehung. Sie sind unsere engsten Freunde und Partner auf der Welt. Das ist natürlich auf der Regierungsebene. Ich freue mich, dass ich Bundeskanzlerin Merkel später heute sehe. Es ist auch wahr, dass der Präsident Biden, Sie bekommen Heißen-Washington im nächsten Monat, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Deutschland ist einer unserer größten Handelspartner in Europa. Und es geht auch auf der menschlichen Ebene. Und auch unsere Familien, aber auch unsere Jugend. Ich freue mich auch auf morgen, wo wir Alumni sprechen werden, also von verschiedenen transatlantischen Jugendaustauschprogrammen. Da freue ich morgen, Sie einige kennenzulernen. Und auch unsere Truppen stehen Schulter an Schulter um die Welt. Und wir stehen gemeinsam ein für demokratische Werte. Wir schätzen diese Werte und wir werden das morgen auch bei unserem Besuch-Denkmal für die ermordeten Juden Europas noch mal begehen. Wir werden das noch mal unser Commitment zu Menschenrechten und auch die Würde des Menschen unterstreichen. Und das hat Präsident Biden neulich gesagt. Daran bin ich erinnert. Am 100. Jahrestag der Tulsa-Rassenmassaker. Er hat darüber gesprochen, wie große Nationen, die die Lehren ihrer Geschichte auch dann entgegenstehen und Angesicht zu Angesicht. Es ist egal, wie schwer das ist und egal, wie schmerzvoll das ist. Und sie tun alles, um es wieder gut zu machen, das, was Unrecht war aus der Zukunft. Und Deutschland ist gerade ein Modell für die Welt, wie man das machen kann. Wir sind dankbar für diese Freundschaft und wir wollen es noch stärken. Es gibt viele Bereiche, wo wir eng zusammenarbeiten und wo wir auch in Übereinstimmung sind. Wir können zusammen, natürlich auch hier in der Frage von Russland, wir werden weiterhin zusammenstehen gegen gefährliche Aktivitäten und Handeln durch Russland. Sei es zum Beispiel Übergriffe auf die ukrainische Territorien oder auch die Gefangenehmen von Alexei Navalny. Das ist effektiv zusammenarbeitet. Danke, danke an Heiko und auch danke an Deutschland. Vielen Dank für den wunderbaren Empfang. I'm left you to following schedules, but first question goes to Reuters. Please, a short question would be much appreciated. Eine kurze Frage wäre sehr begrüßenswert. Reuters, eine Frage an den Außenminister, was Libyen angeht, was genau erhoffen wir sich von den USA, was Libyen und die Sahelzone angeht. Was sollten die Amerikaner liefern? And foreign secretary, question to you on the same question, what is the US willing to do? Wo ist die USA bereit, vor Ort in dem Antiterrorismuskampf in Sahel zu unternehmen? Also heute geht es vor allen Dingen um Libyen. Ich bin Toni Blinken außerordentlich dankbar, dass die Vereinigten Staaten in diesem Dossier sehr aktiv sind, aktiver als wir das aus der Vergangenheit kennen. Für uns geht es heute vor allen Dingen darum, noch einmal zu bekräftigen, dass am 24. Dezember die Wahlen in Libyen stattfinden werden, dass der Abzug aller ausländischen Kräfte noch einmal bekräftigt wird und dann danach Stück für Stück, Step by Step auch beginnen wird und innerhalb Libyens die Kräfte, die Sicherheitskräfte, die es dort gibt, zusammengeführt werden. Und dafür ist es außerordentlich wichtig, dass die internationale Staatengemeinschaft und all diejenigen, die auch in der Vergangenheit in diesem Konflikt eine Rolle gespielt haben, ihren Teil dazu beitragen. Und deshalb bin ich Toni Blinken und der Administration in Washington sehr, sehr dankbar, heute hier zu sein, aber auch diesen Prozess sehr, sehr aktiv mitzugestalten. Und diese Eilmeldung, diese Eilmeldung hat uns gerade erreicht, bei der Deutschen Bahn stehen die Zeichen wieder auf Streik. Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL hat nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband MOVE konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Das teilte die Gewerkschaft soeben mit. Details sollen dann morgen bekannt gegeben werden. Und so geht es bei uns gleich weiter. Aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in den Regenbogenfarben zu beleuchten, werden dies jetzt mindestens acht große deutsche Vereine in ihren Stadien tun, darunter Köln, Frankfurt und Berlin. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban soll nun seine Reise zum Spiel in München abgesagt haben. Das ist mittlerweile auch bestätigt. Dazu gleich mehr. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Im Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet, 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündogan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstaat Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse. Und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist, ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es, schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnaken-Spezial-Kommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestückt. Sie verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen es einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnakenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Ja, beim Erreichen der Klimaziele in Deutschland spielt die Bahn ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dafür müssten aber mehr Leute raus aus dem Auto und rein in die Züge. Doch gerade auf dem Land sind noch immer viele Orte mit der Bahn einfach gar nicht oder nur schwer erreichbar. Der Staatskonzern plant daher, stillgelegte Strecken wieder zu reaktivieren. Endstation Lichtenrade. Der S-Bahnhof im Süden Berlins ab dem Wochenende mit Beginn der Sommerferien komplett gesperrt. Denn hier soll bis 2025 eine neue Schnellverbindung nach Dresden entstehen. Nur eine von 20 Strecken in ganz Deutschland, die nun wieder reaktiviert werden. Da geht es eben darum, den Menschen auch in der Fläche, dort wo die Bahn heute nicht mehr fährt, den Zugang zum System Bahn zu ermöglichen und damit das Auto schlicht obsolet zu machen. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die Bahn will die Anzahl der Fahrgäste verdoppeln, denn der Trend in der Corona-Pandemie zeigte zuletzt deutlich nach unten. In den ersten Monaten 2021 waren es nur 15,6 Millionen Passagiere. 50 Prozent weniger als im Vorjahr. Und das hat verschiedenste Gründe. Kosten ist ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Und Zug ist entspannt, wenn er pünktlich kommt. Fernstrecke ist für mich nicht so interessant. Das tue ich noch mit dem Auto. Die nun vorgestellten Reaktivierungen sorgen zwar für 245 Kilometer neues Streckennetz, allerdings hauptsächlich nur in Ballungsräumen. Für viele ländliche Regionen liegt eine Fernverkehrsanbindung weiterhin in ferner Zukunft. Wir brauchen einfach viel mehr an der Fläche. Und da muss man einfach die gleichwertigen Lebensverhältnisse sicherstellen, indem man da Geld investiert. Die neue Streckenoffensive soll auch bei der Bahn nur der Anfang sein. Weitere Reaktivierungen sind bereits in Planung. Bis zum flächendeckenden Ausbau ist es allerdings noch ein sehr weiter Weg. Ja, im Vergleich zu gestern gibt es gar nicht so viel Neues zu berichten heute. Wir starten sehr ähnlich in den Tag. Vormittags ist es in der Nordhälfte sehr ruhig, im Süden aber eher weniger. Da starten wir schon mit ersten Schauern und auch das ein oder andere Gewitter mischt schon mit. Am Nachmittag intensivieren sich dann die Schauer im Süden. Die Unwettergefahr nimmt zwar ab, aber Starkregen kann dennoch mit von der Partie sein. Im Norden bleibt es weiterhin ruhig, im Nordwesten verdichten sich die Wolken, aber den meisten Sonnenschein gibt es dafür im Nordosten. Apropos Sonnenschein, elf Stunden sind es im Nordosten, aber niemand muss generell auf Sonnenschein verzichten. Selbst im Nordwesten mit vielen Wolken sind drei bis vier Stunden drin. Sonst sieht es sogar noch freundlicher aus. Bei den Temperaturen gibt es momentan nicht sehr viel Bewegung. 20 bis 26 Grad werden erreicht. Im Nordosten von Bayern sind es sogar 27 Grad. Im Nordsee-Umfeld ist es etwas kühler mit 16 bis 17 Grad. Bunte Solidarität aus Protest gegen das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in den Regenfogenfarben zu beleuchten, werden viele Vereinsstadien bunt strahlen. Ungarns Ministerpräsident Orban hat seine Reise nach München abgesagt. Deutschland fiebert diesem Fußballabend entgegen. Ungarn ist für die Deutschen sogar noch der Gruppensieg drin, aber wenn es schlecht läuft, ist das Turnier für sie zu Ende. Und Winterlandschaft im Sommer in Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter mit Hagel gegeben. Sogar Schneeschieber kamen zum Einsatz. Mittwochmittag, hallo, ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Bei der Deutschen Bahn rücken die Streiks der Lokführer näher. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Die Details, die sollen allerdings erst am Sonntag bekannt gegeben werden. Dann werden wir wohl auch wissen, wann die Streiks stattfinden. NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, der wird sich in wenigen Augenblicken äußern auf einer Pressekonferenz zu aktuellen Themen seines Bundeslandes. Ein Thema, da bin ich ganz sicher, wird Corona sein. Die Corona-Pandemie, die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen. Erst vor wenigen Tagen wurde ja die Maskenpflicht im Freien in Nordrhein-Westfalen abgeschafft, mit Ausnahme Köln. Und wir wollen ein bisschen sprechen über die aktuelle Corona-Lage hier in Deutschland mit unserem Reporter Michael Wöllenweber. Auf jeden Fall so lange, bis es dann losgeht in Düsseldorf. Michael, ein großes Thema, das heute auch viele interessiert, über das heute viele reden, ist die Schule. Denn heute beginnen in einigen Bundesländern Schulferien. Und die Lehrer schlagen schon jetzt Alarm, fordern, macht die Schulen sicher für den Präsenzunterricht im nächsten Schuljahr. Denn die Sommerferien sind schneller vorbei, als man denkt. Ja, so ist es. Und in manchen Bundesländern sind die Sommerferien ja schon in sechs Wochen vorbei. Und sicher machen hieße natürlich auch Lüfter hinstellen. Das ist ja auch eine der Forderungen zum Beispiel des Lehrerverbandes. Aber ich wage meine Prognose, dass auch Ende der Sommerferien nicht in jedem Klassenzimmer dann am Ende ein Lüfter stehen wird. Da werden sich die Länderchefs generell in Deutschland sicherlich dann noch Fragen gefallen lassen müssen. Also Konzepte müssen her, Testpflicht. Daran wird ja gedacht, mehr testen dann, Maskenpflicht. Und vor allen Dingen so regulären Unterricht dann tatsächlich sicherstellen. Denn jüngste Untersuchungen haben ja ergeben, dass dieses digitale Lernen eigentlich nichts gebracht hat. Dass das allenfalls dazu gedient hat, den Lernstand zu erhalten, wenn es dann gut gelaufen ist. Also, dass die Schüler mit anderen Worten doch sehr viel verloren haben. Und dass jetzt tatsächlich es sein muss, dass wieder regulär für alle unterrichtend werden sollte. So zumindest die Forderung interessant wird sein, wie vehement sich jetzt zum Beispiel Armin Laschet hinter dieses Ziel dann stellen wird. Es gibt ja auch ein Positionspapier der CDU-CSU-Fraktion zum Beispiel. Die sagen ganz klar, wir müssen sicherstellen, dass Präsenzunterricht dann Ende des, dann fürs neue Schuljahr für alle funktioniert. Da wird man genau hinschauen, ob das in allen Ländern dann auch so verstanden wird. Mein Eindruck oder meine Vorstellung, Prognose wäre, das wird wahrscheinlich überall am Ende nicht so sein. Aber lassen wir es mal zuerst einmal abwarten. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat sich ja auch dazu geäußert diese Woche. Und er hat gesagt, er glaubt schon oder er hält es auf jeden Fall für möglich, dass der Wechselunterricht auch noch im neuen Schuljahr dann stattfinden wird. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht aller Eltern. Ja, so ist es. Das hat Jens Spahn nicht ausgeschlossen. Das schließt man auch zum Beispiel hier in der Hauptstadt nicht aus. Da ist die Jahre Botschaft ja verkündet worden, dass man unter Umständen dann wieder damit rechnet. Stichwort dann auch vierte Welle. Aber natürlich fragen sich dann doch einige, wenn jetzt die Eltern geimpft sind, wenn die Lehrer geimpft sein sollten. Wir wissen ja, das Versprechen soll ja erfüllt werden, dass alle Erwachsene ein Impfangebot bekommen und dass dann auch die 15- bis 18-Jährigen, wenn sie denn dann wollen, geimpft werden. Dann die vulnerablen Schüler, also diejenigen, die ein höheres Risiko tragen als andere. Ja, warum denn nicht? Weil wir wissen ja, dass Schüler generell eigentlich doch deutlich weniger stark erkranken, wenn denn dann überhaupt an Corona und dass die Todesfälle, die es ja tatsächlich auch gegeben hat, auch bei sehr jungen Menschen, also Schülern, allerdings im einstelligen Bereich während der gesamten Pandemie, dass da ein Risiko, Restrisiko natürlich bleibt. Und dann wird die Frage abzuwägen sein von der Politik, ob man wirklich sagt, um auch das Restrisiko auszuschließen, das sicherlich recht gering ist, dass man dann lieber doch wieder digital unterrichtet oder Wechselunterricht macht. Und das ist der Konflikt, der politisch entschieden werden muss. Und wenn es dann heißt Wechselunterricht, ich könnte mir vorstellen, dann werden viele Eltern natürlich Sturm laufen, die endlich wieder ihren Kindern eine normale Bildung zukommen lassen wollen. Ganz genau. Und nochmal für Sie, liebe Zuschauer, als Information. Es gab gerade eine etwas wilde Kamerafahrt. Jetzt sehen Sie es wieder. Wir warten noch auf Armin Laschet, den Ministerpräsidenten. Und da sehen wir ihn auch. Das war perfektes Timing. Und er wird sich jetzt äußern. Wir sind gespannt, ob er sich auch zur Lage in den Schulen in Nordrhein-Westfalen äußern wird. Und wir hören rein. Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und am Stream. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Landespressekonferenz mit Ministerpräsident Armin Laschet. Es ist eine unserer regelmäßigen Fragestunden, zu denen der Ministerpräsident uns seit 2017 ja mehrfach im Jahr zur Verfügung steht. Und da der ein oder andere mitbekommen haben wird, dass Herr Laschet beabsichtigt, sich im Herbst beruflich nach Berlin zu verändern, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es die letzte Veranstaltung dieser Art hier ist. Von daher lassen Sie mich kurz vorab herzlichen Dank sagen für den professionell kritischen Austausch der vergangenen Jahre. Und wir hoffen auch, wenn Ihre jetzt glaube ich 16-jährige landespolitische Laufbahn langsam sich dem Ende zuneigt, dass Sie auch künftig in welcher Funktion auch immer hier nochmal Platz nehmen werden. Das ist aber genug der feierlichen Vorrede. Wir starten direkt und wie immer mit einem Eingangsstatement unseres Gastes. Herr Laschet, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Blasius. Ich darf Sie herzlich grüßen. In der Tat war mein letzter Besuch am 23. Februar. Seither ist viel passiert. Es gilt besonders für das, was uns immer noch beschäftigt, die Pandemie. Die am 23. Februar, also genau vor vier Monaten, war die zweite Welle gerade erst abgeklungen. Die dritte Welle stand kurz bevor. Und heute beträgt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen 7,4. Das ist die niedrigste Zahl seit dem 27. Juli 2020. Also unmittelbar vor den Sommerferien und in den Sommerferien im letzten Jahr hatten wir diesen Wert erreicht. Auf unseren Intensivstationen liegen noch 169 Covid-19-Patienten. So wenige waren es zuletzt im Oktober 2020. Und Stand heute ist das Virus erfolgreich eingedämmt. Und doch bleiben wir vorsichtig, weil die Delta-Variante immer noch da ist und uns die Ausbreitung immer noch Sorge bereitet. Die Impfkampagne ist unser Mittel gegen die Ausbreitung. Wir haben Anfang dieser Woche die 15-millionste Impfdosis in Nordrhein-Westfalen verimpft. Mittlerweile sind fast 10 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen erst geimpft. Über 6 Millionen haben bereits den vollen Schutz. Das ist ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Und heute haben wir zum ersten Mal die Erstimpfungsquote der USA überholt. Es war ja lange immer der Maßstab, wie schnell die USA sind. Bei den Erstimpfungen sind wir weiter. Sie kennen ja alle diese Kurve des RKI. Nordrhein-Westfalen liegt hier mit 53,4 mit an der Spitze der deutschen Länder. Und auch bei der Zweitimpfungsquote liegen wir gut. Und genau das ist das Argument, was uns dann erleichtert, wenn Inzidenzen wieder ansteigen, vorbereitet zu sein. Nach derzeitigem Stand können wir davon ausgehen, dass rund 80 Prozent in der dritten Juliwoche eine Erstimpfung erhalten. Und Anfang September nach den Sommerferien 80 Prozent den vollen Impfstoff, Impfschutz in Nordrhein-Westfalen haben können. Also unsere Brücke in ein normales Leben steht auf einem festen Fundament. Daraus ergeben sich neue Perspektiven für Bildung, Kultur, Freizeit, Urlaub, Reiseverhalten, auch für die Wirtschaft. Und wir arbeiten gerade an der Corona-Schutzverordnung, die ja in dieser Woche ausläuft, wo noch mal weitere Erleichterungen hinzukommen werden. Und wir werden dann sehr zeitnah vor den Sommerferien auch noch mal eine weitere Überarbeitung machen im Lichte der dann vorliegenden Zahlen. Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen versprüht in diesen Tagen eine regelrechte Aufbruchsstimmung. Das RWI rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenzahl steigt in Nordrhein-Westfalen stärker als im Bundesschnitt sogar auf einen neuen Höchstwert. Und die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen entwickelt sich in den Corona-Jahren 2020, 2021 um 0,4 Prozentpunkte besser als im Bundesschnitt. Heute habe ich eingeladen den Expertenrat. Die treffen sich zum ersten Mal real. Wir haben jetzt 15 Monate lang digital miteinander kommuniziert. Manche sind sich noch nie begegnet, aber sind eng zusammengewachsen in dieser Zeit. Und heute ist die letzte Sitzung des Expertenrates. Es wird noch mal eine letzte Stellungnahme des Expertenrates geben. Und dieser Ansatz war in Deutschland auch einzigartig, weil er interdisziplinär angelegt war, weil er auch die Schäden für Wirtschaft, für Kinder, für die Gesellschaft, für die Kultur, für viele Bereiche in den Blick genommen hat. Und mir war der Expertenrat, auch der gesamten Landesregierung ein wichtiger Ratgeber. Und deshalb mein Dank auch an alle Mitglieder des Expertenrates für dieses ehrenamtliche Engagement und den großen Einsatz, den sie in einer schwierigen Lage des Landes geleistet haben. Das ist gleichzeitig noch mal eine besondere Woche für uns, weil sich zum vierten Mal die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages jährt. Sie wissen, dass am 27. Juni meine Wahl zum Ministerpräsidenten war. Einen Tag vorher haben wir gemeinsam den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und wenn man das Revue passieren lässt, merkt man daran, Politik kann etwas verändern. Das ist übrigens für die Demokratie ein wichtiges Signal. Eure Stimme, wenn ihr bei einer Wahl ein Votum abgibt, verändert das Leben und die Politik. Und ich will nicht das alles jetzt vortragen, wird ja stundenlang dauern, sondern nur einige Beispiele mal nennen, wo Politik etwas verändern kann. Das eine, habe ich gerade schon erwähnt, war die Corona-Politik. Wir haben gesagt, wir bauen eine Schutzmauer für die Verwundbarsten, die stand. Wir haben Ostern gesagt, wir wollen bis zu den Sommerferien, dass die Hälfte der Menschen eine Erstimpfung erhalten. Inzwischen ist das Ziel Mitte Juni erreicht. Und mir persönlich war immer wichtig, wir halten die Grenzen offen zu Belgien und den Niederlanden und arbeiten über die Grenzen hinweg. Das haben wir die gesamte Zeit der Pandemie durchgehalten. Und man hätte die Entscheidung auch anders fällen können, mit all den Auswirkungen für Grenzgänger, für Lieferketten, für Menschen, die sich im freien Europa bewegen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen Grundrechtseingriffe zurücknehmen, sobald es geht. Das ist häufig gescholten worden. Aber Kindern früh wieder Bildungschancen zu geben, wieder Kitas und Schulen zu öffnen, das war damals die Diskussion um die Öffnungen. Und viel zu früh hat sich bewährt. Und jetzt lese ich lauter Analysen, dass die Kinder und Jugendlichen die Hauptleidtragenden der Pandemie waren. Das wollte niemand hören, als wir damals für Präsenzunterricht gekämpft haben. Und ich bin jetzt nach 15 Monaten noch überzeugter, Frankreich hat das die ganze Zeit durchgehalten, trotz großer Krisen Präsenzunterricht in den Schulen zu haben, dass es gegen all die Widerstände, auch hier im Landtag, erforderlich war, weil Kinder auch sozial lernen und der Bildschirm am Ende nicht die sozialen Kontakte von Kindern ersetzen kann. Deshalb ist es gut, dass die Schulen offen sind und sie sollen auch nach den Ferien offen bleiben. Dann gab es hier eine ewige Diskussion, sieben Jahre lang. Sie erinnern sich alle, G8 oder G9, runde Tische hin und her. Wir haben entschieden, neun Jahre bis zum Abitur in den Gymnasien. Der älteste G9-Jahrgang kommt jetzt im August in die Klasse 8. Und Lehrer, Eltern und Schüler haben Planungssicherheit, ein wichtiger Punkt, der fast eine ganze Wahlperiode in den letzten Jahren der Vorgängeregierung gelähmt hatte. Dann das Thema innere Sicherheit, ein ganz großes Thema vor vier Jahren. Mein Ziel war mehr Polizei auf die Straße. Wir haben dann direkt 2300 neue Kommissarsanwärter und Kommissarsanwärterinnen eingestellt. Und der Innenminister hat ja, glaube ich, heute mitgeteilt, dass alle 47 Kreispolizeibehörden ab 1. September mit mehr Personal rechnen dürfen. Insgesamt ein Plus von 600 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Und zum ersten Mal mehr als demografisch aufgrund der Pensionierung ausscheiden. Also auch das ein wichtiger Punkt. Nun werden Sie sagen, ja, das sind ja nur ein paar Polizisten mehr. Das zeigt sich auch bei der Bilanz der inneren Sicherheit. Straßenkriminalität 2016. 378.000 Fälle. 2020. 290.000. Und Wohnungseinbrüche 2016. Ich runde das jetzt ab. 52.000. In diesem Jahr 2020. 24.000. Das zeigt, Politik kann was verändern. Es ist nicht egal, wer regiert, sondern man kann mit konsequenten Maßnahmen auch mit der Praxis, wie man das umsetzt, wirklich was verändern. Nächste Thema ist die Entfesselung. Das ist etwas, was die Bundespolitik auch dringend braucht. Wir haben hier fünf Entfesselungspakete gemacht mit 59 Gesetzen und Verordnungen. Und ein Beispiel führt dazu, dass ich nächste Woche eine Anlage errichten kann, die, wenn wir den Erlass, den Spionageerlass nicht abgeschafft hätten, in Asien stehen würde. Das ist nämlich eine Pugliamet-12-Anlage von Evonik in Marl. Beim Spatenstich, hat der damalige Vorstandsvorsitzende gesagt, hätte es diesen Erlass noch gegeben, hätten wir die Entscheidung für Asien getroffen. Investitionsentscheidungen fallen so für Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. Und ich bin froh, dabei sein zu können, wenn es diese Anlage dann in Betrieb gibt und viele hundert Arbeitsplätze im nördlichen Ruhrgebiet in Marl, in einem Gebiet, das von der Arbeitslosigkeit besonders betroffen ist, entstehen konnten, weil die Rahmengesetzgebungen des Landes stimmten. Man kann was bewegen. Weitere Gedanke, Klimaschutz. Wir wissen, die Vorgängerregierung hatte noch 2016 gesagt, bis 2045 soll der Kohleausstieg kommen. Wir sind inzwischen dabei, dass wir sagen, wir wollen bis 2045 klimaneutral sein und den Kohleausstieg haben wir dann unmittelbar nach der Bundestagswahl zusammen mit der Bundesregierung angestoßen. Der ist inzwischen in eine neue Leitentscheidung gefallen. Der Tagebau Hambach ist verkürzt worden und für den Tagebau Gartsweiler sind die Regeln so gemacht, dass sogar das Gebiet noch einmal verkürzt werden könnte, wenn die Dynamik weiter zunimmt. Schon heute übererfüllt Nordrhein-Westfalen seine eigenen Klimaschutzziele, liegt bei der CO2-Ersparnis über dem Bundesschnitt. Und wir werden das erste Land sein, dass die neuen, jetzt gerade beschlossenen, ambitionierteren Ziele der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon in der nächsten Woche auch in Landesrecht gießt. Kein anderes Land wird das so schnell machen, sodass die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts in Nordrhein-Westfalen sehr schnell umgesetzt wird. Und bei den erneuerbaren Energien wissen Sie, dass wir beim Ausbau der Windenergie an Land 2020 auf Platz 1 der deutschen Bundesländer lagen. Da wird manchmal von Aktivisten anderes behauptet. Aber man kann schlecht gegen Genehmigungen und Statistiken angehen. Beim Windenergieausbau ist Nordrhein-Westfalen auf 1 und das Grün regierte Baden-Württemberg eher im hinteren Drittel, nämlich bei fast keinem Neubau. Bei der Luftreinhaltung gab es hier eine legendäre Pressekonferenz im März 2018, als ich gesagt habe, Fahrverbote sind aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Wenn es um den Diesel geht, ist es eine kalte Enteignung von Dieselfahrern, die wir nicht akzeptieren werden. Wir werden alles tun, um das zu verhindern, wirklich alles und hatten damit eine Erblast der Vorgängerregierung auszutragen. Die ersten Urteile kamen 2012, 2013, 2014 mit der Anmahnung, ihr müsst mehr tun. Und Rot-Grün, Herr Remmel, hat nichts getan, gar nichts. Und hat uns die zweite und dritte Instanz hier quasi vor die Füße gekehrt. Und in dem Moment habe ich gesagt, wir werden alle rechtlichen Mittel nutzen, um diese Dieselfahrverbote zu verhindern. Aber wir werden auch praktisch arbeiten, damit es gar nicht erst dazu kommt. Und Sie wissen, dass mit dem Düsseldorfer Vergleich vor einer Woche auch das letzte offene Klageverfahren jetzt im Vergleich geendet hat. Die Aussage vom März 2018 hat sich getragen. Es gab keine Dieselfahrverbote in Nordrhein-Westfalen. Und in so einem Moment hätte eine Regierung anders entscheiden können, hätte das einfach akzeptieren können, hätte nicht weiterarbeiten können. Aber wir haben genau das getan. Und das ist das, was ich unter praktischer Umweltpolitik, Klimapolitik verstehe. Nicht Überschriften, nicht Sprüche, sondern im Praktischen das umsetzen, was man sich zum Ziel setzt. Und ein letzter Satz. Bis Mai 2022 ist es noch fast ein Jahr. Das ist für eine Koalition, die weiter Lust hat am Regieren, eine lange Zeit. Ich denke dabei daran, dass wir das bundesweit einmalige Kulturgesetzbuch, das wir jetzt haben, jetzt auch in die Praxis umsetzen wollen. Das betrifft Musikschulen, das betrifft Bibliotheken. Das stärkt die Kultur im Land, weil ich war selbst mal in einem Stadtrat. Kultur ist immer eine freiwillige Aufgabe. Da wird häufig als erstes gekürzt unter Haushaltszwängen. Und dass diese Musikschulen und Bibliotheken jetzt auch eine gesetzliche Grundlage haben, wird der Kultur im Land helfen. Wir haben ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz. Unsere Fahrradpolitik ist eine ambitionierte. Unser Ziel ist, dass 25 % der Wege in Nordrhein-Westfalen sollen künftig mit dem Fahrrad erledigt werden können. Da hat Hendrik Wüst viel bewegt in den letzten Jahren. Darüber hinaus wird es ein Infrastrukturpaket 2 geben, mit dem wir noch einmal Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Und das betrifft gerade Dinge, die mit der Energiewende zu tun haben. Denn die Energiewende wird mit unserem Planungsrecht auch nicht gelingen. Wir brauchen Entfesselung, auch bei Umweltprojekten. Beispielsweise ist die Radinfrastruktur ein wichtiger Teil. Es gibt inzwischen schon Leute, die klagen auch gegen Radwege. Für Klagen gegen Radschnellverbindungen soll nur eine Instanz gelten. Nicht der lange Behördenweg, wie wir ihn bisher kennen. Für Radwege von unter 6 Kilometern, die durch kein geschütztes Gebiet führen, ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr erforderlich. Ersatzneubauten, Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen brauchen keine Planfeststellungsverfahren mehr. Und wenn die Änderungen an den Straßen und Brücken rein konstruktive Anpassungen an bestehende Regelwerke sind, muss man auch nicht mehr das ganze Verfahren durchlaufen, was bisher üblich war. Und erst recht gilt das im Rheinischen Revier. Die ersten Projekte, ein Blockchain-Reallabor und vieles andere sind bewilligt. Auch hier müssen wir in der Planung schneller werden. Denn wenn wir die Braunkohlekraftwerke schneller abschalten, als wir es vorhaben, muss dann auch die Ersatzmaßnahme, die Hilfe für das Rheinische Revier auch schneller erfolgen. Soweit also Armin Laschet, ein kleines Resümee seiner Amtszeit als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und er hat nochmal betont, die Leidtragende der Pandemie, das sind die Kinder. Und das wollte keiner hören am Anfang, als man über Schulschließungen diskutiert hat. Und er hat ganz klar für Präsenzunterricht im neuen Schuljahr plädiert. Er hat sich dafür ausgesprochen, gesagt, die Bildung müsse erste Priorität sein. Wie das dann tatsächlich ausgeht, das werden wir dann im nächsten Schuljahr wissen. Und wir machen eine kurze Pause, blicken dann natürlich auf das Thema des Tages, auf das Spiel Deutschland gegen Ungarn heute Abend. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet, 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündogan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen, verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstaat Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Die Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse. Und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist, ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es, schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnaken-Spezialkommando. Weiter geht's hier bei Welt. Hallo, herzlich willkommen. Viktor Orban wird nicht zum EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn heute Abend in München reisen. Der Grund aus Protest an der Politik des ungarischen Ministerpräsidenten sollte die Münchner Arena in Regenbogenfarben leuchten. Die UEFA hatte dies allerdings verboten. Sie stehe für politische und für religiöse Neutralität. Dies hatte heftige Debatten ausgelöst. Und trotzdem soll es heute Abend im Stadion in München bunt werden. Ja, und dann wollen wir auch noch auf den sportlichen Aspekt schauen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena. So das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. In Budapest ist mein Kollege Steffen Schwarzkopf und in München vor dem Mannschaftshotel der deutschen Nationalelf Stefan Wittmann. Wir beginnen mal mit dem politischen Steffen. Viktor Orban will also nicht nach München kommen. Wie sind denn die Reaktionen darauf in Ungarn? Ja, also wir sind mal hier rüber zur Fanzone gegangen. Auch ganz interessant, 11.000 Menschen werden hier heute Abend erwartet. 60.000 sind es im Stadion direkt. Und wir haben hier ein paar ungarische Fans gefragt. Und die Reaktionen, die wir hier bekommen haben, waren insofern interessant, als hier einer zum Beispiel zu uns gesagt hat, naja, wenn Viktor Orban sagt, man sollte Politik und Sport nicht miteinander vermischen und jetzt entscheidet er nicht nach München zu gehen, dann ist das ja ganz offensichtlich eine politische Entscheidung unseres Ministerpräsidenten. Und das könne er so nicht unterstützen. Alle wissen hier, die Ungarn, dass Viktor Orban eigentlich ein glühender Fußballfan ist. Aber dann sozusagen zu schmollen und eben nicht nach München zu reisen, das wird dann auch nicht unbedingt gutiert. Vielleicht ganz kurz noch hier zu dem Ort, wo wir sind. Nicht nur hier die Fanzone, sondern hier auf der Seite der Heldenplatz der Ungarische. Und darauf hoffen natürlich viele Fußballfans hier, dass ihre ungarische Nationalmannschaft, dass die Nationalspieler auch heute Abend zu Helden werden. Wobei, da spricht, glaube ich, eher das Herz als der Verstand. Da haben wir auch noch mal nachgefragt, was sagt denn der Verstand? Und der Verstand sagt den meisten, naja, das wird nicht unbedingt gut ausgehen. Ein Sieg in München eher unwahrscheinlich. Aber wer weiß, heute Abend ab 21 Uhr wissen wir, wie es ausgeht. Das würde ja bedeuten umgekehrt, dass die Atmosphäre bei dir, Stefan, in München umso besser ist. Du bist vor dem Mannschaftshotel der deutschen Mannschaft. Lass uns mal daran teilhaben. Wie ist die Atmosphäre? Ja, noch soweit entspannt. Das Leben eines Fußballers beginnt ja eigentlich immer erst kurz vor Abpfiff, wenn man sich dann wirklich konzentriert auf das Spiel einstellt. Die Mannschaft war gerade im Englischen Garten, hier nicht weit entfernt, hat den obligatorischen Spaziergang gemacht. Davor das Anschwitzen. Jetzt gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Und dann die finale Teambesprechung, wo Jogi Löw dann seinen Jungs auch die Aufstellung mitteilt. Das heißt, wer schafft es in den Kader und wer schafft es auf den Platz? Da ist immer noch das Fragezeichen bei Thomas Müller, wobei Jogi Löw ja gesagt hat, von Anfang an wird es wahrscheinlich schwierig. Also ich gehe hier persönlich davon aus, dass zumindest Leon Goretzka den Weg in die Startaufstellung finden wird. Möglicherweise dann noch eine andere Änderung und auch Leroy Sané. Da dürfen wir gespannt sein. insgesamt favorisiert gegen die Ungarn, ja. Aber ich erinnere mich ans letzte Turnier zurück, 2018 WM. Da hatte man nach dem Sieg gegen Schweden im zweiten Spiel Südkorea vor der Brust. Und eigentlich dachten wir alle, ja, da kommen wir klar weiter. Ging mächtig schief. So sollte es heute Abend dann nicht ausgehen. Dankeschön, Stefan. Nach München. Und wir machen weiter mit unserem EM-Studio, mit unserem EM-Experten und ehemaligen Nationalspieler Jimmy Hartwig und Sebastian Honekapp. Wir wollen jetzt sprechen über dieses Spiel. Du hast die Fahne schon mitgebracht. Ich habe diese Fahne mitgebracht heute im Stadion. 14.000 werden solidarisch mit schwulen Lesben sein. Ja, und wir stimmen uns schon mal ein hier im Studio. Wunderbar. Wir wollen aber auch über das Sportliche reden. Natürlich, Thomas Müller, so ein Wackelkandidat, wahrscheinlich wird er ausfallen. Wie schafft es die Mannschaft trotzdem gegen Ungarn zu gewinnen? Eine Frage. Wisst ihr schon mehr von München? Ob der nicht spielt? Wisst ihr da schon was, ob er nicht spielt? Es soll ja einen Belastungstest am Morgen noch mal gegeben haben. Aber aktuell lässt sich der DFB da wenig in die Karten schauen. Wenn er Belastungstest gegeben hat, glaube ich schon, dass er dann jetzt schon wüsste, ob er spielt oder nicht spielt. Falls er spielen sollte, wäre das schön, wäre das toll für die Mannschaft. Wenn er nicht spielt, Goretzka ist da. Der kann dieselbe Leistung bringen wie er. Und ich habe keine Angst. Sicherlich ist es schwer, wenn so ein Mann Führungsspieler wie Müller ausfällt. Ist immer sehr schwer. Aber ich glaube, den kann man dann gut ersetzen mit Goretzka. Meinst du denn, wir haben heute Abend dann gegen die Ungarn, da wartet eine Mannschaft, die sehr leidenschaftlich, wahnsinnig kämpferisch bisher in diesem Turnier aufgetreten ist, natürlich mit 60.000 eigenen Fans im Rücken. Die werden heute zumindest fehlen für die Ungarn. Wir haben ein kleines Heimspiel für die DFB-Elf. Wie entscheidend ist dieser Faktor für uns? Der ist riesen entscheidend. Und du hast dieses Power, wo sie gespielt haben, immer drauf, 90 Minuten. Die sind ja über ihre Grenzen gegangen, konditionell. Und dann im Background noch diese 60.000 Anhänger. Aber ich glaube, diese Zone ist heute weg. Heute können sie auch marschieren, aber ich glaube, die kannst du dann ein bisschen entschärfen, indem sie kommen lässt und dann deine Konter setzt, wie wir es jetzt in Portugal gemacht haben. Ich glaube, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Nur ein ganz, ganz bisschen. Wegen was? Dass die Jungs, die Ungarn vielleicht ein bisschen unterschätzen. Weil man sagt, wie er gerade gesagt hat, man hat die 60.000 nicht mehr im Rücken. Aber ich glaube, die rennen um ihr Leben heute. Die wollen dann zeigen, ihrem, wie heißt der komische Typ da in Ungarn? Viktor Orban. Orban, danke. Viktor Orban. Dem zu zeigen, schau her, wir können es aber entschärfen, indem wir genauso anfangen zu spielen wie gegen Portugal. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht diese selben Fehler machen. Die Abwehrfehler, die sind ein bisschen bedenklich, aber ich glaube, da hinten Rüdiger, Hummels, Goßen, die werden da hinten stehen heute, wie man so schön sagt, wie die deutsche Eicher. Du bist ja zumindest sehr optimistisch, hast schon gesagt, die deutsche Mannschaft wird heute Abend als Gewinner vom Platz gehen. Wir können ja mal zumindest gucken, wie wir überhaupt als deutsche Nationalmannschaft in die nächste Runde, ins Achtelfinale einziehen, was dafür heute Abend gegen Ungarn nötig ist. Sollte, Jimmys Tipp, von einem 3 zu 1 hast du, glaube ich, gesagt, wahr werden, wir gewinnen gegen die Ungarn, sind wir definitiv Gruppensieger oder Gruppenzweiter, je nachdem, wie Frankreich gegen Portugal spielt. Damit können wir schon mal einen Haken hintersetzen, stehen wir in der Runde der letzten 16. Gleiches gilt im Übrigen, das wissen wir schon, weil wir viele Ergebnisse aus den anderen Gruppen kennen. Wenn wir einen Punkt holen heute Abend gegen die Ungarn, auch mit dem Unentschieden mit vier Punkten, sind wir mindestens einer der besten Gruppendritten, wahrscheinlich sogar Gruppenzweiter, je nachdem, auch da wiederum das andere Spiel, ganz entscheidend. Kritisch wird es allerdings und da müssen wir dann eben die großen Fragezeichen hintersetzen. Wenn heute Abend die DFB-Elf gegen Ungarn verlieren sollte, dann ist das Vorrundenaus, nach dem Vorrundenaus 2018 bei der WM, zumindest sehr wahrscheinlich. Es besteht eine Restchance auf Platz 3, allerdings dürfen wir da, und das ist ganz entscheidend, definitiv mit maximal einem Tor nur heute Abend verlieren. Aber, Jimmy, wir wollen es natürlich überhaupt nicht mit schlechten Gedanken für heute befassen. Du hast gerade den Kopf so vehement geschüttelt. Erklär uns warum. Die dritte Nummer hätte man vergessen können, die Niederlage. Hab ich es ja auch schon gesagt, das sollte man rausstreichen. Die Niederlage-Nummer hätte gar nicht einen Zufländer brauchen. Das ist ja natürlich. Wir verlieren nicht gegen Ungarn. Das läuft nicht. Das gibt es nicht. Du kannst du nicht gegen Portugal so ein Riesenspiel abliefern, hast zwei Tage Pause und jetzt spielst du gegen Ungarn und verlierst das Ding. Also da müsste wirklich alles zum Teufel zu gehen. Glaube ich nicht. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen und werden dann ins, was hast du gesagt, Viertelfinale? Danach Achtelfinale. Wir haben ja tatsächlich jetzt auch das erste Mal Jamal Musiala, der 18-Jährige, quasi das DFB-Typen, erstmals im Aufgebot, nachdem er zweimal quasi nicht unter die 23 durfte. Meinst du, mit dem haben wir vielleicht jemanden, das wäre, ich meine, der Bundestrainer ist ja durchaus bekannt dafür, dass er auch mal eine Überraschung in der Startelf hat. Jamal Musiala ist ein hervorragender Fußballer. Der ist technisch, hat ein Auge. Mit 18 Jahren. 18 Jahre. Ich muss dir vorstellen, 18 Jahre hat die Rotzme, die Rotzme dazu spielen, komm her, zeig mal, wie es geht. So Leute brauchst du. Und wenn der da rein schmeißt und der haut mal so ein Ding rein, weil er unterschätzt wird vielleicht von den Ungarn. Also ihr merkt, ich bin schon richtig heiß. Ja. Das tut allerdings. Ich freue mich, die Spieler zu sehen, weil ich jetzt schon wieder weiß, was vorgeht in den Köpfen. Wenn du selber lange gespielt hast, du fokussierst dich auf dieses Spiel. Du weißt, heute schaut jeder auf dich. Auch mit diesem Hintergedanken hier. Mit diesem Hintergedanken hier. Dass jeder heute einen Sieg erwartet und er kommt. Und dann, oh, ist Mensch, wunderbar. Nicht zu bremsen. Nicht zu bremsen. Ja, ich bin halt so, wie ich bin. Und so habe ich auch Fußball gespielt. Am Ende mal über den Schießen hinausgeschossen, aber immer wissen, wo mein Fokus lag. Jimmy, Sebastian, vielen Dank euch. Ihr werdet den ganzen Tag uns doch auf dem Laufenden halten. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Wirtschaftspause und blicken auf die Wirtschaft. Hier geht es weiter mit der Börse am Mittag. Die US-Notenbank will trotz Inflationsschub an der Zinsfront Ruhe bewahren. Die Einzelheiten dazu gleich bei meinem Kollegen Dietmar Deffner. Und dann um 13 Uhr geht es weiter mit den Nachrichten und natürlich auch mit unserem EM-Studio, mit Jimmy Hartwig und Sebastian Honekamp. Also bleiben Sie dran. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch dem Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Denn sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist, ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken? Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Trotz der rasant gestiegenen Inflation in den USA wird die Notenbank laut Fed-Chef Jerome Powell Geduld bewahren. Die Preisanstiege seien wie die Daten vom Arbeitsmarkt oder beim Wirtschaftswachstum Ergebnis der ungewöhnlichen Situation in der abklingenden Pandemie. Das sagte er am späten Abend vor dem Corona-Untersuchungsausschuss im Kongress. Die Notenbank werde die Zinsen nicht präventiv aus Furcht vor einer einsetzenden Inflation erhöhen, betonte er. Die Preissprünge seien zum Teil großen Teil durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft bedingt, wie man etwa an den teurer gewordenen Gebrauchtwagen ablesen könne. Man brauche wohl noch etwas Geduld, um zu sehen, was sich wirklich tue. Doch die zu beobachtenden Effekte sprechen nicht für eine weitgehend angespannte Wirtschaft, die höhere Zinsen erfordern würde. Die Verbraucherpreise hatten zuletzt kräftig angezogen. Sie kletterten im Mai um 5 Prozent und damit so stark wie seit rund 13 Jahren nicht mehr. Dazu begrüße ich Jörg Krämer, den Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, würden Sie diese Einschätzung Pauls teilen, dass diese deutlichen Preisanstiege ein vorübergehendes Phänomen sind? Ja, im Großen und Ganzen hat er recht. Die Inflation hat einen Gipfel vermutlich bei 5 Prozent erreicht. Und im Herbst, dann werden diese Knappheiten sich wieder entspannen in der amerikanischen Volkswirtschaft. Und dann dürfte die Inflation im kommenden Jahr wieder runtergehen, vielleicht auch zeitweise unter 2 Prozent liegen. Nur allerdings würde ich mich nicht ganz so entspannen, denn es gibt ja schon Zeichen, dass auch der Arbeitsmarkt etwas enger ist. Der Lohnauftrieb hat etwas zugelegt und auch die Aktienkurse, die Immobilienpreise sind relativ hoch. Also das ist schon ein bisschen riskant, was die amerikanische Notenbank da macht. Hoffentlich geht es gut. Zuletzt gab es von der FED ja letzte Woche ja auch Signale für eine etwas frühere Zinswende. Wann rechnen Sie denn mit steigenden Zinsen in den USA und einer insgesamt strafferen Geldpolitik? Ja, die amerikanische Notenbank wird zunächst im vierten Quartal diesen Jahres beschließen, das Tempo ihrer Anleihenkäufe zu reduzieren. Ganz einstellen wird sie diese Anleihenkäufe dann Mitte oder im Herbst nächsten Jahres. Das wäre also dann 2022 und ein Jahr später, also für den Herbst 2023, sehe ich dann die erste zaghafte Zinserhöhung. Sie merken also ein sehr, sehr langsames Aussteigen aus einer sehr, sehr expansiven Geldpolitik. Und trotzdem haben die Börsen auf diese Zinssignale der FED zuletzt ja sehr nervös reagiert. Wird diese Nervosität anhalten? Ja, also Sie haben recht, die Märkte haben nach der letzten FED-Sitzung, nach dem Kommuniqué sehr, sehr volatil reagiert, sehr stark geschwankt. Ich glaube grundsätzlich, dass es auch im Herbst oder bis zum Herbst weiter sehr volatil bleiben sollte. Denn die Unsicherheit ist halt hoch, ob die Inflation jetzt wirklich, wie von der amerikanischen Notenbank in Aussicht gestellt, nur vorübergehend ist und wieder schnell fällt. Kommt es vielleicht doch noch zu mehr Verspannungen, zu mehr Lohnanstiegen am Arbeitsmarkt. Und von daher ist da eine große Unsicherheit. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, warum auch Aktienmärkte dann im Herbst dann durchaus auch mal deutlich fallen könnten. Sagt Jörg Krämer. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Keine. Die deutsche Konjunktur nimmt im Zuge der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft in der abklingenden Pandemiekrise kräftig Fahrt auf. Der Market-Einkaufsmanager-Index für Industrie- und Dienstleister zusammen stieg im Juni auf 60,4 Punkte von 56,2 Zählern im Mai. Das ist der höchste Wert seit März 2011 und deutlich mehr als von Experten erwartet. Das Barometer signalisiert ab 50 Punkten ein Wachstum. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für die vorläufigen Juni-Daten lediglich 57,5 Zähler erwartet. Das Wachstum zieht sich dabei durch die gesamte Wirtschaft. Der Service-Sektor schlug das größte Tempo seit über zehn Jahren an. Der Index dazu stieg auf 58,1 Zähler von 52,8 im Mai. Die Dienstleister blicken nun so optimistisch in die nahe Zukunft wie seit Februar 2000 nicht mehr. Auch der Market-Index für die Industriebranche legte überraschend zu und zwar um 0,5 Punkte auf 64,9 Zähler. Hier war die Zuversicht mit Blick auf die Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten sogar noch einen Tick stärker ausgeprägt als bei den Dienstleistern. Franziska Schimke von der Aktionär-TV. Die Märkte haben ja vor allem auch mit Spannung auf diese Paul-Rede gewartet. Dann diese guten Stimmungsdaten aus Deutschland. Wie kommt das alles an den Märkten an? Ja, in der Tat, wir haben überraschend gute Konjunkturdaten, nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus der EU. Auch da die Einkaufsmanager-Indizes auf einem 15-Jahres-Hoch unterwegs. Die Stimmung also eigentlich gut. Paul hat noch einmal bekräftigt, das ist nur vorübergehende Natur, diese Inflationssorgen und dieser Anstieg. Aber die Märkte reagieren nicht darauf, obwohl eben auch Nasdaq gestern mit neuen Rekordhöchstständen. Der DAX lässt sich aber nach zwei guten Handelstagen heute hier nicht positiv beeinflussen und ist jetzt aktuell ein halbes Prozent im negativen Bereich bei 15.555 Zählern. Und das heißt von Seiten der Experten, wir steuern immer weiter auf die Sommerpause zu und sehen hier und da eben eine Konsolidierung auf hohem Niveau, ohne aber die ganz großen Ausreißer in die eine oder die andere Richtung. Und aktuell heißt es, ist der Markt hier bei 15.400 Punkten mit einer Unterstützung unterwegs. Solange wir uns darüber befinden, ist hier noch alles wunderbar. Wer kommt im DAX aktuell besonders unter Druck? Volkswagen ist heute einmal mehr unter den größten Verlierern. Zuletzt der Automobilsektor wieder stark, hatte dann ja auch zur Erholung beim Deutschen Leitindex zum Teil wieder beigetragen. Aber heute die Aktie eben unter den größten Verlierern. Siemens Energy verliert, Munich Re, MTU, aber auch einmal mehr das Papier von Bayer. Das sehen wir jetzt schon mehrere Tage so. Die Aktie heute zeitweise auf einem Tief seit Anfang Februar unter der 200-Tage-Linie und zeitweise sogar auch unter der 50-Euro-Marke. Die hat man jetzt aber zurückerobert. 1,2 Prozent, das Papier trotzdem schwächer. Auf der Gewinnerseite sind es die defensiven Werte. Merck ist heute vorne mit dabei. Deutsche Wohnen und Vonovia. Und da heißt es, das Übernahmeangebot von Vonovia, das läuft jetzt bis zum 21. Juli. Also da diese Übernahmefantasie ein Thema. Und wir sehen es, Adidas, sogar schon dann im negativen Bereich. Also das Verhältnis 4 zu 26 heute nicht wirklich freundlich. Und der Bitcoin, der kam die letzten Tage ja kräftig unter die Räder. Heute ist er auf Erholungskurs. Ja, gestern ging die Korrektur ja nochmal mit voller Fahrt hier in eine weitere Runde. Und man hat die nochmal deutlich beschleunigt. Der Bitcoin unter der 30.000 US-Dollar-Marke bei rund 28.900 hat man den tiefsten Stand seit Ende Januar markiert. Man hat aber gestern bereits schon im Handelsverlauf dann ja den Turnaround geschafft und zu einer starken Gegenbewegung angesetzt und die eingeleitet. Und die nimmt man auch heute weiter mit. Der Bitcoin heute wieder über der 34.000 US-Dollar-Marke aktuell mit einem Plus von 4 Prozent. Das heißt, somit ist die Digitalwährung jetzt wieder in dieser Side-Vance-Range zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar. Aber die Volatilität und die Kurskapriolen, sie bleiben weiter sehr hoch. Dankeschön, Franziska Schimke. Ja, und der Bitcoin auch immer wieder ein Thema bei uns im Podcast. Es gibt eine neue Ausgabe von Defner & Schäpitz. Wir diskutieren aber über vieles mehr, über Börse, Wirtschaft und Politik und vieles andere eben. Hören Sie rein bei Apple, Spotify oder bei welt.de. Und hier im TV geht es jetzt weiter mit den Nachrichten. Und Kanzlerin Merkel, die sich im Bundestag den Abgeordneten stellt, in dieser Form ja wohl das letzte Mal in ihrer Angst hat. Also verpassen Sie das nicht. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündogan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität, etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten. Und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfalls. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstaat Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und weiter geht es mit den Nachrichten bei Welt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bundeskanzlerin Merkel, die stellt sich kurz vor dem Ende der Legislaturperiode im Bundestag noch einmal den Fragen der Abgeordneten. Merkel will bei der Wahl im September ja bekanntlich nicht erneut antreten. In der Regierungsbefragung wird sie sich zu aktuellen Themen voraussichtlich äußern. Und die Abgeordneten, die können ihr dann auch Fragen nach eigener Wahl stellen. So ist das ganze Prozedere zumindest vorgesehen. Und wir warten jetzt darauf, dass die Kanzlerin sich dann auch zeigt. Möglicherweise haben wir dann auch gleich ein Bild. Michael Wüllenweber, der steht vor dem Bundeskanzleramt. Michael, worauf muss ich denn Angela Merkel heute einstellen? Kann man das schon noch mal so grob umreißen? Mittlerweile ist er auch umgesetzt in den Bundestag. Ich korrigiere mich. Michael? Ja, wir sind näher ans Geschehen herangerückt. Natürlich, selbstverständlich jetzt hier im Foyer des Deutschen Bundestages. Neben mir wird jetzt gleich da die Debatte beginnen, beziehungsweise die Regierungsbefragung der Deutschen Bundeskanzlerin. Und es wird die letzte natürlich sein von Angela Merkel. Vielleicht stellt ja einer der Abgeordneten auch die interessante Frage, Frau Bundeskanzlerin, was machen Sie denn nach der Bundestagswahl? Denn darüber schweigt sie sich ja im Moment noch aus. Das wäre ja auch mal interessant, dann tatsächlich zu wissen. Normalerweise sind diese Regierungsbefragungen ja dann so offen, dass man relativ schwer prognostizieren kann, was dann tatsächlich gefragt wird. Da werden die Abgeordneten bestimmt die Frage stellen. Das kann dann quer durch den Garten gehen. Man ist natürlich immer wieder bemüht, dann die Bundeskanzlerin vielleicht in dem einen oder anderen Punkt dann auch zu stellen. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Nachfrage. Aber das ist so ein bisschen begrenzt. Also das wird hier kein Kreuzvorhör der Bundeskanzlerin werden. Ich würde mal sagen, da könnte es durchaus sein, dass morgen ein deutlich spannenderer Tag wird. Nämlich da gibt es ja die Regierungserklärung von Angela Merkel. Und anschließend wird ja auch Armin Laschet dann im Bundestag reden. Das erste Mal seit 17 Jahren im Übrigen dann ja als wieder hier. Und erwartet wird dann auch, dass die anderen beiden Kanzlerkandidaten in die Büt steigen. Das ist also sozusagen zum großen Kanzlerkandidaten-Duell hier im Plenum kommen. Und auf morgen könnten wir uns dann auch schon einmal freuen, so würde ich es mal formulieren. Ich würde trotzdem noch ganz gerne noch mal beim heutigen Tag bleiben, bei Angela Merkel, bei der Person selbst. Die Kanzlerin ist ja im Spätherbst ihrer Regierungszeit angekommen. Merkt man das Angela Merkel eigentlich an? Du hast gesagt, man weiß noch nicht genau, was sie nach ihrer Regierungszeit machen wird. Aber merkt man ihr an, dass jetzt so die Belastung allmählich in den letzten Wochen von ihr abfällt? Also ich finde eigentlich schon, da mag sich natürlich jeder ein Urteil selber bilden. Aber wenn man ihre Auftritte sieht und auch wie sie tatsächlich dann welche Termine wahrnimmt, dann könnte man schon sagen, dass sie, ich formuliere es mal salopp, im politischen Abklingenbecken vielleicht sich tatsächlich schon befindet. Zum Beispiel gestern beim Tag der deutschen Industrie hat sie sich digital zuschalten lassen. Die drei Kanzlerkandidaten waren alle physisch anwesend, haben dort geredet. Das kann man nicht mehr nur mit der Pandemie und Sorge um das Infektionsgeschehen generell dann tatsächlich erklären bei diesen Inzidenzen, wie sie jetzt sind, sondern das kann man schon vielleicht dann tatsächlich so sehen, dass sie sagt, okay, das ist ein Termin, da kann ich auch digital mich hineinschalten lassen. Da ist es nicht mehr so wichtig, dass ich als Bundeskanzlerin bald AD tatsächlich für sich auftrete. Oder es gab den EU-Gipfel in Porto, wo alle Staats- und Regierungschefs im Mai anwesend waren, wo sie digital sich hat zuschalten lassen. Das wäre sicherlich dann zu Hochzeiten, würde ich mal sagen, zur Blüte von Angela Merkel als Bundeskanzlerin nicht der Fall gewesen. Also da kann man schon Verhaltensveränderungen tatsächlich feststellen, meine ich zumindest feststellen zu können, dass sie doch langsam die Macht aus den Händen sich gleiten lässt. Vielleicht so formuliert, es ist ja diese Woche auch die letzte Bundestagswoche. Es gibt noch mal eine Sondersitzung, wohl im September. Aber das politische Geschehen, wo sie jetzt dann halt tatsächlich wirklich Hand anlegt an Politik, das ist eigentlich mit dieser Woche dann doch weitestgehend vorbei. Dann fängt der Wahlkampf richtig an und dann stehen andere im Fokus, im Mittelpunkt und nicht mehr Angela Merkel. Vorher bei der Befragung gleich könnte es ja auch noch mal um die Corona-Politik der Kanzlerin gehen. Die Delta-Variante ist weiter auf dem Vormarsch, das haben wir gehört. Hessen meldet jetzt aktuell, dass da schon 20 Prozent der Neuinfektionen auf Delta zurückzuführen sind, wenn auch insgesamt zahlenmäßig auf niedrigem Niveau. Aber inwieweit könnte es da jetzt vielleicht auch heute wieder Fragen geben, ob wir im Herbst möglicherweise wieder vor neuen Kontaktbeschränkungen stehen? Ist die Kanzlerin auf sowas auch vorbereitet? Ich denke mir, sie wird da auf alles vorbereitet sein, was da an Fragen kommt. Und das ist natürlich tatsächlich dann eine Frage, die ihre Pandemie-Politik ja prinzipiell berührt, ihre Einstellung dazu. Und wir haben ja immer wieder gesagt und es immer wieder erlebt, dass sie da einen vorsichtigeren Kurs fährt. Also da wäre es schon interessant zu hören, wie sie sich jetzt dann ganz konkret positioniert. Sie hatte jetzt in den vergangenen Wochen ja eigentlich ab einer Inzidenz von unter 100 das Heft aus der Hand gegeben und sich da eigentlich wenig nur noch zu geäußert, weil das ja das Geschehen ist, was die Länderchefs dann ursächlich in den Händen halten. Also sie hatte sich ein bisschen tatsächlich dann weiter zurückgezogen, als es in der Vergangenheit zumindest in diesem Punkt gewesen ist. Aber die Frage ist natürlich, wenn die gestellt wird, was ist mit den Kindern, was ist mit den Schulen? Sollen die offen bleiben nach den Sommerferien oder wieder geöffnet werden? Regulärer Unterricht, auch wenn die Inzidenzen steigen vor dem Hintergrund, dass ja doch ein großer Teil der Bevölkerung dann geimpft sein wird. Das Impfversprechen wird ja betont, das gilt für jeden Erwachsenen, ein Impfangebot zu machen. Und wenn alle Erwachsenen, sprich Eltern und Lehrer ja dann auch geimpft sind, dann stellt sich ja die Frage vielleicht an den Schulen anders als Vergangenes. Ja, und da wäre natürlich schon durchaus interessant zu hören, wie sich die Bundeskanzlerin positioniert. Armin Laschet hat ja ganz klar heute noch einmal um 12 Uhr betont, also vor gut einer Stunde, die Schulen bleiben offen, er will zu regulärem Unterricht zurück. Also sieht die Bundeskanzlerin das anders, anders als ihr potenzieller Nachfolger. Also da lohnt es sich, wenn die Frage kommt, sicher nicht hinzuhören. Michael, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Und liebe Zuschauer, die Befragungsrunde der Bundeskanzlerin hat sich etwas nach hinten verschoben. 13.30 Uhr soll das Ganze dann im Deutschen Bundestag beginnen. Und dann sind wir natürlich selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt wieder zurück. Michael, bis hierhin erstmal vielen Dank. Und wir schauen aber trotzdem, was die Große Koalition insgesamt geleistet hat. Natürlich zieht die Regierung kurz vor Ende eine positive Bilanz ihrer Amtszeit. Alles super natürlich, aber einige Herzensanliegen, die konnten doch nicht in trockene Tücher gebracht werden. Über große Projekte, die Wellen schlugen und große Flops, die sang und klanglos im parlamentarischen Betrieb versandeten. Wenn es ums Klima und den Kohleausstieg geht, ist zumindest der Rahmen da. Bis 2045 soll, so die GroKo, Deutschland klimaneutral werden. Dass mehr Geld für Pflegeberufe kommt, ist gewiss. Und eine Grundrente soll die Altersarmut lindern. Die Mütterrente schafft etwas mehr Gerechtigkeit für ältere Frauen. Und die Corona-Pandemie wurde dank der, naja, schwäbischen Hausfrau vergleichsweise gut gemeistert. Dank der Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre haben wir überhaupt nur die Möglichkeit gehabt, jetzt in der Corona-Krise so stark auch stützende und investierende Maßnahmen zu beschließen. Für Kanzlerin Merkel ist dies voraussichtlich die letzte Woche im Bundestag. Hier kam einiges nicht zur Abstimmung. Die Abgeltungssteuer wurde nicht gestrichen. Kapitalerträge sollten mit 42 statt nur 25 Prozent belastet werden. Die sachgrundlose Befristung von Jobs fand ebenfalls kein Ende. Union und SPD konnten sich da nicht einigen. Die Corona-Pandemie machte digitales Versagen deutlich. Die nationale Bildungsplattform steckt noch immer in den Kinderschuhen. Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz. Dafür ist der Begriff der Rasse weiterhin Bestandteil in deutschen Grundwerten. Für die Grünen ist klar, die GroKo hat auf vielen Feldern versagt. Was wir bräuchten, wäre ein Investitionsturbo. Diese fortgesetzte Handlungsverweigerung der Großen Koalition gefährdet Wohlstand und Freiheit. Angela Merkel wird morgen noch eine Regierungserklärung abgeben. Es geht um Europa und die Außenpolitik. Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist unterdessen weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet außerdem 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Gut 67 Millionen Impfdosen sind bislang bundesweit verabreicht worden. Große Sorgen bereitet weiter die Delta-Mutante, die ursprünglich in Indien festgestellt wurde und dann in Großbritannien grassiert. Jetzt ist es auch so, dass in Deutschland immer mehr Fälle damit registriert werden. In Hessen zum Beispiel macht die Delta-Mutante mittlerweile 20 Prozent der Neuinfektionen aus. Aus Indien selbst wird mittlerweile berichtet, dass die Mutante sich auch weiterentwickelt hat. Man spricht da jetzt von Delta Plus. Und das Ganze bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Schulen, denn viele Kinder sind natürlich noch nicht geimpft. Die stehen ganz hinten in der Kette. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Sollten die Fallzahlen jetzt ansteigen, bieten die Sommerferien auch eine Chance, meint der Virologe Drosten. Wenn das so sein sollte, dass im Juli diese Fallzahlen wieder ansteigen, werden wahrscheinlich die Schulferien, die kommen, eine Entspannung dann wieder bringen. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern in den Klassenzimmern hätten jetzt höchste Priorität, so die GEW. Hygienekonzepte müssten weiter ausgefeilt werden. Nachlassen wäre das falsche Signal, so der Lehrerverband. Das, was wir tun können, ist Gesundheitsschutz hochhalten an Schulen, nach wie vor. Wir haben auch gesagt, nicht zu früh auf Maskenpflicht verzichten. Der Virologe Drosten betont die gute Ausgangslage. So gäbe es nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatischstämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern, bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Zahlen aus Großbritannien zeigen, Infizierte haben entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiöser, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Ja, und am Abend, da steigt in München das letzte EM-Vorrundenspiel unserer Nationalmannschaft, Deutschland gegen Ungarn. Doch ein Platz, der bleibt leer. Viktor Orban kneift. Der ungarische Ministerpräsident hat offenbar keine Lust, in einem Fahnenmeer aus Regenbogenfarben im Stadion zu sitzen. Eine entsprechende Beleuchtung hatte die UEFA ja verboten. Das Ganze hat jetzt auch ein politisches Nachspiel. EU-Kommissionschefin von der Leyen will nämlich gegen Ungarn vorgehen. Hintergrund ist ein Gesetz, das Informationen über Homosexualität in Ungarn verbietet. Das Gesetz sei eine Schande, so von der Leyen wörtlich. Mehr von Max Hermes. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Wir machen eine kurze Pause, schauen gleich weiter auf die Klimaziele der Bundesregierung und welche Rolle die Deutsche Bahn dabei spielt. Heute Abend steht das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft an. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann es aber sein, dass das Wetter nicht so richtig mitspielt. Zum Anpfiff um 21 Uhr herrschen noch optimale Bedingungen. Es ist trocken und 21 Grad warm. Aber schon im Laufe der Partie könnte es sein, dass es richtig regnet. Aber egal ob nass oder trocken, Hauptsache wir gewinnen. Morgen dominieren dann Schauer und Gewitter den Tag. Sie breiten sich schon vormittags vom Südwesten her über den ganzen Süden bis zur Mitte aus. Im Tagesverlauf intensivieren sich diese Gewitter und dann besteht Unwettergefahr. Im Norden bleibt es meist trocken und freundlich. Den meisten Sonnenschein erwarten wir morgen an den Küsten mit sieben bis neun Stunden. Über der Mitte ist es ziemlich wolkenverhangen, hier dann nur ein bis zwei mickrige Stündchen. Genau wie bei der Wetterverteilung ändert sich auch bei der Temperaturverteilung nur wenig. 20 bis 27 Grad werden erreicht, wobei die höchsten Werte im Osten und Südosten vorzufinden sind. Am Freitag sorgen Schauer und Gewitter im Osten und Südosten dafür, dass es auch dort abkühlt. Am Samstag beruhigt sich das Wetter, aber schon am Sonntag entwickeln sich aus den Alpen heraus neue Gewitter. Und genau diese treffen dann am Montag weite Teile des Südwestens. Im Norden ist man auf der sonnigen Seite. Das war es von mir mit dem Wetter aus Hamburg. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es, schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnaken-Spezial-Kommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestückt. Sie verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnakenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigernitzen. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch dem Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckende Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln. Und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München sogar. Und Berlin plant, die Kreisstadt Ebersberg bei München sogar. Mittwochmittag und es geht weiter mit den Nachrichten bei Welt. Herzlich willkommen. Beim Erreichen der Klimaziele in Deutschland spielt die Bahn eine entscheidende Rolle. Dafür müssen allerdings mehr Leute raus aus dem Auto und rein ins Zugabteil. Doch gerade auf dem Land sind immer noch viele Orte von der Schiene gar nicht zu erreichen. Die Deutsche Bahn möchte nun einige stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen. Mehr dazu von Philipp Reichelt. Endstation Lichtenrade. Der S-Bahnhof im Süden Berlins ab dem Wochenende mit Beginn der Sommerferien komplett gesperrt. Denn hier soll bis 2025 eine neue Schnellverbindung nach Dresden entstehen. Nur eine von 20 Strecken in ganz Deutschland, die nun wieder reaktiviert werden. Da geht es eben darum, den Menschen auch in der Fläche, dort wo die Bahn heute nicht mehr fährt, den Zugang zum System Bahn zu ermöglichen und damit das Auto schlicht obsolet zu machen. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die Bahn will die Anzahl der Fahrgäste verdoppeln. Denn der Trend in der Corona-Pandemie zeigte zuletzt deutlich nach unten. In den ersten Monaten 2021 waren es nur 15,6 Millionen Passagiere. 50 Prozent weniger als im Vorjahr. Und das hat verschiedenste Gründe. Kosten ist ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Und Zug ist entspannt, wenn er pünktlich kommt. Fernstrecke ist für mich nicht so interessant. Das tue ich noch mit dem Auto. Die nun vorgestellten Reaktivierungen sorgen zwar für 245 Kilometer neues Streckennetz, allerdings hauptsächlich nur in Ballungsräumen. Für viele ländliche Regionen liegt eine Fernverkehrsanbindung weiterhin in ferner Zukunft. Wir brauchen einfach viel mehr an der Fläche. Und da muss man einfach die gleichwertigen Lebensverhältnisse sicherstellen, indem man da Geld investiert. Die neue Streckenoffensive soll auch bei der Bahn nur der Anfang sein. Weitere Reaktivierungen sind bereits in Planung. Bis zum flächendeckenden Ausbau ist es allerdings noch ein sehr weiter Weg. Und auch am vergangenen Abend wüteten in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem in Ober- und Niederbayern hieß es Land unter. Zu Starkregen und Sturm kamen in der Kreisstadt Ibersberg bei München auch noch riesige Mengen Hagelkörner dazu. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die wo dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ibersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wahnsinnsbilder. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Wir warten weiter auf Bundeskanzlerin Merkel, die sich gleich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellt. Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode. Wir sind gleich wieder da. Ja, das könnte ja doch irgendwie die Zukunft sein. Die Firma Volocopter aus Karlsruhe begann mit ersten Testflügen für ein elektrisches Flugtaxi. Auf dem Flugplatz Le Bourget im Nordosten von Paris wurde nun der fertig entwickelte Prototyp vorgestellt. Und das deutsche Unternehmen will sein Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris in Betrieb nehmen. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere. Und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es, schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnaken-Spezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestickt. Sie verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnakenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigernitzen. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch dem Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadion. Weiter geht es mit der Nachrichten bei Welt. Bundeskanzlerin Merkel stellt sich gleich in wenigen Augenblicken kurz vor dem Ende der Legislaturperiode im Bundestag noch einmal den Fragen der Abgeordneten. Merkel will bei der Wahl im September ja bekanntlich nicht mehr antreten. In der Regierungsbefragung wird sie sich dann zu aktuellen Themen äußern. Die Abgeordneten können ihr die Fragen übrigens nach eigener Wahl stellen. Da gibt es keine Vorgaben. Und natürlich zieht die Große Koalition kurz vor Ende eine positive Bilanz ihrer Regierungszeit. Alles super, natürlich aber einige Herzensanliegen, die konnten eben doch noch nicht in trockene Tücher gebracht werden. Matthias Heinrich über große Projekte, die Wellen schlugen und große Flops, die sang- und klanglos im parlamentarischen Betrieb versandeten. Wenn es ums Klima und den Kohleausstieg geht, ist zumindest der Rahmen da. Bis 2045 soll, so die GroKo, Deutschland klimaneutral werden. Dass mehr Geld für Pflegeberufe kommt, ist gewiss. Und eine Grundrente soll die Altersarmut lindern. Die Mütterrente schafft etwas mehr Gerechtigkeit für ältere Frauen. Und die Corona-Pandemie wurde dank der, naja, schwäbischen Hausfrau vergleichsweise gut gemeistert. Dank der Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre haben wir überhaupt nur die Möglichkeit gehabt, jetzt in der Corona-Krise so stark auch stützende und investierende Maßnahmen zu beschließen. Für Kanzlerin Merkel ist dies voraussichtlich die letzte Woche im Bundestag. Hier kam einiges nicht zur Abstimmung. Die Abgeltungssteuer wurde nicht gestrichen. Kapitalerträge sollten mit 42 statt nur 25 Prozent belastet werden. Die sachgrundlose Befristung von Jobs fand ebenfalls kein Ende. Union und SPD konnten sich da nicht einigen. Die Corona-Pandemie machte digitales Versagen deutlich. Die nationale Bildungsplattform steckt noch immer in den Kinderschuhen. Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz. Dafür ist der Begriff der Rasse weiterhin Bestandteil in deutschen Grundwerten. Für die Grünen ist klar, die GroKo hat auf vielen Feldern versagt. Was wir bräuchten, wäre ein Investitionsturbo. Diese fortgesetzte Handlungsverweigerung der Großen Koalition gefährdet Wohlstand und Freiheit. Angela Merkel wird morgen noch eine Regierungserklärung abgeben. Es geht um Europa und die Außenpolitik. Innenpolitisch ist ihre Ära abgeschlossen. Und diese Eilmeldung hat uns gerade eben erreicht. Ein russischer Kampfjet soll Bomben in Richtung eines britischen Militärschiffs abgeworfen haben. Das berichtet der Fokus mit Berufung auf verschiedene Quellen. Das Schiff soll zuvor in russische Gewässer eingefahren sein und nicht auf Warnungen reagiert haben. Daraufhin seien vier Bomben in Richtung des Schiffes abgeworfen worden. Ein russisches Patrouillenschiff soll zudem Warnschüsse abgefeuert haben. Anschließend sei das britische Schiff dann abgedreht und habe die russischen Gewässer wieder verlassen. Bisher hat sich das britische Verteidigungsministerium in London nicht zu dem Vorfall geäußert. Wir bleiben an der Sache aber natürlich dran. Und heute Abend, da steigt ja in München erst mal das letzte EM-Vorrundenspiel unserer Nationalmannschaft. Deutschland gegen Ungarn. Doch ein Platz, der bleibt leer. Viktor Orban kneift nämlich. Der ungarische Ministerpräsident hat offenbar keine Lust, in einem Regenbogenfahnenmeer im Stadion zu sitzen. Eine entsprechende Beleuchtung hatte die UEFA ja zuvor verboten. Das Ganze hat aber jetzt auch ein politisches Nachspiel. Mehr dazu von Max Hermes. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Das, was dort in München, was man sich vorgenommen hatte, übrigens ja auch partei- und fraktionsübergreifend, das wäre ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen. Das hat doch gerade nichts damit zu tun, dass Politik aus den Stadien rausgehalten werden will. Also ich finde, dass die UEFA hier wirklich maßlos übertreibt. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Schauen wir nochmal auf die sportlichen Aspekte. Für die deutsche Nationalmannschaft steht am Abend beim Match gegen Ungarn nämlich viel auf dem Spiel. Je nachdem, wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten für die DFB-11 noch alles drin. Ob Bundestrainer Löw dabei auf den verletzten Thomas Müller zählen kann, ist indes ungewiss. Mehr von Christoph Hipp. Mit dem Sieg gegen Portugal im Gepäck trifft die DFB-11 am Teamhotel in München ein. Nur ein Punkt reicht Jogis Jungs heute Abend, um ins EM-Achtelfinale einzuziehen. Für die Fans ist das Weiterkommen jedenfalls reine Formsache. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Mich haben im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Knapp wird es auch für den verletzten Thomas Müller. Während Gündogan und Hummels wieder fit sind, wird Joachim Löw über seinen Einsatz erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Trotzdem, was den Spielausgang angeht, ist Müller optimistisch. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Und mit lauter Unterstützung packen wir das. Spätestens seit Ungarns 1-1 gegen Weltmeister Frankreich ist klar, dass ein Sieg der DFB-11 heute Abend alles andere als selbstverständlich ist. Auf einen defensiv starken Gegner ist auch der Bundestrainer eingestellt. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Und auch wenn die UEFA die Solidarisierung mit Ungarns LGBT-Community... So, Sie haben es im Bild neben mir schon gesehen. Wolfgang Schäuble spricht. Das heißt, die Bundeskanzlerin ist jetzt auch gleich dran. Und sie wird sich den Fragen der Abgeordneten stellen kurz vor dem Ende der Legislaturperiode. Der Deutsche Bundestag geht ja dann auch in die Sommerpause. Und jetzt haben die Abgeordneten dann noch mal, wie üblich, die Möglichkeit, der Kanzlerin Fragen zu stellen. Lassen Sie sich nicht namentlich von mir auffordern. Tut mir leid. Kann ich nicht ändern. So, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie mögen, haben Sie jetzt das Wort für die einleidenden Ausführungen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die derzeitige Infektionslage in Deutschland ist ja ermutigend und macht Hoffnung auf einen guten Sommer. Bundesweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz inzwischen in einem einstelligen Bereich. Und diese Entwicklung haben wir einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu verdanken. Einer Kraftanstrengung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft, der Kultur, der Bildungseinrichtungen und vieler, vieler mehr, die ich hier gar nicht alle im Einzelnen nennen kann. In einem Wort eine Kraftanstrengung der ganzen Gesellschaft. Ich bin gleich wohl sicher, dass es auch in Ihrem Namen ist, wenn ich in diesem Dank ganz besonders die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger hervorhebe. Sie sind in allen drei Wellen der Pandemie bis an die Grenzen ihrer Kräfte gegangen, zum Teil weit darüber hinaus, um Leben zu retten und immer auch Patientinnen und Patienten mit anderen behandlungsbedürftigen Krankheiten versorgen zu können. Und deshalb danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Das derzeitige Infektionsgeschehen ist ermutigend und lässt Öffnungen zu. Sie sind sachgerecht und verhältnismäßig. Aber ich betone, wir müssen auch dabei mit Augenmaß vorgehen. Das heißt, das Einhalten der Abstandsregeln, der Hygienemaßnahmen und der Maskenpflicht in bestimmten Situationen und sind weiterhin wichtige Schutzmaßnahmen, und das bleiben sie auch. Ich bitte daher nachdrücklich um die Einhaltung dieser Regeln. Denn auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist, vorbei ist die Pandemie noch nicht. Wir bewegen uns immer noch auf dünnem Eis. Deshalb war es erforderlich, dass der Deutsche Bundestag am 11. Juni die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite für drei weitere Monate beschlossen hat. Das kommt auch in der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts zum Ausdruck, dass die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland inzwischen von sehr hoch auf hoch abgesenkt hat. Hoch. Diese Einstufung berücksichtigt einerseits die derzeit stabile Infektionslage mit niedrigen Infektionszahlen und blendet andererseits aber auch nicht die Gefahren durch die Verbreitung besorgniserregender Mutationen aus. Einer Gefahr, die gerade in Ländern mit einem hohen Anteil der Delta-Variante spürbar wird. Stark steigende Neuansteckungen in Russland und Portugal zum Beispiel sind vor allem auf diese neue Variante zurückzuführen. Das sollte uns Warnung und Auftrag zugleich sein. Denn auch bei uns steigt der Anteil der Delta-Mutationen an den Infektionen. Wir dürfen jetzt das, was wir gemeinsam erreicht haben, nicht leichtfertig riskieren. Der Schlüssel zur Überwindung der Pandemie sind natürlich die Impfungen. Unser Ziel ist und bleibt, allen Bürgerinnen und Bürgern bis Ende des Sommers ein Impfangebot machen zu können. Derzeit ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung einmal geimpft. Rund ein Drittel der Bevölkerung hat bereits den vollen Impfschutz erhalten. Der nach allem, was die Wissenschaft bisher einschätzen kann, auch der beste Schutz vor der Delta-Variante zu sein scheint. Meine Damen und Herren, es ist zu früh für eine abschließende Bewertung der Pandemiebekämpfung. Aber als wichtigstes Zwischenfazit dürfen wir gemeinsam festhalten, dass es gelungen ist, die in den drei Wellen drohende Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. In der dritten Welle wurde dazu leider eine Bundesnotbremse unumgänglich. Dass die Überlastung unseres Gesundheitswesens bislang verhindert wurde, das hat nicht allein der Gesundheit gedient, sondern allem. Denn in der Pandemiebekämpfung ging und geht es ja nie um Gesundheit oder Wirtschaft, ein sich leider viel zu hartnettig haltendes Missverständnis um Gesundheit oder Bildung, Gesundheit oder Kultur, sondern immer um Gesundheit und Kultur, Gesundheit und Bildung, Gesundheit und Wirtschaft. Was der Gesundheit dient, dient immer auch allem anderen. Wie sehr, das wird auch daran sichtbar, dass inzwischen die Wirtschafts- und Arbeitsmarktprognosen für die Zukunft gut sind, der Geschäftsklimaindex einen positiven Trend zeigt und wir vor einem kräftigen Wachstum stehen. Wenn wir nach der dritten Welle nun weiter vorsichtig und aufmerksam bleiben und besonders auch die vergleichsweise niedrigschwelligen und erträglichen Abstandsmasken- und Hygieneregeln weiter beachten, dann wird die Coronavirus-Pandemie ihren Schrecken verlieren und endgültig überwunden werden. Herzlichen Dank. So, dann beginnen wir mit der Befragung der Bundeskanzlerin. Die erste Frage stellt der Kollege Albrecht Glaser, AfD. Frau Bundeskanzlerin, vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 AEUV gegen Deutschland eingeleitet hat. Dieses Vorgehen knüpft an die Erklärung der Kommissionspräsidentin von der Leyen vom 10. Mai an, in welcher sie ausgeführt hatte, das letzte Wort über EU-Recht werde in Luxemburg gesprochen, nirgendwo sonst. Grund des Angriffs der Kommission ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020, in welchem das Gericht festgestellt hatte, dass die billionenschweren Anleihenkäufe der EZB als Eingriff in den unantastbaren Kerngehalt der deutschen Verfassungsidentität gewertet werden müssten. Das Verhalten der EZB sei nicht durch die EU-Verträge gedeckt. Diese sogenannte Ultra-Virus-Lehre hat das Bundesverfassungsgericht seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt, in einer ganzen Reihe von Entscheidungen. Verfassungsgerichte anderer EU-Staaten teilen diese Sichtweise. Am 9. Juni, also vor wenigen Tagen, wurde die Bundesregierung zur Stellungnahme bis zum 9. August aufgefordert. Da weder die Bundesregierung noch ein anderes Staatsorgan die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und deren Schutz des Grundgesetzes aushebeln kann, frage ich Sie, wie die Bundesregierung den Angriff der EU auf den Kernbestand der deutschen Staatlichkeit sieht. Herzlichen Dank trotz des Lärmes des unqualifizierten Dazwischenredens. Sie haben die Fragezeit deutlich überschritten. Das erklärt den Lärm, Herr Kollege Glazer. Ich habe das schon geahnt, aber vielleicht hätte es... Ja, aber dafür ist die Redezeit ja nicht da und die rote Ampel auch. Jetzt hat die Bundeskanzlerin das Wort. Genau. Also, wir haben in der Tat ein sogenanntes Auskunftsersuchen der Europäischen Kommission zu dem von Ihnen dargestellten Sachverhalt erhalten. Und die Bundesregierung beabsichtigt, auch in Übereinstimmung mit den Informationspflichten für das Parlament, nach den gesetzlichen Grundlagen dieses Auskunftsersuchen zu beantworten. Wir glauben, wir können das auch. Wir haben eine klare und auch vom Bundesverfassungsgericht gar nicht in Abrede gestellte Situation, dass natürlich europäisches Recht Vorrang vor nationalem Recht hat. Das wird von niemandem infrage gestellt. Auf der anderen Seite haben wir eine Kompetenz der Nationalstaaten, Zuständigkeiten an die europäische Ebene zu verlagern, durch Beschluss der nationalen Verfassungsorgane. Und es gibt keine Kompetenz, Kompetenz sozusagen seitens der Europäischen Union. Und in diesem Geist werden wir auch das Auskunftsersuchen beantworten und hoffen dann damit auch die Informationen nach Brüssel zu liefern, die gebraucht werden. Mögen Sie eine Nachfrage stellen? Selbstverständlich, Herr Präsident. Bitte, Herr Klater. Am 14. Juli wird die EU-Kommission einen Vorschlag machen zur Ergänzung des sogenannten Eigenmittelbeschlusses, der die jährlichen Pflichtabgaben der Mitgliedstaaten an die EU festlegt. Da darin erstmals in der Geschichte des Staatenbundes eine Kreditaufnahme von über 800 Milliarden mitbeschlossen werden sollte, wurde der Beschluss des Rates bei den Mitgliedstaaten mit Druck und Schmerzen zustande gebracht. Nunmehr will die Kommission die Erlaubnis, eigene Abgaben bei den EU-Bürgern bzw. Unternehmen erheben zu dürfen. Auch dies ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Staatenbundes. Versüßt wird dieses Anliegen der EU mit dem Versprechen, diese Steuereinnahmen zum Schuldendienst für die aufgenommenen Kredite zu verwenden. Wie kommentieren Sie diesen Vorgang? Also erst einmal ist richtig, dass der, ich sage es mal mit meinen Worten, der Eigenmittelbeschluss von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ratifiziert wurde und damit die Kommission, die eine erste Kreditbranche aufnehmen konnte an den Finanzmärkten. Darüber hinaus gibt es andere Vorschläge für Eigenmittel als Einnahmen der europäischen Ebene. Wir haben so etwas heute schon im Zusammenhang mit Zollgebühren zum Beispiel. Wir haben auch bei der Beratung der mittelfristigen finanziellen Vorausschau, das ist Ihnen seit langem bekannt, überlegt, welche anderen Eigenmittel kämen noch in Frage. Die Kommission kann dazu Vorschläge vorlegen. Das wird im Europäischen Rat oder im Rat beraten. Und dann werden darüber die Entscheidungen gefällt, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. Und zur Zweckbestimmung dieser Einnahmen, dass wir natürlich, und das muss ja in unser aller Interesse sein, die aufgenommene Schulden wieder zurückzahlen wollen. Das ist ja genau ein deutsches Kernanliegen. Und insofern müssen dafür die Voraussetzungen geschaffen werden. Ob das jetzt aus der mittelfristigen finanziellen Vorausschau kommt, aus zusätzlichen Eigenmitteln, das wird doch zu besprechen sein. Aber wir brauchen Einnahmen, die auch die Rückzahlung ermöglichen. Die nächste Frage stellt der Kollege Carsten Schneider, SPD. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja eben auf den Haushaltsbeschluss und auch die mittelfristige Finanzplanung rekurriert, die heute ja auch im Kabinett ist. Daran ist ja für das nächste Jahr eine Nettokreditaufnahme von fast 100 Milliarden Euro. Und in den nächsten Jahren in der Finanzplanung für die nächste Legislatur hohe Kreditaufnahmen und auch noch erheblicher Konsolidierungsbedarf. Nun habe ich von den beiden Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten der CDU und CSU, Söder und Herrn Laschet, vernommen, dass sie nach der Bundestagswahl einen Kassensturz vornehmen wollen. Und ich nehme es mir nicht übel, aber ich interpretiere das als ein Misstrauen gegenüber dem, was das Kabinett und Ihre Führung, Finanzminister Scholz, heute dem beschließt. Und daher frage ich Sie, ob Sie diese Forderung dieser beiden Ministerpräsidenten teilen und ob Sie sie gegebenenfalls darüber unterrichten wollen, wie die Finanzplanung des Bundes aussieht. Also ich würde Sie erst mal beruhigen und würde das nicht als ein mangelndes Vertrauen verstehen, sondern ich würde das einfach als einen Ansatz verstehen, dass man mal in die Bücher guckt. Das macht jeder, selbst der heutige Finanzminister, permanent. Und insofern ist das für mich ein ganz normaler Vorgang. Und ich glaube, wenn man sich die Regierungsprogramme aller Parteien anschaut, dann ist es in jedem Falle und für jeden notwendig, einfach zu schauen, wie verhält sich das mit der dann herrschenden Finanzlage, die wir alle im Übrigen im Augenblick noch gar nicht richtig voraussehen können. Ich war heute sehr erfreut, als wir die Haushaltsberatung hatten im Kabinett, dass auch der Bundesbankpräsident sehr positive Wachstumsprognosen gegeben hat. Das heißt, das Hauptaugenmerk sollten wir jetzt erst mal auf Wachstum nach dem Einbruch der Ökonomie legen. Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank. Ich gucke auch gerne in die Bücher. Ich kann es dem Ministerpräsidenten auch zur Verfügung stellen. Es ist ein öffentliches Dokument. Aber da Sie sich das so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konsolidierungsbedarf in den nächsten vier Jahren der Finanzplanung sein wird? Tja, also, wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden... Das ist dieses Jahr, das ist für 2022. Ich meine, das kumuliert für die nächsten Jahre. 5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025 immer in Übereinstimmung mit der Schuldenbremse und dann 6,2 ungedeckter Bedarf noch im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein? Die nächste Frage stellt der Kollege Johann Vogel, FDP. Ja, Frau Bundeskanzlerin, das ist ja die letzte Fragestunde nach Ihrer historischen Kanzlerschaft oder in Ihrer historischen Kanzlerschaften. Das hat den Vorteil, dass Sie ja in den nächsten Wochen in den Debatten über die nächste Legislaturperiode nicht selbst Partei sein werden und deshalb ganz objektiv über die Lage sprechen können. Und vor dem Hintergrund habe ich eine Frage. Wir haben ja zwei interessante Wortmeldungen gehabt in den letzten Wochen. Wir hatten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik, also zur Dekarbonisierung, wo der Kern ja war, dass heutige Generationen nicht zulasten künftiger bei absehbaren Herausforderungen wirtschaften dürfen. Und wir hatten zweitens den wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, die ein erhebliches Finanzierungsloch bei der Rente konstatiert haben, wenn dann in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Und vor dem Hintergrund habe ich einfach die Frage, wir haben jetzt ja schon im Bundeshaushalt, über den Sie gerade schon gesprochen haben, über 100 Milliarden Euro Rentenzuschuss und wir wissen, der wird dramatisch steigen. Und wenn man das nicht will und nicht will, dass alle Menschen zwangsweise länger arbeiten müssen oder die Beiträge explodieren, ob vor dem Hintergrund Sie glauben, dass sich die Rentenpolitik der letzten Jahre in der nächsten Dekade und der nächsten Legislaturperiode wird fortsetzen lassen? Also zuerst einmal würde ich gerne sagen, dass ich entsprechend meinem Amtseid im Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten immer objektiv spreche. Zweitens und gesprochen habe, zweitens ist ja das Thema Nachhaltigkeit der Rentenversicherung für uns ein permanentes Thema, schon über viele Jahre. Und ich darf sagen, dass in den letzten bestimmt zehn Jahren uns eigentlich geholfen hat, dass wir eine sehr viel höhere Beschäftigung hatten, als man vielleicht im Jahre 2004 oder 2005 vorausgesehen hätte. Das heißt, alle Kraft darauf zu lenken, die Erwerbsmöglichkeiten für Männer und Frauen, sage ich ausdrücklich, inklusive auch eines Einwanderungsgesetzes, Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, wie wir es gemacht haben, zu nutzen und zu mobilisieren. Das ist, glaube ich, das beste Rezept, um die Nachhaltigkeit unserer Rentenversorgung, unserer Rentensicherung auch zu ermöglichen. Dazu kommt, dass die unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Vorschläge unterbreiten, wie man das Ganze abstützen kann. Wir wissen alle, die gesetzliche Rentenversicherung alleine wird nicht ausreichen. Wir brauchen andere Rentenmöglichkeiten, zum Beispiel betriebliche und Ähnliches. Und Sie haben recht, auch eine gute Lohnsituation hilft natürlich, die Rentensituation auch zu verbessern. Mögen Sie eine Nachfrage stellen? Würde ich gerne. Herr Kollege Vogel, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt ist die Arbeitsmarktsituation in der Tat sehr gut gewesen in den letzten Jahren, mit Ausnahme jetzt vielleicht der letzten Monate. Und deswegen ist die Situation in den Rentenfinanzen auch gut. Allerdings bemessen wir ja auch die Gefährlichkeit eines, sagen wir mal, für das nächste Wochenende angesagten Sturmes. Nicht danach, ob Mittwoch die Sonne scheint, sondern wir können ja vorausschauen. Und der Faktor Demografie, der kommt ja neu dazu. Also noch sind die Babyboomer ja nicht in Rente. Und die Frage, ob eine gute Arbeitsmarktsituation und gute Löhne da ausreichen wird, die bleibt virulent. Oder müssen wir da nicht an die Struktur des Rentensystems selber ran, auch nach Ihrer Überzeugung? Also ich glaube, dass gerade Ihre Partei ja schon immer der Meinung ist, dass man an diese Struktur heran muss. Ich glaube, dass sich die umlagefinanzierte Rente länger bewährt hat, als wir alle dachten und dass sie sich auch weiter bewähren kann. Und würde deshalb auch im Blick auf das, was die Rentenkommission ja in dieser Legislaturperiode erarbeitet hat, damals noch in Erinnerung auch an Karl Schieverling, will ich seinen Namen dafür einfach nochmal nennen. Und das heißt nicht, dass wir da nicht in den nächsten Jahren weiterarbeiten müssen. Aber für den Zeitraum, den ich jetzt übersehe, glaube ich, können wir guten Gewissens sagen, dass wir gute Grundlagen dafür gelegt haben. Die nächste Frage stellt der Kollege Rudolf Henke, CDU, CSU. Da ist er. Begibt sich zum Mikrofon. Ach so, ja. Frau Bundeskanzlerin, ich komme nochmal zurück auf Ihre Eingangsbemerkung. Und nach den aktuellen Daten aus dem Robert-Koch-Institut haben wir in Deutschland ja etwa 90.500 Verstorbene im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Auf der anderen Seite haben die zahlreichen Maßnahmen seit dem vorigen Frühjahr auch etlichen Menschen das Leben gerettet. Und zugleich erleben wir und haben erlebt Debatten um die Verhältnismäßigkeit von Schutzmaßnahmen, auch im internationalen Vergleich. Meine Frage, wie sieht Ihr bisheriges Fazit zum Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit aus? Also ich glaube, dass für jeden von uns doch in jeder Sekunde, der da Entscheidungen zu treffen hatte, ob Sie das hier im Parlament sind, ob wir das in der Regierung waren oder die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich immer überlegt haben, was ist der Weg, der beste Weg durch ein so unvorhergesehenes Ereignis wie eine solche schreckliche Pandemie. Unser erster Maßstab war, die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ich habe eben gesagt, dass es uns einigermaßen gelungen ist. Der zweite Weg war natürlich, möglichst jedes Menschenleben zu schützen. Da, muss man sagen, hatten wir schwere Stunden und Wochen, gerade auch, wenn ich an den Jahreswechsel 2020-2021 denke, wo wir viel lernen mussten, um die Pflegeheime besser zu schützen. Und wenn ich daran denke, was wir an Hilfsmaßnahmen gemacht haben, dann haben wir, glaube ich, auch vieles richtig gemacht. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viele Menschen, die gelitten haben, die auch über das Maß, was sie vielleicht selbst schaffen, gelitten haben. Und denen müssen wir jetzt auch nach Ende der epidemiologischen Lage von nationaler Tragweite weiterhelfen. Deshalb für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Familien Unterstützungsmaßnahmen. Und das müssen wir dann situationsgerecht auch weiter tun. Das ist ein großer Einschnitt in unserer Geschichte. Und da wird man auch zurückblickend noch mal Lehren ziehen müssen, was können wir besser vorbereiten für solche Fälle. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, haben wir auch sehr vieles richtig gemacht, auch im internationalen Vergleich. Herr Kollege Henke, mögen Sie eine weitere Nachfrage stellen? Ja, das möchte ich gerne. Bitte gerne. Möchte ich nachfragen, welche Erwartungen haben Sie an Änderungen nach diesem auch gemeinsamen, weltweiten Erleben in der internationalen Zusammenarbeit? Ich habe die Erwartung, dass die WHO schlagkräftiger ist, dass wir in der Lage sind, so wie wir es jetzt sehr schnell gemacht haben, mit ACTA A und COVAX internationale Fazilitäten zu haben, die dann auch Medikamente entwickeln, Impfungen machen, und dass wir insgesamt das internationale Gesundheitswesen resilienter machen. Die WHO braucht sicherlich auf ihre Regionalorganisationen noch mehr sozusagen Schlagkraft auf die zuzugreifen. Und wenn ich an die Entwicklungsländer denke, da müssen wir vor allen Dingen eine Infrastruktur im Gesundheitswesen schaffen, die dann schnelles Impfen zum Beispiel, wenn die Impfstoffe vorhanden sind, auch ermöglicht, eine gute Aufklärung und Vorbereitung. Aber insgesamt hat sich in den Zeiten der Pandemie der Multilateralismus eigentlich stärken können. Und das ist für mich eine gute Botschaft. Aber zweitens will ich noch sagen, wir haben natürlich einen schweren Rückschlag erlitten bezüglich der Umsetzung der gesamten Agenda 2030. Das heißt, die ganze nächste und übernächste Legislaturperiode werden alle damit beschäftigt sein, diese SDG-Ziele 2030 zu erreichen. Und es wird ein Mehr an Entwicklungsanstrengungen bedürfen und nicht ein Weniger. Die nächste Frage stellt die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke, Amira Mohamed Ali. Frau Bundeskanzlerin, Ihr Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, allen Jugendlichen ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot machen zu können. Können Sie das so bestätigen? Und wenn ja, was bedeutet das konkret? Also bedeutet das, dass die Jugendlichen dann hoch priorisiert werden sollen, weil ja sonst immer eher vom Ende des Sommers die Rede ist? Das hatten Sie eben auch schon noch mal gesagt. Oder heißt das, dass bis Ende August alle Menschen, die das wollen, also auch die vielen, die jetzt schon auf den Wartelisten stehen, von den Ärzten, von den Impfzentren, dass die bis Ende August ihre Erstimpfung erhalten? Oder bedeutet das, dass diese Menschen zumindest alle bis Ende August einen konkreten Impftermin bekommen, der dann auch diese Wochen oder Monate später liegen kann? Ich denke, da werden Sie mir zustimmen, Frau Bundeskanzlerin, das ist wichtig für die Menschen hier Klarheit zu haben. Ja, das mit dem Impfangebot bezüglich der jungen Menschen, das können wir machen bis Ende August. Ich will mich jetzt nicht festlegen, Ich habe mich immer auf den 21. September, als ich gefragt wurde, festgelegt, so wie es jetzt aussieht, brauchen wir vielleicht nicht die ganze Zeit, aber ich nenne kein neues Datum. Das ist mal gesagt worden, als wir noch dachten, wir können priorisieren, durch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die ausdrücklich Kinder nicht priorisiert, hat sich das ein bisschen geändert. Die Ständige Impfkommission hat ja gesagt, wer freiwillig will, wenn der Arzt es empfiehlt, kann das Kind geimpft werden. Aber es ist nicht so, dass die Ständige Impfkommission gesagt hat, wenn der Schulunterricht wieder beginnt, wäre es am besten, alle Kinder sind geimpft. Insofern werden die Kinder jetzt, sage ich mal, nicht hoch priorisiert, wie Sie das jetzt gerade genannt haben, oder kriegen keine höhere Priorität, sondern die Kinder werden im Grunde behandelt, wie die Bevölkerungsgruppen, die auch keine besondere Prioritätsstufe haben. Wir sind, und deshalb bin ich so zögerlich, wir wissen nie ganz genau, wie viel der vertraglich vereinbarten Impfstoffe wir dann genau bekommen. Wenn die Lieferungen gut laufen und wirklich das kommt, was uns versprochen wurde, dann können wir jedenfalls mit sehr gutem, auch mit einem kleinen Puffer, das mit dem 21. September erreichen, und dann sprechen wir über wenige Tage. Aber das ist meine Einstellung jetzt zu den Kindern. Sie haben das Wort zu einer Nachfrage. Ja, danke schön. Ich habe noch eine Nachfrage auch zum Impfen. Wir wissen, dass in sogenannten sozial benachteiligten Stadtteilen oder Gebieten, dass da die Impfquote niedriger ist als im Rest des Landes, und dass ärmere Menschen auch ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken, und wenn sie dann krank werden, dass dann auch ein schwererer Verlauf befürchtet werden muss, eben aufgrund von beengten Wohnverhältnissen, weil ärmere Menschen in der Regel Berufe haben, wo man nicht Homeoffice machen kann, aufgrund von Vorerkrankungen und so weiter. Deswegen meine Frage, was tut die Bundesregierung ganz konkret, um die Menschen, die besonderen Schutz brauchen, hier zu schützen? Wollen Sie den Einsatz von den mobilen Impfteams, die es ja teilweise schon gibt, wollen Sie das konkret fördern? Der Bundesgesundheitsminister spricht ja mit den Gesundheitsministern der Länder, und ich habe mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gesprochen. Erstens, wir werden die Impfzentren weiter offen halten. Das heißt, dort werden ja auch oft diese mobilen Impfteams gebildet, die dann in bestimmte Ortsteile oder Stadtteile hingehen. Ich glaube, das hat sich sehr bewährt. Wir werden das auch im Herbst brauchen, wenn wir eventuell Nachimpfungen für die Pflegeheime machen müssen. Das werden auch keine Impfungen sein, die sozusagen mit dem Impfzentrum direkt gemacht werden können, sondern wo man auch besser mobile Teams braucht. Ich finde, die ganzen Beispiele, die jetzt ja inzwischen auch schon Schule gemacht haben, sind doch sehr ermutigend. Wir werden jetzt in eine Situation kommen im Sommer, in der nicht mehr die Terminvergabe sozusagen völlig überbucht ist und lange Warteschlangen an den Telefonen sind, sondern wo wir schon ein Stück weit noch mal zu den Menschen gehen müssen. Und das gilt insbesondere auch für jüngere Menschen, die nicht alle einen Hausarzt haben vielleicht. Und insofern kann ich dem Gedanken sehr viel abgewinnen. Aber die Bundesregierung organisiert das ja nicht selber, sondern sie ermöglicht es nur. Und die Bitte der Länder war, dass wir auch weiter die Impfzentren unterstützen finanziell, damit von dort aus auch solche mobilen Impfteams gebildet werden können. Dankeschön. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Oliver Krischer. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, im Netz kursiert derzeit ein Video, eine NDR Talkshow aus dem Jahr 1997. Da äußern Sie sich sehr vehement, dass in Sachen Klimaschutz schnell und konsequent gehandelt werden muss. Sie sagen, und das finde ich gerade 25 Jahre zurück sehr weitsichtig, Sie argumentieren auch, dass die Folgekosten nicht Handelns im Umwelt- und Klimaschutz oft die Kosten des Handelns übersteigen und plädieren deshalb sehr stark für im Jahr 1997 für schnelles Handeln. Wie würden Sie nach 16 Jahren Ihrer Kanzlerinnenschaft die Bilanz in Sachen Klimaschutz vor dem Hintergrund Ihrer damaligen Äußerung, die, glaube ich, nicht nur in dieser einen Talkshow, sondern öfters von Ihnen gemacht worden sind, bewerten? Ja, ich war halt Umweltministerin, nicht? Und zu dem jetzt damaligen Zeitpunkt. Und wir hatten ja das Kyoto-Abkommen damals als rechtliche Grundlage. Und wir hatten die Verpflichtung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon zwischen 1990 und 2010 in Deutschland, den CO2-Ausstoß um 20 Prozent zu reduzieren. Und die IPCC-Berichte sind dann ja immer drängender geworden in der Folgezeit. Das hat dazu geführt, dass wir den Beschluss gefasst haben, zwischen 2010 und 2020 noch mal um 20 Prozent die CO2-Emissionen zu reduzieren, also zu verdoppeln unserer Anstrengung. Und wenn man bedenkt, dass in die Zeit 1990 bis 2010 ja die gesamte deutsche Einheit fiel mit dem gesamten Zusammenbruch der Wirtschaft dort, war dieses Ziel 2010 bis 2020 so vorzugehen. Und das hat dann, haben wir dann, ich weiß nicht mehr, ob das unter Rot-Grün so beschlossen wurde, wahrscheinlich in der Regierungszeit von Gerhard Schröder. Aber das haben wir sofort übernommen. Das heißt also, wir haben unsere Anstrengungen verdoppelt. Und jetzt mit dem Klimaschutzgesetz, was morgen verabschiedet wird, werden wir von 40 auf 65 Prozent in zehn Jahren gehen. Und da wir wissen, dass es mit Sicherheit nicht leichter wird, sind das also wachsende Ambitionen über die Dauer meiner politischen Tätigkeit. Und da würde ich sagen, da drückt sich eine gewisse Dringlichkeit aus, ja. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Danke, Frau Bundeskanzlerin, für die Erläuterung. Mich würde aber da noch mal konkret interessieren, Sie haben jetzt die Ziele beschrieben im Laufe der Zeit, aber würden Sie das auch in der Rückschau, wie Sie damals argumentiert haben, was in den letzten 16 Jahren passiert ist, als ausreichend betrachten? Oder würden Sie heute sagen, das hätte eigentlich mehr sein müssen? Und meine weitere Frage, was würden Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger damit auf den Weg geben, was man im Klimaschutz tun muss? Na ja, wir hatten ja zwei Sorten von Problemen. Ich habe damals, war sehr glücklich, dass das Kyoto-Abkommen verhandelt wurde und habe dann mehrere Rückschläge mit Schrecken zur Kenntnis nehmen müssen. Erstens, dass die Vereinigten Staaten von Amerika niemals das Kyoto-Abkommen unterzeichnet und ratifiziert haben. Zweitens, dass große Länder wie Indien erklärt haben, nie, niemals werden sie verpflichtend ein internationales Abkommen unterzeichnen, bei dem das nationale Parlament sozusagen seine Reduktionszahlen vorgegeben bekommt. Das hat dann zu dem Rückschlag von Kopenhagen geführt und dann zu dem heutigen Paris-Accord, wo man ja von freiwilligen Verpflichtungen ausgeht. Und ich glaube, in meiner politischen Zeit, wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber das kann, kenne ich auch echt im Augenblick niemanden. Aber wir haben als Europäische Union doch sehr anspruchsvolle Vorgaben uns gemacht. Wir haben sehr dafür gesorgt, dass das Pariser Abkommen verabschiedet werden konnte. Ich gucke immer auf das gelbe Flackern. Und wir haben sozusagen auch weltweit doch sehr daran gearbeitet, Klimaallianzen zu schmieden, dass China heute solche Vorschläge hat, dass wir es erfreulicherweise auch die Vereinigten Staaten von Amerika wieder an Bord haben. Das sind gute Dinge. Aber die Zeit drängt wahnsinnig. Und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht. Aber es ist viel passiert und mit einem höheren Tempo als 1997 sozusagen auf der Agenda stand. Frau Bundeskanzlerin, der Hinweis sei mir gestattet. Wenn es gelb flackert, ist es das Signal, dass es gleich auf rot umspringt. Und dann ist tatsächlich die Antwortzeit abgelaufen. Ja, das habe ich verstanden. Aber wenn ich noch so viele Gedanken in meinem Kopf habe, muss ich aufpassen, dass Sie nicht durcheinander purzeln. Ich verstehe das alles. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete... Bei gelb fährt man nicht mehr los. Da fragt man sich immer, darf ich den nächsten Satz noch anfangen? Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Sebastian Münzenmayer. Danke, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, laut einer aktuellen Studie der Universität Duisburg und Essen mit über 160.000 Teilnehmern sind die momentan durchgeführten PCR-Tests, die ja die Grundlage für den Inzidenzwert bilden, nicht aussagekräftig über die Ansteckungsgefahr eines Getesteten. Und laut dem Autor der Studie, Prof. Dr. Stang, waren im Vergleichszeitraum der Studie über 60 Prozent der positiv Getesteten nicht mehr ansteckend, da der CT-Wert über 25 und die Viruslast dementsprechend zu gering für eine Ansteckung war. Und da die positiven PCR-Tests, ich habe es ja gerade eben gesagt, momentan die Grundlage für den Inzidenzwert sind, und dieser Inzidenzwert ist dieser Bundesregierung nach ja die Voraussetzung für massive Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten. Und deswegen, Prof. Dr. Andreas Stang, äußert sich dazu wie folgt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die am Ende errechnete Zahl von SARS-CoV-2 positiv Getesteten sollte daher nicht als Grundlage für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation oder Lockdown benutzt werden. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, stimmen Sie dieser Aussage zu? Und wenn nein, warum nicht? Nein, ich stimme der Aussage so nicht zu. Ich glaube, dass auch gute wissenschaftliche Antworten, die ich hier nicht wiedergeben kann, zum Beispiel von Herrn Prof. Drosten in seinen letzten Podcast gegeben wurden. Ich will nur ganz allgemein sagen, Sie schauen Sie sich, wenn Sie sich den PCR-Wert eines Erkrankten anschauen, dann baut der sich auf und dann baut er sich nach einem Höhepunkt auch wieder ab. Und das heißt, man hat im Verlauf der Krankheit, wenn man jetzt jeden Tag einen PCR-Test machen würde, immer eine bestimmte Verlaufskurve. Und da sind Teile davon unterhalb von 25 und Teile davon sind über 25. Mal ist man mehr ansteckend, mal kommt man ins ansteckende Bereich, dann ist man wieder gar nicht mehr ansteckend. Und die einzige Frage ist, haben wir, und wir hatten ja nur eine endliche Zahl von PCR-Tests zur Verfügung, vielleicht manchen Menschen drei oder vier Tage zu lange Quarantäne gesagt. Sie können aber mit einem PCR-Test, bei dem Sie 100 Prozent rauskriegen, ob jemand die Krankheit hat. Nicht sagen, ist der auf dem aufsteigenden Ast des PCR-Wertes, auf dem absteigenden Ast des PCR-Wertes, also weil es gerade andersrum geht, es ist mit meiner Handbewegung, müssen Sie sich andersrum denken, aber ist er genau, in welchem Stadium der Infektion ist er. Und deshalb glaube ich, dass wir im Großen und Ganzen im Blick auf die Verfügbarkeit von PCR-Tests verantwortlich gehandelt haben und man natürlich, wenn man unendlich viele solcher Tests hat, könnte man die Quarantänezeit hinten und vorne noch ein bisschen abschneiden. Aber das wäre nicht verantwortlich, da man für das Individuum ja auch gar nicht weiß, wie sich die PCR-Konzentration dann verändert. Das kann beim einen schnell gehen, beim anderen langsam gehen. Der kann ja nicht stündlich testen und fragen, ist der jetzt über 25 oder unter 25 und darf ich den nur auf die Straße lassen. Und deshalb ist das nach bestem Wissen und Gewissen gut gemacht. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Vielen herzlichen Dank. Ja, Sie haben jetzt wieder nur auf den PCR-Test beziehungsweise auf die Inzidenz bei einigen Ihrer... Nein, ich habe auf den CT-Wert gestellt. Frau Bundeskanzlerin, Entschuldigung. Ja, selbstverständlich. Erst stellt der Abgeordnete noch seine Nachfrage und dann kommt es zur Antwort. Frau Bundeskanzlerin, danke für das Wort. Also es ist ja so, Sie haben ja in einigen Ihrer Maßnahmen, wie zum Beispiel auch in der Bundesnotbremse, da haben Sie komplett auf die Inzidenz abgestellt. Da gibt es keine weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel die Belegung der Intensivbetten. Die haben Sie vorhin angesprochen. Auch da gibt es Manipulationsvorwürfe. Der Bundesrechnungshof hat gesagt, da war wohl nicht alles ganz korrekt. Jetzt haben wir den Fall der PCR-Test, wo eine namhafte Studie, es ist ja nicht so, dass ich die erfunden habe, eine namhafte Studie sagt, na ja, da gibt es einiges an Unklarheiten. Das bedeutet, Ihre Maßnahmen, die Sie bisher getroffen haben, die stehen alle auf sehr wackeligen Füßen. Und deswegen vor diesem Hintergrund möchte ich Sie noch mal fragen, wie geht das in Zukunft weiter? Jetzt wurde ja schon von der Delta-Variante geredet. Auch da gibt es Aussagen dazu, dass die zwar ansteckende, aber nicht gefährlicher im Sinne von schweren Verläufen sei. Wie stellen Sie sich vor, wann kann man denn Maßnahmen wirklich aufheben? Oder müssen wir damit rechnen, dass wir Ende des Jahres wieder in Lockdown gehen? Müssen wir damit rechnen, dass eine Epsilon-Variante auftaucht und so weiter? Also, dass verschiedene Varianten auftauchen können, damit müssen wir rechnen, solange nicht die gesamte Weltbevölkerung geimpft ist. Und jetzt werde ich noch mal versuchen zu ordnen, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ein PCR-Test ist positiv. Dann hat der Mensch SARS-CoV-19. Zweitens, mit einem PCR-Test ist ein CT-Wert verbunden, irgendeine Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Und dieser CT-Wert kann über oder unter 25 sein. Ist er über 25, ist der Mensch ansteckend. Ist er unter 25, ist er nicht ansteckend. Sie wissen aber nicht, in welchem Moment des Krankheitsverlaufes Sie diese Messung machen. Also hat er morgen einen höheren CT-Wert oder einen niedrigeren CT-Wert. Und davon hängt ab, ob er morgen noch ansteckend ist oder nicht. Das heißt also, im Grundsatz ist der PCR-Test immer ein hervorragender Indikator für die Frage, ob jemand krank ist. Und wenn ich mir den Zeitverlauf von CT angucke, kann ich auch sagen, wann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit ansteckend, wann nicht. Jetzt fragen Sie nach der Inzidenz. Die ist ja was ganz anderes. Die Inzidenz ist die Zahl der Menschen, die einen positiven PCR-Test hatten, pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Und diese Inzidenz, da haben wir eine Evidenz gehabt, dass bei den bisherigen Varianten, ich hole das bei der nächsten Frage rein, bei den bisherigen Varianten, die Krankenhaushäufigkeit so und so hoch ist und die schwere Erkrankungsverläufe so und so hoch sind und Long-Covid vielleicht so und so hoch sind. Durch das Impfen wird sich das ändern. Das heißt, das, was wir im letzten Winter hatten, dass die Inzidenz in dieser und jener Weise mit der Zahl der belegten Intensivbetten verbunden ist, das wird nicht mehr eins zu eins zu gelten. Wie das gilt, wie die einzelnen Impfstoffe auf schwere Verläufe wirken, auf die Ansteckbarkeit anderer Menschen, selbst wenn ich selber nicht schwer erkranke, das hängt von der Impfquote ab. Wie viele Menschen lassen sich impfen? Je mehr sie sich impfen lassen, umso leichter haben wir es. Aber es wird sich durch das Impfen verändern. Und deshalb kann ich Ihnen für den Herbst diesen Jahres noch keine Aussage machen. Die nächste Frage stellt die Kollegin Katja Mast. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, damit Jung- und Altsicherheit im Alter haben, braucht es aus unserer Sicht ein stabiles Rentenniveau weit über 2025 hinaus. Denn nur damit steigen die Renten wie die Löhne. Und Rente ist ja Respekt vor Lebensleistung. Das müssen wir stärken aus unserer Sicht. Mit der Bitte um eine klare Antwort. Sind Sie mit mir und der SPD-Bundestagsfraktion der Meinung, dass das Rentenniveau über das Jahr 2025 hinaus stabilisiert werden muss? Ich glaube nicht, dass das Rentenniveau die alleinige Größe ist. Also dieser einfachen Aussage schließe ich mich so nicht an, sondern ich bin der Meinung, dass wir für auskömmliche und gute Renten sorgen müssen. Das hängt sehr von der Lohnentwicklung ab, von der Beschäftigung ab. Das hängt von der Frage ab, wie viele Menschen haben betriebliche Altersvorsorge, was tun wir für zusätzliche Altersvorsorge. Also ich würde es nicht alleine an das Rentenniveau knüpfen. Wir haben im Übrigen als Respekt vor Lebensleistung auch die Grundrente eingeführt. Ein sehr umstrittenes Mittel, aber seitdem wir sie haben, spricht keiner mehr von ihr. Deshalb würde ich sie gerne noch mal erwähnen. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Danke, Frau Bundeskanzlerin, auch für Ihre Antwort, auch für den Hinweis auf die Grundrente. Das war ja ein langer Prozess, in dem wir nicht immer von Anfang an gemeinsam gegangen sind, aber am Schluss gemeinsam entschieden haben. Die gesetzliche Rente stellt insgesamt für fast drei Viertel der Menschen die Alterungssicherungsleistung, ist ungefähr drei Viertel der gesetzlichen Rente. Sie ist damit die stabilste und das stabilste Fundament der Altersvorsorge. Deshalb fokussiere ich meine Fragen ja auch auf die gesetzliche Rentenversicherung. Für viele ist sie sogar die einzige Altersvorsorge. Handeln wir nicht. Politisch wird das Rentenniveau ab 2025 sinken und damit auch die Sicherheit durch die gesetzliche Rentenversicherung abnehmen. Jetzt wird auch noch im CDU-Wirtschaftsministerium diskutiert, das Rentenalter noch weiter anzuheben. Das bezieht sich ja auch nur auf die gesetzliche Rentenversicherung, und zwar zuerst auf 68 und später noch höher. Wir von der SPD lehnen dies ab. Lehnen Sie eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ebenfalls ab? Und wenn ja, wie erklären Sie sich, dass dazu eine klare Aussage im CDU-Wahlprogramm fehlt? Sie sind ja auch Mitglied der CDU. Ja, also eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit steht für mich nicht auf der Tagesordnung. Und ich glaube, dass wir, wenn man den Prognosen auch, wir machen ja jedes Jahr, glaube ich, einen Rentenbericht, wo wir uns immer anschauen, wie das weitergeht oder alle paar Jahre. Und die Prognosen wurden erfreulicherweise alle so nicht eingehalten, sondern es hat sich das gesetzliche Rentensystem als sehr viel stabiler erwiesen, als manche Prognose es gesagt hat. Ich bedauere, dass wir noch kein gutes Vorsorgeprodukt gefunden haben. Der Impuls der Riester-Rente war ja richtig. Und wir müssen Geringverdiener und die Menschen, die weniger verdienen, anders unterstützen als einfach nur durch steuerliche Vorteile. Wir brauchen noch ein zusätzliches Produkt, was auch eine private Vorsorge für Geringverdiener möglich macht. Die nächste Frage. Im Übrigen hat das Wirtschaftsministerium, das möchte ich dann doch noch mal klarstellen, jedes Ministerium hat Beiräte. Und diese Beiräte und Sachverständigen und so weiter, die sagen uns vieles und geben uns viele Hinweise. Aber das ist bei Weitem nicht in jedem Fall identisch mit dem, was das Ministerium dann macht und denkt. Das würden Sie sagen, beim Wirtschaftsministerium, mehr als beim Sozialministerium. Aber das ist Ihre persönliche Betrachtung. Die nächste Frage stellt der Kollege Alexander Graf Lambsdorff. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin. Kürzlich hat sich ein Experte der Bundeswehr-Universität in Hamburg, selber Soldat, vor dem Hintergrund des Konflikts im Kaukasus, im Blick auf die Bundeswehr wie folgt geäußert. Wenn die Bundeswehr in diesem konkreten Konflikt gegen Aserbaidschan hätte kämpfen müssen, hätte sie kaum eine Chance gehabt. Allein schon die fehlende Heeresflugabwehr wäre uns zum Verhängnis geworden. Der Inspekteur des Heeres hat sich kürzlich wie folgt öffentlich eingelassen, dass es trotz politischem Willen und zeitlichem Vorlauf nicht gelingen wird, seitens der Bundesregierung der NATO die zugesagte schnelle Eingreiftruppe 2023 mit einer eigenständig ausgerüsteten Brigade zur Verfügung zu stellen. Der letzte Wehrbeauftragte hat kürzlich noch geäußert, er halte die Bundeswehr als in Gänze für nicht einsatzfähig. Sie waren 16 Jahre lang in Verantwortung, auch für unsere Streitkräfte. Im Ernstfall wären Sie die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Meine Frage an Sie, wie konnte es so weit kommen? Ich teile die Einschätzung erst einmal in der Pauschalität nicht. Wir kommen hier gerade aus einer Aktuellen Stunde, wo wir über Afghanistan gesprochen haben. Ich habe oft im Gespräch auch mit anderen Staats- und Regierungschefs erlebt, dass man durchaus fand, dass die Bundeswehr einsatzfähig war. Sie hat dort für 19 oder 20 weitere Nationen auch den Schutz mit organisiert. Aber wir können nicht all das, was wir vielleicht können, sollten. Leider ist es in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu einem Beschluss gekommen, mit dem wir dann auch im Bereich der Drohnen zum Beispiel mit Bewaffnung handlungsfähig sind. Das müssen wir unbedingt in den nächsten Jahren werden. Das wird ein ganz wichtiges Vorhaben für die nächste Bundesregierung, wer immer sie stellt, sein. Aber in dieser Pauschalität kann ich das nicht teilen. Im Übrigen haben wir seit der Zeit, als die FDP ja auch in der Bundesregierung war, die Verteidigungsausgaben seit Wales noch einmal erheblich gesteigert. Das werden sie auch verfolgt haben. Und das bringt uns auch bessere Möglichkeiten, die Bundeswehr auszurüsten. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es eben erwähnt. 16 Jahre Amtszeit ist eine Zeit für eine Bilanz. Wir haben eben in der Tat Afghanistan debattiert mit einer sehr durchwachsenen Bilanz. Großer Respekt für das, was unsere Soldatinnen und Soldaten geleistet haben, aber politisch insgesamt in der Tat ja eine durchwachsende Bilanz. Meine Frage an Sie ist, wie ist Ihre persönliche Bewertung dieses Einsatzes? Und welche Lektionen würden Sie aus diesem Einsatz ziehen, im Blick auf laufende Einsätze der Bundeswehr im Ausland, insbesondere Mali, jetzt nach dem angekündigten Ende von Barkan? Der Franziska, das muss künftig anders laufen. Nein, ich finde, hier sind sehr bedenkenswerte Reden eben gehalten worden, die schon einen Unterschied gemacht haben zwischen der Frage, was ist die Motivation, in einen solchen Einsatz zu gehen. Und natürlich muss sich dazu eine gut ausgerüstete Armee haben. Ich glaube zum Beispiel, dass wir bei MINUSMA, und das ist ja in Mali, mit unserer Heron-Aufklärungsdrohne hervorragendes leisten, über das andere Bündnispartner dort nicht verfügen. Und ich weiß, wie sehr das geschätzt wird. Da hätte man eher fragen können, müssen die Schnittstellen mit Barkane und mit anderen Einsatzkräften nicht noch besser werden? Müssen wir die Afrikaner mehr ertüchtigen? Wir haben eine Ertüchtigungsmission für die afrikanischen Sahel-Armeen gemacht. Und ich arbeite seit Jahr und Tag dafür, also seit vielen Jahren dafür, dass ein Artikel-7-Mandat für die G5-Sahel-Truppe gegeben wird. Wir sind bis jetzt nicht erfolgreich gewesen, aber ich werde das weiter tun, weil ich glaube, dass wir stärker auch noch in diese Ertüchtigungs- und Ausbildungsrolle hinein müssen und nicht alles selber machen können, weil die kulturellen Gegebenheiten einer Region, das gilt für Mali, das gilt für Niger, das gilt aber eben auch für Afghanistan, ganz besonders sind. Und man muss sagen, wenn etwas doch auch Erfolge gezeigt hat, dann war das der Angang mit dem Training und mit der Ausbildungsmission in Afghanistan. Ich habe das als einen großen Fortschritt empfunden. Und es ist jetzt natürlich bedauerlich, dass wir abziehen. Das war jetzt ja auch keine alleinige deutsche Entscheidung. Aber andere zu ertüchtigen, das halte ich weiter für wichtig. Und ansonsten haben wir auch Assets, um die uns manche auch vielleicht nicht beneiden, aber die manche sehr gerne mitnutzen. Nein, das war die Nachfrage, die möglich war. Das Wort hat Dr. Georg Hippels für die nächste Frage. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! Mit den Sommerferien steht jetzt auch die Reisezeit an. Ich möchte Sie vor diesem Hintergrund bitten, ob Sie uns einen Überblick über den Fortschritt der Impfkampagne geben könnten. Sie hatten in Aussicht gestellt, dass bis zum Ende des Sommers jedem impfwilligen Erwachsenen ein Impfangebot angeboten werden sollte. Halten Sie dieses Angebot unverändert für realistisch, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja auch in einem gewissen Wettlauf mit der Delta-Variante sind. Ja, das Angebot halte ich für absolut realistisch. Wir haben ja das erst schon gehört. Die Hälfte der Bevölkerung ist jetzt erst geimpft. Wir wissen ja, dass wir nicht die ganze Bevölkerung impfen können, weil die 0- bis 12-Jährigen ja nicht dabei sind. Das heißt, es bleiben dann etwa 72 Millionen Menschen, sagen wir mal 73 Millionen Menschen, die könnten geimpft werden. Wir gehen nicht davon aus, dass wir 100 Prozent Impfbereitschaft haben. Also, sagen wir mal, wenn wir 80 erreichen, wären wir schon gar nicht so schlecht. Und vielleicht auch 85. Und wenn Sie sich das anschauen, dass jetzt über, also um die 50 Millionen Menschen eine Erstimpfung haben, dann bleiben also, sagen wir mal, können sich die Millionenzahl ausrechnen, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Dann sehen Sie das mit den Lieferungen. Wir bekommen jetzt alleine noch im Juni zweimal 5,7 Millionen Dosen von BioNTech. Dann kommen Dosen von Moderna für das dritte Quartal dazu, eine große Zahl im Juli, noch nicht so viel im August, aber sehr. Das heißt also, man kann eine ziemlich hohe Impfbereitschaft ansetzen und kann dann auch noch die Jugendlichen zwischen 12 und 18 oder 16 dazu rechnen. Ich glaube, also guten Gewissens sagen zu können, nach allem, was ich weiß, dass ich dieses Angebot weiter aufrechterhalten kann. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir erfreuen uns momentan an den Spielen der Europameisterschaft, die auch in Deutschland mit großer Sorgfalt im Hinblick auf die Hygienekonzepte durchgeführt werden. Aber auch diese Sportveranstaltung steht jetzt unter dem Eindruck der Delta-Variante. Und im europäischen Ausland stehen jetzt alsbald sehr große Spiele, insbesondere das Endspiel auf der Tagesordnung. Stimmt es Sie nachdenklich, dass teilweise in Verbindung da mit den Infektionsrisiken auch Auswirkungen für die Bundesrepublik entstehen könnten, wenn dort nicht in ausreichendem Maße auch die gleiche Sorgfalt betrieben wird wie hier in Deutschland? Na ja, unbeschadetes Fußball, der ist ja nur eine Facette davon, stimmt es mich vor allen Dingen nachdenklich, dass wir es bis jetzt nicht geschafft haben, dass alle 27 Mitgliedstaaten dieselben Einreisebestimmungen haben aus Virusvariantengebieten, in diesem Fall Großbritannien. Aber das können auch andere Länder sein. Wir haben hier sehr strenge Bestimmungen, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass bei uns die Delta-Variante sich noch nicht so schnell ausgebreitet hat. Aber leider ist das nicht für alle anderen Mitgliedstaaten der EU so. Und wir müssen als eine Lehre aus dieser Pandemie zu gleichen Bestimmungen kommen. Bei uns muss man, wenn man aus Großbritannien kommt, dann muss man eben in Quarantäne. Und das ist bei weitem nicht in jedem europäischen Land so. Und das würde ich mir wünschen. Die nächste Frage stellt die Kollegin Karin Lai. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ich habe mich mit der wohnungspolitischen Bilanz Ihrer Amtszeit befasst. Während Ihrer Amtszeit sind die Angebotsmieten im Schnitt um 50 Prozent gestiegen. Also da sind jetzt auch kleinere Gemeinden mit eingerechnet. Es gibt einige Städte, nehmen wir beispielsweise Hof oder Heilbronn, die haben in mehreren Jahren hintereinander zweistellige Mietsteigerungen. Das heißt, die Mietenentwicklung hat sich komplett von der allgemeinen Kaufkraftentwicklung und auch von der Lohnentwicklung entkoppelt. Die Hälfte aller Mieterhaushalte in deutschen Großstädten gelten inzwischen von Durchwohnkosten überlastet. Und die Zahl der Sozialwohnungen ist in ihrer Amtszeit um eine Million Sozialwohnungen zurückgegangen. Also sie hat sich fast halbiert. Jeden Tag gehen 100 Sozialwohnungen verloren. Sind Sie zufrieden mit dieser Bilanz? Und was waren vielleicht auch ganz persönlich Ihre Fehler in der Wohnungspolitik während Ihrer Amtszeit? Also es ist richtig, dass ein Großteil der Bevölkerung durch die Mieten eine sehr hohe Belastung hat. Und deshalb hat der Bund sich auch entschlossen, gerade in dieser Legislaturperiode, obwohl er nicht zuständig ist, sondern die Länder zuständig sind, ich glaube, 5 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau noch einmal zu investieren, weil die Länder es aus eigener Kraft nicht geschafft haben. Damit haben wir sozusagen ein Stück Föderalismusreform wieder rückgängig gemacht. Und wir haben zweitens eine Wohngeldnovelle auf den Weg gebracht, die dazu geführt hat, oder die jetzt dazu führt, dass wir automatische Wohngeldanpassungen haben, die es auch in den vergangenen Jahren nicht gab. Das war jedes Mal eine neue Entscheidung, also auch eine sehr gute Sache und auch das Wohngeld erhöht haben. Wir haben außerdem Baulandfragen und Ähnliches, ich kann das jetzt hier aus Zeitgründen nicht alles aufführen, in Gang gebracht, Baugesetznovellen, um das Bauen zu erleichtern. Und wo notwendig haben wir ja auch Mietspreisbremsen eingesetzt, neuen Mietspiegel eingeführt. Aber wir müssen vor allem die Bauaktivitäten voranbringen. Wenn keiner Wohnungen baut, gibt es auch keine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben versucht, diesen sehr komplexen Sachverhalt gut zu handeln. Und ich glaube, deshalb haben wir einiges auf den Weg gebracht, gerade in dieser Legislaturperiode. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, vielen Dank. Vielleicht zur Zuständigkeit kann ich kurz erläutern, dass die Föderalismusreform ja in ihrer Amtszeit fiel. Ich denke, das war auch ein Kardinalfehler, das Wohnungswesen, die Verantwortung an die Länder zu geben. Wir haben es aber für den sozialen Wohnungsbau korrigiert. Hier gemeinsam, also alle demokratischen Fraktionen, und haben gesagt, der Bund ist in der Mitverantwortung. Das Problem ist, dass diese 5 Milliarden Euro über die ganze Legislaturperiode ja in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Bedarfen stehen. Und offenbar sind ja diese Maßnahmen, auch die Mietpreisbremse mit all ihren Ausnahmen und Schwächen, nicht geeignet, diesen Mietenexplosionen zu stoppen und alle Menschen mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Deswegen freue ich mich persönlich sehr, dass es inzwischen eine Initiative gibt, die einen sechsjährigen Mietenstopp fordert, die der Deutsche Mieterbund, die Sozialverbände, die Gewerkschaften und viele Mieteninitiativen unterstützen. Und ich möchte Sie auch ganz persönlich fragen, ob auch Sie zustimmen würden, dass ein solcher Mietenstopp Mieterinnen und Mieter eine Atempause ermöglichen würde, die Sie ausdrücklich verdient haben. Also ich würde erst mal darauf hinweisen, dass da, wo die Linke mit in der Regierung ist, zum Beispiel hier in der Hauptstadt Berlin, die Situation sich nicht signifikant unterscheidet von anderen Bundesländern, wo sie nicht dabei ist. Und zweitens kann ich mich dieser Initiative leider nicht anschließen. Und gewonnen haben Sie auch nicht vor Gericht. Die nächste Frage stellt die Kollegin Ulle Schaus. Das ist nicht zynisch, das ist ein Sachverhalt. Nun hat die Kollegin Ulle Schaus das Wort. Frau Bundeskanzlerin, viele der diesjährigen Erstwählerinnen kennen dieses Land nur mit Ihnen als Kanzlerin. Und trotzdem hat sich nach 16 Jahren ihrer Zeit als Regierungschefin der Frauenanteile im Bundestag nicht erhöht. Im Gegenteil, er ist gesunken. Und Sie und Ihre Fraktion hätten ja jetzt die Chance gehabt, mit einem Paritégesetz oder zumindest mit einer Paritékommission etwas gegen diese Entwicklung zügig zu unternehmen. Jetzt ist es auf die Lange Bank, auf die Wahlrechtskommission geschoben worden. Und es ist unter ferner Liefen ein Thema, was in der nächsten Legislaturperiode irgendwann behandelt wird. Deswegen frage ich Sie, ist das aus Ihrer persönlichen Sicht ausreichend mit diesem Anteil von Frauen im Bundestag? Nein, das ist absolut nicht ausreichend. Allerdings ist die Fraktion, der ich angehöre, hat in ihrer jetzigen Zusammensetzung die freudige Grundlage, dass die allermeisten Direktwahlkreise haben und direkt gewonnen haben. Das heißt, das Problem eines größeren Frauenanteils beginnt früher. Es beginnt nicht erst mit der Listenaufstellung. Und ich kann eine wunderbare Liste haben und trotzdem keine Frauen im Parlament. Und deshalb muss man da anders ansetzen. Und diese Ansätze sind nicht so ganz einfach, wie man manchmal Glauben machen möchte. Ich bin absolut nicht zufrieden. Und ich werde auch erst zufrieden sein, wenn das 50-50 ist. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ich will es nochmal anders sagen. Seit Sie Kanzlerin sind, können sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und ich kann das beurteilen, weil ich war Berufsberaterin bei SOS Kinderdorf. Und es haben viele Mädchen seit ihrer Kanzlerinnenschaft diesen Berufswunsch geäußert. Und es ist eben auch bei dieser jungen Generation von Frauen eine sehr motivierende Aussicht. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Beatrix von Storch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, vor etwa drei Stunden haben wir gehört, dass Ursula von der Leyen in ihrer Funktion als Kommissionspräsidentin ein ungarisches Gesetz beurteilt hat als Schande. Sie hat angekündigt, dagegen vorzugehen. Und das heißt aus kreisender Kommission, dass ein Vertragsverletzungsverfahren möglich sein könnte. Das Gesetz behandelt eine Maßgabe der Ungarn. Sie wollen Homosexualität und Transsexualität Minderjährigen gegenüber in der Darstellung einschränken. In Ungarn ist seit 1996 die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft anerkannt vom Staat. Wir begrüßen das. Die Ungarn begrüßen das auch. Gleichwohl, jetzt soll gegen die Ungarn vorgegangen werden. Das trägt nach meiner Meinung und unserer Meinung zur Spaltung Europas bei. Die Souveränität ist angegriffen von Ungarn. Und die Frage lautet, unterstützen Sie diese Linie der Kommission gegen den souveränen demokratischen Staat Ungarn? Und sind Sie der Ansicht, dass das auch Auswirkungen haben sollte auf die Außenbeziehung der Europäischen Union und Deutschland zu den islamischen Golfstaaten? Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Wenn man homosexuelle gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. Über die Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die Kommission. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ungarische Parlament dieses Gesetz schon verabschiedet hat oder ob es noch in der Beratung ist. Auf jeden Fall findet es meine deutliche Kritik. Und was diese Aussage mit den Beziehungen zu den Golfstaaten zu tun hat, hat sich mir nicht erschlossen. Das glaube ich, ja. Ja, ich auch. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, meine Nachfrage knüpft daran an. Markus Söder hat sich jetzt auch dafür ausgesprochen, dass das Münchner Olympiastadion gerne in Regenbogenfarben eingefärbt werden darf. Genau. Großer Applaus. Viktor Orban hat jetzt seine Teilnahme für das Spiel heute abgesagt, auch mit Blick auf das, was die Kommission gesagt hat. Jetzt blicken wir von der EM raus zur WM. Und die findet statt in Katar. Dort ist die Scharia-Quelle der Rechtsgebung und Rechtsprechung. Dort ist Homosexualität verboten, und zwar bei fünf Jahren Gefängnisstrafe. Auch Peitschenhiebe wurden schon ausgeteilt. In Katar über Saudi-Arabien spreche ich in dem Zusammenhang gar nicht. 65 Prozent einer Umfrage vom WDR, 65 Prozent haben zugestimmt, dass wir vor dem Hintergrund der Verfolgung von Homosexuellen in Katar und der Menschenrechtsverletzung von Homosexuellen in Katar unsere Teilnahme an der WM dort absagen sollten. Halten Sie das für richtig, oder welche sonstigen Maßnahmen möchten Sie ergreifen, weil Sie gerade so klar gemacht haben, dass Ihre Haltung Ungarn gegenüber unerbittlich ist? Meine Haltung Ungarn gegenüber ist sehr freundschaftlich verbunden. Aber wenn es politische Differenzen gibt, werden sie benannt. Da ist übrigens Viktor Orban kein Ministerpräsident, der das für sein Land nicht etwa auch tun würde. Und zweitens ist die Frage der Abhaltung von Sportveranstaltungen in Ländern mit anderen gesellschaftlichen Gegebenheiten ein sehr weites Feld. Das können Sie über Olympische Spiele in China, das können Sie über die Weltmeisterschaft in Katar sagen. Ich will ganz eindeutig sagen, dass ich als Bundeskanzlerin nur meine Meinung jetzt zu diesem ungarischen Gesetz gesagt habe, dass die UEFA ihre Entscheidung bezüglich des Stadions und seiner Beleuchtung getroffen hat auf der Grundlage ihrer Statute. Die kann ich nicht bewerten. Ich habe aber festgestellt, dass die UEFA einen Unterschied zwischen dem Tragen der Binde von Manuel Neuer in Regenbogenfarben macht und diesem Stadionfrage. Ansonsten habe ich meine Meinung zu der Einschätzung dieses Gesetzes deutlich gesagt. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Klaus Mindrup. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, das Kabinett hatte am 12. Mai beschlossen, die Mehrkosten durch die Bepreisung von Erdgas und Öl, also die CO2-Mehrkosten, dass sie zu 50 Prozent aufgeteilt werden auf die Mieterinnen und die Vermieter. Ihre Fraktion blockiert nun diese Initiative. Das ist aus unserer Sicht sehr problematisch, weil die Mieterinnen und Mieter zum Beispiel keine Solaranlagen oder keine Wärmepumpen einbauen können. Sie können also auf diesen Preis nicht angemessen reagieren. Deswegen möchte ich Sie fragen, halten Sie diese beschlossene Aufteilung im Bundeskabinett weiterhin für richtig? Also diese Aufteilung, zu der haben wir uns im Bundeskabinett entschieden, weil wir wussten, dass wir keine ideale Lösung in der Kürze der Zeit hinbekommen. Denn es ist unbestritten, dass natürlich auch der Mieter einen Einfluss auf seine warmen Mietkosten, wenn ich das mal so sagen darf, nehmen kann. Dass er es aber nicht alleine kann, sondern dass der Vermieter auch ein hohes Maß an Verantwortung trägt. Stelle man sich, man hat ja im Grunde zwei Extremzustände. Der Vermieter, der nach den neuesten Standards sein Haus saniert und getan hat, dort müssen Mechanismen gefunden, der vielleicht auch Unterstützung bekommen hat beim Sanieren des Hauses, da müssen Mechanismen gefunden werden, wie wir kompensieren, und das sagt die Union auch in ihrem Wahlprogramm, in ihrem Regierungsprogramm, wie wir das kompensieren, den Anstieg der Mietkosten. Dann dem Vermieter die Hälfte zu geben, ist in diesem Extremfall nicht ideal, weil er alles getan hat. Auf der anderen Seite gibt es Vermieter, die tun nichts an ihren Häusern, und dann soll der Mieter alles übernehmen, auch nicht ideal. Das heißt, im Idealfall müsste man die Häuser einteilen nach ihren Kategorien und das dann jeweils unterschiedlich aufteilen. Das haben wir in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Deshalb müssen andere Mechanismen gefunden werden bei der Bepreisung, um die Miete nicht steigen zu lassen für klimaschutzverantwortliche Mieter. Ihre Nachfrage. Soweit also Bundeskanzlerin Merkel in der aktuellen Befragungsstunde im Deutschen Bundestag. Es ist ja das letzte Mal, dass man die Kanzlerin befragen kann, denn im Herbst tritt sie ja nicht mehr an. Das Parlament geht jetzt auch bald in die Sommerpause. Und es war ein ganzer Strauß an Fragen vom Klimawandel über die Corona-Politik bis zu Bundeswehreinsätzen. Und der Regenbogenstreit mit Ungarn wurde da auch nochmal ausführlich diskutiert. Wir kommen zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich folgende Eilmeldung. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben mit Warnschüssen und Bomben einen britischen Zerstörer aus Gewässern nahe der Halbinsel Krim vertrieben. Zunächst habe ein Kriegsschiff Schüsse abgegeben. Nachdem der Zerstörer einen Warnhinweis wegen Eindringens in russische Hoheitsgewässer im Schwarzen Meer ignoriert habe, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Dann habe ein russisches Kampfflugzeug Bomben vor dem britischen Schiff abgeworfen, um es zur Kursänderung zu bewegen. Das britische Verteidigungsministerium in London äußerte sich bisher nicht zu diesem Vorfall. Wir fragen aber nach bei unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner aus Moskau. Was ist da genau passiert? Wie brenzlig war denn diese Situation? Also dieser britische Zerstörer hatte ukrainische, britische und amerikanische Soldaten an Bord, Spezialanheiten. Die haben da wohl eine Übung durchgeführt, das meldet das ukrainische Verteidigungsministerium. Woraufhin dieses Schiff, dieses Kriegsschiff der Briten in russisches Hoheitsgewässer wohl eingedrungen ist, das wiederum sagt Moskau. Und dann ist genau das vorgefallen, was du beschrieben hast. Erst Warnung, dann Warnschüsse durch russische Marine und dann das Eingreifen des Kampfjets Su-24, der dann mehrere Bomben vor dem britischen Kriegschef abgeworfen hat. Das Gefährliche daran ist, dass es sicherlich nicht gewollt ist, dass hier eine Eskalation herbeigeführt. Aber es kann dazu kommen, durch einen dummen Zufall. Und dann haben wir eine Kettenreaktion. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die NATO und Russland wieder miteinander sprechen. Zum Beispiel im NATO-Russland-Rat. Da gibt es seit Monaten, ich denke, es ist ungefähr anderthalb Jahre her, dass man dort das letzte Mal miteinander gesprochen hat, auf offizieller Basis, auf offizieller Ebene. Und diese Gespräche müssen reaktiviert werden, damit es eben zu solchen Zwischenfällen nicht kommt. Immer wieder dringen russische Kampfflugzeuge im Gebiet der NATO ein, aber auch NATO-Kampfflugzeuge dringen im russischen Luftraum ein. Dann steigen die jeweiligen anderen Jets auf und drängen die Eindringlinge ab. Das gehört irgendwie zum Handwerkzeug der beiden Blöcke, möchte ich sagen. Aber Warnschüsse, das hat es so schon lange nicht mehr gegeben. Und das ist, wie du gesagt hast, äußerst gefährlich. Du hast das Wort brenzlig in den Mund genommen. Dem würde ich beipflichten. Eben weil es zu einer zufälligen Kettenreaktion kommen kann. Der eine schießt, der andere trifft. Und dann haben wir eine Eskalation, die keiner will. Christoph, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Und soeben hören wir, dass das britische Verteidigungsministerium das Ganze wohl dementiert haben soll. Darüber unterhalten wir uns dann gleich. Für den Augenblick erstmal vielen Dank nach Moskau. Soweit das Wichtigste für den Augenblick. Wir machen eine kurze Pause. Natürlich beschäftigt uns der Regenbogenstreit heute Abend beim Fußball-EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. Weiter Viktor Orban hat seine Teilnahme ja abgesagt. Das und mehr gleich mit meiner Kollegin Lena Mosel. Ja, das könnte ja doch irgendwie die Zukunft sein. Die Firma Volocopter aus Karlsruhe begann mit ersten Testflügen für ein elektrisches Flugtaxi. Auf dem Flugplatz Le Bourget im Nordosten von Paris wurde nun der fertig entwickelte Prototyp vorgestellt. Und das deutsche Unternehmen will sein Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris in Betrieb nehmen. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere. Und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es. Schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnackenspezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist sie gestückt. Und verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnackenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Die GroKo eiligte sich nun auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. So soll Deutschland bereits ab 2045 klimaneutral werden. Die Wirtschaft soll damit entlastet werden. Doch Mieter müssen den CO2-Zuschlag beim Heizen weiterhin alleine tragen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, kommt zusätzliche finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Die EU bewilligte einen Milliarden-Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona. Auch dieses Geld soll zu großen Teilen in den Klimaschutz gehen. Windkraft und Solaranlagen sollen nochmal deutlich ausgebaut werden. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Das neue Ziel, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, an der einen oder anderen Stelle hätte es auch mehr sein können. Aber uns ist es wichtig, dass wir natürlich auch das Land dabei zusammenhalten, dass wir alle Leute mitnehmen. Und die deutschen Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben. Deshalb werden sie finanziell entlastet. Gleichzeitig gibt es Geld zurück, wenn sie ihren CO2-Ausstoß senken oder etwa die Energieversorgung auf klimaneutral erzeugten Wasserstoff umstellen. Keine Einigung gab es beim CO2-Aufschlag für Wohnraum. Die Union weigert sich, Vermieterinnen und Vermieter an den Kosten zu beteiligen. Jetzt müssen diese hohen zusätzlichen Kosten allein die Mieterinnen und Mieter stemmen. Und so stellen wir uns sozialen Klimaschutz nicht vor. Harmonischer lief es in Sachen Klimaschutz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die kam persönlich nach Berlin, um 25,6 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zu bewilligen. Die Kommission hat uns gefordert und gesagt, das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Digitalisierung. Insgesamt stellt die EU 750 Milliarden Euro bereit, um die europäische Wirtschaft nach der Pandemie zu beleben. Die 25,6 Milliarden, die nach Deutschland gehen, investiert die Regierung zu 90 Prozent in Projekte, die den Klimaschutz fördern oder die Digitalisierung voranbringen. Deutschland soll aus der Pandemie also nicht nur moderner, sondern auch grüner herauskommen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. Die 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckende Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zielen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse. Und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Beim Erreichen der Klimaziele in Deutschland spielt die Bahn ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dafür müssten aber mehr Leute raus aus dem Auto und rein in die Züge. Doch gerade auf dem Land sind noch immer viele Orte mit der Bahn einfach gar nicht oder nur schwer erreichbar. Der Staatskonzern plant daher, stillgelegte Strecken wieder zu reaktivieren. Endstation Lichtenrade. Der S-Bahnhof im Süden Berlins ab dem Wochenende mit Beginn der Sommerferien komplett gesperrt. Denn hier soll bis 2025 eine neue Schnellverbindung nach Dresden entstehen. Nur eine von 20 Strecken in ganz Deutschland, die nun wieder reaktiviert werden. Da geht es eben darum, den Menschen auch in der Fläche, dort wo die Bahn heute nicht mehr fährt, den Zugang zum System Bahn zu ermöglichen und damit das Auto schlicht obsolet zu machen. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die Bahn will die Anzahl der Fahrgäste verdoppeln. Denn der Trend in der Corona-Pandemie zeigte zuletzt deutlich nach unten. In den ersten Monaten 2021 waren es nur 15,6 Millionen Passagiere. 50 Prozent weniger als im Vorjahr. Und das hat verschiedenste Gründe. Kosten ist ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Und der Zug ist entspannt, wenn er pünktlich kommt. Fernstrecke ist für mich nicht so interessant. Das tue ich noch mit dem Auto. Die nun vorgestellten Reaktivierungen sorgen zwar für 245 Kilometer neues Streckennetz, allerdings hauptsächlich nur in Ballungsräumen. Für viele ländliche Regionen liegt eine Fernverkehrsanbindung weiterhin in ferner Zukunft. Wir brauchen einfach viel mehr an der Fläche. Und da muss man einfach die gleichwertigen Lebensverhältnisse sicherstellen, indem man da Geld investiert. Die neue Streckenoffensive soll auch bei der Bahn nur der Anfang sein. Weitere Reaktivierungen sind bereits in Planung. Bis zum flächendeckenden Ausbau ist es allerdings noch ein sehr weiter Weg. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat diese Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Fußball sei nicht politisch, so in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich jetzt an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Schauen wir nach Budapest. Von dort zugeschaltet Steffen Schwarzkopf. Steffen, wir haben zum Beitrag gerade gehört, Viktor Orban will nicht nach München kommen. Gibt es eine offizielle Begründung dafür? Also zumindest hat er ein Interview gegeben der deutschen Presseagentur und da hat er gesagt, es sei keine Staatsentscheidung, ob Stadien, egal ob München oder anderswo in Europa, denn angestrahlt würden. Und ansonsten solle sich doch bitte schön die Politik aus dem Sport heraushalten und auch gerade in Deutschland. Das ist ganz interessant, wenn man hier mit den Fußballfans spricht. Und wir stehen direkt an der Fanmeile, wo heute Abend dann 11.000 Menschen das Spiel Portugal gegen Frankreich und ich glaube dann natürlich auch Deutschland gegen Ungarn verfolgen werden. Dann heißt es eher, naja, schwierige Entscheidung, dass unser Ministerpräsident nicht nach München fährt, denn dadurch wird es ja gerade erst politisch eher als Fußballfan, Viktor Orban als glühender Fußballfan und dann ist er im Stadion nicht dabei, weil er ganz offensichtlich beleidigt ist, eingeschnappt ist oder welche anderen emotionalen Gründe da auch mitgespielt haben sollen in der Entscheidung. Dann ist das einfach das falsche Zeichen. Also insofern hier in Budapest die Menschen mit Sicherheit mit viel Vorfreude auf das Spiel heute Abend hier in der ungarischen Hauptstadt, aber mit Sicherheit genauso dann auch zu Hause in München, wenn dort Deutschland Ungarn empfängt. Steffen, danke schön. Wir wollen weiter schauen. Noch nicht nach München, sondern nach Frankfurt am Main zu Daniel Koop, denn Frankfurt ist ja eines von mehreren Stadien in Deutschland und dort wird reagiert. Das Stadion dort wird in Regenbogenfarben erstrahlen. Wie begründet man das? Ja, so ist auf jeden Fall der Plan und die Eintracht hier in Frankfurt, die hat sich da sehr klar positioniert. Wir haben den Vorstand da beispielsweise auch bei Twitter gehört und da hat man ganz klar gesagt, was München nicht darf, das müssen die anderen Stadien dann quasi erledigen. Da muss man Farbe bekennen und man hat ganz unterschiedliche Vereine in Deutschland aufgerufen, das Ganze dann auch zu machen. Also heute Abend wird das Stadion hier in Frankfurt in den Regenbogenfarben erleuchten und große andere Vereine, die ziehen mit. Also wenn wir beispielsweise nach Dortmund schauen zur Westfalenhalle, auch dieses Stadion wird in Regenbogenfarben erleuchten. Das Gleiche werden wir auch in Berlin dann sehen. Und wir haben uns mit verschiedenen Fans natürlich heute auch während des Tages hier unterhalten. Und da hat man eigentlich auch nur Kopfschütteln, was die UEFA da entschieden hat. Ich konnte mich da mit einer jungen Frau beispielsweise unterhalten. Sie hat ganz klar gesagt, dass man in manchen Punkten nicht Stellung beziehen muss, sondern einfach ganz klare Haltung zeigen soll. Also man ist so ein bisschen stolz auch darauf, dass die anderen Vereine, die anderen Stadien in Deutschland da jetzt reagieren und dann heute Abend in diesen wunderbaren Farben dann auch alle ja erstrahlen werden. Also erst mal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man homosexuelle gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt. Dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. Über die Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die Kommission. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ungarische Parlament dieses Gesetz schon verabschiedet hat oder ob es noch in der Beratung ist. Auf jeden Fall findet es meine deutliche Kritik. Ja, und es gibt auch eine aktuelle Umfrage von FanQ. Die haben eine Umfrage erstellt im Auftrag des Sportinformationsdienstes. Und da ist auch noch mal ein ganz klares Zeichen. 70 Prozent der Fans hier in Deutschland, die halten die Entscheidung der UEFA für komplett fatal, finden das, dass das nichts mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Also Kopfschütteln eigentlich überall, wo man hier in Deutschland sich nach diesem Thema erkundigt. Da ist eine heftige Debatte jenseits des Fußballs entstanden. Dankeschön, Daniel, nach Frankfurt. Wir wollen weiter schon nach München, um eben auch über den Fußball zu sprechen. Stefan Wittmann von dort zugeschaltet. Denn das Sportliche dürfen wir auch nicht vergessen. Heute Abend das Spiel. Sind die Jungs gut vorbereitet? Die Jungs sind gut vorbereitet, aber ich möchte gleich als erstes einen Strich durch die Rechnung machen. Und nicht mit dem Sportlichen anfangen, sondern wir schwenken hier einmal am Teamhotel der Deutschen Nationalmannschaft empor. Da haben sie nämlich vor 15 Minuten die Regenbogenflagge tatsächlich ausgehängt. Ich habe dann auch noch mal nachgefragt. Tatsächlich das oberste Stockwerk ist das Stockwerk des DFBs. Da sind Fitnessräume, wo auch das Anschwitzen noch mal stattfindet. Also das DFB-Team, das hat jetzt hier noch mal das Zeichen für Toleranz gesetzt. Spricht aber vielleicht auch ein bisschen dafür, dass die Jungs noch ein bisschen Zeit haben, bevor es dann wirklich ins Stadion geht. Denn wir wissen ja, der Tag eines Fußballprofis, eines Nationalspielers, der ist nicht immer ganz so aufregend. Vor allem nicht an den Spieltagen. Heute Morgen gab es noch mal gemeinsames Frühstück. Dann gab es einen Spaziergang hier noch mal durch den Wald, durch den Park und ganz auffällig dabei. Einer war nicht dabei. Könnte ein Indiz sein für das, was wir dann um 21 Uhr bei Ampfiff sehen werden auf dem Platz. Thomas Müller war beim Spaziergang nicht dabei. Also es verdichten sich so ein bisschen die Indizien, dass es für ihn nicht reicht, um in der ersten Elf zu stehen. Trotzdem ist Deutschland natürlich gerüstet. Leon Goretzka beispielsweise könnte da in die Bresche springen und seine Position übernehmen. Und dann muss man versuchen, die gute Leistung, den Glauben aus dem Portugal-Spiel wieder auf den Platz zu bringen. Und vielleicht nicht ganz so sehr in die Vergangenheit zu denken. 2018, die verkorkste WM, hatten wir auch das erste Gruppenspiel verloren. Das zweite dann gegen Schweden gewonnen. Und dann dachten alle gegen Südkorea, jetzt wird es der amtierende Weltmeister damals Deutschland schon noch wuppen. Und dann ging es 2 zu 0 für Südkorea aus. Das wollen wir heute gegen Ungarn nicht sehen. Die Jungs, die jetzt hier nochmal ein politisches Zeichen gesetzt haben, wobei man ja sagen muss, so politisch ist es nicht. Es ist ja eher für Menschenrechte. Die sollen dann auf dem Platz richtig brennen. Und dann geht es ab ins Achtelfinale hoffentlich. Ja, das hoffen wir alle. Stefan, Dankeschön. Das hoffen wir hier auch hier drin in unserem WM-Studio. Verstärkung jetzt an meiner Seite. Bastian Hohnekamp und Jimmy Hartwig, Ex-Nationalspieler und Integrationsbeauftragter. Und wir sehen das hier schon. Das wird es heute Abend geben. Ja, wie ein Mannschafts-Hotel. Die UEFA argumentiert, Fußball sei nicht politisch. Aber ich glaube, wir sehen gerade ziemlich deutlich, dass das so ziemlicher Unfug ist, oder? Du kannst mich jetzt nicht besser formulieren können. Totaler Unfug ist das. Politik und Sport zu trennen ist so schwer. Weil, wie gesagt, die ganzen Spieler sind ja fokussiert. Die sind ja nicht dumm. Und Vorbilder. Und Vorbilder. Die wissen ja, kann ich nicht hinstellen, was, der Urban? Nein, der Urban ist doch ein netter Kerl. Ach, der hat doch keinen... Nein. Einfach mal Klartext sprechen. Dieser Mann ist nicht mehr von dieser Welt. Der ist nicht mehr von dieser Welt, was der mit den Leuten in Ungarn allein macht. Dann fangen wir an zu beleidigen. Und dann tut er noch drauf sagen, dass in Bayern nicht diese Regenbogenbeleuchtung ist im Stadion. Also Freunde, jetzt hört es mal langsam auf mit dem ganzen Quatsch. Ich glaube, politisch bewerten, was in einem anderen Land läuft, mit dem Finger sozusagen. Aber ein Statement, ein positives Statement setzen, das... Das ist das Größte, was es gibt. Weltweit. Weltweit. Wenn Sie heute zum Beispiel sind 15.000 im Stadion. Entschuldigung. Deutschland. Aber wenn das Stadion beleuchtet ist und eine ältere Dame fährt am Stadion vorbei und fragt den Mann, Schatz, was ist denn das? Regenbogen. Weißt du das nicht? Wir setzen uns ein für die Homosexuellen, dass die sich offen drehen. Ach so, das finde ich gut. Ja, aber dieses ganze Terum drumherum, merkst du schon wieder. Ich bin schon wieder auf 199. Ich kann das nachvollziehen. Lass uns doch zumindest auf die Mannschaft mal gehen, weil ich meine, Kapitän Manuel Neuer wird heute Abend dann auch wieder die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen. Erwartest du denn von der deutschen Mannschaft noch was darüber hinausgehend, weil eben jetzt das Stadion nicht beleuchtet wird? Na, ich glaube, das langt. Da ist der Kapitän, der ist Vorbild, der tut die ganze Mannschaft repräsentieren. Ich glaube, da ist es in Ordnung. Da wird nicht viel mehr kommen. Aber du hast jetzt quer Mannschaftshaber so eine Fahne hängen. Und ich habe jetzt im Internet und überall gesehen, dass sich auch Leute jetzt mit dem Ring, mit dem Regenbogenring machen, die früher gar nicht gewusst haben, dass es Homosexuelle gibt. Also es läuft alles gerade in die richtige Richtung. Und das ist toll. Endlich. Ich wünsche mir ja, dass ein schönes Tages, mal sich jemand hinstelle und sagt, ich bin homosexuell. Wow. Ich bin lesbisch. Wow. Ansagen geben. Wir sind im 2000. Dem Fußball. Da darfst du dich doch nicht verstecken. Das ist doch unverschämt. Ich kann dir nicht zu dir sagen. Man darf sich nicht verstecken müssen. Nein. Man darf meinen, dass man das müsste. Ich muss mich ja nicht entschuldigen, wenn ich homosexuell bin. Und mit der Karriere im Zweifel. Ich muss mich ja nicht entschuldigen, wenn ich das bin. Ich will mein Leben, meine Liebe ausleben. Ob ich Leichtathlet bin, Fußballer bin. Das ist im Leben der Zeit. Und wenn das nicht aufhört langsam. Ich drehe am Rad. Entschuldigung. Ich drehe am Rad, weil das Unverschämtheit ist. Für jemanden vorzuschreiben, wie er zu leben hat? Nein. Glaubst du, dass dieses Thema, Mats Hummels hat ja gestern erklärt, dass das natürlich auch intensiv in der Mannschaft diskutiert wird? Glaubst du, dass das die Vorbereitung auf das Sportliche, zu dem wir dann mal kommen, dass das das beeinflusst? Dass der Fokus davon ein bisschen abrückt, von dem Spiel auf Ungarn? Die haben nicht natürlich darüber erhalten, wie sie erfahren haben, dass das Stadion nicht beleuchtet werden darf. Aber ich glaube, der Fokus gilt jetzt dem Ungarn-Spiel. Das ist jetzt aus dem Kopf heraus. Sicher läuft das mit, aber das ist nicht der Hauptgrund. Sondern jetzt geht das Spiel gegen Ungarn, ich will ins Achtelfinale rein. Das Spiel muss gewonnen werden. Und ich habe auch gar kein Angstgefühl. Diesmal glaube ich, nicht glaube ich, ich weiß es, dass wir 3-1 gewinnen. Weil wir, wenn wir genauso anfangen zu spielen wie gegen Portugal, dass wir die Chancen, die wir bekommen, hundertprozentig nutzen. Weil die Ungarn ist schwer, die stehen da hinten drin wie eine Wand. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile so flexibel. Und jeder hat so viel Selbstvertrauen von den Spielern. Das habe ich ja gegen Portugal bewiesen. Einen Rückstand von 1-0 aufzuholen gegen eine europäische Spitzenmannschaft. Also das heißt doch schon, was da für eine Moral in dieser Mannschaft ist. Und ich habe auch gar keine Angst, dass die Ungarn heute Abend drei Stück kriegen und damit dann zum Nach-Ungarn fahren und damit dann ihren ungarischen Gula schön weiter essen. So Lena, Jimmy möchte ins Achtelfinale. Ungarischer Gula schmeckt gut. Der schmeckt sehr, sehr lecker, aber da muss man immer aufpassen, was man so sagt. Jimmy möchte ins Achtelfinale und da wollen wir zumindest mal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen. 3-1 tippt unser Experte. Und das wäre ehrlich gesagt ein Ergebnis, was, glaube ich, jeder in der Nationalmannschaft und der es mit dem DFB-Team hält, unterschreibt. Denn gewinnt die Mannschaft heute gegen Ungarn, können wir Achtelfinale schon mal buchen, Haken hinter machen, denn dann sind wir in jedem Fall Gruppensieger oder Gruppenzweiter. Je nachdem, wie das Parallelspiel Frankreich gegen Portugal läuft. Ähnlich ist übrigens bei einem Unentschieden. Holen wir einen Punkt, jetzt nochmal im letzten Spiel gegen Ungarn. Auch dann mit vier Punkten ist die deutsche Mannschaft in jedem Fall im Achtelfinale. Ganz egal, wie die anderen so spielen. Es kann allerdings sein, dass man dann als Gruppendritter weiterkommt, aber auch das sollte man ja dann im Zweifel dem geschenkten Gaul nicht unbedingt ins Maul schauen. Hauptsache Achtelfinale. Kritisch wird es allerdings dann, wenn wir heute Abend verlieren sollten, denn dann ist das Vorrunden aus, nachdem man 2018 sich nach der Vorrunde verabschiedet hat. Auch wäre das dann auch heute der Fall. Zumindest ziemlich wahrscheinlich. Es gibt eine Restchance auf Platz drei. Allerdings muss man da auch ganz klar sagen, da dürfen wir uns nicht viel leisten. Aber Jimmy, keine Sorge, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Gute Vibes. Wir wollen gute Stimmung nach München transportieren von hier. 3-1 hast du gesagt? 3-1. Freunde in München. Wir gewinnen 3-1 und die Stimmung, ich merke das, ich weiß das ja, wie es jetzt abgeht. Wie spät haben wir? Ja, trotzdem, jetzt geht es langsam los. Jetzt werden die Einzelbesprechungen geführt. Jetzt gehen einige Spieler noch zur Massage, kriegen noch gesagt oder tun sich Einsteller auf das Spiel, ziehen sich zurück, lese vielleicht noch ein Buch, sind fokussiert auf dieses Spiel. Der Müller wird nochmal geguckt, wie es am Knie ist. Die Ärzte und der Sui noch, wird gefragt, wie sieht es aus? Kannst du spielen? 100%ig spielen. Wie war das beim letzten Mal? Beim ersten Spiel Bier hat nicht geklappt. Beim zweiten Spiel Sekt hat geklappt. Gibt es heute wieder Sekt? Du kannst trinken, was du willst. Du kannst trinken, was du willst. Du sagst an, ich bestelle. Das ist das Wort. Das ist das Schlusswort für unser M-Studio. Das war wunderbar. Das ist doch mein Wort. Danke, ihr zwei. Bitte. Ja, wir kommen leider zu weniger amüsanten Themen. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen geschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt. Eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Wir schauen zum Berliner Hauptbahnhof. Paul Sonntag von dort zugeschaltet. Paul, unpassender Zeitpunkt. Ich höre leider nichts. Oh, Paul hört mich nicht. Ich hoffe, ich versuche es einfach nochmal. Die Verbindung ist leider abgebrochen. Das sieht nicht gut aus. Ich hätte dem Kollegen Paul Sonntag gerne die Frage gestellt, ob das Zufall ist oder nicht. Aber dazu kommen wir nicht. Wir versuchen die Leitung nochmal herzustellen und schauen derweil auf ein anderes Thema. Wir schauen nämlich nach Moskau zu Christoph Warnack. Christoph, eingangs in der Sendung haben wir es schon kurz besprochen. Es gibt oder gab oder gibt eben nicht Warnschüsse von einem russischen Schiff gegen ein britisches Schiff, das sich angeblich in russische Hoheitsgewässer vorbewegt hätte. London dementiert. Kannst du Licht für uns in das Dunkel bringen? Ich tue mich sehr schwer, was dazu zu sagen, was jetzt die Briten geantwortet haben. Das ist einfach nicht mein Gebiet. Ich kann dir nur jetzt hier mal die russischen Statements schildern. Es hieß, dass ein britischer Zerstörer im Schwarzen Meer vor der Halbinsel Grimm in russisches Hoheitsgewässer eingedrungen sein soll. Darauf haben die Russen Warnungen ausgesprochen. Der Zerstörer soll daraufhin nicht reagiert haben. Dann hat die russische Marine Warnschüsse abgefeuert und hat auch noch einen Kampfjet steigen lassen, eine Sukhoi-24, die dann wohl vier Bomben vor den britischen Zerstörer geworfen haben soll. Das ist die russische Lesart des Ganzen. Und dazu kommen die Ukrainer, die sagen, ja, hier war ein britischer Zerstörer im Schwarzen Meer mit unseren Soldaten an Bord, mit Briten an Bord und Amerikanern. Alle Sondereinheiten, die gemeinsam geübt haben. Und nach diesen Warnschüssen soll dieses britische Marineschiff abgedreht haben und das russische Hoheitsgewässer verlassen haben. Wir müssen jetzt noch mal uns vor Augen führen, es handelt sich hier um Gewässer vor der Grimm. Die Grimm wurde von den Russen 2014 annektiert. Und die Halbinsel gilt international völkerrechtlich als Teil der Ukraine. Also ist das für die Briten und die NATO kein russisches Hoheitsgewässer. Die Russen sind es natürlich anders. Sie haben die Krim annektiert, betrachten das als ihr Staatsgebiet und also auch diese Gewässer als ihr Hoheitsgewässer. Und das ist schon mal ein Problemfall, den natürlich alle kennen. Und wenn jetzt die NATO-Schiffe oder das britische Schiff sich in diesem Wasser Gewässern aufhält, dann ist natürlich klar, dass das zu einer Provokation führen kann oder dass das als Provokation gewertet wird, dass es zu einem Zwischenfall führen kann. Also man darf da nicht so blauäugig rangehen. Und das Gefährliche dabei ist, dass es zu einer Kettenreaktion kommen kann. Wenn Warnschüsse fallen, kann auch zufällig getroffen werden. Dann kann zurückgeschossen werden und dann haben wir eine Eskalation, die so sicherlich keiner wollte. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die Russen und die NATO wieder miteinander auf offizieller Ebene sprechen. Zum Beispiel im NATO-Russland-Rat. Da gab es seit 19 Monaten keine Sitzungen mehr. Das heißt, der ganze Kommunikationskanal findet nicht mehr offiziell statt. Hinter den Kulissen vieles. Aber das zeigt uns schon, wie schlecht dieses Verhältnis ist zwischen Russland und der NATO. Und dann kommt es zu solchen Ereignissen, die einem dann schon Angst machen können. Vor allem, weil so etwas kann außer Kontrolle geraten. Und dann kann es eben zu einer schweren Konfrontation kommen, ohne dass das jemand wirklich herbeiführen wollte. Gerade vor diesem Hintergrund, vor dieser Kettenreaktion, von der du gesprochen hast, ist das wahrscheinlich. Ich meine, warum sollte Moskau sich das ausdenken? Auf der anderen Seite, warum sollten die Briten das abstreiten? Warum dementieren sie das? Ja, ich meine, es kann zusammenhängen mit der Interpretation der Hoheitsgewässer, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, im Falle der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim, die ja von den Russen annektiert wurde 2014. Und dann, wir wissen das alles noch, die großen Komplikationen zwischen EU, USA, NATO und Russland, Sanktionen, unterschiedliche Sichtweisen, Interpretationsweisen. Kann natürlich sein, dass die Briten jetzt nochmal nachlegen und das Ganze etwas erläutern, was da genau vorgefallen ist. Ich kann es dir so nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Vielleicht noch ein Wort dazu, was da unten im Schwarzen Meer gerade passiert, auch militärisch. Es ist eine Übung angesetzt vom 28. Juni bis zum 10. Juli. NATO und Ukraine und das Ganze in der Nähe der russischen Hoheitsgewässer, die erstrecken sich ja nicht nur über die Krim, wo immer drüber gestritten wird. Da gibt es ja noch andere Städte und andere Häfen der Russen, wo dann auch diese Schiffe nicht weit weg sein werden, die dort ihre Manöver abhalten von der NATO, meine ich. Und da haben die Russen schon darum gebeten, dass diese Manöver jetzt nicht stattfinden, weil man das als Provokation erachtet. Aber von der Gegenseite heißt es dann, das ist unser Recht, in neutralen Gewässern zu üben und in ukrainischen Gewässern zu üben. Also von daher droht da schon wieder Ungemach in naher Zukunft. Und ich kann es nur noch mal sagen, wir haben seit Jahren ein extrem angespanntes Verhältnis zwischen der NATO und Russland. Wir hatten fünf NATO-Osterweiterungen seit 1999. Die Russen sind kategorisch dagegen, sehen sich immer wieder auch bedrängt von der NATO, werfen der NATO vor, dass die militärische Infrastruktur immer näher an russische Grenzen herangebracht wird. Und auf der ganzen Front eben. Und das stößt hier den Militärs und auch Putin übel auf. Und deswegen häufig die scharfe Rhetorik. Und jetzt haben wir eben diese Warnschüsse, die ich als äußerst heikel erachte, weil gefährlich. Es gibt da immer wieder auch ganz andere Dinge, die zum täglichen Business gehören, fast schon der Militärs, dass man mit Kampfjets in den Luftraum der anderen Seite eindringt. Also russische Kampfjets in NATO-Länder oder NATO-Kampfjets in den russischen Luftraum. Dann wird die Gegenseite jedes Mal dann auch mit ihren Kampfjets eingreifen und die Eindringlinge dann abdrängen. Das gehört so fast schon zum täglichen militärischen Geschäft. Aber was wir jetzt haben, ist noch mal eine ganz andere Größe, eine andere Dimension. Wesentlich gefährlicher, als was wir in der letzten Zeit beobachtet haben. Manche Bundesländer starten heute in die Ferien. Das Zeugnis haben sich Schülerinnen und Schüler abgeholt. Sie sind wieder in der Schule gewesen, zuletzt auch hier in Berlin. Aber normaler Schulunterricht, der ist weiterhin Streitthema. Keiner kann so richtig abschätzen, wie sich die Delta-Variante des Coronavirus auf das Infektionsgeschehen im Herbst auswirken wird. Und was das für Schulkinder und Jugendliche bedeuten wird, die, wie viele, am Ende der Schlange stehen, wenn es um einen Impftermin geht. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Sollten die Fallzahlen jetzt ansteigen, bieten die Sommerferien auch eine Chance, meint der Virologe Drosten. Wenn das so sein sollte, dass im Juli diese Fallzahlen wieder ansteigen, werden wahrscheinlich die Schulferien, die kommen, eine Entspannung dann wieder bringen. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern in den Klassenzimmern hätten jetzt höchste Priorität, so die GEW. Hygienekonzepte müssten weiter ausgefeilt werden. Nachlassen wäre das falsche Signal, so der Lehrerverband. Das, was wir tun können, ist Gesundheitsschutz hochhalten an Schulen, auch wie vor. Wir haben auch gesagt, nicht zu früh auf Maskenpflicht verzichten. Der Virologe Drosten betont die gute Ausgangslage. So gäbe es nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatischstämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Zahlen aus Großbritannien zeigen, Infizierte haben entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiöser, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Wir schauen auf die Corona-Zahlen. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger also als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang verabreicht worden. Ganz kurze Unterbrechung, dann schauen wir unter anderem noch einmal auf das Spiel heute Abend und die Diskussion um das Stadion, das eben nicht in Regenbogenfarben erleuchten darf. Ich spreche dazu gleich mit dem Botschafter Ungarns in Deutschland. Also bleiben Sie dran. Ja, das könnte ja doch irgendwie die Zukunft sein. Die Firma Volocopter aus Karlsruhe begann mit ersten Testflügen für ein elektrisches Flugtaxi. Auf dem Flugplatz Le Bourget im Nordosten von Paris wurde nun der fertig entwickelte Prototyp vorgestellt. Und das deutsche Unternehmen will sein Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris in Betrieb nehmen. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere. Und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es. Schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnackenspezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestückt. Und verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnackenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Die GroKo eignete sich nun auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. So soll Deutschland bereits ab 2045 klimaneutral werden. Die Wirtschaft soll damit entlastet werden. Doch Mieter müssen den CO2-Zuschlag beim Heizen weiterhin alleine tragen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, kommt zusätzliche finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Die EU bewilligte einen Milliarden-Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona. Auch dieses Geld soll zu großen Teilen in den Klimaschutz gehen. Windkraft und Solaranlagen sollen nochmal deutlich ausgebaut werden. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Das neue Ziel, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, an der einen oder anderen Stelle hätte es auch mehr sein können. Aber uns ist es wichtig, dass wir natürlich auch das Land dabei zusammenhalten, dass wir alle Leute mitnehmen. Und die deutschen Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben. Deshalb werden sie finanziell entlastet. Gleichzeitig gibt es Geld zurück, wenn sie ihren CO2-Ausstoß senken oder etwa die Energieversorgung auf klimaneutral erzeugten Wasserstoff umstellen. Keine Einigung gab es beim CO2-Aufschlag für Wohnraum. Die Union weigert sich, Vermieterinnen und Vermieter an den Kosten zu beteiligen. Jetzt müssen diese hohen zusätzlichen Kosten allein die Mieterinnen und Mieter stemmen. Und so stellen wir uns sozialen Klimaschutz nicht vor. Harmonischer lief es in Sachen Klimaschutz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die kam persönlich nach Berlin, um 25,6 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zu bewilligen. Die Kommission hat uns gefordert und gesagt, das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Digitalisierung. Insgesamt stellt die EU 750 Milliarden Euro bereit, um die europäische Wirtschaft nach der Pandemie zu beleben. Die 25,6 Milliarden, die nach Deutschland gehen, investiert die Regierung zu 90 Prozent in Projekte, die den Klimaschutz fördern oder die Digitalisierung voranbringen. Deutschland soll aus der Pandemie also nicht nur moderner, sondern auch grüner herauskommen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet aus dem Eindruck. Willkommen zurück hier bei Welt. Fußball sei nicht politisch. So in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich jetzt an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen. Und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena. So das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und zugeschaltet ist mir jetzt seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Gjörgke. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gjörgke, das Spiel heute Abend, Deutschland gegen Ungarn, dreht sich nicht mehr nur um den Fußball. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die Begegnung? Mit gemischten. Wieso mit gemischten Gefühlen? Entschuldigen Sie mal, hier auch in der Einleitung gab es schon klare Hinweise, dass hier um eine Politisierung geht. Eines Gesetzes, die diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren, nicht gelesen haben, sogar nicht den Titel dieses Gesetzes. Aber da gibt es eine ganz andere Dimension. Fußball und die Fußball-Europameisterschaft werden als eine Art Trägerrakete für ideologische Diskussionen gegen Ungarn missbraucht. Was sicherlich mir Sorge macht, weil hier es um Menschen geht, um Millionen Fans, die mit Respekt, mit Weltoffenheit, aber auch mit Respekt für die Würde und für die Fakten diesen Tag begehen sollten. Und ich kann nur hoffen und uns wünschen, dass bis zu dem Anpfiff, bis zu dem Beginn des Spiels die Situation wirklich so würdig sich stabilisieren kann, dass wir das Spiel genießen können. Aber eine ideologische Diskussion, die ist doch vielleicht auch angebracht. Die EU-Kommission, Kommissionschefin Ursula von der Leyen will jetzt gegen das umstrittene Gesetz vorgehen, von dem Sie sagen, viele Fußballfans haben das nicht gelesen. Man kann davon ausgehen, die EU-Kommission kennt das Gesetz sehr gut. Mein Eindruck oder meine Informationen gehen in die andere Richtung. Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission war gestern ganz klar, die Kommission beginnt jetzt das Gesetz zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das in den letzten zehn Stunden gemacht haben konnten. Und dass die Kommissionspräsidentin jetzt so ein endgültiges Urteil trifft und ankündet, wo das Verfahren selbst noch nicht angefangen hat, damit habe ich großes Bedenken, ganz ehrlich. Rund die Hälfte der 27 EU-Staaten hatten ja auch dazu aufgefordert, wenn wir auf dieses Gesetz vielleicht einfach mal konkreter schauen. Ein Verbot von Büchern, Filmen, Ähnlichem für Kinder, wenn eine andere als Heterosexualität dargestellt wird. Ein Verbot von Werbung, die Homo- und Transsexualität als Teil unserer Normalität auch darstellt. Können Sie nicht nachvollziehen, dass das Menschen verletzt? Wenn das so wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das ist nicht der Fall. Worum es dabei geht, sollte eigentlich der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt so fremd sein, weil vor einigen Wochen auch zwischen den in den Bundestag vertretenen Parteien eine Diskussion im Gange war über die Verankerung von Kinderrechten in dem Grundgesetz. Und inwiefern ich weiß, da war auch einer der wichtigsten Streitpunkte, wer hat die Erziehungshoheit über die Kinder. Es gibt ein Dreieck, Kind, Eltern, Staat. Und manche wollen die Verhältnisse innerhalb dieses Dreiecks verändern. Wir sind aber der tiefste Überzeugung, und dazu gab es die notwendige Mehrheit in dem ungarischen Parlament, dass die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder bei den Eltern liegt. Aber das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung der Menschen, die in Ungarn leben. Ihre Freiheit wird immer gewährleistet. Aber es spricht ja nichts dagegen. Also das betrifft ja nicht die Erziehungshoheit der Eltern, wenn es in den Medien die Darstellung von Homo- und Transsexualität gibt, oder? Nein, nein, es geht um die Erziehung, die Erziehungszeit, die Erziehungsperiode der Kinder, das heißt unter 18 Jahren. Und dort ist es die Entscheidung der Eltern, übrigens das auch im Einklang steht mit dem Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo darüber die Eltern die Entscheidung, die primäre Entscheidung treffen können, wie das geschieht, entweder durch die Eltern oder durch die Bildungsinstitutionen oder Medien, aber unter der Kontrolle der Eltern. Aber Kinder sind natürlich auch auf Sinnsuche. Und Kinder und Heranwachsende suchen diesen Sinn berechtigterweise außerhalb der Familie. Nicht nur dort findet ja Sozialisation statt. Da ist es doch auch wichtig, dass auch Heranwachsende, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer, auch außerhalb ihrer Familie Anhaltspunkte, Informationspunkte und sich selbst wiederfinden, um gesund heranwachsen zu können und glücklich. Ich gehe davon aus, dass das überhaupt nicht im Gegensatz steht zu der primären Verantwortung der Eltern. Aber wenn dort einen Diskussionsbedarf geben sollte, dann stellen wir uns sehr gerne, weil dort keine europäischen Regeln oder vereinbarten Strukturen gibt. Das ist eine neue Dimension der politischen, gesellschaftspolitischen Debatten. Wir sind ganz bereit, das zu führen. Aber sicherlich nur, wenn hier die Fakten einerseits, andererseits die Würde des anderen auch respektieren. Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Sie haben selbst zwei Kinder. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die homo- oder transsexuell wären und Fragen haben? Dann wäre ich mehr als offen, diese Fragen zu beantworten. Leider ist schon meine Tochter nicht in diesem Lebensalter. Sie ist Assistenzärztin in Lausitz in einer Kinderklinik. Und mein Sohn, er ist 16 Jahre alt, geht hier zur Schule, ist leider autisch. Insofern kann ich diese Diskussionen mit ihm nicht führen. Aber glauben Sie mir, in der entsprechenden Zeit war ich als Vater auch mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich stelle mich diesen Fragen immer. Nur was ich erwarte, dass man dabei... Darf ich den Spieß umdrehen? Wer sollte meine Rolle übernehmen? Das ist meine primäre Verantwortung. Und ich bin stolz darauf, wenn auch das manchmal riesengroße Herausforderungen für uns stellt. Sozialisation in der Familie und darüber hinaus ist wichtig. Seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns hier in Deutschland, Peter Gjörgjörg, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, das soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen. Und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionenbürgern und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. Der Sommer weist aktuell nicht so richtig vor. Er will erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann Hitzegewitter, Hagel, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend, da gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen. Teils mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die wo dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wir wollen ein bisschen genauer auf das Wetter schauen. Meteorologe Alexander Hildebrandt bei mir im Studio. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Heute Abend, da freuen wir uns glaube ich beide auch drauf. Das Spiel Deutschland gegen Ungarn in München im Stadion. Wenn wir jetzt diese Bilder gesehen haben, bei welchem Wetter? Also tatsächlich ist die Lage schon einigermaßen brisant und offener, offen gesagt, muss ich auch so ein bisschen sagen, dass wir nicht ganz genau wissen, wie es in den nächsten Stunden in München ausgehen wird. Und das möchte ich aber jetzt mal etwas stärker im Detail erläutern. Also dieser ganz große Hagel, der könnte sich heute nochmal in Baden-Württemberg abspielen. Und in München ist es tatsächlich so, dass die Niederschlagsvorschau zeigt, dass auch dort einzelne Niederschläge dann aufziehen können. Hier die Animation ab 18 Uhr und Sie sehen jetzt, wie hier aus dem Süden sich schon einzelne Gewitterzellen aufbauen, also einzelne Niederschläge dann aufbauen und sich auch im Süden ausbreiten. Das ist eine relativ feuchte Luftmasse, die immer wieder zu Gewittern neigt. Und diese orangen-roten Farben, das sind natürlich die starken Ereignisse, also der heftige Regen. Und dann sehen Sie hier bei dieser Darstellung auch, dass im Laufe des Spiels doch auch in München dann die Farbe orange und rot wird. Also Spielbeginn 21 Uhr und dann vielleicht Spielende 22.30, 22.45. Also es könnte tatsächlich sein, dass im Laufe des Spiels dann doch einzelne Regengüsse aufziehen. Ganz konkret zeigt das dann die nächste Grafik. Also ich glaube, dass so gegen 21 Uhr dann der heftigste Brummer deutlich westlich an München vorbeiziehen wird. Und dann zum Spielbeginn bei 21 Grad und einer lockeren Bewölkung eigentlich ideale Bedingungen herrschen werden. Und dann aber im Verlauf des Spiels ist nicht auszuschließen, dass einzelne Gewitter tatsächlich auch dann in der Nähe des Stadions oder direkt über dem Stadion durchziehen werden. Also da könnte es heute Abend doch dann auch vom Wetter her noch einige Überraschungen geben. Jetzt sind wir natürlich egoistisch und wollen nicht nur wissen, wie ist das Wetter, wenn dort Fußball gespielt wird, sondern bei uns allen anderen, die nicht in München sind und Fußball schauen wollen. Können wir es draußen machen? Also im Norden und im Osten ist sowieso mal alles klar. Dort regnet es ja jetzt kaum und dann wird es auch heute Abend nicht regnen. Aber Sie haben die Luftmasse gesehen, die dort im Süden unterwegs ist. Also auch dort kann es immer wieder zu Regenschauern kommen. Und aktuell jetzt schon bei Stuttgart ein sehr, sehr heftiger Regenguss. Teilweise hat sich schon oder man kann sagen, es hat sich schon eine mesoskalige Superzelle gebildet. Also ein heftiges Gewitter. Und aus diesem Grund gelten jetzt hier auch schon Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes genau vor diesem Gewitter. Das wird im Laufe des Nachmittags dann etwas weiter nach Osten ziehen. Und jederzeit könnten dann hier in diesem pinken Bereich, wo jetzt schon Vorwarnungen gelten, auch dort könnten dann einzelne Gewitter wirklich aufploppen. Diese lassen sich recht schwer vorhersagen, wo es genau sein wird. Also auf jeden Fall draußen vorsichtig sein. Und wenn das Gewitter dann da ist, auch wirklich aufpassen, einfach reingehen von der Terrasse, damit da dann nichts passiert. Und ganz kurz zum Schluss noch die Ursache. Also Sie sehen bei der nächsten Grafik dann noch eine Strömung, die aus einer südlichen Richtung kommt. Da sitzt noch so Reste von der warmen polaren Luft bei uns, die dann auch gerade hier noch nach Süddeutschland strömt. Also hier könnte tatsächlich in den nächsten Stunden dann noch einiges los sein. Aber wir hoffen mal, dass es insgesamt natürlich sehr, sehr brenzlig dann ausgehen wird. Wir drücken für alles die Daumen. Genau. Für unsere Jungs am allermeisten. Wir sehen es positiv. Wir drücken für alles die Daumen. Genau. Aber wir drücken auch uns die Daumen, dass das Wetter mit spielt. Dankeschön. Bitte. Ja, Hitzewellen, Hunger, Überschwemmungen. Ein Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens hat nach Einschätzung des Weltklimarates IPCC irreversible Auswirkungen auf Menschen und ökologische Systeme. Das geht aus einem Berichtsentwurf hervor, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Bis zu 80 Millionen Menschen zusätzlich drohe demnach Hunger. Weitere 150 Millionen müssten wegen Wassermangels ihre Heimat verlassen. Politische Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, könnten diese Folgen abmildern. Viele sind laut dem UN-Bericht jedoch bereits unvermeidbar. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Hier geht es gleich wieder weiter mit den neuesten Nachrichten. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Ja, das könnte ja doch irgendwie die Zukunft sein. Die Firma Volocopter aus Karlsruhe begann mit ersten Testflügen für ein elektrisches Flugtaxi. Auf dem Flugplatz Le Bourget im Nordosten von Paris wurde nun der fertig entwickelte Prototyp vorgestellt. Und das deutsche Unternehmen will sein Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris in Betrieb nehmen. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere. Und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es. Schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnackenspezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestückt. Und verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnackenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Die GroKo eiligte sich nun auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. So soll Deutschland bereits ab 2045 klimaneutral werden. Die Wirtschaft soll damit entlastet werden. Doch Mieter müssen den CO2-Zuschlag beim Heizen weiterhin alleine tragen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, kommt zusätzliche finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Die EU bewilligte einen Milliarden-Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona. Auch dieses Geld soll zu großen Teilen in den Klimaschutz gehen. Windkraft und Solaranlagen sollen nochmal deutlich ausgebaut werden. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Das neue Ziel, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, an der einen oder anderen Stelle hätte es auch mehr sein können. Aber uns ist es wichtig, dass wir natürlich auch das Land dabei zusammenhalten. Dass wir alle Leute mitnehmen. Und die deutschen Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben. Deshalb werden sie finanziell entlastet. Und gleichzeitig gibt es Geld zurück, wenn sie ihren CO2-Ausstoß senken oder etwa die Energieversorgung auf klimaneutral erzeugten Wasserstoff umstellen. Keine Einigung gab es beim CO2-Aufschlag für Wohnraum. Die Union weigert sich, Vermieterinnen und Vermieter an den Kosten zu beteiligen. Jetzt müssen diese hohen zusätzlichen Kosten allein die Mieterinnen und Mieter stemmen. Und so stellen wir uns sozialen Klimaschutz nicht vor. Harmonischer lief es in Sachen Klimaschutz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die kam persönlich nach Berlin, um 25,6 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zu bewilligen. Die Kommission hat uns gefordert und gesagt, das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Digitalisierung. Insgesamt stellt die EU 750 Milliarden Euro bereit, um die europäische Wirtschaft nach der Pandemie zu beleben. Die 25,6 Milliarden, die nach Deutschland gehen, investiert die Regierung zu 90 Prozent in Projekte, die den Klimaschutz fördern oder die Digitalisierung voranbringen. Deutschland soll aus der Pandemie also nicht nur moderner, sondern auch grüner herauskommen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7. Herzlich willkommen zu unserem Börsenüberblick. Der DAX muss heute wieder etwas federn lassen. Gut gestartet heute Morgen, aber dann ging die Luft schnell wieder raus. Und eigentlich ein bisschen unerklärlich, denn es gab eigentlich zwei unterstützende Fakten. Zum einen die Paul-Rede gestern Abend vor dem Kongress, der US-Notenbankchef, der beschwichtigt hat und gesagt hat, man werde sehr, sehr vorsichtig in Sachen Zinsanhebungen sein. Das hat der Wall Street dann gestern Abend schon gefallen und heute Morgen auch noch dem DAX. Und dann gab es zusätzlich auch noch eine super Stimmung in der deutschen Industrie. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und in der deutschen Wirtschaft insgesamt. Der Market-Einkaufsmanager-Index auf 10 Jahre hoch drückt also den Optimismus in der deutschen Wirtschaft aus. Aber auch das konnte dann die Anleger nicht mitreißen. Und so sind wir jetzt aktuell mit einem Minus von 0,5 Prozent unterwegs. An der Wall Street, da gibt es noch keine große Richtungsentscheidung. Aktuell pendelt der DAO so um die Vortages-Schlusskurs-Marke mit einem mickrigen Minus von 0,05 Prozent. Und der Bitcoin, der ist weiter hochvolatil. Gestern ja dieser Absturz, den zweiten Tag in Folge, dann ging es ja gestern runter bis unter die 30.000, bis auf 29.000 Dollar in einem Absturz. Und dann hat er sich aber im Laufe des Tages gestern schon wieder erholt, die 30.000 zurückerobert und heute setzt er diese Erholung fort. Aber das ist weiter was wirklich nur für hartgesottene Zocker, möchte man fast sagen. Mehr zu all dem ausführlich wieder 18.15 Uhr in der Börse am Abend. Jetzt die neuesten Nachrichten mit Alexander Siegmann. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Scalable Capital. Der Broker mit Flatrate. Und weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt. Hallo und herzlich willkommen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer eingefahren, so der Kreml. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Moskau hat den britischen Militärattaché ins russische Verteidigungsministerium einbestellt. London, das Verteidigungsministerium, dort bestreitet den Vorfall allerdings. Wir fragen mal nach. Christoph Wanner aus Moskau zugeschaltet. Was wissen wir denn jetzt über diesen Vorfall? Wie gesichert ist das Ganze? Alexander, ich kann dir als Moskau-Reporter natürlich nur die russische Sichtweise jetzt authentisch wiedergeben. Ich kann dir nicht erklären, warum jetzt England, warum London dementiert. Die Russen sagen, man habe wieder einmal russisches Hoheitsgewässer verletzt. Drei Kilometer sei dieser britische Zerstörer in russisches Gewässer eingedrungen. Daraufhin habe es Warnungen gegeben. Erstmal über Funk und dann ist nichts passiert. Dann kamen Warnschüsse der russischen Marine. Und dann hat man auch noch eine Sukhoi-24 losstarten lassen. Und die hat dann die von dir angesprochenen Bomben auch in der Nähe des britischen Schiffes abgeworfen. Und die Ukrainer bestätigen das indirekt und sagen, auf diesem Schiff haben sich angeblich ukrainische, britische und amerikanische Spezialeinheiten befunden. Dort soll eine Übung stattgefunden haben. Das britische Schiff, der Zerstörer, soll im Schwarzen Meer sein. In Verbindung mit einem bevorstehenden Manöver zwischen dem 28. Juni und 10. Juli soll geübt werden. Ukraine, NATO-Staaten, unter anderem auch die USA, insgesamt 30 Länder. Russland hat diese Länder darum gebeten, hat sie ersucht, dieses Manöver nicht stattfinden zu lassen. Ob diese Spannungen, die es gibt, vor allem zwischen der NATO konkret und Russland. Aber da ist man wohl auf taube Ohren gestoßen. Dieses Manöver wird stattfinden. Liegt der Grund für diese Differenzen möglicherweise auch darin, dass der Westen ja die Annexion der Krim nicht anerkennt? Und das Schiff ja offenbar ganz in Sichtweise, der ist in Sichtweite der Krim aufgebracht oder zum Abdrehen gezwungen wurde. Ja, das ist natürlich gut möglich, was du sagst. Ich erinnere nochmal daran, dass die Russen die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 annektiert haben. Das ist völkerrechtlich nicht anerkannt. Und somit betrachten natürlich auch NATO-Staaten das Gewässer vor der Krim auch nicht als russisches Hoheitsgewässer, sondern als ukrainisches und da unterscheidet sich jetzt schon die Lesart von Moskau und der NATO-Staaten. Also das könnte auch so ein Differenzpunkt sein, dass die Briten sagen, ja wir sind ja gar nicht in russischem Hoheitsgewässer gewesen. Aber natürlich wissen NATO-Staaten ganz genau, wie sensibel die russischen Militärs in Bezug auf die Krim sind. Und wenn sie sich in diese Wässer bewegen, dann wissen diese NATO-Schiffe natürlich auch, worauf sie sich da einlassen und dass sie eventuell da Schwierigkeiten provozieren und einen Streit vom Zaun brechen. Und genau das ist jetzt auch passiert. Und in Moskau ist heute eine internationale Sicherheitskonferenz. Da ist auch der russische Verteidigungsminister Scheugu aufgetreten und hat der NATO vorgeworfen, international, weltweit Konflikte zu schüren. Und er hat gesagt, dass das Verhältnis zwischen Russland und der NATO heute problematischer sei, als zur Zeit des Kalten Krieges die Lage sei, noch gefährlicher. Ich denke nicht, dass das nur Kriegsrhetorik ist von Scheugu, sondern dass die Russen tatsächlich äußerst empfindlich reagieren auf die NATO und eben der NATO auch vorwerfen, sich immer weiter an die russischen Grenzen heranzubewegen mit ihrer militärischen Infrastruktur. Christoph, vielen Dank für diese Einordnung aus Moskau. Dankeschön. Beim Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft heute Abend gegen Ungarn in München, da geht es nicht nur um einen sportlichen Erfolg. Es geht um sehr viel mehr, nämlich darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Diskriminierung von Minderheiten, wie es ein neues Gesetz in Ungarn nach einhelliger Meinung tut. Der Europäische Fußballverband UEFA hat der Stadt München verboten, das Stadion als Symbol in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Der Verband sieht darin eine politische Botschaft, die man unterbinden will. Doch das Verbot führt jetzt genau zum Gegenteil, wie Sebastian Plantold berichtet. München wehrt sich gegen das Regenbogenverbot Flaggehissen am Rathaus. Denn nur weil die UEFA ein buntes Münchner Fußballstadion verboten hat, bedeutet das nicht, dass die Stadt klein beigibt zur Freude der Bürger. Ich finde es sogar sehr gut. Ich finde einfach so ein bisschen Solidarität zeigen den Menschen gegenüber. Wir leben in einem relativ freien Land. Ich finde es auch gut, dass jetzt andere Stadien das auch übernehmen, dass wenn die UEFA das schon in München verbietet, das eben andere Stadien in Zeichen setzen. Ich würde es auch gut finden, wenn zum Beispiel die Techniker in den Stadien das machen würden und sich gegen die UEFA widersetzen. Gesagt, getan. Flaggen vor dem Weserstadion in Bremen. Das Berliner Olympiastadion soll später so aussehen. Und so wird es im ganzen Land sein. Ob Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder Union Berlin, unzählige Vereine tauchen ihre Stadien in Regenbogenfarben. Zustimmung aus der Politik. Das ist ein Signal auch des Sports und der Zivilgesellschaft. Und ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen. Zu ihrer sexuellen Orientierung. Hintergrund der Regenbogendebatte ist ein neues Gesetz in Ungarn, das sexuellen Missbrauch von Kindern mit Homosexualität gleichsetzt. Zudem verbietet es Jugendliche in Schulen oder Fernsehen über andere sexuelle Orientierungen zu informieren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nennt das Gesetz wörtlich eine Schande und will dagegen vorgehen. Auch Kanzlerin Merkel spricht deutliche Worte. Erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. Ungarns Ministerpräsident Orban hat seine Reise zum Spiel nach München offenbar abgesagt und will jetzt nach Brüssel reisen. Er warnt die deutsche Politik, sie solle sich nicht einmischen und das Regenbogenverbot der UEFA akzeptieren. Schon jetzt scheint aber klar, die Zuschauer im Münchner Fußballstadion werden in allen Farben leuchten. Dann fangen wir doch gleich mal nach. Mein Kollege Steffen Schwarzkopf steht in Budapest. Steffen, was sagen denn so die ungarischen Fans, die Menschen auf der Straße zu diesem Regenbogenstreit? Hat man da überhaupt Verständnis dafür? Also das ist eine ganz interessante Reaktion, die wir hier von den ungarischen Fußballfans hören. Wir stehen hier direkt an der EM-Zone, an der Fanzone und gleichzeitig am ungarischen Heldenplatz. Und im Gespräch haben uns viele gesagt, naja, die Entscheidung von Viktor Orban, von unserem Ministerpräsidenten eben nicht nach München zu gehen, das ist ja letztendlich dann doch eine Politisierung des Ganzen. Und Viktor Orban ist ja nun ein bekennender Fußballfan und dann eben nicht nach München zu gehen. Das wirkt so ein bisschen, hat uns ein Familienvater hier gesagt, wie einknicken, wie kuschen oder sich nicht trauen. Wie auch immer es sein mag, auf jeden Fall die Ungarn heute natürlich hier in Budapest mit dem Herzen und mit den Augen, ganz sicher am Monitor, dann auch in München hier in der Fanzone hinter uns. Im Übrigen werden 11.000 Fans sein und ihre Mannschaft dann in München anfeuern. Und wenn man sich dann hier wiederum umhört, nicht unbedingt bei den portugiesischen und bei den französischen Fans, die ich jetzt hier auch in größeren Gruppen sehe, sondern bei den Ungarn, dann sagen uns viele, naja, wir hoffen natürlich irgendwie auf das Wunder von München, wie sie es nennen. Also das heißt, ein Sieg der Ungarn in Deutschland. Aber wenn man denn das nicht das Herz anspricht, sondern tatsächlich den Kopf anschaltet, dann heißt es doch eher, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir denn tatsächlich in München gewinnen, die ist eher gering. Aber wer weiß, gegen Frankreich ein 1 zu 1 geschafft. Vielleicht ist ja noch ein weiteres kleines Wunder drin. Ja, und der Torwart, der soll ja der Ungarn auch ein ganz fantastischer sein. Steffen, bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir gehen weiter von Budapest nach Frankfurter Main zu Daniel Koop. Daniel, ja, weil das Münchner Stadion ja nicht in Regenbogenfarben strahlen darf. Will man das jetzt am Main durchsetzen? Wie groß ist denn da die Resonanz? Also die Resonanz ist wirklich sehr groß. Und die Eintracht, das ist ja hier der Verband in Frankfurt, die hat sich da auch sehr klar positioniert und hat es ja so ähnlich formuliert, wie du das gerade auch getan hast. Wenn München nicht darf, dann müssen die anderen Stadien Farbe bekennen. Ich gehe mal so ein kleines bisschen aus dem Bild heraus. Die ersten Vorbereitungen, die laufen hier. Wir haben das hier in den letzten Minuten auch schon sehen können. Da wird schon fleißig geprobt. Und die Eintracht, die hat ja auch andere Clubs, andere Vereine in Deutschland aufgerufen, das Gleiche dann auch zu tun. Und da gibt es einige, die das Ganze heute Abend dann auch machen werden. Also ihre Stadien in den Regenbogenfarben dann auch erleuchten zu lassen. So zum Beispiel auch der SV Darmstadt hier in Hessen, aber auch andere Vereine, also auch zum Beispiel das Westfalenstadion in Dortmund. Das wird heute Abend den Regenbogenfarben erleuchten. Aber auch das Olympiastadion in Berlin. Und wir haben uns natürlich auch hier in Deutschland, in Frankfurt mit Fans unterhalten. Und da bekommt man eigentlich vor allem eine Sache nur mit. Und das ist absolute Fassungslosigkeit. Man sagt, dass das kein Thema ist, über das man überhaupt diskutieren sollte. Dass das eine ganz klare Fehlentscheidung der UEFA ist. Und es gibt auch eine aktuelle Umfrage, die heute ja getätigt wurde, wo ganz viele Fußballfans befragt wurden. Und da sagen 70 Prozent, dass diese Entscheidung der UEFA falsch war. Also hier ist man am Proben. Spätestens wenn das Spiel dann auch losgeht, dann wird das Stadion hier auf jeden Fall in diesen wunderschönen Farben dann auch erleuchten. Daniel, für den Augenblick vielen Dank nach Frankfurt am Main. Und von dort gehen wir weiter zu Stefan Wittmann. Der steht in München vor dem Mannschaftshotel. Stefan, bekommt unsere Nationalmannschaft von diesem ganzen Trubel eigentlich etwas mit? Und was machen die eigentlich jetzt wenige Stunden vor dem Anpfiff heute Abend? Lass mich die zweite Frage zuerst beantworten. Der Alltag so eines Profisportlers, gerade eines Nationalspielers am Spieltag, der ist jetzt nicht allzu aufregend. Heute Morgen gemeinsames Frühstück, dann ein bisschen anschwitzen, dann ging es in den Englischen Garten für einen ausgiebigen Spaziergang. Im Übrigen ohne Thomas Müller, der Einzige, der da gefehlt hat. Also möglicherweise ein Indiz, dass es für ihn nicht reicht heute gegen die Ungarn. Und was jetzt stattfindet, die Mannschaftsbesprechung. Die finale Mannschaftsbesprechung dürfte vorüber sein. Das heißt, die Spieler sind jetzt dann informiert, wer auf dem Platz stehen wird. Jogi Löw wollte da nochmal ein paar taktische Dinge auch bei Standards ansprechen. Und dann geht es um 19 Uhr Richtung Stadion aus dem Hotel. Und damit beantworte ich dann deine erste Frage, wie sich die Mannschaft drum kümmert. Das können wir eindrucksvoll nochmal sehen, denn das Team hat ein Zeichen gesetzt. Am obersten Stockwerk quasi die Regenbogenfarbe ausgehängt. Und damit wollen sie sich doch nochmal ganz klar für Transparenz, für Offenheit, für Menschenrechte einsetzen. Wir hatten ja gestern die Reaktion des DFB, des Interims-Co-Präsidenten, der gesagt hat, naja, die Entscheidung der UEFA ist eben eine richtige. Da sehen die Spieler offensichtlich einiges anders und wollten heute hier nochmal ein Zeichen setzen. Das haben sie damit getan und der Fokus dann aber wieder aufs Sportliche. Wie gesagt, 19 Uhr in den Bus, rüber ins Stadion und dann heute 23 Uhr hoffentlich Richtung Achtelfinale. Dann hilft nur noch Daumen drücken. Stefan, vielen Dank nach München. Bei mir im Studio unser Kollege Sebastian Honekamp für das EM-Studio zuständig und EM-Experte Jimmy Hartwig und natürlich auch Integrationsbeauftragter des DFB. Muss man hier auch nochmal sagen, was sagt man denn hier von deutscher Seite eben zu diesem Regenbogenstreit und dazu, dass die UEFA jetzt die Illumination untersagt hat, auf der anderen Seite jetzt Stadien einspringen wollen oder eben auch entsprechend Flaggen heute Abend gezeigt werden. Wie ist denn da die Haltung? Also die Haltung ist gemischt. Einige sagen, es ist sehr schade, dass das Stadion nicht beleuchtet werden darf in München. Andererseits ist es ja, dass die anderen Stadien in Deutschland gemacht werden. Die Meinung der ganze Gesellschaft zur Zeit ist gespalten. Muss Sport und Politik auseinandergehalten werden oder kann Sport und Politik zusammen sein? Ich sage, ein gestandener Fußballer, ein gestandener Sportler hat sich mit Politik auseinanderzusetzen, sage ich mal so. Er sollte auch seine Meinung sagen. Aber er hat die Meinung immer in Grenzen, niemanden zu beleidigen, sondern Fakten schaffen und sagen, genau so ist es. So darf es nicht sein und so muss es gemacht werden. Und ich glaube, mit solchen Sachen, mit dem Regenbogen, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Jimmy, einer, der ja in der Mannschaft durchaus eben auch für Meinungsstärke steht, ist ja Mats Hummels, der hat gesagt, das ist natürlich ein Thema in der Mannschaft. Da würde mich interessieren, meinst du, das ist tatsächlich auch ein Problem oder kann das für Unruhe im Team sorgen, jetzt eben vor diesem entscheidenden Spiel gegen Ungarn? Das ist ein Thema der Mannschaft gewesen, warum der das Gartion in München nicht beleuchtet. Das ist das Thema, aber dass die Spieler sich jetzt so auf diese Sache fokussieren, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sie wissen, um was es geht, sie sind alle weltoffen, aber ich glaube, der Fokus richtet sich jetzt nur auf das Ungarnspiel. Und das muss gewonnen werden. Dann lassen wir uns genau das tun. Dann lassen wir uns sportlich werden, dann schauen wir genau auf dieses Spiel. Und da scheint es ja zumindest so zu sein, als würden wir auf einen Spieler möglicherweise verzichten müssen. Thomas Müller, wieder schaut ganz Deutschland auf das Körperteil eines Nationalspielers. Nach dem Knöchel und der Wade ist es nun also das rechte Knie von Thomas Müller. Er droht auszufallen. Und sollte der Bundestrainer tatsächlich gezwungen sein, eben an der Startelf was zu verändern, dann dürfen wir gespannt sein, wer da seinen Platz einnimmt. Da gucken wir gleich drauf. Erstmal ist ja ganz interessant, welche Rolle Thomas Müller seit seiner Rückkehr in diesem Team einnimmt. Er ist auf jeden Fall der Dauerläufer. Er ist einer derjenigen, die die meisten Kilometer abreißen. Nur Joshua Kimmich, bisher bei diesem Turnier mehr gelaufen als eben Thomas Müller. Und er ist natürlich der Kommunikator. Er ist derjenige, der Kommandos gibt, der wahnsinnig wichtig für die Mitspieler ist. Gerade um Situationen, wo er natürlich die Erfahrung auch mitbringt, Situationen zu erkennen, wo er da bestimmte Kommandos eben gibt. Und wir wollen mal gucken. Die Startelf, ich habe sie schon angesprochen, zweimal hat Jogi Löw die gleichen Elf ins Rennen geschickt. Jetzt wird er also an einer Position, nämlich Thomas Müller, was verändern müssen. Und naheliegend wäre zumindest Leon Goretzka reinzunehmen ins Spiel. Er ist nach seiner Verletzung ja wieder da und hat in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, das traue ich mir durchaus zu, diese Ersatzrolle von Thomas Müller zu machen. Allerdings hat er auch gesagt, wer weiß, vielleicht fällt er ja gar nicht aus, so wie der sich nämlich vorher noch am Pool bewegt hat, hat er sich ja durchaus optimistisch gezeigt. Wer weiß, ich glaube, Jimmy, da wäre natürlich die Frage, was würde ein Ausfall von Thomas Müller tatsächlich für dieses Team jetzt auch in der Situation bedeuten? Es wäre nicht schön für die Mannschaft, aber Goretzka hat es ja schon gesagt, das ist ein gestandener Fußballer, spielen zusammen bei Bayern München, können praktisch zwei Rollen machen, er könnte hinter die Spitze spielen oder er könnte vorne ins Zentrum reingehen. Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn Müller ausfallen. Ich sehe es nicht so, aber man bewegt sich am Swimmingpool anders als auf dem Fußballplatz. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also ich glaube, er ist heiß, er will unbedingt spielen, aber falls er nicht spielen sollte, glaube ich, Goretzka wird ihn unwahrscheinlich gut ersetzen. Und ich glaube, er braucht keine Angst. Aber die Mannschaft ist jetzt so geschlossen in sich, dass da jeder ersetzt werden kann und spielen kann in dieser Mannschaft. Aber da ist natürlich auch die Frage, auch für den Bundestrainer, wenn der Müller sagt, ja, ich kann spielen, Trainer, der ein oder andere geht da vielleicht über eine Schmerzgrenze mal hinaus, nimmt man das Risiko in Kauf, dass er spielt jetzt im entscheidenden Spiel und sich womöglich ein bisschen schlimmer verletzt und dann länger ausfällt oder sagt man lieber jetzt Pause und für ein mögliches Achtelfinale brauchen wir dich? Ich glaube, so wie ich den Müller kenne, dass er so im Kopf ist und sagt zum Trainer, es könnte, wenn ich will, aber ich will nicht jetzt, weil ich will hundertprozentig fit sein, um der Mannschaft zu helfen. Und ein Spieler wie Goretzka ist hundertprozentig fit, soll er spielen. Wenn er nicht das Okay gibt, dem Müller, dass er spielen kann, und dann gibt es auch kein Aua hin und her nach zehn Minuten, dann muss er das Ding durchspielen. Dann muss er zeigen, dass es doch nicht so schlimm gewesen ist. Aber das wird schwer. Also im Kopf, ich würde gerne spielen. Also ich als Spieler, ich wollte jetzt spielen. Ich werde zum Trainer sagen, Trainer, ist alles gut, mach mal, gib mir noch mal ein bisschen was da rein. Ich will nicht spielen wollen. Aber ich war ja unvernünftig. Aber der ist vernünftig und ich glaube, der wird, wenn er spielen kann, wird er spielen. Und wenn jetzt haben wir einen guten Ergänzungsspieler, Ersatzspieler sind immer blöd, Ergänzungsspieler mit Goretzka und das wird alles gut. Sagt Jimmy Hartwig. Vielen Dank, Sebastian Honekamp ebenfalls. Dankeschön. Der aktuelle Sport wird Ihnen präsentiert von interwetten.de Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommen soll, das soll morgen auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Paul Sonntag steht für uns am Berliner Hauptbahnhof. Paul, was sagen denn die Reisenden dazu? Wie groß ist jetzt die Sorge vor Zugausfällen mitten in den Ferien? Also noch hat das Ganze überhaupt gar keinen Effekt. Die Züge rollen noch ganz normal. Es gibt ja noch gar keine ganz klare Ansage, wann sich das überhaupt ändern wird und wie sich das auch genau ändern wird. Und trotzdem fühlen sich natürlich viele, vor allem allein schon bei dem Namen Klaus Weselski, an das Jahr 2015 dann zurückerinnert, eben die sehr zähen Streiks, sehr lang anhaltenden Streiks mit der Gewerkschaft, durch die Gewerkschaft organisiert. Man wartet erst mal auf morgen. Ich habe auch bei der Bahn nachgefragt. Da will man noch gar kein Statement abgeben, weil man gar nicht weiß, zu was genau, in welchem Umfang auch das Ganze dann stattfinden wird. Das Ganze sieht aber schon nach sehr verhärteten Fronten aus. Und was über dem Ganzen schwebt, ist eigentlich ein interner Streit zwischen den zwei größten Gewerkschaften, eben der EVG und der GDL. Die GDL möchte jetzt auch irgendwie natürlich hier in Erscheinung treten, möchte nicht akzeptieren, dass hier versucht wird, den Tarifvertrag, beziehungsweise die Verhandlungen, die mit der EVG, mit der etwas größeren Gewerkschaft geführt wurden, gewissermaßen auf dann die einzelnen eigenen Mitglieder abzuwälzen. Also man kann sich schon darauf einstellen, auch allein von dem, was wir von Klaus Wieselski, eben dem Vorsitzenden, wissen und auch wie er sich im Vorhinein gegeben hat, dass das ein harter, ein zäher Kampf werden könnte, der eben zur Unzeit kommt. Du hast es gerade schon erwähnt, es stehen eben Ferien an, nicht nur in Berlin, zum Beispiel auch in Brandenburg, in Hamburg und dann nächste Woche, dann Anfang Juli dann auch in Nordrhein-Westfalen. Also das könnte viele Menschen hart treffen in einer Zeit, in der viele natürlich auch endlich wieder reisen wollen und mobil sein wollen. Dann hoffen wir mal, dass Herr Wieselski und der Bahnvorstand irgendwie noch ein Einsehen mit uns Normalbürgern haben. Paul, vielen Dank für die Einordnung. Die Delta-Variante des Coronavirus wird sich im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten. Davon geht die EU-Gesundheitsbehörde aus. Dies gelte insbesondere für Jüngere, die nicht zu den Zielgruppen der Impfkampagnen gehören. Das Impfen müsse deswegen deutlich schneller vorangehen. Das empfiehlt auch der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten. Inzwischen schlagen auch die Lehrer Alarm. Nach den Sommerferien müssten neue Konzepte auf dem Tisch liegen, damit der Präsenzunterricht nicht gefährdet sei. Matthias Heinrich. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Sollten die Fallzahlen jetzt ansteigen, bieten die Sommerferien auch eine Chance, meint der Virologe Drosten. Wenn das so sein sollte, dass im Juli diese Fallzahlen wieder ansteigen, werden wahrscheinlich die Schulferien, die kommen, eine Entspannung dann wieder bringen. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern in den Klassenzimmern hätten jetzt höchste Priorität, so die GEW. Hygienekonzepte müssten weiter ausgefeilt werden. Nachlassen wäre das falsche Signal, so der Lehrerverband. Das, was wir tun können, ist Gesundheitsschutz hochhalten an Schulen, auch wie vor. Wir haben auch gesagt, nicht zu früh auf Maskenpflicht verzichten. Der Virologe Drosten betont die gute Ausgangslage. So gäbe es nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatischstämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern, bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Zahlen aus Großbritannien zeigen, Infizierte haben entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiöser, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Wir machen eine kurze Pause, sind allerdings gleich wieder da. Dann nämlich, wenn US-Außenminister Blinken mit Angela Merkel vor die Kameras tritt. Der ist nämlich gerade auf Deutschland besuchen. Was er da zu sagen hat, das erfahren wir gleich. Das könnte ja doch irgendwie die Zukunft sein. Die Firma Volocopter aus Karlsruhe begann mit ersten Testflügen für ein elektrisches Flugtaxi. Auf dem Flugplatz Le Bourget im Nordosten von Paris wurde nun der fertig entwickelte Prototyp vorgestellt. Und das deutsche Unternehmen will sein Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris in Betrieb nehmen. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es. Schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitet. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnaken-Spezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestickt. Sie verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr der breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnakenlarven nehmen dieses Protein auf. Die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Die GroKo eignete sich nun auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. So soll Deutschland bereits ab 2045 klimaneutral werden. Die Wirtschaft soll damit entlastet werden. Doch Mieter müssen den CO2-Zuschlag beim Heizen weiterhin alleine tragen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, kommt zusätzliche finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Die EU bewilligte einen Milliarden-Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona. Auch dieses Geld soll zu großen Teilen in den Klimaschutz gehen. Windkraft und Solaranlagen sollen noch mal deutlich ausgebaut werden. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Das neue Ziel, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, an der einen oder anderen Stelle hätte es auch mehr sein können. Aber uns ist es wichtig, dass wir natürlich auch das Land dabei zusammenhalten, dass wir alle Leute mitnehmen. Und die deutschen Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben. Deshalb werden sie finanziell entlastet. Und gleichzeitig gibt es Geld zurück, wenn sie ihren CO2-Ausstoß senken oder etwa die Energieversorgung auf klimaneutral erzeugten Wasserstoff umstellen. Keine Einigung gab es beim CO2-Aufschlag für Wohnraum. Die Union weigert sich, Vermieterinnen und Vermieter an den Kosten zu beteiligen. Jetzt müssen diese hohen zusätzlichen Kosten allein die Mieterinnen und Mieter stemmen. Und so stellen wir uns sozialen Klimaschutz nicht vor. Harmonischer lief es in Sachen Klimaschutz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die kam persönlich nach Berlin, um 25,6 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zu bewilligen. Die Kommission hat uns gefordert und gesagt, das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Digitalisierung. Insgesamt stellt die EU 750 Milliarden Euro bereit, um die europäische Wirtschaft nach der Pandemie zu beleben. Die 25,6 Milliarden, die nach Deutschland gehen, investiert die Regierung zu 90 Prozent in Projekte, die den Klimaschutz fördern oder die Digitalisierung voranbringen. Deutschland soll aus der Pandemie also nicht nur moderner, sondern auch grüner herauskommen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1.016 positive Testergebnisse gemeldet, 439 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personalsorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an. Und weiter geht es mit den Nachrichten bei Welt. US-Außenminister Antony Blinken ist zu Besuch in Deutschland. Nach einem Gespräch mit Außenminister Maas hat er sich am Nachmittag dann mit Bundeskanzlerin Merkel getroffen. In wenigen Augenblicken wollen beide der Hauptstadtpresse berichten, wie das Treffen lief. Im Vorfeld hatte der US-Außenminister ja bereits klargestellt, dass er befürchtet, dass Russland die Pipeline Nord Stream 2 als wirtschaftliche Waffe gegen die Ukraine einsetzen könnte. Die USA sind bekanntlich weiter der Ansicht, dass die Pipeline ein geopolitisches Projekt Russlands sei, das Europas Energiesicherheit gefährde. Mit Blick auf die Meinungsverschiedenheiten in diesem Punkt zwischen Washington und Berlin betonte Blinken zugleich, das passiert halt von Zeit zu Zeit unter Freunden. Und das ist ja schon mal ein wichtiges Statement, dass man sich da weiter freundschaftlich begegnet. Und sobald die beiden dann vor die Kameras treten und über die Ergebnisse berichten, es geht ja momentan eben auch um die Libyen-Konferenz, die in Berlin stattfindet, dann sind wir da natürlich auch dabei und hören rein, was die beiden zu sagen haben. Zunächst aber weiter mit diesem Thema. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer, unweit der Halbinsel Krim, drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer eingedrungen. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff MHS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Moskau hat den britischen Militärattaché ins russische Verteidigungsministerium inzwischen einbestellt. Beim Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am Abend in München geht es nicht nur um einen sportlichen Erfolg. Es geht um deutlich mehr. Nämlich darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Diskriminierung von Minderheiten, wie es ein neues Gesetz in Ungarn nach einhelliger Meinung tut. Der Europäische Fußballverband UEFA hat der Stadt München ja verboten, das Stadion als Symbol in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Der Verband sieht darin eine politische Botschaft, die man unterbinden will. Doch dieses Verbot führt jetzt genau zum Gegenteil, wie Sebastian Plantold berichtet. München wehrt sich gegen das Regenbogenverbot Flaggehissen am Rathaus. Denn nur weil die UEFA ein buntes Münchner Fußballstadion verboten hat, bedeutet das nicht, dass die Stadt klein beigibt zur Freude der Bürger. Ich finde es sogar sehr gut. Ich finde einfach so ein bisschen Solidarität zeigen den Menschen gegenüber. Wir leben in einem relativ freien Land. Ich finde es auch gut, dass jetzt andere Stadien das auch übernehmen, dass wenn die UEFA das schon in München verbietet, dass eben andere Stadien ein Zeichen setzen. Ich würde es auch gut finden, wenn zum Beispiel die Techniker in den Stadien das machen würden und sich gegen die UEFA widersetzen. Gesagt, getan. Flaggen vor dem Weserstadion in Bremen. Das Berliner Olympiastadion soll später so aussehen. Und so wird es im ganzen Land sein. Ob Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder Union Berlin, unzählige Vereine tauchen ihre Stadien in Regenbogenfarben. Zustimmung aus der Politik. Das ist ein Signal auch des Sports und der Zivilgesellschaft. Und ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Hintergrund der Regenbogendebatte ist ein neues Gesetz in Ungarn, das sexuellen Missbrauch von Kindern mit Homosexualität gleichsetzt. Zudem verbietet es Jugendliche in Schulen oder Fernsehen über andere sexuelle Orientierungen zu informieren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nennt das Gesetz wörtlich eine Schande und will dagegen vorgehen. Auch Kanzlerin Merkel spricht deutliche Worte. Erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Wir müssen die Kanzlerin jetzt unterbrechen, denn sie kommt im realen Leben jetzt im Kanzleramt an. Zusammen mit US-Außenminister Blinken und da hören wir jetzt rein. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass heute der amerikanische Außenminister Antony Blinken bei uns ist und dass ich die Möglichkeit habe, ihn näher kennenzulernen in seiner neuen Funktion. Und der Anlass ist ja, dass wir eine Berliner Konferenz zum Sachverhalt Libyen, durchgeführt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass sich Tony Blinken auf den Weg gemacht hat und hier an dieser Konferenz teilnimmt. Das ist sehr wichtig, dass wir ein geschlossenes Signal in Richtung Libyen aussenden, dass wir a wollen, dass das libysche Volk selbst über seine Zukunft entscheidet, aber wir eben auch internationale Partner bereitstehen, um diesen Weg zu begleiten. Wir alle wissen, von welch strategischer Bedeutung die Situation in Libyen ist, im Blick auf Afrika, aber auch im Blick auf das afrikanisch-europäische Verhältnis. Wir werden in unserem kurzen Gespräch die Möglichkeit haben, die transatlantische Agenda etwas abzuklopfen. Ich hatte ja die Gelegenheit, den neu gewählten amerikanischen Präsidenten Joe Biden auch zu treffen, jetzt bei den G7-Treffen in Cornwall und anschließend beim NATO-Treffen. Wir haben eine, wie ich finde, sehr gemeinsame Grundlage gefunden, die geopolitischen Herausforderungen in der Welt nicht nur zu benennen, sondern auch ein gemeinsames Vorgehen zu vereinbaren. Das gilt im Blick auf Russland, das gilt im Blick auf China, das gilt aber auch im Blick auf die Frage, welche Bündnisse können wir schmieden, wie liegen unsere Interessen. Insofern werden wir diesen Austausch fortsetzen, natürlich auch im Blick auf das Gespräch, das es von Präsident Biden mit dem russischen Präsidenten gegeben hat. Ich begrüße ausdrücklich, dass ein solches Gespräch stattgefunden hat, genauso wie es hier auch Gespräche mit der chinesischen Führung gab, die in Alaska stattfanden. Ich denke, bei allen Kontroversen in der Welt müssen wir immer wieder Gesprächskanäle offen halten, unsere Positionen und Interessen klar benennen und dann schauen, wo sich Lösungskorridore ergeben. Also noch einmal ganz herzlichen Dank für den Besuch. Wir knüpfen an an eine lange Geschichte guter deutsch-amerikanischer Beziehungen und freuen uns, dass die Vereinigten Staaten, um Joe Biden zu zitieren, wieder zurück sind und auf der multilateralen Bühne und Deutschland und Amerika sind in diesem Zusammenhang Partner. Wir wissen um unsere Verantwortung und ich freue mich auf das Gespräch. Bundeskanzlerin Merkel, vielen Dank, dass Sie mich empfangen und sich die Zeit nehmen, insbesondere dafür, für Ihr unglaubliches Leadership. Ich glaube, die Vereinigten Staaten hat keinen besseren Partner, keinen besseren Freund auf der Welt wie Deutschland. Es fängt damit an, mit gemeinsamen Werten, gemeinsamen Interessen, Menschen, aber auch etwas, was die Kanzlerin erwähnt hat, all die Herausforderungen, vor denen wir stehen, für unsere Bevölkerung auch. Kein Land kann alleine agieren. Und Kooperation ist umso wichtiger, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und Deutschland ist hier beispielhaft, zeigt mir vor, wie es geht. Klimawandel, wie auch neue Technologien, Disruption auch verursachen. Und wir sind beide der Überzeugung, unsere Länder, dass wir zusammenarbeiten müssen, um alles in Fortschrittlichen voranzutreiben. In den ersten sechs Monaten seiner Präsidentschaft hat Präsident Biden auf bilateraler und multilateraler Ebene zusammengearbeitet mit ihnen, um unsere Institutionen auf Front zu treiben. Hier war Deutschland ein starker Partner. Wir stimmen auch darüber ein, dass wir eine Verantwortung haben, in diesem Moment insbesondere, zu zeigen, dass Demokratien liefern können. Änderungen in dem Leben von unseren Völkern und auch die der Menschen an der Welt. Der Beispiel von Deutschland und auch der Bundeskanzlerin ist hier bezeichnend, insbesondere im Fall von Libyen. Ich hoffe, dass dieses Land einen Weg einschlagen kann, der Stabilität, der Sicherheit und auch der Vereinten. Also erst einmal, wir haben viel Stoff zu besprechen, also möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Und auch, wie sehr Präsident Biden sich auf Sie freut, den nächsten Monat in Juli in Washington. Danke. Wirtschaft, weil man sie doch zu sehr als Problem darstellt, was nicht in Ordnung ist. Das Ganze, Fragen der Journalisten wurden hier nicht zugelassen, aber das wird sich dann sicherlich noch mal ändern. Auf alle Fälle eine gute Stimmung. Und ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Der amerikanische Außenminister hat gesagt, Deutschland sei der größte Freund Amerikas in der Welt. Das ist schon ein wirkliches Lob, denn normalerweise hätte man ja vielleicht gedacht, dass das eher Großbritannien ist, aber er hat das eben zu Deutschland gesagt. Und das, finde ich, muss man an dieser Stelle noch mal hervorheben. Wir schauen jetzt aber noch mal auf innenpolitische Themen und vor allen Dingen, was das Reisen angeht. Denn mitten in den Sommerferien drohen jetzt Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat sich nach bescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen ausgedacht, hat die beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll dann morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Delta-Variante des Coronavirus wird sich im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten. Davon geht die EU-Gesundheitsbehörde aus. Dies gelte insbesondere für Jüngere, die nicht zu den Zielgruppen der Impfkampagnen gehören. Das Impfen müsse deswegen schleunigst vorangehen. Das empfiehlt übrigens auch der Chef-Virologe der Berliner Charité Christian Drosten. Inzwischen schlagen auch die Lehrer Alarm, denn nach den Sommerferien müssten jetzt neue Konzepte auf dem Tisch liegen, heißt es, damit der Präsenzunterricht nicht gefährdet wird. Matthias Heinrich. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Sollten die Fallzahlen jetzt ansteigen, bieten die Sommerferien auch eine Chance, meint der Virologe Drosten. Wenn das so sein sollte, dass im Juli diese Fallzahlen wieder ansteigen, werden wahrscheinlich die Schulferien, die kommen, eine Entspannung dann wieder bringen. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern in den Klassenzimmern hätten jetzt höchste Priorität, so die GEW. Hygienekonzepte müssten weiter ausgefeilt werden. Nachlassen wäre das falsche Signal, so der Lehrerverband. Das, was wir tun können, ist Gesundheitsschutz hochhalten an Schulen, auch wie vor. Wir haben auch gesagt, nicht zu früh auf Maskenpflicht verzichten. Der Virologe Drosten betont die gute Ausgangslage. So gäbe es nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatisch-stämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern, bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Zahlen aus Großbritannien zeigen, Infizierte haben entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiöser, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Mein Kollege Daniel Koop hat den hessischen Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen gefragt, wie verbreitet denn die Delta-Variante in Hessen ist und was das bedeutet? Ja, wir haben, wie auch alle anderen Länder, den Eindruck, dass Delta zunehmend vorherrschende Variante wird, so wie wir das ja bei der sogenannten britischen oder Alpha-Variante auch schon mal erlebt haben. Bei den Analysen, die wir aus einigen Laboren vorliegen haben, wird nahegelegt, dass wir da deutlich über 20 Prozent inzwischen liegen, was den Anteil von Delta an den sequenzierten PCR-Tests angeht. Hier sind Sie im Austausch mit den unterschiedlichen Laboren hier in Hessen. Haben Sie denn auch schon erste Erkenntnisse, ob Delta gegebenenfalls ansteckender, gefährlicher, ob der Krankheitsverlauf da wahrscheinlich auch gefährlicher ist? Was sagen Ihnen da die Experten? Also Delta ist offensichtlich in jedem Fall infektiöser, auch nochmal infektiöser als die Alpha-Variante es schon war. Die war ja schon deutlich infektiöser als der sogenannte Wildtyp. Aber es gibt jedenfalls bisher keine Anzeichen dafür, dass Delta auch schwere Krankheitsverläufe verursacht. Da müssen wir aber wirklich darauf warten, was uns die Wissenschaft noch sagt, wie sich die Studienlage da entwickeln wird. 20 Prozent ist natürlich schon eine ganz schöne Menge. Jetzt gibt es ja weitere Lockerungen in Hessen. Ich habe es gerade auch noch im Radio auf dem Weg hierhin gehört. Auch die Maskenpflicht, die fällt jetzt im Unterricht ab Freitag hier beispielsweise weg. Machen Sie sich Sorgen, dass Sie Lockerungen vielleicht demnächst auch wieder zurücknehmen müssen? Wir haben Ihren Chef gehört, Ministerpräsident Bouffier, der gesagt hat, ob wir es bei den Kontaktbeschränkungen so dann auch lassen können oder ob man die vielleicht wieder einführen muss. Das kann man bisher noch nicht sagen. Wie sehen Sie das? Wir haben jetzt, so wie das bisher in Hessen unser Weg auch war, behutsam besonnen eine nächste Stufe der Lockerungen gemacht. Das können wir, weil alle so weit mitgeholfen haben, dass die Infektionszahlen so wunderbar nach unten gegangen sind. Es gilt aber jetzt trotzdem auch vorsichtig zu sein, nicht leichtsinnig zu werden. Wenn die Maskenpflicht nicht mehr da ist, heißt das nicht, dass man keine Maske mehr tragen darf. Ich würde immer empfehlen, wenn sich die Mindestabstände nicht halten lassen, wenn viele Menschen in einem Raum sind, vielleicht doch die Maske nochmal zu nehmen. Aber wir haben keinen Anlass jetzt zu glauben, dass es unmittelbar wieder notwendig sein müsste, Kontaktbeschränkungen zu veranlassen. Ausschließen kann das aber in der Tat niemand. Gibt es da für Sie so eine bestimmte Grenze? Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 7-Tage-Inzidenzwert 8 hier in Hessen. Wenn es über 15 wieder ist, über 20, haben Sie da so eine Zahl, wo Sie sagen, da müsste man beispielsweise dann auch wieder Kontaktbeschränkungen einführen? Wir haben ja inzwischen eine gute Impfquote. Und wenn wir bei einer solchen guten Impfquote wieder in hohe Inzidenzzahlen kommen, muss uns das dann besonders beunruhigen. Weil wenn so viele Menschen geimpft sind und dann ist doch die Inzidenz wieder so hoch, ist es ein besonderes Problem. Wir haben veranlasst, dass ab einer Inzidenz von 50 dann in den Gebietskörperschaften, das heißt, den Kreisen und kreisfreien Städten auch wieder verschärfende Maßnahmen zu ergreifen, sind. Sollten wir landesweit die Notwendigkeit sehen, können wir das ja über die Landesverordnung jederzeit tun. Sie ist jetzt erst mal wieder für vier Wochen in Kraft. Länger geht ja nach Infektionsschutzgesetz nicht. Und wir werden ganz genau hinschauen, welche Auswirkungen auch die jetzt verkündeten Lockerungen dann auf das Infektionsgeschehen haben. Soweit Kai Klose aus Hessen. Anderes Thema, erst Regen, dann Überschwemmung und jetzt Hagel, so weit das Auge reicht. Die Unwetter der vergangenen Nacht hatten es mal wieder in sich. In Süddeutschland und Österreich ist durch die Wetterkapriolen ein Millionenschaden entstanden. Zahlreiche Häuser und Autos wurden beschädigt. Zu allem Überfluss müssen die Anwohner jetzt Ende Juni mit der Schneeschaufel ran. Sehen Sie selbst. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die wo dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Ein richtiges Sauwetter, kann man da sagen, unser Meteorologer. Einfach zusammengefasst als Sauwetter. Alexander Hilde waren bei uns im Studio. Heute Abend ja das wichtige Spiel Deutschland-Ungarn. Wenn man da in der Arena in München dabei sein will, sollte man da lieber einen Schirm mitnehmen oder gleich den Ostfriesennerz? Auf jeden Fall wäre ein, auf dem Weg zum Stadion wäre ein Ostfriesennerz genau das Richtige. Ein einfaches Regenkepp vielleicht, weil da kann es tatsächlich auch in der Nähe des Stadions noch ein echt großer Brummer vorbeiziehen, wenn sie sich auf den Weg dorthin machen. Und die Vorschau zeigt, dass eigentlich recht verbreitet in Süddeutschland nasses Wetter dann unterwegs sein kann. Hier die Vorschau jetzt ab 19 Uhr und dann in den Abend hinein, Spielbeginn um 21 Uhr. Und Sie sehen, dass hier in der feuchten Luft auch im Raum München dann doch einige Niederschläge niedergehen könnten. Und diese orangenen und roten Bereiche, gerade auch die Niederschlagsgebiete, dann mit den lilanen Zentren auf dieser Karte. Das sind doch die sehr, sehr heftigen Niederschläge, die sich dann auch im Laufe des Abends noch über den Bodensee nach Baden-Württemberg schieben könnten. Aber ganz konkret hier in München wird das stärkste Niederschlagsgeschehen eher östlich der Stadt dann ablaufen, also im Osten von Bayern. Und die nächste Grafik zeigt dann auch die Vorschau, die sich unsere Redaktion für das Spiel überlegt hat. Um 21 Uhr herrschen ideale Bedingungen bei 21 Grad. Und dann im Spielverlauf ist es durchaus möglich, dass dann noch einzelne Gewitter tatsächlich über dem Stadion niedergehen werden. Aber diese ganz, ganz heftigen Brummer, die werden deutlich westlich und wahrscheinlich dann auch deutlich östlich davon ablaufen, sodass München und das Spiel selbst wahrscheinlich doch relativ glimpflich dann am Abend vorbei davon kommen werden. Davon kommen wird, ja. Und wenn man jetzt eben das Spiel von zu Hause schauen will oder im Garten oder der Terrasse vielleicht noch ein bisschen grillen will dabei, auf Holzkohle sollte man dann verzichten. Ja, also im Osten und im Norden ist ja sowieso alles klar. Also hier wird es verbreitet trocken sein. Aber gerade in dieser feuchten Luftmasse in Süddeutschland, die ich jetzt gerade eben schon geschildert habe, da könnten doch sehr, sehr große Gewitterzellen sich noch aufbauen. Hier das aktuelle Radar. Sie sehen jetzt, dass hier im Schwarzwald doch schon einiges los ist. Es ist noch nicht die angekündigte Superzelle, die sich vielleicht noch in Baden-Württemberg bilden wird. Da habe ich mich vor einer Stunde etwas vertan. Also gerade aus diesen Niederschlägen, die sich hier bilden werden, da wird dann im Laufe des Abends dann im Osten von Baden-Württemberg doch ein etwas heftigeres Gewitter zusammenkommen. Wahrscheinlich so 50 bis 80 Liter Regenbogen Quadratmeter. Und hier in Bayern, da ist noch nichts los, außer dass sich jetzt aktuell aus den Alpen heraus schon so ein paar Gewitter aufbauen. Und die nächste Karte zeigt dann nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung, nämlich die aktuelle Warmlage des Deutschen Wetterdienstes. Hier diese pinkfarbenen Bereiche, das sind die Vorwarnungen zu den Unwetterwarnungen. Also schlichtweg können sich im gesamten Süden heute Nachmittag und am Abend dann noch einzelne Unwetter bilden. Jetzt aktuell der ganz große Brummer nördlich von Stuttgart schon unterwegs. Also hier bereits heftige Gewitter. Seien Sie draußen vorsichtig, wenn dann die Gewitter da sind und wenn es dann tatsächlich losgeht, dass dann am Abend oder auf dem Rückweg nach Hause am Abend dann wirklich nichts passiert. Also ein festes Dach sollte man über sich haben. Alex, vielen Dank und für die Fußball-Nationalmannschaft, vielleicht echtes Fritz-Walter-Wetter, vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen. Dankeschön. So, da ist die Kamera. Bei uns geht es gleich weiter, wir machen eine kurze Pause. Lena Mosel hat dann in wenigen Augenblicken dann das Wichtige vom Tage für Sie nochmal zusammengefasst. Angenehmen Abend. Die Kriegsführung der Zukunft wird nicht nur aus Geschossen und Bomben bestehen. Die elektronische Kriegsführung ist relativ subtil. Dabei fliegt nichts in die Luft oder so. Besonders für zwei Flugzeuge ist das elektromagnetische Spektrum des Gefechtsfeld. Die Growler kann Wahnsinns Dinge. Crawler und Growler, elektronisches Störfeuer. Heute auf Selt. Ja, das könnte ja doch irgendwie die Zukunft sein. Die Firma Volocopter aus Karlsruhe begann mit ersten Testflügen für ein elektrisches Flugtaxi. Auf dem Flugplatz Le Bourget im Nordosten von Paris wurde nun der fertig entwickelte Prototyp vorgestellt. Und das deutsche Unternehmen will sein Flugtaxi bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris in Betrieb nehmen. Auf dem Flugplatz Le Bourget nahe Paris wird Science Fiction zur Wirklichkeit. Das erste strombetriebene Flugtaxi erobert hier den Luftraum. Zumindest für drei Minuten so lange dauert der ferngesteuerte Flug. Insgesamt 500 Meter legt das Flugtaxi zurück, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 kmh. Noch handelt es sich nur um Testflüge der Firma Volocopter aus Karlsruhe. Doch schon sehr bald soll das Flugtaxi den kompletten städtischen Himmel erobern. Der heutige Flug hier in Paris ist der Beweis für unser Engagement, Flugtaxidienste nach Paris zu bringen. Und zwar noch vor den Olympischen Spielen 2024. Das Flugtaxi bietet Platz für zwei Passagiere. Und für Gepäck. Mit einer speziellen App kann man den Flug buchen. Mittlerweile bemühen sich immer mehr Start-ups, emissionsfreie Flugtaxis zu entwickeln, die in wenigen Jahren über Megastädte verkehren sollen. Die urbane Mobilität von morgen soll also nicht nur elektrischer werden, sondern verstärkt auch in die Luft gehen. Die Firma Volocopter will vor allem einen erschwinglichen Flugtaxiservice etablieren. In der Stadt der Zukunft werden die Flugtaxis als Flotte betrieben. Der Volocopter holt dich ab, wenn du ihn bestellst. Und du bezahlst nur den Flug. Mit steigender Nachfrage können wir diese Flüge zum Preis eines Taxis anbieten. Ein Erlebnis sicherlich für jeden, der sich dann auch noch traut, in ein Flugtaxi einzusteigen. Noch bis September sollen die Testflüge dauern. Und wenn alles gut läuft, fliegen die Volocopter tatsächlich während der Olympischen Sommerspiele in Paris durch die Luft. Über diese Mischung aus viel Regen und Hitze freut sich vor allem ein Plagegeist. Ganz besonders die Mücke. Waren die vergangenen Jahre viel zu trocken, liefert ihr dieser Sommer 2021 beste Bedingungen, um sich zu vermehren. Die vergangenen Wochen zeigten es. Schon jetzt herrscht der Eindruck einer tatsächlichen wahren Plage. Sorge macht Forschern dabei vor allem eine asiatische Art, die sich inzwischen immer weiter in Deutschland verbreitert. Unterwegs mit der Mückenstreife im hessischen Östrichwinkel. Weil hier die asiatische Tigermücke gesichtet wurde, ist das Schnackenspezialkommando angerückt. Sie bleiben auch richtig schön sitzen und dann ist gestückt. Und verfolgen einen, wenn man dann wegläuft, dann folgen sie einem nach und so. Der ungebetene Gast sorgt für Unruhe. Eingeschleppt durch Reisen und Warenverkehr breitet sich die eigentlich aus Südostasien stammende Tigermücke in zahlreichen Bundesländern aus. Darunter Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Teilen von Europa ist sie bereits seit längerem heimisch. Das Problem, sie ist nicht nur lästiger als ihre Artgenossen, sticht auch am helllichten Tag, sondern auch potenziell gefährlich. Sie könnte das in seltenen Fällen tödliche Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen. Noch ist das in Deutschland nie geschehen. Damit das so bleibt, gibt es kein Pardon. Ein Wirkstoff ohne Chemie macht dem Nachwuchsdinger aus. Die Schnackenlarven nehmen dieses Protein auf, die Zellen platzen im Darm und schließlich sterben daran die Stechmückenlarven. Das Klima der vergangenen Monate, paradiesisch für die Familienplanung der kleinen, stechenden Biester. Nicht nur der Tigermücken. Insektenforscher befürchten eine Plage. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so richtig kalte Winter haben, sondern wir hatten super milde Winter eigentlich und immer ein sehr nasses Frühjahr. Und das ist echt ein Problem, weil die halt, sobald viele Oberflächengewässer da sind und wir kommen dann in den Sommer rein, dann geht es halt richtig ab. Das mögen die super gerne. Übrigens, dass Mücken nur süßes Blut mögen, ein Mythos. Der Zuckergehalt ist ihnen völlig egal. Es liegt am Duft der Haut, warum sie manche ansteuern und andere verschonen. Die GroKo eignete sich nun auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. So soll Deutschland bereits ab 2045 klimaneutral werden. Die Wirtschaft soll damit entlastet werden. Doch Mieter müssen den CO2-Zuschlag beim Heizen weiterhin alleine tragen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, kommt zusätzliche finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Die EU bewilligte einen Milliarden-Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona. Auch dieses Geld soll zu großen Teilen in den Klimaschutz gehen. Windkraft und Solaranlagen sollen nochmal deutlich ausgebaut werden. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Das neue Ziel, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, an der einen oder anderen Stelle hätte es auch mehr sein können. Aber uns ist es wichtig, dass wir natürlich auch das Land dabei zusammenhalten, dass wir alle Leute mitnehmen. Und die deutschen Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben. Deshalb werden sie finanziell entlastet. Und gleichzeitig gibt es Geld zurück, wenn sie ihren CO2-Ausstoß senken oder etwa die Energieversorgung auf klimaneutral erzeugten Wasserstoff umstellen. Keine Einigung gab es beim CO2-Aufschlag für Wohnraum. Die Union weigert sich, Vermieterinnen und Vermieter an den Kosten zu beteiligen. Jetzt müssen diese hohen zusätzlichen Kosten allein die Mieterinnen und Mieter stemmen. Und so stellen wir uns sozialen Klimaschutz nicht vor. Harmonischer lief es in Sachen Klimaschutz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die kam persönlich nach Berlin, um 25,6 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zu bewilligen. Die Kommission hat uns gefordert und gesagt, das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Digitalisierung. Insgesamt stellt die EU 750 Milliarden Euro bereit, um die europäische Wirtschaft nach der Pandemie zu beleben. Die 25,6 Milliarden, die nach Deutschland gehen, investiert die Regierung zu 90 Prozent in Projekte, die den Klimaschutz fördern oder die Digitalisierung voranbringen. Deutschland soll aus der Pandemie also nicht nur moderner, sondern auch grüner herauskommen. Und dann blicken wir an diesem Mittwochmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Und die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. Die Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 1016 positive Testergebnisse gemeldet. 439 weniger als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 7,2 gesunken. Das RKI meldet außerdem 51 weitere Todesfälle. 67 Millionen Impfdosen sind bislang hierzulande verabreicht worden. Dieser Juni wird einsichern. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Moskau hat den britischen Militärattaché ins russische Verteidigungsministerium einbestellt. London dementiert diese Meldung. Christoph Wanner zugeschaltet aus Moskau. Was genau wissen wir über diesen Vorfall? Also wir kennen vor allem erstmal die russische Lesart und du hast es ja angesprochen, der Zerstörer Defender war wohl im russischen Hoheitsgewässer. Es ist das natürlich eine ganz spezielle Gegend, wo das Ganze vorgefallen ist. Schwarzes Meer, Stichwort Halbinsel Krim, von den Russen 2014 annektiert von der Ukraine. Das ist völkerrechtlich nicht anerkannt. International wird von den meisten Ländern, auch von der NATO, dieses Gewässer um die Krim als ukrainisches Hoheitsgewässer angesehen. Die Russen natürlich sagen und bleiben dabei fest und steif, das ist Territorium, das sind Gewässer der russischen Föderation. Also haben wir hier schon ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Jetzt ist natürlich klar, dass jedes NATO-Schiff genau weiß, wie heikel diese Frage zu betrachten ist. Und jedes NATO-Schiff weiß auch, dass ein Eindringen in diese strittigen Gewässer von Moskau als Provokation erachtet wird, gesehen wird und dass darauf reagiert wird. Und jetzt haben wir eine Situation, die deswegen so gefährlich ist, weil Russland das erste Mal seit Ende des Kalten Krieges gegen ein NATO-Schiff mit scharfer Munition geschossen hat. Es waren Warnschüsse, aber es waren eben scharfe Schüsse. Und das ist doch bemerkenswert. Und so eine Situation, die kann eine Kettenreaktion auslösen. Wenn diese Warnschüsse nicht ins Leere gehen, wenn sie falsch interpretiert werden, wenn darauf geantwortet wird, dann haben wir aus dem Nichts heraus auf einmal eine äußerst prekäre Situation, die zu weiß Gott was führen kann. Und das ist das Gefährliche an den heutigen Geschehnissen im Schwarzen Meer. Christoph, aber jetzt sagt London, das ist alles so gar nicht gewesen. Wie lässt sich das erklären? Also was ich hier aus Moskau gehört habe, ich bin da vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil Moskau-Korrespondent. Was wir hier wissen ist, dass die Briten das Ganze noch nicht bis zum Ende kommentieren wollen. Also dementi hin oder her. Ich denke, dass man sich da jetzt in London seitens des Verteidigungsministeriums gerade noch sortiert, wie man diesen Vorfall einordnet und sich da noch bedeckt hält. Die Tatsache, dass die Russen sogar den britischen Militärattaché einbestellt haben, zeigt uns ja schon, dass hier nicht irgendwelche leeren Behauptungen an den Haaren herbeigezogen wurden. Es scheint tatsächlich einen Konfliktfall zu geben. Die Lesarten sind sicherlich unterschiedlich. Wir müssen einfach abwarten, was London dann letzten Endes auch der Öffentlichkeit mitteilen wird. Christoph, Dankeschön für die Einordnung nach Moskau. Beim Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn heute Abend in München, da geht es nicht nur um einen sportlichen Erfolg. Es geht inzwischen um viel mehr, nämlich darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, von Transsexuellen, wie es ein neues Gesetz in Ungarn nach einhelliger Meinung tut. Der Europäische Fußballverband UEFA hat der Stadt München verboten, das Stadion als Symbol in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Der Verband sieht darin eine politische Botschaft und die will er grundsätzlich nicht. Doch das Verbot führt jetzt genau zum Gegenteil. Sebastian Plantholt berichtet. München wehrt sich gegen das Regenbogenverbot Flaggehissen am Rathaus. Denn nur weil die UEFA ein buntes Münchner Fußballstadion verboten hat, bedeutet das nicht, dass die Stadt klein bei gibt zur Freude der Bürger. Ich finde es sogar sehr gut. Ich finde einfach so ein bisschen Solidarität zeigen den Menschen gegenüber. Wir leben in einem relativ freien Land. Ich finde es auch gut, dass jetzt andere Stadien das auch übernehmen, dass wenn die UEFA das schon in München verbietet, dass eben andere Stadien ein Zeichen setzen. Ich würde es auch gut finden, wenn zum Beispiel die Techniker in den Stadien das machen würden und sich gegen die UEFA widersetzen. Gesagt, getan. Flaggen vor dem Weserstadion in Bremen. Das Berliner Olympiastadion soll später so aussehen. Und so wird es im ganzen Land sein. Ob Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder Union Berlin, unzählige Vereine tauchen ihre Stadien in Regenbogenfarben. Zustimmung aus der Politik. Das ist ein Signal auch des Sports und der Zivilgesellschaft. Und ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Hintergrund der Regenbogendebatte ist ein neues Gesetz in Ungarn. Man das sexuellen Missbrauch von Kindern mit Homosexualität gleichsetzt. Zudem verbietet es Jugendliche in Schulen oder Fernsehen über andere sexuelle Orientierungen zu informieren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nennt das Gesetz wörtlich eine Schande und will dagegen vorgehen. Auch Kanzlerin Merkel spricht deutliche Worte. Erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. Ungarns Ministerpräsident Orban hat seine Reise zum Spiel nach München offenbar abgesagt und will jetzt nach Brüssel reisen. Er warnt die deutsche Politik, sie solle sich nicht einmischen und das Regenbogenverbot der UEFA akzeptieren. Schon jetzt scheint aber klar, die Zuschauer im Münchner Fußballstadion werden in allen Farben leuchten. Und wir schauen nach Budapest, denn dort ist zugeschaltet Steffen Schwarzkopf. Steffen, hier in Deutschland schlägt diese ganze Regenbogendebatte wahnsinnig hohe Wellen. Wie ist das bei den Fans in Ungarn? Ist das da Thema oder fokussiert man sich da rein aufs Spiel? Nein, das ist beides glaube ich so ein bisschen. Also natürlich der Blick heute hier in Budapest in Richtung München, während sich hier hinter mir die sogenannte Fanzone mehr und mehr füllt. Ich sehe hier vor allem portugiesische und französische Trikots, aber natürlich auch viele Ungarn, die eben nicht in München dabei sein können, die heute Abend nicht hier im Stadion sitzen und wir haben uns mit einigen Fans unterhalten. Und da war so ein bisschen die einhellige Meinung, was die Regenbogendiskussion und die Absage von Viktor Orban angeht, nach München zu reisen. Der Mann macht es dadurch eben doch politisch. Viktor Orban, ein bekennender Fußballfan, ein glühender Fußballfan und dann reist er aus Protest sozusagen, so sehen es hier viele, eben nicht nach Deutschland. Und das, so schätzen es auch viele Ungarn ein, ist dann ein bisschen ein Eigentor. Hier im Übrigen wirklich ein Glutofen, 34 Grad haben wir es momentan heute Abend beim Spiel, wird es dann nicht viel weniger sein. Und natürlich der Blick von vielen Ungarn geht in Richtung München. Gleichzeitig, ich habe es gerade erwähnt, hier sehr, sehr viele Portugiesen, sehr viele Franzosen und da geht es natürlich auch um den Gruppensieg. Also unterm Strich Budapest steht hier richtig unter Strom. Der Blick natürlich zu dem, was hier im Stadion passiert, der Blick nach München, also die Fußballbegeisterung, die Euphorie, die ist hier in Budapest naturgemäß groß. Immerhin das, Steffen, danke schön. Der Blick geht für uns auch gleich nach München. Zuerst aber noch nach Frankfurt am Main, denn von dort zugeschaltet ist Daniel Koop. Daniel, in Frankfurt das Stadion, das wird nämlich in Regenbogenfarben erstrahlen. Nicht das Einzige, muss man sagen, in Deutschland, aber wie hat die Eintracht das denn begründet? Ja, man hat sich da sehr klar positioniert. Wir haben den Vorstand der Eintracht heute auch noch einmal gehört. Da hat man gesagt, was in München nicht möglich ist, das muss dann auf jeden Fall in anderen Stadien möglich sein. Ich gehe mal aus dem Bild heraus. Ich glaube, man kann es so ein bisschen erkennen. Man ist das Ganze hier auch schon am Proben. Das soll dann spätestens auch schon anfangen zu leuchten, wenn das Spiel dann beginnt, bis es dann wirklich dunkel wird und man es dann in der vollen Schönheit dann auch sehen kann. Das wird es natürlich dann noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Es wird ja momentan extrem spät dann auch dunkel. Und es gibt auch noch andere Vereine. Du hast es ja erwähnt, andere Stadien, die sich jetzt auch an dieser Aktion auch beteiligen werden. Hier in Hessen beispielsweise der SV Darmstadt, aber große Stadien auch, wie zum Beispiel das Westfalenstadion in Dortmund oder auch das Olympiastadion in Berlin. Auch diese Stadien, die werden heute Abend dann in den Regenbogenfarben dann erleuchten. Und wir konnten uns mit vielen Fans heute auch hier unterhalten. Steffen Schwarzkopf hat es ja eben auch als Eigentor bezeichnet. Das war auch so ein bisschen die einhellige Meinung, die wir hier von ganz vielen gehört haben. Großes Kopfschütteln, was man da wirklich von den Menschen immer wieder dann auch mitbekommt. Es gibt eine aktuelle Umfrage, die heute auch gemacht wurde bei Sportfans von FanQ im Auftrag vom Sportinformationsdienst. Und da sagen ganz klar fast 70 Prozent der Fans hier in Deutschland, dass es auf jeden Fall die absolut falsche Entscheidung der UEFA war, jetzt wirklich so zu handeln und das Ganze in München zu verbieten. Dankeschön, Daniel. Und Eigentore, die wollen wir nur von den Gegnern heute Abend haben. Wir schauen weiter nach München zu Stefan Wittmann. Stefan, ich würde jetzt ja gerne über spielerisches Reden. Als ich das vorhin wollte, hast du gesagt, nein, erst mal nicht. Also wollen wir jetzt vielleicht? Wir können und ich würde sogar deine Einleitung aufnehmen, sagen, Eigentore hatten wir genug, würden wir einen Haken drunter machen nach dem ersten Spiel. Hummels, wir erinnern uns, brauchen wir jetzt nicht mehr gegen die Ungarn. Lass uns aufs Sportliche schauen, wobei so viel sportlich noch gar nicht zu berichten ist hier vom Teamhotel. Wir können mal zeigen, dass die Spannung so ein bisschen steigt, die Ungeduld auch. Und dann sehen wir vor den Mannschaftsbussen des DFBs vielleicht eine Handvoll, vielleicht auch 10, 15 Fans, die da schon warten, dass das Team rauskommt, die da vielleicht nochmal ein Foto sich ergattern wollen. Autogramme wird es nicht geben. Corona ist trotzdem noch, die Spieler sind angehalten. So wenig wie möglich Kontakt natürlich auch zu den Fans und zu den Menschen außerhalb ihrer Bubble, ihrer Blase zu haben. Und trotzdem, ja, Thomas Müller scheint nicht fit zu sein für das Spiel. Wir wissen es noch nicht definitiv, aber die Indizien verdichten sich. Beim Spaziergang heute durch den Englischen Garten hat er als einziger Spieler gefehlt, weil man sich vehement um sein Knie kümmern musste. Man, damit sind die Physiotherapeuten gemeint. Also da werden wir ein Auge drauf haben, möglich, dass Leon Goretzka dann heute zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommt. Und Leon Goretzka ist auch einer der Spieler und damit drifte ich jetzt wieder ab vom Sportlichen, der gesagt hat, er mag es, wenn glasklare Zeichen gesetzt werden. Und eines dieser Zeichen, das können wir uns anschauen, im obersten Stock des Teamhotels, die Regenbogenflagge ausgehängt. Ich hatte auch nochmal nachgefragt, tatsächlich der DFB belagert quasi die oberen Stockwerke. Da sind die Fitnessräume, das sind die Räume, wo nochmal angeschwitzt wird vom Team. Also hier nochmal ganz konkret Flagge gezeigt vom DFB-Team. Und jetzt wollen sie dann bald Richtung Stadion aufbrechen und uns ins Achtelfinale schießen, möglichst ohne Eigentor. Naja, wie gesagt, bei den Gegnern ist das ja okay. Dankeschön, Stefan. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, das soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Und wir schauen zum Berliner Hauptbahnhof von dort zugeschaltet. Paul Sonntag. Paul, also der Zeitpunkt für diese Ankündigung. Wir stehen jetzt zu Beginn der Sommerferien. Der könnte unpassender nicht sein, aber genau das ist wahrscheinlich das Kalkül dahinter. Ja, es war auch gewissermaßen absehbar. Man hatte ja schon klargemacht, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Und Klaus Weselski, da klingelt sicherlich bei dem einen oder anderen hier der Gewerkschaftsführer, der 2015 schon wirklich für Furore gesorgt hat, in einem sehr lang anhaltenden Streik. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt davon auszugehen, dass man davon abrückt. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass man Forderungen hat, eben mehr Lohnerhöhungen beispielsweise, als das von der konkurrierenden Gewerkschaft durchgesetzt wurde. Sondern es geht schlichtweg auch um die Existenz der GDL. Die Frage, wie viele Mitglieder kann man generieren? Denn da tobt ein Streit eben innerhalb der Gewerkschaften, der Bahn und das schon seit längerem. Also man kann nicht davon ausgehen, dass das für Entspannung sorgt. Du hast es angesprochen, der Zeitpunkt, das ganz Entscheidende. Die Ferien gehen los. Wir haben uns hier mal umgehört bei denen, die noch nicht betroffen sind, aber vielleicht schon bald betroffen sein werden. Und da haben sich natürlich auch die Frage gestellt, muss das denn jetzt unbedingt sein? Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo die Menschen so langsam sich wieder trauen, Zug zu fahren und dann Streik zu veranlassen, finde ich überhaupt nicht gut. Ich meine, gut, die Leute haben das Recht zu streiken und sie sind bestimmt nicht so gut bezahlt, denke ich. Wenn man Druck ausüben will, muss man es natürlich so machen, dass es wehtut, das ist schon klar. Die Frage ist, wen man damit immer treffen will. Streikrecht ist ein hohes Gut, völlig unstrittig. Aber vielleicht ist es doch nicht ganz verhältnismäßig. Und dazu muss man immer noch die Frage stellen, letztes Jahr eben sieben Milliarden Euro Verlustgeschäft gemacht, die Deutsche Bahn. Man kann aufgrund dessen mit relativ wenig Bewegung wahrscheinlich auch rechnen. Die EVG, die konkurrierende Gewerkschaft, hat sich eben mit einer geringen Lohnerhöhung und 1,5 Prozent zufrieden gegeben. Jetzt fordert man hier allerdings noch einen Corona-Bonus, eine Corona-Prämie beispielsweise. Man wird ganz genau hinschauen und vor allem ganz genau hinhören. Morgen dann soll es eine Pressekonferenz geben und dann eben die Ankündigung, wann das Ganze losgehen kann. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man da eine relativ kurze Zündschnur hat und dann auch relativ schnell in Streiks übergeht. Und das dürfte dann zu den üblichen Bildern und Szenen an den Bahnhöfen führen. Man fordert eine Prämie, mehr Gehalt und Geduld bei den Reisenden. Dankeschön. Wir haben es gerade schon thematisiert, die Sommerferien, die gehen los. Manche Bundesländer starten heute in die Ferien. Das Zeugnis, das haben sich Schülerinnen und Schüler abgeholt. Sie sind wieder in der Schule gewesen, zuletzt auch hier in Berlin. Aber normaler Schulunterricht, der ist weiterhin Streitthema. Keiner kann so richtig abschätzen, wie sich die Delta-Variante auf das Infektionsgeschehen im Herbst auswirken wird. Und was das dann für Schulkinder und Jugendliche bedeuten wird, die wie viele am Ende der Schlange stehen, wenn es um einen Impftermin geht. Keine leeren Klassen nach den Ferien, sondern volle fordern Lehrerverbände. Präsenzunterricht müsse sein. Das dürfe auch nicht durch die Delta-Variante verhindert werden. Sollten die Fallzahlen jetzt ansteigen, bieten die Sommerferien auch eine Chance, meint der Virologe Drosten. Wenn das so sein sollte, dass im Juli diese Fallzahlen wieder ansteigen, werden wahrscheinlich die Schulferien, die kommen, eine Entspannung dann wieder bringen. Corona-feste Schulen mit Luftfiltern in den Klassenzimmern hätten jetzt höchste Priorität, so die GEW. Hygienekonzepte müssten weiter ausgefeilt werden. Nachlassen wäre das falsche Signal, so der Lehrerverband. Das, was wir tun können, ist Gesundheitsschutz hochhalten an Schulen, nach wie vor. Wir haben auch gesagt, nicht zu früh auf Maskenpflicht verzichten. Der Virologe Drosten betont die gute Ausgangslage. So gäbe es nicht so viele direkte Kontakte nach Asien wie in Großbritannien mit seiner großen asiatischstämmigen Community. Einstellige Inzidenzwerte hierzulande seien eine bessere Ausgangslage als in London, wo die Mutante bei einer Inzidenz von 25 Fuß fasste. Drosten empfiehlt die Eltern von Schulkindern, bevorzugt zu impfen, um Infektionen auszubremsen. Zahlen aus Großbritannien zeigen, Infizierte haben entweder keinen Impfschutz oder bisher keine zweite Spritze bekommen. Die Prognose für Deutschland? Die gute Nachricht ist, dass Leute, die zweimal, also vollständig geimpft sind, sind sehr gut auch gegen Delta geschützt. Das heißt, im Herbst werden sich bevorzugt die anstecken, die noch gar nicht geimpft sind oder die erst ihre erste Impfung haben. Delta ist infektiöser, aber bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Variante mehr schwere Erkrankungen auslöst, so der hessische Gesundheitsminister. In Hessen liegt die Virusvariante schon bei 20 Prozent. Das RKI meldet zuletzt im Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Heute im Laufe des Tages soll es neue Zahlen zur Ausbreitung geben. Deutschland ist für viele auch in diesem Jahr wieder Reiseziel Nummer 1 und da stehen die Küsten und die Berge besonders hoch im Kurs. Eine Unterkunft, die ist da teilweise noch ganz schön schwer zu bekommen. Dabei gibt es beispielsweise auch in der Mitte Deutschlands so einiges zu entdecken. Wo sie jetzt noch Urlaub machen und planen können, dazu Katharina Kunert. Dicht an dicht gedrängt, so wird es wohl auch in diesem Jahr wieder an den deutschen Küsten aussehen. Viele Urlauber wollen ihre Zelte etwa hier am Strand von Usedom aufschlagen. Und zwar nicht nur, weil Fern- und Auslandsreisen so manchem noch zu riskant sind. Weil wir einen endlich raus wollten von zu Hause und nicht weit fahren wollten. Ein Flieger ist dann immer noch was anderes. Es ist anstrengender. Wenn das Wetter mitspielt, dann ist man auch gerne in Deutschland unterwegs. Doch auch in Deutschland unterwegs sein hat seinen Preis. Der Sommerurlaub 2021 wird Corona-bedingt teurer. Die Preise haben sich nach oben entwickelt. Das ist aber, glaube ich, auch nur nachvollziehbar. Allerdings finden sich auch für jede Preiskategorie Angebote. Nur im Juni und Juli könnte es an Nord- und Ostsee schwer werden, überhaupt etwas zu finden. Weniger als 30 Prozent der Ferienwohnungen und Häuser sind noch frei. In den Bergen sind etwas mehr noch zu vermieten. An der mecklenburgischen Seenplatte knapp 40 Prozent. Deutlich mehr Auswahl gibt es in der sächsischen Schweiz. Und die besten Buchungsbedingungen gibt es mit 80 Prozent freien Unterkünften in der Rhön. Ja, das Mittelgebirge in der Mitte Deutschlands ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Aber in Bad Kissingen weiß man, warum sich ein Urlaub in der Region trotzdem lohnt. Die Landschaft ist doch sehr, sehr schön. Wir können hier gut wandern. Ich bin zum Beispiel hier Winzerin. Es wissen viele gerne, dass in der Vorröhne Wein wächst. Also auf in die Rhön oder wenn möglich mit dem Urlaub bis September warten. Da entspannt sich die Buchungslage nämlich selbst hier an der Ostsee wieder. Und zugeschaltet ist mir jetzt Rolf Selige-Steinhoff, Hoteldirektor auf Usedom. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, hallo Frau Mose. Schöne Grüße von der Sonneninsel Usedom. Herr Selige-Steinhoff, wir haben es gerade schon im Beitrag gehört. Der Run auf die Küsten, der ist definitiv schon zu spüren. Ich könnte mir vorstellen, Sie sind gerade ziemlich überarbeitet, aber froh drum? Also ich würde sagen, überarbeitet noch nicht, aber wir sind gespannt. Das ganze Team freut sich riesig, endlich nach sieben Monaten wieder das tun zu dürfen, was wir gerne machen. Mit Menschen für Gäste arbeiten und wir stellen fest, die Gäste sind hellauf begeistert, wenn die hier hinkommen. Endlich auch mal raus. Strand, Wasser, Meer und kulinarische Genüsse. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Welche Corona-Einschränkungen gibt es aber dann trotzdem noch für Sie und für die Gäste? Ich glaube, unabhängig von den ganzen Rahmenbedingungen, die die Politik uns gibt, wir erleben das ja tagtäglich, dass es Lockerungen gibt, ist es wichtig, dass wir trotzdem mindestens die AHA-Regelung einhalten. Abstände, Masken und so weiter. Und ich glaube, diese Sensibilität ist ganz wichtig, denn wir haben das ganze Thema Corona ja noch nicht endgültig abgeschlossen. Also heißt das sensibilisiert sein, respektvoll miteinander umgehen, aber am besten so, dass der Gast das nicht irgendwie als Einschränkung verspürt. Das haben wir im letzten Jahr sehr erfolgreich gezeigt. Und ich glaube, wir sind insgesamt, die ganze Tourismusbranche, bestens vorbereitet, um auch mit diesem Komfort, den wir auf sicherem Niveau anbieten können, bestens im Sinne des Gastes umgehen zu können. Sie sind gut vorbereitet und froh, dass es jetzt endlich nach der langen Schließungsphase weitergeht. Wie groß ist aber die Sorge, dass das ja wie beim letzten Sommer nach dem Sommer vorbei sein könnte? Wir sprechen viel über die Delta-Variante. Keiner weiß genau, wo die Reise hingeht. Sind Sie da beunruhigt? Ich würde sagen, beunruhigt ist der falsche Begriff. Wir sind gut vorbereitet, denn zum einen, wenn man das Thema Hygiene und Sicherheit auf einem hohen Niveau aufrecht erhält, dann hat man schon einen sehr, sehr hohen Schutz. Das haben wir im letzten Jahr im Land Mecklenburg-Vorpommern ausdrucksvoll zeigen können. Wir hatten über fünf Millionen Gäste und nachgewiesen gab es keine Folgeinfektion bei den Gästen, die hier gewesen sind. Und das spricht dafür, die Maßnahmen ungeachtet der Mutationen haben funktioniert. Das Niveau wollen wir auch in diesem Jahr erzielen. Aber sie schneiden ein ganz wesentliches Thema an. Ich glaube, wir müssen, und das besonders im Namen der Politik, uns Gedanken machen, was passiert möglicherweise im Herbst. Und das heißt, die Politik muss sich jetzt schon Gedanken machen, wie geht sie um, wenn jetzt doch eine vierte Welle kommen würde. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt sogar noch Wahl. Das heißt, stellen wir uns mal das Szenario vor, es gibt keine Bundesregierung und auf einmal steigen die Inzidenzen. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wesentlich weniger von den Leuten, die in der Praxis arbeiten und für die Standards sorgen, sondern dass die Politik sich jetzt schon Gedanken macht, Rahmenbedingungen schafft für den Fall, wenn wir beispielsweise gar keine Regierung momentan haben, weil die Koalitionsverhandlungen noch laufen und auf einmal steigen die Inzidenzen. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte, die momentan angegern werden müssen. Das wäre eine äußerst schwierige Situation. Ich gehe stark davon aus, auch Sie bereiten sich vor, soweit das irgend möglich ist. Was wäre in dem Fall, wenn wieder ein Lockdown käme? Menschen, die jetzt den großen Run im Sommer nicht mitmachen wollen, sondern eher Richtung Herbst in Herbstferien denken und buchen wollen. Könnten die das tun? Könnten die darauf hoffen, dann eben auch im Zweifel stornieren zu können? Also ich bin ganz ehrlich, am liebsten würde ich natürlich sagen, buchen Sie so schnell wie möglich. Sicher ist sicher. Und ich glaube, wir haben trotz der sehr großen Nachfrage immer noch Möglichkeiten, jeden Wunsch zu erfüllen. Natürlich, wenn jemand zu einem Zeitpunkt bucht, wo wir dann leider feststellen, dass die Rahmenbedingungen es nicht mehr ermöglichen, den Urlaub wahrzunehmen, sind wir sehr flexibel. Umbuchungsmöglichkeiten, auch wenn Anzahlungen getätigt worden sind, das lief auch in der Vergangenheit sehr komplikationslos. Also wir sind auch im Sinne des Gastes extrem flexibel. Wichtig, und das muss man wirklich in den Vordergrund stellen, alle haben das gemeinsame Interesse. Die Gesundheit steht im Vordergrund und darum respektvoller Umgang in jeglicher Hinsicht von den Hygienestandards bis zu einer möglichen Abwicklung, wenn eine Buchung getätigt worden ist und Urlaub nicht nachvollziehbar ist. Darum vorausschauend planen, die Szenarien durchspielen und dann, wie in der Vergangenheit, sind wir bestens gerüstet. Denn wir alle, und ich glaube, das ist gut nachzuvollziehen, wollen nicht mehr so etwas erleben wie im letzten Winter, wo sieben Monate lang insgesamt mit dem Frühjahr 293 Tage eine Branche komplett ausgesperrt worden ist. Das wollen nicht die Gäste, das wollen nicht die Mitarbeiter und das wollen wir natürlich auch nicht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Rolf Selige-Steinhoff, ganz herzlichen Dank, alles Gute. Danke. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie bei uns. Dieser Juni wird einzigartig. So was gibt es sonst nirgends auf der Welt. Denn er ist eine Symphonie. Unglaublich. Die Doku-Highlights im Juni. Eine Symphonie der Sterne. Feuerwelten, Eiswelten. Da draußen gibt es jede Menge davon. Ein Adagio der Entdeckungen. Dieser Ort hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Ein Staccato der Jagd. Wir wären in nullkommanichts tot. Und ein Allegro der Technik. Das ist spannend und absolut neu. Unglaublich, dass sie länger als 100 Jahre hält. Das nenne ich cool. Deutschland fiebert 21 Uhr entgegen. Dann beginnt in München das letzte Vorrundenspiel für Jogis Jungs in der Gruppe F gegen Ungarn. Die Mannschaft hat es selbst in der Hand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch den Bundestrainer plagen vor dem Match Personal Sorgen. Der Leitwolf Thomas Müller ist angeschlagen und wird vermutlich nicht von Beginn an spielen können. Allerdings wird das Match weiter von der Debatte um das Erleuchten des Stadions in Regenbogenfarben überschattet. Die Nationalelf kommt angerollt zum Hotel in München. Deutschland reicht heute ein Punkt, um ins EM-Achtelfinale zu kommen. Überschattet wird das Spiel gegen Ungarn allerdings von der Entscheidung der UEFA. Das Münchner Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Bundestrainer Jogi Löw bedauert das. Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass bei uns selber sportlich gesehen die Lichter nicht ausgehen. Wackelkandidat ist noch immer der verletzte Thomas Müller. Er soll sich wenige Stunden vor Anpfiff noch einem Belastungstest unterziehen. Gündoan und Hummels sind wieder fit. Kapitän Manuel Neuer geht gegen Ungarn auch dieses Mal mit einer Binde in Regenbogenfarben an den Start. Als Zeichen für Toleranz. Ungarn begrüßt hingegen die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Europäische Fußballverband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund. Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe oder Transsexualität etwa in Kinderbüchern oder an Schulen verboten. Nun prüft die EU-Kommission, ob das Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Die freie Meinungsäußerung muss geschützt werden und niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Doch das sei nur ein Beispiel. Ungarn rücke immer mehr von den gemeinsamen europäischen Werten ab, heißt es aus Brüssel. Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf Impfskeptiker und Impfleugner zuzugehen. Wenn wir nicht auch einen Teil dieser Gruppe vom Sinn der Impfung überzeugen, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen, sagte Montgomery. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht beim Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante von einem Wettlauf mit der Zeit. Um ihn zu gewinnen, müssten so viele Menschen wie möglich den vollen Impfschutz erhalten und dafür müsse schnell mehr Impfstoff geliefert werden. Und angesichts der niedrigen Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Corona-Regeln weiter gelockert. So müssen die Kinder in Bayerns Grundschulen an ihrem Platz im Unterricht keine Masken mehr tragen. Hamburg erlaubt Treffen von bis zu zehn Personen in geschlossenen Räumen. Vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Hessen lockert ab sofort die privaten Kontaktregeln und Berlin plant, die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen zu lassen. In Oberbayern hat es wieder schwere Unwetter gegeben. Große Mengen von Hagelkörnern verwandelten die Gegend vorübergehend in eine Winterlandschaft. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Denn sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Innerhalb einer Stunde gab es eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter. Gullis wurden verstopft, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. In Berlin, Brandenburg und in Hamburg gibt es heute Zeugnisse und damit überall nach den Sommerferien die Schule wieder ganz normal beginnen kann, fordern der Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf, sich darauf auch vorzubereiten. Präsenzunterricht müsse auch im Falle einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus möglich sein. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Meininger, sagte, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Die GEW fordert, den Sommer zu nutzen, um die Schulen endlich krisenfest zu machen. Die Lehrer verlangen mehr Luftfilter, Hygienekonzepte, eine effektive Teststrategie sowie eine Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Ja, beim Erreichen der Klimaziele in Deutschland spielt die Bahn ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dafür müssten aber mehr Leute raus aus dem Auto und rein in die Züge. Doch gerade auf dem Land sind noch immer viele Orte mit der Bahn einfach gar nicht oder nur schwer erreichbar. Der Staatskonzern plant daher, stillgelegte Strecken wieder zu reaktivieren. Endstation Lichtenrade. Der S-Bahnhof im Süden Berlins, ab dem Wochenende mit Beginn der Sommerferien komplett gesperrt. Denn hier soll bis 2025 eine neue Schnellverbindung nach Dresden entstehen. Nur eine von 20 Strecken in ganz Deutschland, die nun wieder reaktiviert werden. Da geht es eben darum, den Menschen auch in der Fläche, dort wo die Bahn heute nicht mehr fährt, den Zugang zum System Bahn zu ermöglichen und damit das Auto schlicht obsolet zu machen. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die Bahn will die Anzahl der Fahrgäste verdoppeln. Denn der Trend in der Corona-Pandemie zeigte zuletzt deutlich nach unten. In den ersten Monaten 2021 waren es nur 15,6 Millionen Passagiere. 50 Prozent weniger als im Vorjahr. Und das hat verschiedenste Gründe. Kosten ist ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Und Zug ist entspannt, wenn er pünktlich kommt. Fernstrecke ist für mich nicht so interessant. Das tue ich noch mit dem Auto. Willkommen zurück hier bei Welt. Fußball sei nicht politisch. So in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen. Und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena. So das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und zugeschaltet ist mir jetzt seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Gjöcke. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gjöcke, das Spiel heute Abend, Deutschland gegen Ungarn, dreht sich nicht mehr nur um den Fußball. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die Begegnung? Mit gemischten. Wieso mit gemischten Gefühlen? Entschuldigen Sie mal, hier auch in der Einleitung gab es schon klare Hinweise, dass hier um eine Politisierung geht. Eines Gesetzes, die diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren, nicht gelesen haben, sogar nicht den Titel dieses Gesetzes. Aber da gibt es eine ganz andere Dimension. Fußball und die Fußball-Europameisterschaft werden als eine Art Trägerrakete für ideologische Diskussionen gegen Ungarn missbraucht. Was sicherlich mir Sorge macht, weil hier es um Menschen geht, um Millionen Fans, die mit Respekt, mit Wertoffenheit, aber auch mit Respekt für die Würde und für die Fakten diesen Tag begehen sollten. Und ich kann nur hoffen und uns wünschen, dass bis zu dem Anpfiff, bis zu dem Beginn des Spiels die Situation wirklich so würdig sich stabilisieren kann, dass wir das Spiel genießen können. Aber eine ideologische Diskussion, die ist doch vielleicht auch angebracht. Die EU-Kommission, Kommissionschefin Ursula von der Leyen will jetzt gegen das umstrittene Gesetz vorgehen, von dem Sie sagen, viele Fußballfans haben das nicht gelesen. Man kann davon ausgehen, die EU-Kommission kennt das Gesetz sehr gut. Mein Eindruck oder meine Informationen gehen in die andere Richtung. Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission war gestern ganz klar, die Kommission beginnt jetzt das Gesetz zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das in den letzten zehn Stunden gemacht haben konnten. Und dass die Kommissionspräsidentin jetzt so ein endgültiges Urteil trifft und ankündet, wo das Verfahren selbst noch nicht angefangen hat, damit habe ich großes Bedenken, ganz ehrlich. Rund die Hälfte der 27 EU-Staaten hatten ja auch dazu aufgefordert, wenn wir auf dieses Gesetz vielleicht einfach mal konkreter schauen. Ein Verbot von Büchern, Filmen, Ähnlichem für Kinder, wenn eine andere als Heterosexualität dargestellt wird. Ein Verbot von Werbung, die Homo- und Transsexualität als Teil unserer Normalität auch darstellt. Können Sie nicht nachvollziehen, dass das Menschen verletzt? Wenn das so wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das ist nicht der Fall. Worum es dabei geht, sollte eigentlich der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt so fremd sein, weil vor einigen Wochen auch zwischen den in den Bundestag vertretenen Parteien eine Diskussion im Gange war über die Verankerung von Kinderrechten in dem Grundgesetz. Und inwiefern ich weiß, da war auch einer der wichtigsten Streitpunkte, wer hat die Erziehungshoheit über die Kinder. Es gibt ein Dreieck, Kind, Eltern, Staat. Und manche wollen die Verhältnisse innerhalb dieses Dreiecks verändern. Wir sind aber der tiefsten Überzeugung, und dazu gab es die notwendige Mehrheit in dem ungarischen Parlament, dass die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder bei den Eltern liegt. Aber das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung der Menschen, die in Ungarn leben. Ihre Freiheit wird immer gewährleistet. Aber es spricht ja nichts dagegen. Also das betrifft ja nicht die Erziehungshoheit der Eltern, wenn es in den Medien die Darstellung von Homo- und Transsexualität gibt, oder? Nein, nein, es geht um die Erziehung, die Erziehungszeit, die Erziehungsperiode der Kinder, das heißt unter 18 Jahren. Und dort ist es die Entscheidung der Eltern, übrigens das auch im Einklang steht mit dem Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo darüber die Eltern die Entscheidung, die primäre Entscheidung treffen können, wie das geschieht, entweder durch die Eltern oder durch die Bildungsinstitutionen oder Medien, aber unter der Kontrolle der Eltern. Aber Kinder sind natürlich auch auf Sinnsuche. Und Kinder und Heranwachsende suchen diesen Sinn berechtigterweise außerhalb der Familie. Nicht nur dort findet ja Sozialisation statt. Da ist es doch auch wichtig, dass auch Heranwachsende, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer, auch außerhalb ihrer Familie Anhaltspunkte, Informationspunkte und sich selbst wiederfinden, um gesund heranwachsen zu können und glücklich. Ich gehe davon aus, dass das überhaupt nicht im Gegensatz steht zu der primären Verantwortung der Eltern. Aber wenn dort einen Diskussionsbedarf geben sollte, dann stellen wir uns sehr gerne, weil dort keine europäischen Regeln oder vereinbarten Strukturen gibt. Das ist eine neue Dimension der politischen, gesellschaftspolitischen Debatten. Wir sind ganz bereit, das zu führen. Aber sicherlich nur, wenn hier die Fakten einerseits, andererseits die Würde des anderen auch restrieren. Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Sie haben selbst zwei Kinder. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die homo- oder transsexuell wären und Fragen haben? Dann wäre ich mehr als offen, diese Fragen zu beantworten. Leider ist schon meine Tochter nicht in diesem Lebensalter. Sie ist Assistenzärztin in Lausitz in einer Kinderklinik. Und mein Sohn, er ist 16 Jahre alt, geht hier zur Schule, ist leider autisch. Insofern kann ich diese Diskussionen mit ihm nicht führen. Aber glauben Sie mir, in der entsprechenden Zeit war ich als Vater auch mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich stelle mich diesen Fragen immer nur. Was ich erwarte, dass man dabei, darf ich den Spieß umdrehen. Wer sollte meine Rolle übernehmen? Das ist meine primäre Verantwortung. Und ich bin stolz darauf, wenn auch das manchmal riesengroße Herausforderungen für uns stellt. Sozialisation in der Familie und darüber hinaus ist wichtig. Seine Exzellenz der Wutschafter Ungarns hier in Deutschland. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer, unweit der Halbinsel Krim, drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionen Bürgerinnen und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. Und zugeschaltet ist mir jetzt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag Frau Mosel, hallo. Herr Mützenich, Corona verlangt auch in finanzieller Hinsicht viel ab. Nichtsdestotrotz, im März hat das Bundesfinanzministerium ja noch mit einer Verschuldung von 81,5 Milliarden gerechnet. Jetzt sind es dann knapp 100. Woher kommt dieser Zuwachs? Nun, wir haben gut gewirtschaftet auf der einen Seite, um diesen Zuwachs auch zu verkraften. Und wir haben große Herausforderungen durch die Pandemie zu bewältigen. Wir haben uns auf das Kurzarbeitergeld gestützt. Wir haben aber auch die Wirtschaft unterstützt, die Kommunen und die Länder. Und von daher, glaube ich, ist es gut, auch jetzt vorauszuplanen und deswegen auch diese deutliche Zahl im Entwurf. Jetzt kommt ja sehr, sehr heftige Kritik aus der Union an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Man könne diesen Zahlen nicht richtig trauen. Ist das reiner Wahlkampf oder angesichts dieser neuen Berechnungen innerhalb weniger Monate nicht auch ein Stück weit gerechtfertigt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, warum die Union jetzt diese Frage aufwirft. Sie ist ja nun Teil des Kabinetts. Sie kennt diese Zahlen. Und von daher bin ich auch der Meinung, das hat viel mit dem Wahlkampf zu tun. Aber die Union kann sich keinen schlanken Fuß in dieser Pandemie erlauben. Wir müssen etwas für das Land tun, insbesondere für die Menschen, die immer noch einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Also sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn wir aber auf diese Summen kommen, wie sollen wir von diesen Schulden wieder runterkommen und wann? Nun, das können wir und wir haben geplant in der mittelfristigen Finanzplanung. Wir können verantwortlich 2026 in die Tilgung eintreten und auf der anderen Seite haben wir jetzt von vielen Wirtschaftsinstituten, aber von der Wirtschaft auch selbst gehört. Der Aufschwung ist bereits jetzt schon da. Wir haben starke Indizien dafür, dass das in den nächsten Monaten auch weitergeht. Wir können uns wieder auf den Export verlassen. Hier ist Deutschland eine wichtige Nation, die in der Wildwirtschaft gebraucht wird, abgefragt wird. Und wir sehen ja gerade auch in anderen Regionen der Welt einen größeren Wachstumspfad. Und davon werden wir profitieren. Und das hat natürlich dann auch gute Konsequenzen für den Haushalt und auch für die Rückzahlung der Kredite. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf einen Posten, der auch ziemlich teuer wahrscheinlich kommen wird und finanziert werden muss. Schauen nämlich der Klimaschutz auf den letzten Metern vor der Sommerpause jetzt auch noch durchs Kabinett das Klimasofortprogramm. Also erste Maßnahmen, die gibt es, aber insgesamt werden die allein nicht reichen, um das Ziel Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wie wollen Sie das schaffen? Naja, das kann man natürlich nicht alleine durch Geld schaffen, sondern da muss jeder ran, da muss die Wirtschaft ran. Da müssen aber auch alle Bürgerinnen und Bürger ran. Und das ist ja unser Konzept, dass der SPD, dass wir einen sozialen Klimaschutz wollen, der in den ersten Jahren auch behutsam sozusagen einsteigt mit einem niedrigen CO2-Preis, dass wir eben die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel alte Erdölheizanlagen zu erneuern. Und von daher, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir packen diesen Klimaschutz ganz konkret an. Wir wollen aber eben auch allen Bürgerinnen und Bürgern das möglich machen, nicht nur denen mit dem großen Geldbeutel. Und das ist auch die Auseinandersetzung jetzt in dem beginnenden Wahlkampf. Absolut. Klimaschutz, ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Rolf Mützenich, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Schönen Tag. Es wird das Ende einer Ära. Nach der Bundestagswahl endet Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin. Diese Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Heute hat sie sich noch ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. An Kritik wurde dabei nicht gespart. Isabel Finzel berichtet. Ein letztes Mal tritt die Kanzlerin zum parlamentarischen Kreuzverhör an. Geschont wird sie zum Abschied aber nicht. Die Grünen fragen nach dem Klimaschutz und die Kanzlerin zieht eine nüchterne Bilanz. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Die SPD will Details zum künftigen Finanzplan wissen und die Kanzlerin schlagfertig. Aber da Sie sich das so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konsolidierungsbedarf in der Kritikaufnahme in den nächsten vier Jahren der Finanzplanung sein wird? Ja, also wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden. Das ist dieses Jahr, das ist für 2022, ich meine, das kumuliert für im nächsten Jahr. 5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein? Am Ende sorgen die Grünen noch einmal für einen Lacher mit einem Wink auf ihre eigene Kanzlerkandidatin. Seit Sie Kanzlerin sind, können sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen Sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Vermissen wird die Kanzlerin bestimmt vieles an ihrer Amtszeit, vielleicht sogar die Regierungsbefragung. Der Sommer, der weiß aktuell nicht so richtig, wo er hin will. Erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann die Hitze, Gewitter, Hagel, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Da vor allem die Regionen in Ober- und in Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen, teilweise mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlade und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wir haben zu Beginn in der Sendung schon über die politische Dimension des Fußballs gesprochen. Jetzt wird es zu schauen. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht heute Abend beim Match gegen Ungarn ziemlich viel auf dem Spiel. Je nachdem, wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten für die DFB-Elfen noch alles drin. Gegen Ungarn können sie sich keine groben Schnitzer erlauben. Ob Bundestrainer Jogi Löw dabei bei diesem Spiel auf den verletzten Thomas Müller zählen kann, das ist ungewiss. Mit einer Runde durch den englischen Garten läutet die Nationalelf den heißen Countdown auf das letzte Gruppenspiel ein. Die Stimmung im Team locker. Dabei wird das Spiel gegen Ungarn ganz sicher kein Spaziergang. Man darf den Außenseiter nicht unterschätzen, betont auch Thomas Müller in einem Video an die Fans. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Und mit deiner Unterstützung packen wir das. Ob er aufläuft, unklar. Auch beim kleinen Ausflug fehlt der verletzte Offensivstar. Er soll sich wenige Stunden vor dem Anpfiff noch einem allerletzten Belastungstest unterziehen. Löw will kein Risiko eingehen für dieses wichtige Spiel. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Wenn Deutschland gewinnt, ist das Team weiter. Auch ein Unentschieden reicht sicher für den Einzug in die K.O.-Runde. Bei einer Niederlage müsste die Löwelf zittern. Das Weiterkommen hängt dann vom Torverhältnis ab und wie die andere Partie ausgeht. Der Modus kompliziert. Für die Fans ist die Sache aber ganz einfach. Der Einzug ins Achtelfinale steht außer Frage. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Mich haben im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Und mit Ungarn hat Deutschland ja schon gute Erfahrungen gemacht. Damals beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3-2-Endstart. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Dann schauen wir nochmal auch auf die politische Dimension dieses Spieles heute Abend der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Bleiben Sie bei uns. Wir kommen zurück hier bei Welt. Fußball sei nicht politisch. So in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen. Und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und zugeschaltet ist mir jetzt seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Gjöckes. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gjöckes, das Spiel heute Abend, Deutschland gegen Ungarn, dreht sich nicht mehr nur um den Fußball. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die Begegnung? Mit Gemischten. Wieso mit gemischten Gefühlen? Schauen Sie mal, hier auch in der Einleitung gab es schon klare Hinweise, dass es hier um eine Politisierung geht. Eines Gesetzes, die diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren, nicht gelesen haben, sogar nicht den Titel dieses Gesetzes. Aber da gibt es eine ganz andere Dimension. Fußball und die Fußball-Europameisterschaft werden als eine Art Trägerrakete für ideologische Diskussionen gegen Ungarn missbraucht. Was sicherlich mir Sorge macht, weil hier es um Menschen geht, um Millionen Fans, die mit Respekt, mit Weltoffenheit, aber auch mit Respekt für die Würde und für die Fakten diesen Tag begehen sollten. Und ich kann nur hoffen und uns wünschen, dass bis zu dem Anpfiff, bis zu dem Beginn des Spiels die Situation wirklich so würdig sich stabilisieren kann, dass wir das Spiel genießen können. Aber eine ideologische Diskussion, die ist doch vielleicht auch angebracht. Die EU-Kommission, Kommissionschefin Ursula von der Leyen, will jetzt gegen das umstrittene Gesetz vorgehen, von dem Sie sagen, viele Fußballfans haben das nicht gelesen. Man kann davon ausgehen, die EU-Kommission kennt das Gesetz sehr gut. Mein Eindruck oder meine Informationen gehen in die andere Richtung. Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission war gestern ganz klar, die Kommission beginnt jetzt das Gesetz zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das in den letzten zehn Stunden gemacht haben konnten. Und dass die Kommissionspräsidentin jetzt so ein endgültiges Urteil trifft und ankündet, wo das Verfahren selbst noch nicht angefangen hat, damit habe ich großes Bedenken, ganz ehrlich. Rund die Hälfte der 27 EU-Staaten hatten ja auch dazu aufgefordert, wenn wir auf dieses Gesetz vielleicht einfach mal konkreter schauen, ein Verbot von Büchern, Filmen, Ähnlichem für Kinder, wenn eine andere als Heterosexualität dargestellt wird, ein Verbot von Werbung, die Homo- und Transsexualität als Teil unserer Normalität auch darstellt, können Sie nicht nachvollziehen, dass das Menschen verletzt? Wenn das so wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das ist nicht der Fall. Worum es dabei geht, sollte eigentlich der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt so fremd sein, weil vor einigen Wochen auch zwischen den in den Bundestag vertretenen Parteien eine Diskussion im Gange war über die Verankerung von Kinderrechten in dem Grundgesetz. Und inwiefern ich weiß, da war auch einer der wichtigsten Streitpunkte, wer hat die Erziehungshoheit über die Kinder. Es gibt ein Dreieck, Kind, Eltern, Staat und manche wollen die Verhältnisse innerhalb dieses Dreiecks verändern. Wir sind aber der tiefsten Überzeugung, und dazu gab es die notwendige Mehrheit in dem ungarischen Parlament, dass die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder bei den Eltern liegt. Aber das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung der Menschen, die in Ungarn leben. Ihre Freiheit wird immer gewährleistet. Aber es spricht ja nichts dagegen, also das betrifft ja nicht die Erziehungshoheit der Eltern, wenn es in den Medien die Darstellung von Homo- und Transsexualität gibt, oder? Nein, nein, es geht um die Erziehung, die Erziehungszeit, die Erziehungsperiode der Kinder, das heißt unter 18 Jahren. Und dort ist es die Entscheidung der Eltern, übrigens das auch im Einklang steht mit dem Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo darüber die Eltern die Entscheidung, die primäre Entscheidung treffen können, wie das geschieht, entweder durch die Eltern oder durch die Bildungsinstitutionen oder Medien, aber unter der Kontrolle der Eltern. Aber Kinder sind natürlich auch auf Sinnsuche und Kinder und Heranwachsende suchen diesen Sinn berechtigterweise außerhalb der Familie, nicht nur dort findet ja Sozialisation statt. Da ist es doch auch wichtig, dass auch Heranwachsende, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer, auch außerhalb ihrer Familie Anhaltspunkte, Informationspunkte und sich selbst wiederfinden, um gesund heranwachsen zu können und glücklich. Ich gehe davon aus, dass das überhaupt nicht im Gegensatz steht zu der primären Verantwortung der Eltern. Aber wenn dort einen Diskussionsbedarf geben sollte, dann stellen wir uns sehr gerne, weil dort keine europäischen Regeln oder vereinbarten Strukturen gibt. Das ist eine neue Dimension der politischen, gesellschaftspolitischen Debatten. Wir sind ganz bereit, das zu führen, aber sicherlich nur, wenn hier die Fakten einerseits, andererseits die Würde des anderen auch respektiert wird. Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Sie haben selbst zwei Kinder. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die homo- oder transsexuell wären und Fragen haben? Dann wäre ich mir mehr als offen, diese Fragen zu beantworten. Leider ist schon meine Tochter nicht in diesem Lebensalter. Sie ist Assistenzärztin in Lausitz in einer Kinderklinik. Mein Sohn, er ist 16 Jahre alt, geht hier zur Schule, ist leider autisch. Insofern kann ich diese Diskussionen mit ihm nicht führen. Aber glauben Sie mir, in der entsprechenden Zeit war ich als Vater auch mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich stelle mich diesen Fragen immer nur, was ich erwarte, dass man dabei, darf ich den Spieß umdrehen? Wer sollte meine Rolle übernehmen? Das ist meine primäre Verantwortung. Und ich bin stolz darauf, wenn auch das manchmal riesengroße Herausforderungen für uns stellt. Sozialisation in der Familie und darüber hinaus ist wichtig. Seine Exzellenz der Botschafter Ungarns hier in Deutschland, Peter Gjörgjörg, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer, unweit der Halbinsel Krim, drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionenbürgern und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. Und zugeschaltet ist mir jetzt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, Frau Mosel. Hallo. Herr Mützenich, Corona verlangt auch in finanzieller Hinsicht viel ab. Nichtsdestotrotz, im März hat das Bundesfinanzministerium ja noch mit einer Verschuldung von 81,5 Milliarden gerechnet. Jetzt sind es dann knapp 100. Woher kommt dieser Zuwachs? Nun, wir haben gut gewirtschaftet auf der einen Seite, um diesen Zuwachs auch zu verkraften. Und wir haben große Herausforderungen durch die Pandemie zu bewältigen. Wir haben uns auf das Kurzarbeitergeld gestützt. Wir haben aber auch die Wirtschaft unterstützt, die Kommunen und die Länder. Und von daher, glaube ich, ist es gut, auch jetzt voraus zu planen. Und deswegen auch diese deutliche Zahl im Entwurf. Jetzt kommt ja sehr, sehr heftige Kritik aus der Union an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Man könne diesen Zahlen nicht richtig trauen. Ist das reiner Wahlkampf oder angesichts dieser neuen Berechnungen innerhalb weniger Monate nicht auch ein Stück weit gerechtfertigt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, warum die Union jetzt diese Frage aufwirft. Sie ist ja nun Teil des Kabinetts. Sie kennt diese Zahlen. Und von daher bin ich auch der Meinung, das hat viel mit dem Wahlkampf zu tun. Aber die Union kann sich keinen schlanken Fuß in dieser Pandemie erlauben. Wir müssen etwas für das Land tun, insbesondere für die Menschen, die immer noch einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Also sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn wir aber auf diese Summen kommen, wie sollen wir von diesen Schulden wieder runterkommen? Und wann? Nun, das können wir und wir haben geplant in der mittelfristigen Finanzplanung. Wir können verantwortlich 2026 in die Tilgung eintreten. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt von vielen Wirtschaftsinstituten, aber von der Wirtschaft auch selbst gehört. Der Aufschwung ist bereits jetzt schon da. Wir haben starke Indizien dafür, dass das in den nächsten Monaten auch weitergeht. Wir können uns wieder auf den Export verlassen. Hier ist Deutschland eine wichtige Nation, die in der Wildwirtschaft gebraucht wird, abgefragt wird. Und wir sehen ja gerade auch in anderen Regionen der Welt einen größeren Wachstumspfad. Und davon werden wir profitieren. Und das hat natürlich dann auch gute Konsequenzen für den Haushalt und auch für die Rückzahlung der Kredite. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf einen Posten, der auch ziemlich teuer wahrscheinlich kommen wird und finanziert werden muss. Schauen, nämlich der Klimaschutz. Auf den letzten Metern vor der Sommerpause jetzt auch noch durchs Kabinett das Klimasofortprogramm. Also erste Maßnahmen, die gibt es. Aber insgesamt werden die allein nicht reichen, um das Ziel Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wie wollen Sie das schaffen? Naja, das kann man natürlich nicht alleine durch Geld schaffen, sondern da muss jeder ran. Da muss die Wirtschaft ran. Da müssen aber auch alle Bürgerinnen und Bürger ran. Und das ist ja unser Konzept, dass der SPD, dass wir einen sozialen Klimaschutz wollen, der in den ersten Jahren auch behutsam sozusagen einsteigt mit einem niedrigen CO2-Preis, dass wir eben die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel alte Erdölheizanlagen zu erneuern. Und von daher, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir packen diesen Klimaschutz ganz konkret an. Wir wollen aber eben auch allen Bürgerinnen und Bürgern das möglich machen. Nicht nur den mit dem großen Geldbeutel. Und das ist auch die Auseinandersetzung jetzt in dem beginnenden Wahlkampf. Absolut. Klimaschutz, ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Rolf Mützenich, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Schönen Tag. Es wird das Ende einer Ära nach der Bundestagswahl. Endet Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin. Diese Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Heute hat sie sich noch ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. An Kritik wurde dabei nicht gespart. Isabel Finzel berichtet. Ein letztes Mal tritt die Kanzlerin zum parlamentarischen Kreuzverhör an. Geschont wird sie zum Abschied aber nicht. Die Grünen fragen nach dem Klimaschutz. Und die Kanzlerin zieht eine nüchterne Bilanz. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber die Zeit drängt wahnsinnig. Und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Die SPD will Details zum künftigen Finanzplan wissen. Und die Kanzlerin schlagfertig. Aber da sie sich das so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konkurrierungsbedarf in der Kritikaufnahme in den nächsten vier Jahren der Finanzplanung sein wird. Ja, also wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden. Das ist dieses Jahr, das ist für 2022. Ich meine, das kumuliert für den nächsten Jahr. 5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein? Am Ende sorgen die Grünen noch einmal für einen Lacher mit einem Wink auf ihre eigene Kanzlerkandidatin. Seit Sie Kanzlerin sind, können Sie sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen Sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Vermissen wird die Kanzlerin bestimmt vieles an ihrer Amtszeit, vielleicht sogar die Regierungsbefragung. Der Sommer, der weiß aktuell nicht so richtig, wo er hin will. Erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann die Hitze, Gewitter, Hagel, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und in Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen, teilweise mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlader und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, Unterführungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die wo dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wir haben zu Beginn in der Sendung schon über die politische Dimension des Fußballs gesprochen. Jetzt wird es Zeit, aufs Spielerische zu schauen. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht heute Abend beim Match gegen Ungarn ziemlich viel auf dem Spiel. Je nachdem, wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten für die DFB-Elfen noch alles drin. Gegen Ungarn können sie sich keine groben Schnitzer erlauben. Ob Bundestrainer Jogi Löw dabei bei diesem Spiel auf den Verletzten Thomas Müller zählen kann, das ist ungewiss. Mit einer Runde durch den englischen Garten läutet die Nationalelf den heißen Countdown auf das letzte Gruppenspiel ein. Die Stimmung im Team locker. Dabei wird das Spiel gegen Ungarn ganz sicher kein Spaziergang. Man darf den Außenseiter nicht unterschätzen, betont auch Thomas Müller in einem Video an die Fans. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Und mit lauter Unterstützung packen wir das. Ob er aufläuft, unklar. Auch beim kleinen Ausflug fehlt der verletzte Offensivstar. Er soll sich wenige Stunden vor dem Anpfiff noch einem allerletzten Belastungstest unterziehen. Löw will kein Risiko eingehen für dieses wichtige Spiel. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Wenn Deutschland gewinnt, ist das Team weiter. Auch ein Unentschieden reicht sicher für den Einzug in die K.O.-Runde. Bei einer Niederlage müsste die Löwelf zittern. Das Weiterkommen hängt dann vom Torverhältnis ab und wie die andere Partie ausgeht. Der Modus kompliziert. Für die Fans ist die Sache aber ganz einfach. Der Einzug ins Achtelfinale steht außer Frage. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Mich haben im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Und mit Ungarn hat Deutschland ja schon gute Erfahrungen gemacht. Damals beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3-2-Endstart. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Dann schauen wir nochmal auch auf die politische Dimension dieses Spieles heute Abend der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück hier bei Welt. Fußball sei nicht politisch. So in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Auf Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Zugeschaltet ist mir jetzt seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Gjöcke. Herr Gjöcke, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gjöcke, das Spiel heute Abend, Deutschland gegen Ungarn, dreht sich nicht mehr nur um den Fußball. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die Begegnung? Mit gemischten. Wieso mit gemischten Gefühlen? Schauen Sie mal, hier auch in der Einleitung gab es schon klare Hinweise, dass es hier um eine Politisierung geht. Eines Gesetzes, die diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren, nicht gelesen haben, sogar nicht den Titel dieses Gesetzes. Aber da gibt es eine ganz andere Dimension. Fußball und die Fußball-Europameisterschaft werden als eine Art Trägerrakete für ideologische Diskussionen gegen Ungarn missbraucht. Was sicherlich mir Sorge macht, weil hier es um Menschen geht, um Millionen Fans, die mit Respekt, mit Weltoffenheit, aber auch mit Respekt für die Würde und für die Fakten diesen Tag begehen sollten. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass bis zu dem Anpfiff, bis zu dem Beginn des Spiels, die Situation wirklich so würdig sich stabilisieren kann, dass wir das Spiel genießen können. Aber eine ideologische Diskussion, die ist doch vielleicht auch angebracht. Die EU-Kommission, Kommissionschefin Ursula von der Leyen, will jetzt gegen das umstrittene Gesetz vorgehen, von dem Sie sagen, viele Fußballfans haben das nicht gelesen. Man kann davon ausgehen, die EU-Kommission kennt das Gesetz sehr gut. Mein Eindruck oder meine Informationen gehen in die andere Richtung. Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission war gestern ganz klar, die Kommission beginnt jetzt, das Gesetz zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das in den letzten zehn Stunden machen haben konnten, gemacht haben konnten. Und dass die Kommissionspräsidentin jetzt so ein endgültiges Urteil trifft und ankündet, wo das Verfahren selbst noch nicht angefangen hat, damit habe ich großes Bedenken, ganz ehrlich. Rund die Hälfte der 27 EU-Staaten hatten ja auch dazu aufgefordert, wenn wir auf dieses Gesetz vielleicht einfach mal konkreter schauen, ein Verbot von Büchern, Filmen, Ähnlichem für Kinder, wenn eine andere als Heterosexualität dargestellt wird, ein Verbot von Werbung, die Homo- und Transsexualität als Teil unserer Normalität auch darstellt, können Sie nicht nachvollziehen, dass das Menschen verletzt? Wenn das so wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das ist nicht der Fall. Worum es dabei geht, sollte eigentlich der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt so fremd sein, weil vor einigen Wochen auch zwischen den in den Bundestag vertretenen Parteien eine Diskussion im Gange war über die Verankerung von Kinderrechten in dem Grundgesetz. Und inwiefern ich weiß, da war auch einer der wichtigsten Streitpunkte, wer hat die Erziehungshoheit über die Kinder. Es gibt ein Dreieck, Kind, Eltern, Staat. Und manche wollen die Verhältnisse innerhalb dieses Dreiecks verändern. Wir sind aber der tiefste Überzeugung, und dazu gab es die notwendige Mehrheit in dem ungarischen Parlament, dass die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder bei den Eltern liegt. Aber das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung der Menschen, die in Ungarn leben. Ihre Freiheit wird immer gewährleistet. Aber es spricht ja nichts dagegen. Also das betrifft ja nicht die Erziehungshoheit der Eltern, wenn es in den Medien die Darstellung von Homo- und Transsexualität gibt, oder? Nein, nein, es geht um die Erziehung, die Erziehungszeit, die Erziehungsperiode der Kinder, das heißt unter 18 Jahren. Und dort ist es die Entscheidung der Eltern, übrigens das auch im Einklang steht mit dem Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo darüber die Eltern die Entscheidung, die primäre Entscheidung treffen können, wie das geschieht, entweder durch die Eltern oder durch die Bildungsinstitutionen oder Medien, aber unter der Kontrolle der Eltern. Aber Kinder sind natürlich auch auf Sinnsuche. Und Kinder und Heranwachsende suchen diesen Sinn berechtigterweise außerhalb der Familie. Nicht nur dort findet ja Sozialisation statt. Da ist es doch auch wichtig, dass auch Heranwachsende, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer, auch außerhalb ihrer Familie Anhaltspunkte, Informationspunkte und sich selbst wiederfinden, um gesund heranwachsen zu können und glücklich. Ich gehe davon aus, dass das überhaupt nicht im Gegensatz steht zu der primären Verantwortung der Eltern. Aber wenn dort einen Diskussionsbedarf geben sollte, dann stellen wir uns sehr gerne, weil dort keine europäischen Regeln oder vereinbarten Strukturen gibt. Das ist eine neue Dimension der politischen, gesellschaftspolitischen Debatten. Wir sind ganz bereit, das zu führen. Aber sicherlich nur, wenn hier die Fakten einerseits, andererseits die Würde des anderen auch respektiert wird. Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Sie haben selbst zwei Kinder. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die homo- oder transsexuell wären und Fragen haben? Dann wäre ich mehr als offen, diese Fragen zu beantworten. Leider ist schon meine Tochter nicht in diesem Lebensalter. Sie ist Assistenzärztin in Lausitz in einer Kinderklinik. Und mein Sohn, er ist 16 Jahre alt, geht hier zur Schule, ist leider autisch. Insofern kann ich diese Diskussionen mit ihm nicht führen. Aber glauben Sie mir, in der entsprechenden Zeit war ich als Vater auch mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich stelle mich diesen Fragen immer. Nur, was ich erwarte, dass man dabei, darf ich den Spieß umdrehen? Wer sollte meine Rolle übernehmen? Das ist meine primäre Verantwortung. Und ich bin stolz darauf, wenn auch das manchmal riesengroße Herausforderungen für uns stellt. Sozialisation in der Familie und darüber hinaus ist wichtig. Seine Exzellenz, der Wurschafter Ungarns hier in Deutschland, Peter Gjörgjörg, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer, unweit der Halbinsel Krim, drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen. Und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionenbürgern und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir da aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. Und zugeschaltet ist mir jetzt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herr Mützenich, Corona verlangt auch in finanzieller Hinsicht viel ab. Nichtsdestotrotz, im März hat das Bundesfinanzministerium ja noch mit einer Verschuldung von 81,5 Milliarden gerechnet. Jetzt sind es dann knapp 100. Woher kommt dieser Zuwachs? Nun, wir haben gut gewirtschaftet auf der einen Seite, um diesen Zuwachs auch zu verkraften. Und wir haben große Herausforderungen durch die Pandemie zu bewältigen. Wir haben uns auf das Kurzarbeitergeld gestützt. Wir haben aber auch die Wirtschaft unterstützt, die Kommunen und die Länder. Und von daher, glaube ich, ist es gut, auch jetzt vorauszuplanen. Und deswegen auch diese deutliche Zahl im Entwurf. Jetzt kommt ja sehr, sehr heftige Kritik aus der Union an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Man könne diesen Zahlen nicht richtig trauen. Ist das reiner Wahlkampf oder angesichts dieser neuen Berechnungen innerhalb weniger Monate nicht auch ein Stück weit gerechtfertigt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, warum die Union jetzt diese Frage aufwirft. Sie ist ja nun Teil des Kabinetts. Sie kennt diese Zahlen. Und von daher bin ich auch der Meinung, das hat viel mit dem Wahlkampf zu tun. Aber die Union kann sich keinen schlanken Fuß in dieser Pandemie erlauben. Wir müssen etwas für das Land tun, insbesondere für die Menschen, die immer noch einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Also sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn wir aber auf diese Summen kommen, wie sollen wir von diesen Schulden wieder runterkommen? Und wann? Nun, das können wir. Und wir haben geplant in der mittelfristigen Finanzplanung. Wir können verantwortlich 2026 in die Tilgung eintreten. Nun, auf der anderen Seite haben wir jetzt von vielen Wirtschaftsinstituten, aber von der Wirtschaft auch selbst gehört. Der Aufschwung ist bereits jetzt schon da. Wir haben starke Indizien dafür, dass das in den nächsten Monaten auch weitergeht. Wir können uns wieder auf den Export verlassen. Hier ist Deutschland eine wichtige Nation, die in der Wildwirtschaft gebraucht wird, abgefragt wird. Und wir sehen ja gerade auch in anderen Regionen der Welt einen größeren Wachstumspfad. Und davon werden wir profitieren. Und das hat natürlich dann auch gute Konsequenzen für den Haushalt und auch für die Rückzahlung der Kredite. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf einen Posten, der auch ziemlich teuer wahrscheinlich kommen wird und finanziert werden muss, schauen. Nämlich der Klimaschutz. Auf den letzten Metern vor der Sommerpause jetzt auch noch durchs Kabinett das Klimasofortprogramm. Also erste Maßnahmen, die gibt es. Aber insgesamt werden die allein nicht reichen, um das Ziel Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wie wollen Sie das schaffen? Naja, das kann man natürlich nicht alleine durch Geld schaffen, sondern da muss jeder ran, da muss die Wirtschaft ran. Da müssen aber auch alle Bürgerinnen und Bürger ran. Und das ist ja unser Konzept, dass der SPD, dass wir einen sozialen Klimaschutz wollen, der in den ersten Jahren auch behutsam sozusagen einsteigt, mit einem niedrigen CO2-Preis, dass wir eben die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel alte Erdöl-Heizanlagen zu erneuern. Und von daher, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir packen diesen Klimaschutz ganz konkret an. Wir wollen aber eben auch allen Bürgerinnen und Bürgern das möglich machen, nicht nur denen mit dem großen Geldbeutel. Und das ist auch die Auseinandersetzung jetzt in dem beginnenden Wahlkampf. Absolut. Klimaschutz, ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Rolf Mützenich, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Schönen Tag. Es wird das Ende einer Ära. Nach der Bundestagswahl endet Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin. Diese Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Heute hat sie sich noch ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. An Kritik wurde dabei nicht gespart. Isabel Finzel berichtet. Ein letztes Mal tritt die Kanzlerin zum parlamentarischen Kreuzverhör an. Geschont wird sie zum Abschied aber nicht. Die Grünen fragen nach dem Klimaschutz und die Kanzlerin zieht eine nüchterne Bilanz. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Die SPD will Details zum künftigen Finanzplan wissen und die Kanzlerin schlagfertig. Aber da Sie sich das so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konsolidierungsbedarf in der Nettokriteraufnahme in den nächsten vier Jahren der Finanzplanung sein wird. Tja, also, wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden. Das ist dieses Jahr, das ist für 2022. Ich meine, das kumuliert für die nächsten Jahre. 5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein? Am Ende sorgen die Grünen noch einmal für einen Lacher mit einem Wink auf ihre eigene Kanzlerkandidatin. Seit Sie Kanzlerin sind, können Sie sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen Sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Vermissen wird die Kanzlerin bestimmt vieles an ihrer Amtszeit, vielleicht sogar die Regierungsbefragung. Der Sommer, der weiß aktuell nicht so richtig, wo er hin will. Erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann die Hitze, Gewitter, Hagel, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und in Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen, teilweise mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlade und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder freizumachen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wir haben zu Beginn in der Sendung schon über die politische Dimension des Fußballs gesprochen. Jetzt wird es Zeit, aufs Spielerische zu schauen. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht heute Abend beim Match gegen Ungarn ziemlich viel auf dem Spiel. Je nachdem, wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten für die DFB-Elfen noch alles drin. Gegen Ungarn können sie sich keine groben Schnitzer erlauben. Ob Bundestrainer Jogi Löw dabei bei diesem Spiel auf den verletzten Thomas Müller zählen kann, das ist ungewiss. Mit einer Runde durch den englischen Garten läutet die Nationalelf den heißen Countdown auf das letzte Gruppenspiel ein. Die Stimmung im Team locker. Dabei wird das Spiel gegen Ungarn ganz sicher kein Spaziergang. Man darf den Außenseiter nicht unterschätzen, betont auch Thomas Müller in einem Video an die Fans. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark, aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen und mit lauter Unterstützung packen wir das. Ob er aufläuft, unklar. Auch beim kleinen Ausflug fehlt der verletzte Offensivstar. Er soll sich wenige Stunden vor dem Anpfiff noch einem allerletzten Belastungstest unterziehen. Löw will kein Risiko eingehen für dieses wichtige Spiel. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Wenn Deutschland gewinnt, ist das Team weiter. Auch ein Unentschieden reicht sicher für den Einzug in die K.O.-Runde. Bei einer Niederlage müsste die Löwelf zittern. Das Weiterkommen hängt dann vom Torverhältnis ab und wie die andere Partie ausgeht. Der Modus kompliziert. Für die Fans ist die Sache aber ganz einfach. Der Einzug ins Achtelfinale steht außer Frage. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Ich habe im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Und mit Ungarn hat Deutschland ja schon gute Erfahrungen gemacht. Damals beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3-2-Endstart. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Dann schauen wir nochmal auch auf die politische Dimension dieses Spieles heute Abend der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück hier bei Welt. Fußball sei nicht politisch. So in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und zugeschaltet ist mir jetzt seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Gjöcke. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gjöcke, das Spiel heute Abend, Deutschland gegen Ungarn, dreht sich nicht mehr nur um den Fußball. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die Begegnung? Mit gemischten. Wieso mit gemischten Gefühlen? Entschuldigen Sie mal, hier auch in der Einleitung gab es schon klare Hinweise, dass hier um eine Politisierung geht. Eines Gesetzes, die diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren, nicht gelesen haben, sogar nicht den Titel dieses Gesetzes. Aber da gibt es eine ganz andere Dimension. Fußball und die Fußball-Europameisterschaft werden als eine Art Trägerrakete für ideologische Diskussionen gegen Ungarn missbraucht. Was sicherlich mir Sorge macht, weil hier es um Menschen geht, um Millionen Fans, die mit Respekt, mit Wertoffenheit, aber auch mit Respekt für die Würde und für die Fakten diesen Tag begehen sollten. Und ich kann nur hoffen und uns wünschen, dass bis zu dem Anpfiff, bis zu dem Beginn des Spiels die Situation wirklich so würdig sich stabilisieren kann, dass wir das Spiel genießen können. Aber eine ideologische Diskussion, die ist doch vielleicht auch angebracht. Die EU-Kommission, Kommissionschefin Ursula von der Leyen will jetzt gegen das umstrittene Gesetz vorgehen, von dem Sie sagen, viele Fußballfans haben das nicht gelesen. Man kann davon ausgehen, die EU-Kommission kennt das Gesetz sehr gut. Mein Eindruck oder meine Informationen gehen in die andere Richtung. Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission war gestern ganz klar, die Kommission beginnt jetzt das Gesetz zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das in den letzten zehn Stunden gemacht haben konnten. Und dass die Kommissionspräsidentin jetzt so ein endgültiges Urteil trifft und ankündet, wo das Verfahren selbst noch nicht angefangen hat, damit habe ich großes Bedenken ganz ehrlich. Rund die Hälfte der 27 EU-Staaten hatten ja auch dazu aufgefordert, wenn wir auf dieses Gesetz vielleicht einfach mal konkreter schauen, ein Verbot von Büchern, Filmen, Ähnlichem für Kinder, wenn eine andere als Heterosexualität dargestellt wird, ein Verbot von Werbung, die Homo- und Transsexualität als Teil unserer Normalität auch darstellt. Können Sie nicht nachvollziehen, dass das Menschen verletzt? Wenn das so wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das ist nicht der Fall. Worum es dabei geht, sollte eigentlich der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt so fremd sein, weil vor einigen Wochen auch zwischen den in den Bundestags vertretenen Parteien eine Diskussion im Gange war über die Verankerung von Kinderrechten in dem Grundgesetz. Und inwiefern ich weiß, da war auch einer der wichtigsten Streitpunkte, wer hat die Erziehungshoheit über die Kinder. Es gibt ein Dreieck, Kind, Eltern, Staat. Und manche wollen die Verhältnisse innerhalb dieses Dreiecks verändern. Wir sind aber der tiefste Überzeugung, und dazu gab es die notwendige Mehrheit in dem ungarischen Parlament, dass die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder bei den Eltern liegt. Aber das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung der Menschen, die in Ungarn leben. Ihre Freiheit wird immer gewährleistet. Aber es spricht ja nichts dagegen. Also das betrifft ja nicht die Erziehungshoheit der Eltern, wenn es in den Medien die Darstellung von Homo- und Transsexualität gibt, oder? Nein, es geht um die Erziehung, die Erziehungszeit, die Erziehungsperiode der Kinder, das heißt unter 18 Jahren. Und dort ist es die Entscheidung der Eltern. Übrigens, das auch im Einklang steht mit dem Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo darüber die Eltern die Entscheidung, die primäre Entscheidung treffen können. Wie das geschieht, entweder durch die Eltern oder durch die Bildungsinstitutionen oder Medien, aber unter der Kontrolle der Eltern. Aber Kinder sind natürlich auch auf Sinnsuche. Und Kinder und Heranwachsende suchen diesen Sinn berechtigterweise außerhalb der Familie. Nicht nur dort findet ja Sozialisation statt. Da ist es doch auch wichtig, dass auch Heranwachsende, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer, auch außerhalb ihrer Familie Anhaltspunkte, Informationspunkte und sich selbst wiederfinden, um gesund heranwachsen zu können und glücklich. Ich gehe davon aus, dass das überhaupt nicht im Gegensatz steht zu der primären Verantwortung der Eltern. Aber wenn dort einen Diskussionsbedarf geben sollte, dann stellen wir uns sehr gerne, weil dort keine europäischen Regeln oder vereinbarten Strukturen gibt. Das ist eine neue Dimension der politischen, gesellschaftspolitischen Debatten. Wir sind ganz bereit, das zu führen. Aber sicherlich nur, wenn hier die Fakten einerseits, andererseits die Würde des anderen auch respektiert wird. Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Sie haben selbst zwei Kinder. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die homo- oder transsexuell wären und Fragen haben? Dann wäre ich mir mehr als offen, diese Fragen zu beantworten. Leider ist schon meine Tochter nicht in diesem Lebensalter. Sie ist Assistenzärztin in Lausitz in einer Kinderklinik. Und mein Sohn, er ist 16 Jahre alt, geht hier zur Schule, ist leider autisch. Insofern, diese Diskussionen kann ich mit ihm nicht führen. Aber glauben Sie mir, in der entsprechenden Zeit war ich als Vater auch mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich stelle mich diesen Fragen immer. Nur, was ich erwarte, dass man dabei, darf ich den Spieß umdrehen. Wer sollte meine Rolle übernehmen? Das ist meine primäre Verantwortung. Und ich bin stolz darauf, wenn auch, dass manchmal riesengroße Herausforderungen für uns stellt. Sozialisation in der Familie und darüber hinaus ist wichtig. Seine Exzellenz, der Wurtschafter Ungarns hier in Deutschland, Peter Gjörkösch, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer, unweit der Halbinsel Krim, drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionen Bürgerinnen und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir da aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. Und zugeschaltet ist mir jetzt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag Frau Mosel, hallo. Herr Mützenich, Corona verlangt auch in finanzieller Hinsicht viel ab. Nichtsdestotrotz, im März hat das Bundesfinanzministerium ja noch mit einer Verschuldung von 81,5 Milliarden gerechnet. Jetzt sind es dann knapp 100. Woher kommt dieser Zuwachs? Nun, wir haben gut gewirtschaftet auf der einen Seite, um diesen Zuwachs auch zu verkraften. Und wir haben große Herausforderungen durch die Pandemie zu bewältigen. Wir haben uns auf das Kurzarbeitergeld gestützt. Wir haben aber auch die Wirtschaft unterstützt, die Kommunen und die Länder. Und von daher, glaube ich, ist es gut, auch jetzt vorauszuplanen. Und deswegen auch diese deutliche Zahl im Entwurf. Jetzt kommt ja sehr, sehr heftige Kritik aus der Union an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Man könne diesen Zahlen nicht richtig trauen. Ist das reiner Wahlkampf oder angesichts dieser neuen Berechnungen innerhalb weniger Monate nicht auch ein Stück weit gerechtfertigt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, warum die Union jetzt diese Frage aufwirft. Sie ist ja nun Teil des Kabinetts. Sie kennt diese Zahlen. Und von daher bin ich auch der Meinung, das hat viel mit dem Wahlkampf zu tun. Aber die Union kann sich keinen schlanken Fuß in dieser Pandemie erlauben. Wir müssen etwas für das Land tun, insbesondere für die Menschen, die immer noch einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Also sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn wir aber auf diese Summen kommen, wie sollen wir von diesen Schulden wieder runterkommen und wann? Nun, das können wir. Und wir haben geplant in der mittelfristigen Finanzplanung. Wir können verantwortlich 2026 in die Tilgung eintreten. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt von vielen Wirtschaftsinstituten, aber von der Wirtschaft auch selbst gehört. Der Aufschwung ist bereits jetzt schon da. Wir haben starke Indizien dafür, dass das in den nächsten Monaten auch weitergeht. Wir können uns wieder auf den Export verlassen. Hier ist Deutschland eine wichtige Nation, die in der Wildwirtschaft gebraucht wird, abgefragt wird. Und wir sehen ja gerade auch in anderen Regionen der Welt einen größeren Wachstumspfad. Und davon werden wir profitieren. Und das hat natürlich dann auch gute Konsequenzen für den Haushalt und auch für die Rückzahlung der Kredite. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf einen Posten, der auch ziemlich teuer wahrscheinlich kommen wird und finanziert werden muss, schauen nämlich der Klimaschutz auf den letzten Metern vor der Sommerpause jetzt auch noch durchs Kabinett das Klimasofortprogramm. Also erste Maßnahmen, die gibt es. Aber insgesamt werden die allein nicht reichen, um das Ziel Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wie wollen Sie das schaffen? Naja, das kann man natürlich nicht alleine durch Geld schaffen, sondern da muss jeder ran, da muss die Wirtschaft ran. Da müssen aber auch alle Bürgerinnen und Bürger ran. Und das ist ja unser Konzept, dass der SPD, dass wir einen sozialen Klimaschutz wollen, der in den ersten Jahren auch behutsam sozusagen einsteigt mit einem niedrigen CO2-Preis, dass wir eben die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel alte Erdölheizanlagen zu erneuern. Und von daher, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir packen diesen Klimaschutz ganz konkret an. Wir wollen aber eben auch allen Bürgerinnen und Bürgern das möglich machen, nicht nur denen mit dem großen Geldbeutel. Und das ist auch die Auseinandersetzung jetzt in dem beginnenden Wahlkampf. Absolut. Klimaschutz, ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Rolf Mützenich, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Schönen Tag. Es wird das Ende einer Ära. Nach der Bundestagswahl endet Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin. Diese Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Heute hat sie sich noch ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. An Kritik wurde dabei nicht gespart. Isabel Finzel berichtet. Ein letztes Mal tritt die Kanzlerin zum parlamentarischen Kreuzverhör an. Geschont wird sie zum Abschied aber nicht. Die Grünen fragen nach dem Klimaschutz und die Kanzlerin zieht eine nüchterne Bilanz. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Die SPD will Details zum künftigen Finanzplan wissen und die Kanzlerin schlagfertig. Aber da Sie sich das so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konsolidierungsbedarf in der Kritikaufnahme in den nächsten vier Jahren der Finanzplanung sein wird. Tja, also wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden. Das ist dieses Jahr, das ist für 2022, ich meine, das kumuliert für den nächsten Jahr. 5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein? Am Ende sorgen die Grünen noch einmal für einen Lacher mit einem Wink auf ihre eigene Kanzlerkandidatin. Seit Sie Kanzlerin sind, können sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Vermissen wird die Kanzlerin bestimmt vieles an ihrer Amtszeit. Und vielleicht sogar die Regierungsbefragung. Der Sommer, der weiß aktuell nicht so richtig, wo er hin will. Erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann die Hitze, Gewitter, Hagel, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und in Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen, teilweise mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlade und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wir haben zu Beginn in der Sendung schon über die politische Dimension des Fußballs gesprochen. Jetzt wird es Zeit, aufs Spielerische zu schauen. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht heute Abend beim Match gegen Ungarn. Ziemlich viel auf dem Spiel, je nachdem wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten für die DFB-Elfen noch alles drin. Gegen Ungarn können sie sich keine groben Schnitzer erlauben. Ob Bundestrainer Jogi Löw dabei bei diesem Spiel auf den Verletzten Thomas Müller zählen kann, das ist ungewiss. Mit einer Runde durch den englischen Garten läutet die Nationalelf den heißen Countdown auf das letzte Gruppenspiel ein. Die Stimmung im Team locker. Dabei wird das Spiel gegen Ungarn ganz sicher kein Spaziergang. Man darf den Außenseiter nicht unterschätzen, betont auch Thomas Müller in einem Video an die Fans. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen und mit lauter Unterstützung packen wir das. Ob er aufläuft, unklar. Auch beim kleinen Ausflug fehlt der verletzte Offensivstar. Er soll sich wenige Stunden vor dem Anpfiff noch einem allerletzten Belastungstest unterziehen. Löw will kein Risiko eingehen für dieses wichtige Spiel. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Wenn Deutschland gewinnt, ist das Team weiter. Auch ein Unentschieden reicht sicher für den Einzug in die K.O.-Runde. Bei einer Niederlage müsste die Löw-Elf zittern. Das Weiterkommen hängt dann vom Torverhältnis ab und wie die andere Partie ausgeht. Der Modus kompliziert. Für die Fans ist die Sache aber ganz einfach. Der Einzug ins Achtelfinale steht außer Frage. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Mich haben im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Und mit Ungarn hat Deutschland ja schon gute Erfahrungen gemacht. Damals beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3-2-Endstart. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Dann schauen wir nochmal auch auf die politische Dimension dieses Spieles heute Abend der Deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück hier bei Welt. Fußball sei nicht politisch. So in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen. Und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena. So das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußballtempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und zugeschaltet ist mir jetzt seine Exzellenz der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Gjöcke. Herr Gjöcke, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gjöcke, das Spiel heute Abend, Deutschland gegen Ungarn, dreht sich nicht mehr nur um den Fußball. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die Begegnung? Mit gemischten. Wieso mit gemischten Gefühlen? Schauen Sie mal, hier auch in der Einleitung gab es schon klare Hinweise, dass es hier um eine Politisierung geht. Eines Gesetzes, die diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren, nicht gelesen haben, sogar nicht den Titel dieses Gesetzes. Aber da gibt es eine ganz andere Dimension. Fußball und die Fußball-Europameisterschaft werden als eine Art Trägerrakete für ideologische Diskussionen gegen Ungarn missbraucht. Was sicherlich mir Sorge macht, weil hier es um Menschen geht, um Millionen Fans, die mit Respekt, mit Wertoffenheit, aber auch mit Respekt für die Würde und für die Fakten diesen Tag begehen sollten. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass bis zu dem Anpfiff, bis zu dem Beginn des Spiels, die Situation wirklich so würdig sich stabilisieren kann, dass wir das Spiel genießen können. Aber eine ideologische Diskussion, die ist doch vielleicht auch angebracht. Die EU-Kommission, Kommissionschefin Ursula von der Leyen, will jetzt gegen das umstrittene Gesetz vorgehen, von dem Sie sagen, viele Fußballfans haben das nicht gelesen. Man kann davon ausgehen, die EU-Kommission kennt das Gesetz sehr gut. Mein Eindruck oder meine Informationen gehen in die andere Richtung. Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission war gestern ganz klar, die Kommission beginnt jetzt das Gesetz zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das in den letzten zehn Stunden machen haben konnten, gemacht haben konnten. Und dass die Kommissionspräsidentin jetzt so ein endgültiges Urteil trifft und ankündet, wo das Verfahren selbst noch nicht angefangen hat, damit habe ich großes Bedenken, ganz ehrlich. Rund die Hälfte der 27 EU-Staaten hatten ja auch dazu aufgefordert, wenn wir auf dieses Gesetz vielleicht einfach mal konkreter schauen, ein Verbot von Büchern, Filmen, Ähnlichem für Kinder, wenn eine andere als Heterosexualität dargestellt wird, ein Verbot von Werbung, die Homo- und Transsexualität als Teil unserer Normalität auch darstellt, können Sie nicht nachvollziehen, dass das Menschen verletzt? Wenn das so wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das ist nicht der Fall. Worum es dabei geht, sollte eigentlich der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt so fremd sein, weil vor einigen Wochen auch zwischen den in den Bundestags vertretenen Parteien eine Diskussion im Gange war über die Verankerung von Kinderrechten in dem Grundgesetz. Und inwiefern ich weiß, da war auch einer der wichtigsten Streitpunkte, wer hat die Erziehungshoheit über die Kinder. Es gibt ein Dreieck, Kind, Eltern, Staat. Und manche wollen die Verhältnisse innerhalb dieses Dreiecks verändern. Wir sind aber der tiefste Überzeugung, und dazu gab es die notwendige Mehrheit in dem ungarischen Parlament, dass die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder bei den Eltern liegt. Aber das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung der Menschen, die in Ungarn leben. Ihre Freiheit wird immer gewährleistet. Aber es spricht ja nichts dagegen. Also das betrifft ja nicht die Erziehungshoheit der Eltern, wenn es in den Medien die Darstellung von Homo- und Transsexualität gibt, oder? Nein, nein, es geht um die Erziehung, die Erziehungszeit, die Erziehungsperiode der Kinder, das heißt unter 18 Jahren. Und dort ist es die Entscheidung der Eltern, übrigens das auch im Einklang steht mit dem Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo darüber die Eltern die Entscheidung, die primäre Entscheidung treffen können, wie das geschieht, entweder durch die Eltern oder durch die Bildungsinstitutionen oder Medien, aber unter der Kontrolle der Eltern. Aber Kinder sind natürlich auch auf Sinnsuche. Und Kinder und Heranwachsende suchen diesen Sinn berechtigterweise außerhalb der Familie. Nicht nur dort findet ja Sozialisation statt. Da ist es doch auch wichtig, dass auch Heranwachsende, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer, auch außerhalb ihrer Familie Anhaltspunkte, Informationspunkte und sich selbst wiederfinden, um gesund heranwachsen zu können und glücklich. Ich gehe davon aus, dass das überhaupt nicht im Gegensatz steht zu der primären Verantwortung der Eltern. Aber wenn dort einen Diskussionsbedarf geben sollte, dann stellen wir uns sehr gerne, weil dort keine europäischen Regeln oder vereinbarten Strukturen gibt. Das ist eine neue Dimension der politischen, gesellschaftspolitischen Debatten. Wir sind ganz bereit, das zu führen. Aber sicherlich nur, wenn hier die Fakten einerseits, andererseits die Würde des anderen auch respektiert wird. Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Sie haben selbst zwei Kinder. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die homo- oder transsexuell wären und Fragen haben? Dann wäre ich mehr als offen, diese Fragen zu beantworten. Leider ist schon meine Tochter nicht in diesem Lebensalter. Sie ist Assistenzärztin in Lausitz in einer Kinderklinik. Mein Sohn, er ist 16 Jahre alt, geht hier zur Schule, ist leider autistisch. Insofern kann ich diese Diskussionen mit ihm nicht führen. Aber glauben Sie mir, in der entsprechenden Zeit war ich als Vater auch mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich stelle mich diesen Fragen immer nur, was ich erwarte, dass man dabei, darf ich den Spieß umdrehen? Wer sollte meine Rolle übernehmen? Das ist meine primäre Verantwortung. Und ich bin stolz darauf, wenn auch das manchmal riesengroße Herausforderungen für uns stellt. Sozialisation in der Familie und darüber hinaus ist wichtig. Seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns hier in Deutschland, Peter Gjörgjörg, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer, unweit der Halbinsel Krim, drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen. Und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionenbürgern und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir da aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. Und zugeschaltet ist mir jetzt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, Frau Mosel. Hallo. Herr Mützenich, Corona verlangt auch in finanzieller Hinsicht viel ab. Nichtsdestotrotz, im März hat das Bundesfinanzministerium ja noch mit einer Verschuldung von 81,5 Milliarden gerechnet. Jetzt sind es dann knapp 100. Woher kommt dieser Zuwachs? Nun, wir haben gut gewirtschaftet auf der einen Seite, um diesen Zuwachs auch zu verkraften. Und wir haben große Herausforderungen durch die Pandemie zu bewältigen. Wir haben uns auf das Kurzarbeitergeld gestützt. Wir haben aber auch die Wirtschaft unterstützt, die Kommunen und die Länder. Und von daher, glaube ich, ist es gut, auch jetzt voraus zu planen. Und deswegen auch diese deutliche Zahl im Entwurf. Jetzt kommt ja sehr, sehr heftige Kritik aus der Union an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Man könne diesen Zahlen nicht richtig trauen. Ist das reiner Wahlkampf oder angesichts dieser neuen Berechnungen innerhalb weniger Monate nicht auch ein Stück weit gerechtfertigt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, warum die Union jetzt diese Frage aufwirft. Sie ist ja nun Teil des Kabinetts. Sie kennt diese Zahlen. Und von daher bin ich auch der Meinung, das hat viel mit dem Wahlkampf zu tun. Aber die Union kann sich keinen schlanken Fuß in dieser Pandemie erlauben. Wir müssen etwas für das Land tun, insbesondere für die Menschen, die immer noch einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Also sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn wir aber auf diese Summen kommen, wie sollen wir von diesen Schulden wieder runterkommen? Und wann? Nun, das können wir. Und wir haben geplant in der mittelfristigen Finanzplanung. Wir können verantwortlich 2026 in die Tilgung eintreten. Nun, auf der anderen Seite haben wir jetzt von vielen Wirtschaftsinstituten, aber von der Wirtschaft auch selbst gehört. Der Aufschwung ist bereits jetzt schon da. Wir haben starke Indizien dafür, dass das in den nächsten Monaten auch weitergeht. Wir können uns wieder auf den Export verlassen. Hier ist Deutschland eine wichtige Nation, die in der Wildwirtschaft gebraucht wird, abgefragt wird. Und wir sehen ja gerade auch in anderen Regionen der Welt einen größeren Wachstumspfad. Und davon werden wir profitieren. Und das hat natürlich dann auch gute Konsequenzen für den Haushalt und auch für die Rückzahlung der Kredite. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf einen Posten, der auch ziemlich teuer wahrscheinlich kommen wird und finanziert werden muss, schauen, nämlich der Klimaschutz. Auf den letzten Metern vor der Sommerpause jetzt auch noch durchs Kabinett das Klimasofortprogramm. Also erste Maßnahmen, die gibt es. Aber insgesamt werden die allein nicht reichen, um das Ziel Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wie wollen Sie das schaffen? Naja, das kann man natürlich nicht alleine durch Geld schaffen, sondern da muss jeder ran, da muss die Wirtschaft ran. Da müssen aber auch alle Bürgerinnen und Bürger ran. Und das ist ja unser Konzept, dass der SPD, dass wir einen sozialen Klimaschutz wollen, der in den ersten Jahren auch behutsam sozusagen einsteigt mit einem niedrigen CO2-Preis, dass wir eben die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel alte Erdölheizanlagen zu erneuern. Und von daher, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir packen diesen Klimaschutz ganz konkret an. Wir wollen aber eben auch allen Bürgerinnen und Bürgern das möglich machen, nicht nur denen mit dem großen Geldbeutel. Und das ist auch die Auseinandersetzung jetzt in dem beginnenden Wahlkampf. Absolut. Klimaschutz, ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Rolf Mützenich, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Schönen Tag. Es wird das Ende einer Ära. Nach der Bundestagswahl endet Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin. Diese Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Heute hat sie sich noch ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. An Kritik wurde dabei nicht gespart. Isabel Finzel berichtet. Ein letztes Mal tritt die Kanzlerin zum parlamentarischen Kreuzverhör an. Geschont wird sie zum Abschied aber nicht. Die Grünen fragen nach dem Klimaschutz und die Kanzlerin zieht eine nüchterne Bilanz. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Die SPD will Details zum künftigen Finanzplan wissen und die Kanzlerin schlagfertig. Aber da Sie sich das so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konsolidierungsbedarf in der Netto-Kreditaufnahme in den nächsten vier Jahren der Finanzplanung sein wird. Tja, also wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden. Das ist dieses Jahr, das ist für 2022, ich meine, das kumuliert für die nächsten Jahre. 5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein? Am Ende sorgen die Grünen noch einmal für einen Lacher mit einem Wink auf ihre eigene Kanzlerkandidatin. Seit Sie Kanzlerin sind, können sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Vermissen wird die Kanzlerin bestimmt vieles an ihrer Amtszeit. Und vielleicht sogar die Regierungsbefragung. Der Sommer, der weiß aktuell nicht so richtig, wo er hin will. Erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann die Hitze, Gewitter, Hagel, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und in Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen, teilweise mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlade und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wir haben zu Beginn in der Sendung schon über die politische Dimension des Fußballs gesprochen. Jetzt wird es Zeit, aufs Spielerische zu schauen. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht heute Abend beim Match gegen Ungarn. Ziemlich viel auf dem Spiel, je nachdem wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten für die DFB-Elfen noch alles drin. Gegen Ungarn können sie sich keine groben Schnitzer erlauben. Ob Bundestrainer Jogi Löw dabei bei diesem Spiel auf den Verletzten Thomas Müller zählen kann, das ist ungewiss. Mit einer Runde durch den englischen Garten läutet die Nationalelf den heißen Countdown auf das letzte Gruppenspiel ein. Die Stimmung im Team locker. Dabei wird der Spiel gegen Ungarn ganz sicher kein Spaziergang. Man darf den Außenseiter nicht unterschätzen, betont auch Thomas Müller in einem Video an die Fans. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Und mit lauter Unterstützung packen wir das. Ob er aufläuft, unklar. Auch beim kleinen Ausflug fehlt der verletzte Offensivstar. Er soll sich wenige Stunden vor dem Anpfiff noch einem allerletzten Belastungstest unterziehen. Löw will kein Risiko eingehen für dieses wichtige Spiel. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Wenn Deutschland gewinnt, ist das Team weiter. Auch ein Unentschieden reicht sicher für den Einzug in die K.O.-Runde. Bei einer Niederlage müsste die Löwelf zittern. Das Weiterkommen hängt dann vom Torverhältnis ab und wie die andere Partie ausgeht. Der Modus kompliziert. Für die Fans ist die Sache aber ganz einfach. Der Einzug ins Achtelfinale steht außer Frage. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Ich habe im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Und mit Ungarn hat Deutschland ja schon gute Erfahrungen gemacht. Damals beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3-2-Endstand. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Dann schauen wir nochmal auch auf die politische Dimension dieses Spieles heute Abend der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück hier bei Welt. Fußball sei nicht politisch. So in etwa hat die UEFA ihren Entschluss gegen eine Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion begründet. Aber dass Fußball sehr wohl eine politische Dimension hat, das zeigt sich an den Reaktionen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird nicht zum Spiel nach München reisen und die EU will gegen das umstrittene homo- und transsexuellenfeindliche Gesetz vorgehen. Nicht bunt bemalen darf München seine EM-Arena, so das UEFA-Verbot. Die Entscheidung des Verbands, das Stadion nicht in den Farben der LGBT-Gemeinde beleuchten zu dürfen, stößt in der Stadt auf breite Ablehnung. Wir leben jetzt schon in 2021 und es repräsentiert halt auch nicht unsere aktuelle Zeit. Und ich denke halt, dass vor allem auch Jugendliche das sehr betrifft. Ich finde, dass Fußball alle zusammenbringen sollte. Ich hätte es persönlich schön gefunden, wenn sie in den Farben geleuchtet hätte. Stattdessen werden vor der Allianz-Arena 10.000 bunte Fahnen verteilt. Aus Solidarität strahlen die Bundesliga-Stadien in Berlin, Wolfsburg, Köln, Augsburg und Frankfurt sowie weitere Fußball-Tempel heute Abend bunt. Eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit will plötzlich verteidigt werden. Ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen zu ihrer sexuellen Orientierung. Dann beginnt nämlich die praktische Vielfalt, die man leben muss. Ungarn hingegen begrüßt die UEFA-Entscheidung über die Stadionbeleuchtung. Der Verband dürfe sich nicht an einer politischen Provokation beteiligen. Hintergrund, Ungarn hatte zuletzt Inhalte über gleichgeschlechtliche Liebe in Kinderbüchern und an Schulen verboten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die homophobe Gesetzgebung jetzt scharf verurteilt. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich habe deshalb unsere zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Als Reaktion auf den wachsenden Druck hat Ungarns Ministerpräsident Orban seine Reise nach München abgesagt und wird das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Die UEFA hingegen muss den Protest rund um die Anti-Regenbogen-Entscheidung jetzt aushalten. Und zugeschaltet ist mir jetzt seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Gjöcke. Herr Gjöcke, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gjöcke, das Spiel heute Abend, Deutschland gegen Ungarn, dreht sich nicht mehr nur um den Fußball. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf die Begegnung? Mit gemischten. Wieso mit gemischten Gefühlen? Schauen Sie mal, hier auch in der Einleitung gab es schon klare Hinweise, dass es hier um eine Politisierung geht. Eines Gesetzes, die diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren, nicht gelesen haben, sogar nicht den Titel dieses Gesetzes. Aber da gibt es eine ganz andere Dimension. Fußball und die Fußball-Europameisterschaft werden als eine Art Trägerrakete für ideologische Diskussionen gegen Ungarn missbraucht. Was sicherlich mir Sorge macht, weil hier es um Menschen geht, um Millionen Fans, die mit Respekt, mit Weltoffenheit, aber auch mit Respekt für die Würde und für die Fakten diesen Tag begehen sollten. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass bis zu dem Anpfiff, bis zu dem Beginn des Spiels, die Situation wirklich so würdig sich stabilisieren kann, dass wir das Spiel genießen können. Aber eine ideologische Diskussion, die ist doch vielleicht auch angebracht. Die EU-Kommission, Kommissionschefin Ursula von der Leyen, will jetzt gegen das umstrittene Gesetz vorgehen, von dem Sie sagen, viele Fußballfans haben das nicht gelesen. Man kann davon ausgehen, die EU-Kommission kennt das Gesetz sehr gut. Mein Eindruck oder meine Informationen gehen in die andere Richtung. Die zuständige Vizepräsidentin der Kommission war gestern ganz klar, die Kommission beginnt jetzt, das Gesetz zu studieren. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das in den letzten zehn Stunden machen haben konnten, gemacht haben konnten. Und dass die Kommissionspräsidentin jetzt so ein endgültiges Urteil trifft und ankündet, wo das Verfahren selbst noch nicht angefangen hat, damit habe ich großes Bedenken, ganz ehrlich. Rund die Hälfte der 27 EU-Staaten hatten ja auch dazu aufgefordert, wenn wir auf dieses Gesetz vielleicht einfach mal konkreter schauen, ein Verbot von Büchern, Filmen, Ähnlichem für Kinder, wenn eine andere als Heterosexualität dargestellt wird, ein Verbot von Werbung, die Homo- und Transsexualität als Teil unserer Normalität auch darstellt, können Sie nicht nachvollziehen, dass das Menschen verletzt? Wenn das so wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber das ist nicht der Fall. Worum es dabei geht, sollte eigentlich der deutschen Öffentlichkeit nicht unbedingt so fremd sein, weil vor einigen Wochen auch zwischen den in den Bundestags vertretenen Parteien eine Diskussion im Gange war über die Verankerung von Kinderrechten in dem Grundgesetz. Und inwiefern ich weiß, da war auch einer der wichtigsten Streitpunkte, wer hat die Erziehungshoheit über die Kinder. Es gibt ein Dreieck, Kind, Eltern, Staat, und manche wollen die Verhältnisse innerhalb dieses Dreiecks verändern. Wir sind aber der tiefste Überzeugung, und dazu gab es die notwendige Mehrheit in dem ungarischen Parlament, dass die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder bei den Eltern liegt. Aber das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung der Menschen, die in Ungarn leben. Ihre Freiheit wird immer gewährleistet. Aber es spricht ja nichts dagegen. Also das betrifft ja nicht die Erziehungshoheit der Eltern, wenn es in den Medien die Darstellung von Homo- und Transsexualität gibt, oder? Nein, nein, es geht um die Erziehung, die Erziehungszeit, die Erziehungsperiode der Kinder, das heißt unter 18 Jahren. Und dort ist es die Entscheidung der Eltern, übrigens das auch im Einklang steht mit dem Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo darüber die Eltern die Entscheidung, die primäre Entscheidung treffen können, wie das geschieht, entweder durch die Eltern oder durch die Bildungsinstitutionen oder Medien, aber unter der Kontrolle der Eltern. Aber Kinder sind natürlich auch auf Sinnsuche. Und Kinder und Heranwachsende suchen diesen Sinn berechtigterweise außerhalb der Familie. Nicht nur dort findet ja Sozialisation statt. Da ist es doch auch wichtig, dass auch Heranwachsende, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer, auch außerhalb ihrer Familie Anhaltspunkte, Informationspunkte und sich selbst wiederfinden, um gesund heranwachsen zu können und glücklich. Ich gehe davon aus, dass das überhaupt nicht im Gegensatz steht zu der primären Verantwortung der Eltern. Aber wenn dort einen Diskussionsbedarf geben sollte, dann stellen wir uns sehr gerne, weil dort keine europäischen Regeln oder vereinbarten Strukturen gibt. Das ist eine neue Dimension der politischen, gesellschaftspolitischen Debatten. Wir sind ganz bereit, das zu führen. Aber sicherlich nur, wenn hier die Fakten einerseits, andererseits die Würde des anderen auch respektiert wird. Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage stellen? Sie haben selbst zwei Kinder. Was würden Sie tun? Wie würden Sie damit umgehen, wenn die homo- oder transsexuell wären und Fragen haben? Dann wäre ich mehr als offen, diese Fragen zu beantworten. Leider ist schon meine Tochter nicht in diesem Lebensalter. Sie ist Assistenzärztin in Lausitz in einer Kinderklinik. Und mein Sohn, er ist 16 Jahre alt, geht hier zur Schule, ist leider autisch. Insofern kann ich diese Diskussionen mit ihm nicht führen. Aber glauben Sie mir, in der entsprechenden Zeit war ich als Vater auch mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich stelle mich diesen Fragen immer nur, was ich erwarte, dass man dabei, darf ich den Spieß umdrehen? Wer sollte meine Rolle übernehmen? Das ist meine primäre Verantwortung. Und ich bin stolz darauf, wenn auch das manchmal riesengroße Herausforderungen für uns stellt. Sozialisation in der Familie und darüber hinaus ist wichtig. Seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns hier in Deutschland, Peter Gjörgjörg, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer, unweit der Halbinsel Krim, drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen. Und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionenbürgern und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir da aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. Und zugeschaltet ist mir jetzt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, Frau Mosel. Hallo. Herr Mützenich, Corona verlangt auch in finanzieller Hinsicht viel ab. Nichtsdestotrotz, im März hat das Bundesfinanzministerium ja noch mit einer Verschuldung von 81,5 Milliarden gerechnet. Jetzt sind es dann knapp 100. Woher kommt dieser Zuwachs? Nun, wir haben gut gewirtschaftet auf der einen Seite, um diesen Zuwachs auch zu verkraften. Und wir haben große Herausforderungen durch die Pandemie zu bewältigen. Wir haben uns auf das Kurzarbeitergeld gestützt. Wir haben aber auch die Wirtschaft unterstützt, die Kommunen und die Länder. Und von daher, glaube ich, ist es gut, auch jetzt voraus zu planen. Und deswegen auch diese deutliche Zahl im Entwurf. Jetzt kommt ja sehr, sehr heftige Kritik aus der Union an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Man könne diesen Zahlen nicht richtig trauen. Ist das reiner Wahlkampf? Oder angesichts dieser neuen Berechnungen innerhalb weniger Monate nicht auch ein Stück weit gerechtfertigt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, warum die Union jetzt diese Frage aufwirft. Sie ist ja nun Teil des Kabinetts. Sie kennt diese Zahlen. Und von daher bin ich auch der Meinung, das hat viel mit dem Wahlkampf zu tun. Aber die Union kann sich keinen schlanken Fuß in dieser Pandemie erlauben. Wir müssen etwas für das Land tun, insbesondere für die Menschen, die immer noch einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Also sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn wir aber auf diese Summen kommen, wie sollen wir von diesen Schulden wieder runterkommen? Und wann? Nun, das können wir. Und wir haben geplant in der mittelfristigen Finanzplanung. Wir können verantwortlich 2026 in die Tilgung eintreten. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt von vielen Wirtschaftsinstituten, aber von der Wirtschaft auch selbst gehört. Der Aufschwung ist bereits jetzt schon da. Wir haben starke Indizien dafür, dass das in den nächsten Monaten auch weitergeht. Wir können uns wieder auf den Export verlassen. Hier ist Deutschland eine wichtige Nation, die in der Wildwirtschaft gebraucht wird, abgefragt wird. Und wir sehen ja gerade auch in anderen Regionen der Welt einen größeren Wachstumspfad. Und davon werden wir profitieren. Und das hat natürlich dann auch gute Konsequenzen. für den Haushalt und auch für die Rückzahlung der Kredite. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf einen Posten, der auch ziemlich teuer wahrscheinlich kommen wird und finanziert werden muss, schauen. Nämlich der Klimaschutz. Auf den letzten Metern vor der Sommerpause jetzt auch noch durchs Kabinett das Klimasofortprogramm. Also erste Maßnahmen, die gibt es. Aber insgesamt werden die allein nicht reichen, um das Ziel Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Wie wollen Sie das schaffen? Naja, das kann man natürlich nicht alleine durch Geld schaffen, sondern da muss jeder ran, da muss die Wirtschaft ran. Da müssen aber auch alle Bürgerinnen und Bürger ran. Und das ist ja unser Konzept, dass der SPD, dass wir einen sozialen Klimaschutz wollen, der in den ersten Jahren auch behutsam sozusagen einsteigt, mit einem niedrigen CO2-Preis, dass wir eben die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel alte Erdölheizanlagen zu erneuern. Und von daher, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir packen diesen Klimaschutz ganz konkret an. Wir wollen aber eben auch allen Bürgerinnen und Bürgern das möglich machen, nicht nur denen mit dem großen Geldbeutel. Und das ist auch die Auseinandersetzung jetzt in dem beginnenden Wahlkampf. Absolut. Klimaschutz, ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Rolf Mützenich, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Schönen Tag. Es wird das Ende einer Ära. Nach der Bundestagswahl endet Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin. Diese Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Heute hat sie sich noch ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. An Kritik wurde dabei nicht gespart. Isabel Finzel berichtet. Ein letztes Mal tritt die Kanzlerin zum parlamentarischen Kreuzverhör an. Geschont wird sie zum Abschied aber nicht. Die Grünen fragen nach dem Klimaschutz. Und die Kanzlerin zieht eine nüchterne Bilanz. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber die Zeit drängt wahnsinnig. Und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Die SPD will Details zum künftigen Finanzplan wissen. Und die Kanzlerin schlagfertig. Aber da Sie sich das so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konsolidierungsbedarf in der Niederkreditaufnahme in den nächsten vier Jahren der Finanzplanung sein wird. Tja, also wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden. Das ist dieses Jahr, das ist für 2022. Ich meine, das kumuliert für den nächsten Jahr. 5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein? Am Ende sorgen die Grünen noch einmal für einen Lacher. Mit einem Wink auf ihre eigene Kanzlerkandidatin. Seit Sie Kanzlerin sind, können sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Vermissen wird die Kanzlerin bestimmt vieles an ihrer Amtszeit. Vielleicht sogar die Regierungsbefragung. Der Sommer, der weiß aktuell nicht so richtig, wo er hin will. Erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann die Hitze, Gewitter, Hagel, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und in Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen. Teilweise mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlade und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die wo dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Wir haben zu Beginn in der Sendung schon über die politische Dimension des Fußballs gesprochen. Jetzt wird es Zeit, aufs Spielerische zu schauen. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht heute Abend beim Match gegen Ungarn ziemlich viel auf dem Spiel. Je nachdem, wie auch Frankreich und Portugal gegeneinander spielen, ist vom Gruppenersten bis zum Gruppenletzten für die DFB-Elfen noch alles drin. Gegen Ungarn können sie sich keine groben Schnitzer erlauben. Ob Bundestrainer Jogi Löw dabei bei diesem Spiel auf den Verletzten Thomas Müller zählen kann, das ist ungewiss. Mit einer Runde durch den englischen Garten läutet die Nationalelf den heißen Countdown auf das letzte Gruppenspiel ein. Die Stimmung im Team locker. Dabei wird das Spiel gegen Ungarn ganz sicher kein Spaziergang. Man darf den Außenseiter nicht unterschätzen, betont auch Thomas Müller in einem Video an die Fans. Das wird eine zähe Nummer. Die Ungarn sind sehr kampfstark. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Und mit deiner Unterstützung packen wir das. Ob er aufläuft, unklar. Auch beim kleinen Ausflug fehlt der verletzte Offensivstar. Er soll sich wenige Stunden vor dem Anpfiff noch einem allerletzten Belastungstest unterziehen. Löw will kein Risiko eingehen für dieses wichtige Spiel. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr fokussiert und sehr konzentriert. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie das gegen Portugal. Es wird vielleicht nicht so viele Torraummöglichkeiten geben. Wenn Deutschland gewinnt, ist das Team weiter. Auch ein Unentschieden reicht sicher für den Einzug in die K.O.-Runde. Bei einer Niederlage müsste die Löwelf zittern. Das Weiterkommen hängt dann vom Torverhältnis ab und wie die andere Partie ausgeht. Der Modus kompliziert. Für die Fans ist die Sache aber ganz einfach. Der Einzug ins Achtelfinale steht außer Frage. Klar, weil wir gewinnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel. Mich haben im letzten Spiel die Deutschen sehr überrascht gegen Portugal. Und ich bin mir sicher, dass die Deutschen noch bestimmt ein paar versteckte Überraschungen für uns haben. Ich denke, es wird eine knappe Sache. 3-1. Und mit Ungarn hat Deutschland ja schon gute Erfahrungen gemacht. Damals beim Wunder von Bern holte die DFB-Auswahl 1954 den WM-Titel. Aus dem Hintergrund und begleitet vom legendären Radiokommentar schoss Helmut Rahn und traf zum 3-2-Endstart. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Dann schauen wir nochmal auch auf die politische Dimension dieses Spieles heute Abend der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück hier bei Welt. Die russische Küstenwache und ein Kampfflugzeug haben zur Warnung eines britischen Kriegsschiffes Schüsse abgegeben und vier Fliegerbomben abgeworfen. Die Briten seien im Schwarzen Meer unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren. Nach dem gemeinsamen Beschuss drehte das Schiff demnach ab. Verletzte soll es keine gegeben haben. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff HMS Defender an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Das Verteidigungsministerium in London hat die Darstellung Moskaus jetzt allerdings dementiert. Christoph Wanner zugeschaltet aus Moskau. Was genau wissen wir über diesen Vorfall? Also wir kennen vor allem erstmal die russische Lesart und du hast es angesprochen, der Zerstörer Defender war wohl im russischen Hoheitsgewässer. Es ist das natürlich eine ganz spezielle Gegend, wo das Ganze vorgefallen ist. Schwarzes Meer, Stichwort Halbinsel Krim, von den Russen 2014 annektiert von der Ukraine. Das ist völkerrechtlich nicht anerkannt. International wird von den meisten Ländern, auch von der NATO, dieses Gewässer um die Krim als ukrainisches Hoheitsgewässer angesehen. Die Russen natürlich sagen und bleiben dabei fest und steif, das ist Territorium, das sind Gewässer der russischen Föderation. Also haben wir hier schon ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Jetzt ist natürlich klar, dass jedes NATO-Schiff genau weiß, wie heikel diese Frage zu betrachten ist. Und jedes NATO-Schiff weiß auch, dass ein Eindringen in diese strittigen Gewässer von Moskau als Provokation erachtet wird, gesehen wird und dass darauf reagiert wird. Und jetzt haben wir eine Situation, die deswegen so gefährlich ist, weil Russland das erste Mal seit Ende des Kalten Krieges gegen ein NATO-Schiff mit scharfer Munition geschossen hat. Es waren Warnschüsse, aber es waren eben scharfe Schüsse. Und das ist doch bemerkenswert und so eine Situation, die kann eine Kettenreaktion auslösen. Wenn diese Warnschüsse nicht ins Leere gehen, wenn sie falsch interpretiert werden, wenn darauf geantwortet wird, dann haben wir aus dem Nichts heraus auf einmal eine äußerst prekäre Situation, die zu weiß Gott was führen kann. Und das ist das Gefährliche an den heutigen Geschehnissen im Schwarzen Meer. Christoph, aber jetzt sagt London, das ist alles so gar nicht gewesen. Wie lässt sich das erklären? Also was ich hier aus Moskau gehört habe, ich bin da vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil Moskau-Korrespondent. Was wir hier wissen ist, dass die Briten das Ganze noch nicht bis zum Ende kommentieren wollen. Also Dementi hin oder her. Ich denke, dass man sich da jetzt in London seitens des Verteidigungsministeriums gerade noch sortiert, wie man diesen Vorfall einordnet und sich da noch bedeckt hält. Die Tatsache, dass die Russen sogar den britischen Militärattaché einbestellt haben, zeigt uns ja schon, dass hier nicht irgendwelche leeren Behauptungen an den Haaren herbeigezogen wurden. Es scheint tatsächlich einen Konfliktfall zu geben. Die Lesarten sind sicherlich unterschiedlich. Wir müssen einfach abwarten, was London dann letzten Endes auch der Öffentlichkeit mitteilen wird. Christoph, Dankeschön für die Einordnung nach Moskau. Beim Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn heute Abend in München, da geht es nicht nur um einen sportlichen Erfolg. Es geht um viel mehr, nämlich darum, ein Zeichen zu setzen gegen Diskriminierung, gegen die Diskriminierung von Transsexuellen, von Homosexuellen, wie sie in einem neuen Gesetz in Ungarn nach einhelliger Meinung stattfindet. Der Europäische Fußballverband UEFA hat der Stadt München verboten, das Stadion als Symbol in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Der Verband sieht nämlich darin eine politische Botschaft und die will er so in dieser Form grundsätzlich nicht. Doch das Verbot führt genau zum Gegenteil. Sebastian Plantholt berichtet. Regenbogenfarben, wohin man schaut. Schon vor Anpfiff stellen viele Fans vor dem Stadion klar, die UEFA mag eine außenbunte Münchner Arena verbieten können. Drinnen machen die Fans aber ihr eigenes Regenbogending. Wenn es schon von außen nicht erleuchtet ist, dann machen wir es halt von innen. Flaggenaktion finde ich super. UEFA äußerst bedenklich, nach diesen ganzen Fairplay-Aktionen jetzt den Schwanz einzuziehen. Ich finde eigentlich sportlich und politisch sollte man es eigentlich trennen und sollte es nicht so hochziehen. Flaggen auch vor dem Weserstadion in Bremen. Das Berliner Olympiastadion soll später so aussehen. Und so wird es im ganzen Land sein. Ob Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder Union Berlin, unzählige Vereine tauchen ihre Stadien in Regenbogenfarben. Zustimmung aus der Politik. Das ist ein Signal auch des Sports und der Zivilgesellschaft. Und ich hoffe, dass jeder Fan und jeder Verein diese Vielfalt auch walten lässt, wenn sich mal Spieler bekennen. Zu ihrer sexuellen Orientierung. Hintergrund der Regenbogendebatte ist ein neues Gesetz in Ungarn, das sexuellen Missbrauch von Kindern mit Homosexualität gleichsetzt. Zudem verbietet es Jugendliche in Schulen oder Fernsehen über andere sexuelle Orientierungen zu informieren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will gegen das Gesetz vorgehen und nennt es wörtlich eine Schande. The Hungarian Bill is a shame. Und auch Kanzlerin Merkel spricht deutliche Worte. Erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. Ungarns Ministerpräsident Orban hat seine Reise zum Spiel nach München offenbar abgesagt und will jetzt nach Brüssel reisen. Er warnt die deutsche Politik, sie solle sich nicht einmischen und das Regenbogenverbot akzeptieren. Die UEFA wertet die Regenbogenfarben zwar weiter als bei der Euro nicht gewollte politische Botschaft, färbte am Nachmittag aber ihr Logo ein. Mitten in den Sommerferien drohen Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nach gescheiterten Verhandlungen konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen. Wann und wie lange es zu möglichen Arbeitsniederlegungen kommt, soll morgen in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die GDL fordert eine Einkommenserhöhung sowie eine Corona-Prämie und hatte die Verhandlungen bereits am vergangenen Dienstag für gescheitert erklärt. Die Bundesregierung hat am Vormittag den Haushalt für 2022 verabschiedet. Außerdem ist ein Sofortprogramm von 8 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz beschlossen worden, das in der Haushaltsplanung enthalten ist. Insgesamt sieht die Vorlage von Bundesfinanzminister Scholz eine Neuverschuldung von noch einmal fast 100 Milliarden Euro vor. Der Bundestag müsste im kommenden Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben. Und zugeschaltet ist mir jetzt Prof. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Abend, Frau Mosel. Herr Fratscher, der Haushalt 2022 wird noch weiter aufgeblasen. Statt wie im März noch angekündigt 81,5 Milliarden Euro, wären es jetzt knapp 100 Milliarden Neuverschuldung angesichts der Krise. Für Sie überraschend oder erwartbar? Völlig erwartbar, denn man kann nicht erwarten, dass eine Krise vorbei ist, die Pandemie und dann läuft die Wirtschaft und alles wieder ist wie vorher. Und die Realität ist, viele Unternehmen in Deutschland werden für geraume Zeit Unterstützung benötigen. Das sind vor allem kleine Unternehmen, die jetzt von der Pandemie hart betroffen sind, die eben nicht so schnell auf den grünen Zweig kommen werden. Und wenn man jetzt diese Wirtschaftshilfen stoppen würde und wollte wieder einen ausgeglichenen Haushalt im kommenden Jahr haben, dann wäre das gleichkommen mit einer wirtschaftlichen Vollbremsung. Würde also viele Unternehmen auch in die Insolvenz treiben, würde Arbeitslosigkeit nach oben treiben. Und das will man jetzt verhindern. Also ich glaube, das ist absolut die richtige Entscheidung. Und ich glaube auch, man wird das auch 2023 nicht so schnell wieder beenden können. Denn die großen Herausforderungen im Bereich Klimaschutz, Digitalisierung, die stehen ja alle noch bevor. Und zu glauben, dass man jetzt ganz schnell wieder auf den schwarzen Null kommt, halte ich für eine Illusion. Sie haben das Thema Klimaschutz auch gerade angesprochen. Auch das ist ja Teil dieses neuen Haushalts, der da heute beschlossen wurde. Höhere Ausgaben, Maßnahmen, die jetzt endlich auch mal konkret gemacht wurden. Sind Sie froh, dass das so kurzfristig jetzt dann doch noch vor der Sommerpause quasi durchgeboxt wurde? Oder sagen Sie, das muss schon ein bisschen überlegter geschehen? Da fehlt den Unternehmen vielleicht auch so ein bisschen die Planungssicherheit? Das ist richtig. Die Unternehmen haben natürlich im Augenblick wenig Planungssicherheit. Aber ich halte es trotzdem für richtig, dass dieser Haushalt erst mal beschlossen wurde. Dass also hier zumindest etwas den Unternehmen angeboten wird. Die Politik hatte ja in den letzten Wochen gesagt, sie wird die Überbrückungshilfen 3 verlängern. Sie wird das Kurzarbeitergeld verlängern. Also gewisse Maßnahmen wurden ja bereits signalisiert. Das ist zumindest eine Orientierungshilfe für die Unternehmen. Aber klar ist auch, 8 Milliarden Euro für Klimaschutz, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da wird die nächste Bundesregierung deutlich nachlegen müssen. Denn alleine in Deutschland werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren weit über 3000 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen wie privaten Investitionen in das Thema Klimaschutz brauchen. Also es ist richtig, dass die Politik das jetzt gemacht hat. Aber dabei wird es nicht bleiben können. Denn die nächste Bundesregierung muss sich da ehrlich machen und muss ein überzeugendes Konzept anbieten. Und die Konzepte, die aktuell angeboten werden von den verschiedenen Parteien, die könnten teils unterschiedlicher nicht sein. Die einen wollen ziemlich viel regulieren. Die anderen wollen dem Markt möglichst viel selbst überlassen. Wo würden sie sich bewegen? Was wäre in ihren Augen sinnvoll? Die Politik und die nächste Bundesregierung muss eine klare Priorität treffen. Will sie Schulden abbauen, Schuldenbremse einhalten, die schwarze Null möglichst schnell wieder erreichen oder will sie in die Zukunft investieren? Und meiner Ansicht nach kann nur die richtige Antwort sein, Zukunftsinvestitionen. Denn wenn es nicht gelingt, die deutsche Wirtschaft fit für die Zukunft zu machen in Bezug auf Klimaschutz, aber eben auch digitale Transformation und Innovation, dann wird viel Wohlstand in Deutschland verloren gehen. Dann wird die deutsche Wirtschaft nicht so stark wachsen können. Dann werden auch weniger Steuereinnahmen kommen und damit wird der Staatsschulden dann langfristig wachsen. Also ich glaube, eines der Kernthemen in diesem Wahlkampf muss sein, wo sitzen die Parteien die Priorität? Soll es Steuersenkungen, Schuldenbremse sein oder soll es eben Zukunftsinvestitionen sein? Und das wird einer der ganz entscheidenden Fragen in diesem Wahlkampf und für die nächste Bundesregierung sein. Wir haben es jetzt auch gerade erst beim Tag der Industrie gesehen. Da wurde ja den potenziellen Nachfolger, Nachfolgerin der Kanzlerin ordentlich auf den Zahn gefühlt. Und viel Kritik kommt auch da an den Grünen. Viel Kritik, die da zurechtkommt. Viel Sorge von Unternehmen, die sie zurecht haben, dass da zu viel vorgegeben wird, eine Latte hochgesetzt wird, die Unternehmen vielleicht gar nicht überspringen können. Nein, ich halte das, auch das Programm der Grünen nicht für wirtschaftsfeindlich. Was Unternehmen benötigen, ist Planungssicherheit. Sie brauchen klare Regulierung, worauf sie sich einrichten müssen. Das Schlimmste, was für Unternehmen sein kann, ist das, was in den letzten fünf, letzten zehn Jahren der Fall war, dass sie eben ständig die Regeln sich geändert haben, wie eine überbordende Bürokratie in Deutschland haben, dass sie nicht die Unterstützung haben, um selber investieren zu können. Ich halte das Wahlprogramm der Grünen in Bezug auf die Wirtschaft für überzeugend, weil es klare Prioritäten setzt. Und ich glaube, die deutsche Wirtschaft, es gibt genug Unternehmen, die sich wünschen und sagen, wir brauchen Klarheit, Transparenz, klare Regeln von euch und auch durchaus das Programm der Grünen unterstützen. Also ich sehe das Grün-Programm nicht als wirtschaftsfeindlich, sondern es setzt klare Prioritäten, so wie die CDU, CSU das auch tut, ganz andere Prioritäten und natürlich auch die SPD und die anderen Parteien. Und wer auch immer am Ende die Regierung stellt, wird das Gespräch mit der Wirtschaft suchen müssen. Vielen Dank, Professor Marcel Fratscher. Sehr gerne. Der Sommer weiß aktuell nicht so richtig, wo er hin will. Erst die Hitze mit weit über 30 Grad, dann die Hitze, Gewitter, Hage, Regen, Abkühlung. Auch gestern Abend gab es in einigen Teilen Deutschlands wieder heftige Unwetter. Vor allem die Regionen in Ober- und Niederbayern waren von der extremen Wetterlage betroffen, teils mit riesigen Hagelkörnern. Vier Zentimeter große Hagelkörner, so dick wie Golfbälle, verwandelten die Gegend in Bayern vorübergehend in eine Winterlandschaft. Sogar Radlade und Schneeschieber mussten eingesetzt werden, um die Straßen wieder frei zu machen. Auch den Kleinen blieb nichts anderes übrig, als im Sommer zu schippen. Zudem wurde innerhalb einer Stunde eine Niederschlagsmenge von 50 Litern pro Quadratmeter gemessen. Gullis waren völlig überflutet, unter Führungen und Keller liefen voll Wasser. Wir haben durch die Wassermassen den Hagel angeschwemmt an die Gullis, die dann verstopft sind. Und das muss man natürlich jetzt alles beseitigen, dass wir das dann abbomben können. Besonders betroffen die Region um die Kreisstadt Ebersberg bei München. Die Feuerwehr spricht von einem Ereignis, das so nur alle 100 Jahre vorkommt. Und ein Ereignis, das heute Abend ansteht, das wollen wir besprechen. Meteorologe Alexander Hillebrandt bei mir im Studio. Das sind Bilder, die wir gerade gesehen haben aus Bayern. In München spielt die Deutsche Elf gegen Ungarn. Bei welchem Wetter? Hoffentlich nicht bei solchem. Nein, bei solchem Wetter sehr wahrscheinlich nicht. Aber es könnte ein paar Regentropfen geben. Aber trotzdem, momentan ist es ja in München noch eigentlich trocken. Aber das könnte sich in den nächsten Stunden noch ändern. Und die Niederschlagsvorschau zeigt erst mal für die nächsten Stunden, dass sich hier doch im Süden von Deutschland doch einige Schauer bilden werden. Diese Orangen und die gelben Farben, das sind dann die heftigsten Schauer. Es sind jetzt aktuell auch schon einige Unwetter unterwegs. Aber Sie sehen eben auch hier, dass die dunkleste Farbe, nämlich die lilanen Bereiche, doch deutlich östlich von München sich dann aufbauen. Und auch gleichzeitig hier eher im Allgäu die heftigen Unwetter da sind, sodass in München nur so die orangene Farbe, die mäßige Farbe eigentlich dann am Ende dominieren wird. Und die nächste Grafik zeigt dann, was wir uns als Redaktion für das Spiel.